Kathy Rikes Knochenjagd Gelesen von Simone Tomala Die Augen des Babys verblüfften mich, so rund und weiß und so pulsierend vor Bewegung, wie der winzige Mund und die Nasenöffnungen. Ich ignorierte die Madenmassen, schob zwei behandschuhte Finger unter den kleinen Torso und zog sanft eine Schulter nach oben. Kinn und Glieder fest an die Brust gepresst, hob sich das Baby ein wenig. Mit protestierendem Gesumme stoben Fliegen davon. Ich prägte mir die Details ein. Zarte Augenbrauen, kaum sichtbar auf einem Gesicht, das nur schwer als menschlich zu identifizieren war. Aufgeblähter Bauch, durchscheinende Haut, die sich von perfekten kleinen Fingern ablöste. Unter Kopf und Hintern waren Pfützen von einer grünen-braunen Flüssigkeit. Das Baby steckte im Toilettentisch eines Badezimmers, eingeklemmt zwischen der Rückwand und einem verrosteten Abflussrohr. Es lag in föhtaler Haltung, den Kopf verdreht, das Kinn nach oben ragend. Es war ein Mädchen. Einen Augenblick lang konnte ich es nur anstarren. Meine Gedanken wanderten zu den letzten Augenblicken des Babys. War es bereits im dunklen Leib der Mutter gestorben, als Opfer einer herzlosen Verdrehung der Doppelhelix? Oder im Kampf ums Überleben an die schluchzende Brust ihrer Mutter gedrückt? Oder kalt und allein, im Stich gelassen und unfähig, sich Gehör zu verschaffen? Wie lange dauert es, bis ein Neugeborenes das Leben aufgibt? Ein Sturzbach der Bilder rauschte durch mein Gehirn. Keuchender Mund, zappelnde Glieder, zitternde Händchen. Zorn und Trauer ballten sich in meinen Eingeweiden zusammen. Konzentrier dich, Brennan. Behutsam legte ich die winzige Leiche wieder auf ihren Platz zurück und holte einmal tief Luft. Fakten. Auf dem Toilettentischchen lagen ein Seifenriegel, ein schmuddeliger Plastikbecher, ein stark angeschlagener Zahnbürstenhalter und eine tote Kakerlake. Auf dem Spülkasten stand eine Schachtel mit Papiertüchern. In der Schüssel selber war ein schleimiges, braunes Oval zu erkennen. Ich fächelte mir mit dem Notizbuch Luft zu. Schon jetzt waren meine Haare feucht. Es war 9 Uhr vormittags am Montag, dem 4. Juni. Um 7 Uhr war ich von einem Anruf von Pierre Lamange geweckt worden, dem Chef der rechtsmedizinischen Abteilung des Laboratoire des Sciences Judiciaires e des Medicines Legales in Montreal. Lamange war von Jean-Claude Hubert aus dem Bett geholt worden, dem Chief Coroner der Provinz Québec. Hubert's Weckruf war von einem Beamten der SQ mit dem Namen Louis Bédard gekommen. Laut Lamange hatte Kaporal Bédard das Folgende berichtet. Etwa gegen 2.40 Uhr morgens am Sonntag, dem 3. Juni, hatte sich eine 27-jährige Frau namens Amy Roberts im Hospital Honoré Mercier vorgestellt und über exzessive Vaginalblutungen geklagt. Dem diensthabenden Notarzt Dr. Arash Kaczmeschki fiel auf, dass Roberts desorientiert wirkte. Da er Reste der Plazenta und eine Vergrößerung des Uterus feststellte, vermutete er, dass die Frau vor kurzem entbunden hatte. Als er sie nach einer Schwangerschaft, Geburtswehen oder einem Baby fragte, antwortete Roberts ausweichend. Sie hatte keine Ausweispapiere bei sich. Kaczmeschki beschloss, das örtliche Revier des Sûretés du Québec anzurufen. Etwa gegen 3.20 Uhr an diesem Morgen sorgte eine Karambolage von fünf Autos für sieben Krankenwagen vor der Notaufnahme des Hospital Honoré Mercier. Als das Blut schließlich weggewischt war, war Kaczmeschki zu erschöpft, um sich an die Patientin zu erinnern, die vermutlich kurz zuvor entbunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Patientin sowieso schon wieder verschwunden. Gegen 14.15 Uhr an diesem Nachmittag erinnerte sich Kaczmeschki dann doch an die Patientin und rief bei der SQ an. Ungefähr um 17.10 Uhr vor Caporal-Bedal zu der Adresse, die Kaczmeschki Roberts' Aufnahmeformular entnommen hatte. Gegen 18.20 Uhr sprach Kaczmeschki mit der Notaufnahmeschwester Rose Buchanan. Buchanan erinnerte sich, dass Roberts einfach verschwunden war. Außerdem meinte sie, sich an einen früheren Besuch Roberts erinnern zu können. Etwa gegen 20 Uhr recherchierte Kaczmeschki im Archiv und erfuhr so, dass Amy Roberts schon elf Monate zuvor wegen Vaginalblutungen ins Hospital Honoré Mercier gekommen war. Da er befürchtete, dass ein Neugeborenes in Gefahr war und ihn sein Gewissen plagte, weil er nicht sofort die Behörden informiert hatte, rief er nun noch einmal bei der SQ an. Etwa gegen 23 Uhr fuhr Caporal-Bedal noch einmal zu Roberts Wohnung. Diesmal ging Bedal außen um das Gebäude herum. Als er einen Müllcontainer im Hinterhof durchsuchte, entdeckte er ein Knäuel blutiger Handtücher. Bedal beantragte einen Durchsuchungsbeschluss und rief den Coroner. Sobald der Beschluss am Montagmorgen ausgegeben war, rief Hubert Lamanche an. Da er die Auffindung verwester Überreste befürchtete, rief er mich an. Und deshalb war ich jetzt hier. An einem wunderschönen Junitag stand ich im Bad einer heruntergekommenen Wohnung im dritten Stock ohne Aufzug. Hinter mir lag ein Schlafzimmer. Eine schartige und abgenutzte Frisierkommode stand an der südlichen Wand. Die Schubladen waren offen und leer. Auf dem Boden lag ein Lattenrost mit Matratze, darum herum schmuddelige Bettwäsche. In einem kleinen Wandschrank befanden sich nur Kleiderbügel und alte Magazine. Vom Schlafzimmer führte eine Doppelfalltür in ein Wohnzimmer, das im Heilsarmilchschick möbliert war. Ein mottenzerfressenes Sofa, ein Couchtisch mit Brandlöchern von Zigaretten. Die einzige Andeutung von architektonischem Charme verströmte ein flaches Erkerfenster, das auf die Straße hinausging. Eine eingebaute, dreiteilige Holzbank reichte vom Boden bis unter das Fensterbrett. Eine schmale, billige Küche, die man vom Wohnzimmer aus betrat, teilte sich eine gemeinsame Wand mit dem Schlafzimmer. Die Arbeitsflächen waren mit gerissenem Keramikfliesen belegt, die Fugen geschwärzt von Jahren der Vernachlässigung. Eine Plastikschüssel auf dem Linoleum neben dem Kühlschrank enthielt eine kleine Menge Wasser. Ich dachte kurz an ein Haustier. Die gesamte Wohnung hatte nur gut 70 Quadratmeter. Ein widerlicher Geruch war allgegenwärtig, faulig und säuerlich, wie eine verschimmelnde Gräbfrut. Der Großteil des Gestanks kam von dem verschütteten Unrat vor dem Küchenmülleimer. Ein anderer Teil kam aus dem Bad. Ein Uniformierter bewachte die einzige Tür der Wohnung. La Manche stand neben dem Erkerfenster und unterhielt sich mit Gilles Pommier, einem Autopsietechniker der LSGML. Beide machten ein finsteres Gesicht und sprachen gedämpft. Ich brauchte die Unterhaltung gar nicht zu hören. Als forensische Anthropologin hatte ich schon mehr Todesschauplätze bearbeitet, als mir lieb war. Mein Spezialgebiet sind die Verwesten, die Verbrannten, die Mumifizierten, die Verstimmelten und skelettierte menschliche Überreste. Ich wusste, wer alles mit Höchstgeschwindigkeit zu uns unterwegs war. Bald würde die Wohnung wimmeln vor Spezialisten, die nichts anderes im Sinn hatten, als jeden Fingerabdruck, jede Hautzelle, jeden Blutspritzer und jede Wimper in dieser schmuddeligen kleinen Wohnung zu finden und einzusammeln. Mein Blick wanderte wieder zum Toilettentisch. Ich wusste, was diesem Baby bevorstand. Der Angriff auf seine Person hatte eben erst begonnen. Die Kleine würde zu einer Fallnummer werden. Man würde an ihr materielle Indizien sichern und bewerten. Ihr zarter Körper würde gewogen und vermessen werden. Man würde ihr Brust und Schädel öffnen, ihr Hirn und Organe entnehmen, sie in Scheiben schneiden und unter dem Mikroskop untersuchen. Man würde ihr Knochenproben für eine DNS-Untersuchung entnehmen. Man würde ihr Blut- und Glaskörperflüssigkeit für eine toxikologische Untersuchung abzapfen. Die Toten sind machtlos, aber diejenigen, die möglicherweise durch die Untaten anderer sterben, erleiden noch weitere Würdelosigkeiten. Ihr Tod wird zur Schau gestellt als Beweismittel, das von Labor zu Labor, von Schreibtisch zu Schreibtisch wandert. Spurensicherungstechniker, forensische Experten, Polizisten, Anwälte, Richter, Juroren. Ich weiß, dass solche Verletzungen der persönlichen Würde notwendig sind für die Rechtsprechung. Dennoch hasse ich sie, auch wenn ich ein Teil davon bin. Mit wütendem Finger blätterte ich in meinem Notizbuch eine neue Seite auf. Ruhe sanft, meine Kleine. Ich werde dich behüten. Durch die schiefe Schlafzimmertür sah ich eine vertraute Gestalt. Schlank und langbeinig. Kräftige Kinnpartie. Sandblonde Haare. Für mich ist das ein Bild mit einer langen Geschichte. Lieutenant Detektiv Andrew Ryan, Section de Crimes contre la Person, Sûreté du Québec. Ryan ist Beamter des Morddezernats. Im Verlauf der Jahre habe ich viel Zeit mit ihm verbracht. Im und außerhalb des Labors. Das Außerhalb war vorbei. Was aber nicht hieß, dass der Kerl nicht immer noch verdammt heiß war. Ryan hatte sich zu La Manche und Pommier gestellt. Ich ging ins Wohnzimmer. Dr. Brennan. Ryan war rein geschäftsmäßig. So hatten wir das auch in unseren guten Zeiten immer gehalten. Vor allem in den guten Zeiten. Detective? Ich zug meine Handschuhe aus. Also, Temperance. La Manche ist der einzige Mensch auf Erden, der die formelle Version meines Namens benutzt. Wie lange ist dieser kleine Mensch schon tot? La Manche ist seit über 40 Jahren forensischer Pathologe und hat keinen Grund, mich nach meiner Meinung zu postmortalem Intervall zu fragen. Es ist eine Taktik, die er benutzt, um Kollegen das Gefühl zu geben, sie seien ihm ebenbürtig. Die ersten Fliegen kamen wahrscheinlich zwischen einer und drei Stunden nach dem Todeseintritt an und legten ihre Eier ab. Das Schlüpfen könnte also bereits zwölf Stunden nach der Eiablage begonnen haben. In diesem Bad ist es ziemlich warm, sagte Pommier. 29 Grad Celsius. In der Nacht war es wahrscheinlich kühler. Also deuten die Maden in Augen, Nase und Mund auf ein minimales PMI zwischen 13 und 15 Stunden hin. Ja, sagte ich. Allerdings sind einige Fliegenspezies nach Einbruch der Dunkelheit inaktiv. Ein Entomologe sollte bestimmen, welche Arten präsent sind und in welchem Entwicklungsstadium sie sich befinden. Durchs offene Fenster hörte ich in der Ferne eine Sirene jaulen. Die Leichenstarre ist maximal ausgeprägt, fügte ich hinzu. Das passt also zum vermuteten Intervall. Lamont schnickte bedrückt. Womit wir auf einen möglichen Todeszeitpunkt irgendwo zwischen sechs und neun gestern Abend kommen. Die Mutter kam gestern Morgen ungefähr um 2.40 Uhr ins Krankenhaus, sagte Ryan. Die Implikation war zu traurig. Es konnte sein, dass das Baby noch bis 15 Stunden nach seiner Geburt gelebt hatte. Ich bin fertig, sagte ich zu Pommier. Sie können die Leiche einpacken. Er nickte, rührte sich aber nicht. Wo ist die Mutter? Fragte ich Ryan. Wie es aussieht, hat sie sich aus dem Staub gemacht. Bedar sucht gerade den Hausbesitzer und befragt dann die Nachbarn. Draußen wurde die Sirene lauter. Der Wandschrank und die Wäschekommode sind leer, sagte ich. Im Bad sind noch ein paar persönliche Sachen. Keine Zahnbürste oder Zahnpasta. Kein Deo. Sie nehmen also an, dass diese herzlose Schlampe durchaus auf Körperhygiene geachtet hat? Ich schaute Pommier an, weil mich seine Verbitterung überraschte. Dann fiel es mir wieder ein. Pommier und seine Frau hatten versucht, eine Familie zu gründen. Vor vier Monaten hatte sie zum zweiten Mal eine Fehlgeburt erlitten. Die Sirene verkündete ihre Ankunft in der Straße und ging dann aus. Türen krachten. Stiefel klapperten auf der Eisentreppe, die vom Bürgersteig in den ersten Stock führte. Kurz darauf duckten sich zwei Männer unter dem Absperrband hindurch. Ich kannte sie beide. Alex Gioretti und Jacques Demer. Hinter Gioretti und Demer folgte ein Escu-Corporal, von dem ich annahm, dass es Bedar war. Worte wurden gewechselt. Dann öffneten Gioretti und Demer ihre Ausrüstungs- und Kamerakoffer. Mit angespannten Gesicht schob La Manche eine Manschette hoch und schaute auf seine Uhr. Stressiger Tag, fragte ich. Fünf Autopsien, Dr. Ayers ist nicht da. Wenn Sie lieber ins Labor zurück wollen, dann bleibe ich sehr gerne. Vielleicht ist das das Beste. Für den Fall, dass noch mehr Leichen gefunden werden, das brauchte ich nicht zu sagen. Aus Erfahrung wusste ich, dass es ein langer Vormittag werden würde. Als La Manche gegangen war, schaute ich mich nach einer Sitzgelegenheit um. Das zerlumpte Sofa und sein Ungeziefer machten mich nicht an. Ich entschied mich für die Fensterbank. Zwanzig Minuten später hatte ich meine Aufzeichnungen abgeschlossen. Als ich den Kopf hob, pinselte Demer eben Fingerabdruckpulver auf den Küchenherd. Ein regelmäßiges Aufblitzen verriet mir, dass Gioretti im Bad Fotos schoss. Ich schaute zum Fenster hinaus. Pommier lehnte rauchend an einem Baum. Ryans Jeep stand neben meinem Mazda und dem Spurensicherungstransporter, am Bordstein. Zwei Limousinen ebenfalls. Einer hatte das CTV-Logo auf der Fahrerseite. Auf der anderen stand Le Croix de Saint-Hyacinthe. Die Medien hatten Blut gewittert. Als ich mich wieder umdrehte, wackelte das Brett unter meinem Hintern leicht. Ich senkte den Kopf und entdeckte parallel zur Fensterwand einen Spalt. Diente der Mittelteil der Bank als Stauraum? Ich stand auf und kauerte mich hin, um unter der Sitzfläche nachzuschauen. Mit meinem Stift drückte ich von unten dagegen. Die Sitzfläche hob sich und klappte gegen das Fensterbrett. Ich spähte in die Schatten. Und sah, was ich befürchtet hatte. Das zweite Baby war in ein Handtuch gewickelt. Blut oder Verwesungsflüssigkeit hatte braune Blüten auf dem gelben Frottee ausgebreitet. Der verhüllte kleine Leichnam lag in einer hinteren Ecke des Sitzkastens. Das Schädeldach des winzigen Kopfs war an einem Ende des Bündels sichtbar, die verschlungene Nähte weit, wie bei einem Neugeborenen zu erwarten. Der membran-dünne Knochen war mit einem feinen Pflaum wie bestäubt. Ich schloss die Augen. Sah noch ein Babygesicht. Dunkles Fleisch, das erstaunlich blaue Augen umgab. Eingesunkene Pausbäckchen, die jetzt zarte Knochen straff umspannten. »Avez vous quelques choses?« »Haben Sie etwas?« Ich drehte mich um. Demir schaute, den Pinsel mit dem schwarzen Pulver erhoben, in meine Richtung. Ich nickte nur, weil meine Stimme versagte. Demir rief Gioretti und kam dann zu mir. Nachdem er das Baby sehr lange angestarrt hatte, zog er sein Handy vom Gürtel und tippte eine Nummer. »Mal sehen, ob wir einen Hund bekommen.« Kurz darauf kam Gioretti zu uns. Sein Blick fiel auf die offene Fensterbank. Nachdem er einen Fallmarker aufgestellt hatte, fing Gioretti an Fotos aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen zu schießen. Ich ging ein paar Schritte weg, um La Manche anzurufen. Er gab die Anweisungen, die ich erwartet hatte. Die Überreste so wenig wie möglich bewegen. Die Augen offen halten. Zwanzig Minuten später war Gioretti mit den Foto- und Videoaufnahmen fertig. Demir hatte den Sitzkasten und seinen Inhalt bestäubt. Während ich mir Latexhandschuhe überstreifte, breitete Demir einen Leichensack auf dem Boden aus. Sein Unterkiefer verkrampfte sich, als er den Reißverschluss aufzog. Ich hob unser zweites, kleines Opfer behutsam heraus. Anhand des Gewichts und dem Fehlen von Geruch nahm ich an, dass die Überreste mumifiziert waren. Mit beiden Händen legte ich das Bündel in den Leichensack. Wie das Baby aus dem Toilettentisch, das jetzt neben dem Sofa lag, sah es in dem Erwachsenensack mitleiderregend winzig aus. Während dem Meer mir mit einer Stablampe leuchtete, fischte ich mit einer Pinzette ein halbes Dutzend Knochen aus dem Sitzkasten. Jeder war kleiner als ein Daumennagel. Drei Finger Knochen, zwei Mittelhandknochen, ein Wirbelkörper. Nachdem ich die einzelnen Knochen in einem Plastikröhrchen verstaut hatte, schrieb ich Fallnummer, Datum und meine Initialen mit einem Filzstift darauf. Dann steckte ich den Behälter unter eine Ecke des fleckigen, gelben Bündels. Giuretti hatte eben den Reißverschluss des Sacks zugezogen, die Ecken umgeschlagen und festgezurrt, als Pommier wieder auftauchte. Bei ihm war eine Frau mit einem Border Collie. Die Frau hieß Madeleine Caron, den Collie nannte man Pepper. Leichenhunde sind auf den Geruch von verfaulendem, menschlichem Fleisch abgerichtet und deshalb finden sie versteckte Leichen, wie Infrarotsysteme Wärmequellen ausmachen können. Aber diese Hunde des Todes sind so unterschiedlich wie ihre Führer. Manche sind gut, andere miserabel und wieder andere völlige Reinfälle. Ich freute mich sehr, dieses Paar zu sehen. Beide spielten in der Oberklasse. Nette Wohnung, sagte Caron. Ein Palast. Hat Pommier sie ins Bild gesetzt? Caron nickte. Bis jetzt haben wir zwei. Eine aus dem Bad, eine aus dem Sitzkasten im Fenster. Ich deutete mit dem Daumen über die Schulter. Ich werde sie gleich für den Transport freigeben. Wenn die Leichensäcke weg sind, können sie sofort mit Pepper rumgehen und sehen, ob irgendetwas seine Neugier weckt. Zuerst führte Caron Pepper zu den Stellen, wo die Babys versteckt worden waren. Einige Hunde sind so trainiert, dass sie durch Bellen Alarm schlagen, andere, indem sie sich setzen oder auf den Boden legen. Pepper war ein Sitzer. An beiden Stellen hockte er sich auf die Hinterläufe und jaulte. Jedes Mal kraulte Caron die Ohren des Hundes und sagte, braves Mädchen. Dann griff sie an sein Halsband und löste die Leine. Nachdem sie sich durch Küche und Wohnzimmer geschnüffelt hatte, tapste Pepper ins Schlafzimmer. Caron und ich folgten mit höflichem Abstand. Nichts bei der Kommode. Beim Bett ein leichtes Zögern. Dann erstarrte der Hund. Braves Mädchen, sagte Caron leise. Die Schnauze von einer Seite zur anderen bewegend, kroch Pepper durchs Zimmer. An der offenen Schranktür hob sie die Schnauze und blähte die Nüstern. Nach fünf Sekunden des Witterns setzte sich Pepper, drehte den Kopf in unsere Richtung und jaulte. Braves Mädchen, sagte Caron. Platz. Den Blick starr auf die Führerin gerichtet, ließ Pepper sich auf den Bauch sinken. Scheiße, sagte Caron. Was ist? Caron und ich drehten uns um. Keiner hatte gehört, dass Ryan hinter uns getreten war. Sie hat was gefunden, sagte Caron. Wie oft liegt sie richtig? Oft. Bitte sagen Sie dem Leichenwagenfahrer, das er warten soll, sagte ich. Okay. Während Caron Pepper hinausführte, ging Ryan und ich zum Wandschrank. Der Hohlraum maß nicht mehr als einen mal eineinhalb Meter. Ich zog an einer Kette, um die nackte Birne oben an der Nischendecke anzuschalten. Ryan und ich entdeckten den Lüftungsschacht gleichzeitig. Er war an der Decke, ungefähr in der Mitte des Schranks. Als unsere Blicke sich trafen, erschien Gioretti in der Tür. Haben Sie hier drin schon fotografiert, fragte ich. Gioretti nickte. Wir brauchen eine Leiter und eine Schlangenhalskamera. Während wir warteten, berichtete Ryan mir, was er über den Vermieter in Erfahrung gebracht hatte. Stephen Paxton. Er hat das Hirnschmalz einer Motte. Keine Ahnung, wie er sich drei Gebäude unter den Nagel reißen konnte. Ryan schüttelte den Kopf. Die Mieterin hier ist Alma Rogers. Paxton sagt, sie zahlt bar, normalerweise drei oder vier Monate im Voraus. Und das seit mindestens drei Jahren. Rogers hat im Krankenhaus also einen Decknamen verwendet? Oder hier. Aber es ist dasselbe Mädchen. Paxtons Personenbeschreibung entspricht der des Notarztes. Hat sie ihre tatsächliche Adresse angegeben? Anscheinend. Ich fand das merkwürdig, ging aber nicht weiter darauf ein. Gibt es einen Mietvertrag? Rogers zog mit einem Kerl namens Smith hier ein. Paxton glaubt, dass Smith am Anfang etwas unterschrieben haben könnte, aber er hat's nicht so mit der Buchhaltung. Sagt, dass die Barzahlung im Voraus für ihn Mietvertrag genug war. Arbeitet, Rogers? Paxton hatte keine Ahnung. Smith? Ryan zuckte die Achseln. Was ist mit den Nachbarn? Bedarst immer noch auf Tour. In diesem Augenblick traf die Ausrüstung ein. Während Demer die Leiter aufstellte, verbannte Gioretti ein Gerät, das ein bisschen aussah wie eine Rohrreinigungsspirale, mit einem tragbaren Festplattenrekorder. Er drückte auf einen Knopf und der Monitor sprang an. Während Ryan die Leiter festhielt, stieg Demer hinauf und zog einen Schraubenzieher aus seinem Gürtel. Ein paar Umdrehungen und die Schrauben fielen herunter. Putz rieselte herab, als er das Gitter löste und nach unten gab. Er schob sich eine Maske über den Mund und griff dann mit einer Hand in das dunkle Rechteck an der Decke. Mit offener Handfläche tastete er behutsam herum. Da ist ein Balken. Er hielt den Atem an, während sein Arm sich in alle Richtungen bewegte. »Isoliermaterial«, schließlich schüttelte Demer den Kopf. »Ich brauche die Kamera!« Gioretti hielt ihm das schlangenartige Gerät hin. An der Spitze hatte es ein Glasfaserbildsensor mit einer Linse, deren Durchmesser weniger als vier Millimeter betrug. Demer drückte auf einen Knopf und ein heller Strahl schoss in die Dunkelheit. Auf dem Monitor erschien ein unscharfes, graues Bild. »Wir haben Empfang!« Gioretti drehte an einer Wählscheibe und aus dem unscharfen, grauen Streifen wurde ein Holzbalken. »Versuchen Sie es in die andere Richtung«, sagte Ryan. »Sie müssten auf einen Wandbolzen und einen Dachbalken stoßen.« Ryan hatte recht. Ein knappen Meter hinter dem linken Ende des Lüftungsschachts traf ein Schrägbalken auf den Deckenträger. Im V oberhalb des Deckenträgers klemmte ein Bündel, eingewickelt in ein Handtuch. »Scheiße«, sagte Gioretti. 90 Minuten später war die Decke des Wandschranks verschwunden und das dritte Baby lag in seinem 2,60 x 1,50 Sack. Zum Glück fanden wir auf dem kleinen Dachboden keine weiteren Babys. Und Pepper hatte außerhalb des Gebäudes nicht angeschlagen. Im Leichenwagen lagen jetzt nebeneinander drei Leichensäcke, jeder mit einer mitleiderregend kleinen Ausbuchtung in der Mitte. Obwohl es schon Nacht 2 war und ich seit Tagesanbruch nichts gegessen hatte, hatte ich keinen Appetit. Ich starrte nur weiter die drei Säcke an und zerbrach mir den Kopf über die Frau, die das getan hatte. Bereute sie den Mord an ihren Neugeborenen? Oder lebte sie einfach ihr Leben weiter, ohne sich große Gedanken über die Monstrosität ihrer Verbrechen zu machen? Immer wieder drängten sich mir Bilder aus meiner Vergangenheit auf. Ungebeten. Ungewollt. Mein kleiner Bruder Kevin starb mit drei Jahren an Leukämie. Ich durfte damals Kevins Leiche nicht sehen. Für meinen 8-jährigen Verstand wirkte sein Tod irgendwie unwirklich. An einem Tag war er noch bei uns, am nächsten nicht mehr. Auf kindliche Art hatte ich verstanden, dass Kevin krank war, dass sein Leben bald zu Ende sein würde. Doch als es dann passierte, war ich völlig verstört. Man hätte mir erlauben müssen, mich von ihm zu verabschieden. Bis jetzt hatte der Corporal berichtet, dass die Nachbarnbefragung nur eine Person ergeben hatte, die Alma Rogers je gesehen hatte. Die betagte Witwe Robertina Urto wohnte im Gebäude gegenüber und beobachtete durch ihre Wohnzimmer-Jalousie sehr genau, was auf der Straße vor sich ging. Die alte Frau beschrieb die Nachbarin von gegenüber als Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie Rogers das letzte Mal ihre Wohnung betreten oder verlassen gesehen hatte. Gelegentlich hatte sie sie mit einem Mann gesehen, aber nie mit einem Baby. Der Mann war Barbue. Was war mit einem Hund? fragte ich mich. Oder war es eine Katze? Hat irgendjemand danach gefragt? Das verschwundene Haustier ließ mir keine Ruhe. Wo war es? Hatte Roberts Rogers es mitgenommen? Hatte sie es ausgesetzt oder getötet, wie sie ihren eigenen Nachwuchs getötet hatte? Drei tote Babys. Und ich machte mir Gedanken über ein verschwundenes Haustier. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist irgendwo da draußen, dachte ich. Amy Roberts, Alma Rogers. Unbemerkt unterwegs. In einem Auto? In einem Bus oder Zug? Allein? Mit dem Vater ihrer armen, toten Kinder? Mit einem davon? Wie viele Väter gab es überhaupt? Demer und Geretti packten ihre Ausrüstung zusammen. Während ich untätig zuschaute, fuhr hinter ihrem Transporter ein grüner Kia an den Bordstein. Die Fahrertür ging auf und ein Mann wuchtete sich hinaus. Er trug Jeans und ein Hemd, das viel zu viel Fleisch preisgab. Das Haar war glatt, das Gesicht gerötet und fleckig über einem ungepflegten Bart. Den Arm auf die Fahrertür gestützt, schaute der Mann sich die Fahrzeuge am Straßenrand an. Dann drehte er sich um und setzte sich wieder hinter Steuer. Mein erschöpftes Hirn spuckte eine Übersetzung aus. Barbue. Bertig. Ich wollte eben Ryan rufen, doch der sprintete schon den Bürgersteig hoch. Ryan erreichte den Kia, als der Fahrer eben die Tür zuknallte. Er griff durchs offene Fenster und riss den Schlüssel aus der Zündung. Aus ein paar Metern Entfernung hörte ich, was soll der Scheiß? Bedar kam dazu, als Ryan dem Kerl seine Marke zeigte. Bewegung! Ryan riss am Türgriff. Was soll... Jetzt! Füße in Sandalen schwang heraus, gefolgt von einem Beluga-Wahl großem Körper. Während Bedar seine Glock zog, drehte Ryan Beluga um, drückte ihn gegen den Kia, trat seine Beine auseinander und durchsuchte ihn. Aus der Gesäßtasche des Mannes zog Ryan eine Segeltuchbrieftasche. Nachdem er sich versichert hatte, dass der Mann unbewaffnet war, trat er einen Schritt zurück und durchsuchte die Brieftasche. Bedar stand breitbeinig da, die Waffe mit beiden Händen auf Beluga gerichtet. Umdrehen und die Hände oben halten. Beluga gehorchte sofort. Ralph Trees? Ryan schaute von einer Plastikkarte hoch, von der ich annahm, dass sie der Führerschein des Mannes war. Mürre schweigend stand Beluga da, die Hände immer noch über dem Kopf. Sind sie Ralph Trees? Beluga antwortete immer noch nichts. Ryan griff hinter sich und zog Handschellen vom Gürtel. Was soll der Scheiß? Beluga spreizte fleischige Finger. Okay, okay, aber es heißt Rocky, nicht Ralph. Wie wär's, wenn sie Dirty Harry da drüben sagen, er soll seine Knarre runternehmen? Ryan nickte Bedar zu. Der Corporal ließ die Waffe sinken, steckte sie aber nicht in den Halfter. Ryan wandte sich wieder an Trees und wedelte mit dem Führerschein. Trees murmelte etwas, das ich nicht verstand. Ich ging auf das Trio zu. Aus der Nähe konnte ich sehen, dass Trees Augen von winzigen roten Äderchen durchzogen waren. Ich schätze seine Größe auf 1,90, sein Gewicht auf ungefähr 160 Kilo. Ich bin hier, um meine Lady zu besuchen. Beim letzten Mal war das noch kein Verbrechen. Mord ist eins. Von was zum Teufel reden sie denn? Wer ist ihre Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Nerven sie mich nicht, Rocky. Schauen sie, ich vögel sie, wenn ich geil bin. Das heißt aber nicht, dass ich ihr am Valentinstag Pralinen schicke. Ryan schaute ihn nur an. Alva Rodriguez. Die blutunterlaufenden Augen flackerten von Ryan zu bedarnt wieder zurück. Geht's darum? Hat jemand Alva umgebracht? Wann haben Sie Miss Rodriguez zum letzten Mal gesehen oder mit ihr gesprochen? Scheiße, das weiß ich nicht. Vor zwei, drei Wochen vielleicht. Strengen Sie sich ein bisschen mehr an. Trees Blick wanderte zu mir. Wer ist die Tussi? Konzentrieren Sie sich nur auf mich. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt mit Miss Rodriguez? Trees nervöse Augen und die Schweißperlen am Haaransatz deuteten darauf hin, dass seine Großmöhnlichkeit nur aufgesetzt war. Donnerstag vor zwei Wochen, nein, Mittwoch, kam eben von einer Fahrt nach Calgary zurück. Warum Calgary? Ich übernehme manchmal Ferntransporte für meinen Schwager. Wo ist Miss Rodriguez jetzt? Woher soll ich das wissen? Sie meldet sich nicht bei mir ab. Wie gesagt, ich komme vorbei, schieb eine Nummer und mach dann wieder mein eigenes Ding. Bezahlen Sie für diese Kleintreffen? Ich? Das soll wohl ein Witz sein. Sein öliges Grinsen weckte bei mir das Verlangen nach einer sehr heißen Dusche. Ich bring der Schlampe eine Flasche und sie bedankt sich bei mir. Bringen Sie ja auch ein bisschen Koks mit? Ich hab's nicht so mit dem Zeug, nur Schnaps. Ryan gab Bedar den Führerschein. Überprüfen Sie doch mal unseren Romeo hier, mal sehen, ob er eine interessante Vorgeschichte hat. Bedar steckte seine Waffe ins Halfter und ging zu seinem Streifenwagen. Während er Trees nahm durchs System laufen ließ, wartete Ryan und ich schweigend. Wie viele unter Stress hatte Trees das Bedürfnis, diese Stille zu füllen. Hören Sie, ich sag Ihnen alles, was ich weiß, nämlich so gut wie gar nichts. Alva und ich haben unsere Zeit nicht mit Reden verbracht. Wo arbeitet Miss Rodriguez, fragte Ryan. Sie hören mir nicht zu. Hat sie ein regelmäßiges Einkommen, Geld für die Miete? Trees zuckte die Achseln, so gut er das mit erhobenen Händen konnte. Haben Sie sie vielleicht auf den Strich geschickt, Rocky, sie auf Koks gebracht, damit sie da ist, wenn Sie eine schnelle Nummer brauchen. Lassen Sie außer Rodriguez auch andere Frauen für sich anschaffen? Auf gar keinen Fall, ich hab auf sie aufgepasst. Alva ist nicht gerade das, was man ein Genie nennen würde. Ryan warf ihm nun in schneller Folge eine Frage nach der anderen hin und wechselte immer wieder das Thema, um Trees zu verunsichern. Wissen Sie, ob sie außer Rodriguez noch einen anderen Namen benutzt? Trees schüttelte den Kopf. Wo lebte sie, bevor sie hierher kam? Sie ist Mexikanerin, okay. Eine von denen. Wie kommen Sie darauf? Der Name, sie hatte so einen Akzent. Nicht Französisch, ich dachte, dass es Mexikanisch ist, mir war es egal. Ist ja rührend, wie unvoreingenommen Sie sind. Trees verdrehte die Augen. Seine Unterarme knickten langsam ein, hingen wie totes Gewicht an seinen erhobenen Ellbogen. Sind Sie der Vater der Babys? Was? Haben Sie ihr bei der Ermordung geholfen? Bei welcher Ermordung? Haben Sie die Musik lauter gedreht, damit Sie ihr Wein nicht hören müssen? Sind Sie verrückt? Oder hat sie die Babys allein umgebracht, weil Sie es ihr gesagt haben? Trees Blick schnellte von Ryan zu seinem Auto und wieder zurück. Ich fragte mich, ob er sich aus dem Staub machen wollte. Drei, Rocky. Drei Neugeborene. Im Augenblick unterwegs in die Leichenhalle. Sie haben sie doch nicht mehr alle. Alva war nicht schwanger. Ist nicht schwanger. Wo zum Teufel ist sie? Wir glauben, dass Miss Rodriguez am Sonntagmorgen entbunden hat. Ryan deutete mit dem Kopf zu der Wohnung im dritten Stock, in der wir unseren Tag zugebracht hatten. Wir haben ein Baby unter dem Waschbecken im Bad gefunden und zwei andere versteckt in der Wohnung. Oh Gott. Trees wich die Farbe aus den Wangen, sodass seine Nase wie ein Leuchtturm aus dem narbigen Grau herausragte. Ich weiß nichts davon, dass Alva schwanger war. Wie kann das sein, Rocky? Wo sie doch ihr so treu sorgen, da Beschützer sind. Alva ist, wissen Sie, schwer, trägt weite Kleidung, sieht aus wie ein verdammtes Zelt auf Beinen. Die DNS wird all diese unangenehmen Vaterschaftsfragen klären. Hören Sie, ich sag's Ihnen doch, ich weiß nicht, wo sie herkommt, ich weiß nicht, wo sie hingegangen sein könnte, ich weiß von ihr nur, ja, Sie sind ein rechter Romantiker. Wo haben Sie beide sich kennengelernt? In einer Bar. Wann? Vor zwei, vielleicht drei Jahren. Wo waren Sie seit Samstag? Trees Gesicht hältte sich auf, als spürte er einen Hoffnungsschimmer. Ich bin rüber nach Chemloops gefahren. Da können Sie meinen Schwager fragen. Da können Sie sich drauf verlassen. Kann ich mir was aus dem Auto holen? Ryan nickte einmal. Aber keine Tricks. Trees griff auf den Rücksitz des Kia, zog einige Papiere unter einer Tüte von Kentucky Fried Chicken hervor und gab sie Ryan. Das oberste ist ein Flyer von der Firma meines Schwagers. Das grüne ist mein Arbeitsauftrag. Schauen Sie aufs Datum. Ich war in Chemloops. Ryan zitierte aus dem Werbezettel. Haben Sie es hier? Wollen Sie es dort? Wir bewegen es schnell. Reinste Poesie. Trees entging der Sarkasmus. Ja, Phil kann sehr gut mit Wörtern und so. Phil sieht aus wie ein Stinktier. Hey, da kann er nichts dafür. Er ist schon so auf die Welt gekommen. Ryan überflog den Arbeitsauftrag und gab die beiden Blätter dann mir. Da mich seine Bemerkung neugierig gemacht hatte, schaute ich mir den Flyer an. Ein glücklicher Fahrer, von dem ich annahm, dass es Phil war, saß lächelnd und winkend hinter dem Steuer eines Lastwagens. Seine Haare waren schwarz und straff nach hinten gekämmt. Ein weißer Halbmond verlief von der Stirn übers Schädeldach. Bedar kam wieder zu uns, schüttelte den Kopf. Ryan spreizte die Beine und schaute Trees an, als würde er Alternativen abwägen. Dann, ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun werden. Sie gehen mit Copper Rabbit da mit. Sie schreiben Ihre Kontaktdaten und die Ihres Bruders auf und auch die von allen Leuten, die Ihre Aussage bestätigen können. Sie schreiben alles auf, was Ihnen zu Alva Rodriguez einfällt. Kapiert? Trees nickte. Ryan schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Hat Alva einen Hund oder eine Katze? fragte ich. Ein Hund. Was für ein? Ein Hund eben. Die Frage schien das Genie zu verwirren. Groß, klein, lange Ohren, braun, weiß. Ein kleiner grauer Kläffer scheißt überall hin. Wie heißt der Hund? Das weiß ich doch nicht. Wenn Alva weggehen würde, würde sie dann den Hund mitnehmen? Das weiß doch ich nicht. Ryan warf mir einen fragenden Blick zu, sagte aber nichts. Zu Trees jedoch sagt er, gehen Sie jetzt, Rocky, und graben Sie wirklich tief. Während Trees bedarrt zu seinem Streifenwagen folgte, ging Ryan mit mir zu meinem Auto. Was denkst du? fragte ich. Der Kerl würde nicht mal mit GPS seinen eigenen Arsch finden. Hat sich wahrscheinlich das Hirn weggesoffen. Für mich klang er aufrichtig schockiert, als du mit den Babys angefangen hast. Vielleicht, sagte Ryan. Irgendwas Neues über Roberts? Der Mer glaubt nicht, dass er irgendwelche brauchbaren Abdrücke hat. Diejenigen, die er abgenommen hat, müssen erst noch bearbeitet werden. Wenn Roberts nicht im System ist, ist das sowieso eine Sackgasse. Der Vermieter zahlte für Strom und Wasser. Es gibt kein Telefon. Keine Papierspur irgendeiner Art. Und das Baby kann uns auch nicht helfen. Wie sich zeigen sollte, hatte ich mich da sehr getäuscht. Am nächsten Morgen fuhr ich 20 Minuten lang die schmalen Straßen von Oschlager, Maisonneuve ab, einem Arbeiterviertel östlich von Centreville. Doch um 8 Uhr morgens an einem Dienstag im Juli war nirgendwo ein Parkplatz zu finden. Auf meiner fünften Runde durch die Partenay fuhr einen halben Block von mir ein Mini-Cooper heraus. Ich schoss vorwärts und schaffte es mit viel Kurbeln und Fluchen, meinen Mazda in die Lücke zu zwängen. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte 8.39 Uhr. Klasse. Die Morgenbesprechung würde in ungefähr sechs Minuten beginnen. Nachdem ich Laptop und Handtasche vom Rücksitz geangelt hatte, stieg ich aus und begutachtete mein Werk. Zehn Zentimeter vorne, 20 hinten. Nicht schlecht. Stolz auf meine Leistung ging ich auf den 13-stügigen Koloss aus Glas und Stahl zu, den man erst kürzlich in Edifice Wilfriede Rom umbenannt hatte, zu Ehren von Kebecks berühmten Pionier der Kriminalistik, berühmt nach Québecker Maßstäben, in forensischen Kreisen. Altgediente nennen das Wilfriede Rom immer noch das QPP- oder SQ-Gebäude, Quebec Provincial Police auf Englisch und Surreter du Québec auf Französisch. Liegt nahe. Seit Jahrzehnten beansprucht die Provinzpolizei ein Großteil der Nutzfläche. Aber die Polizisten sind nicht die einzigen im Gebäude. Das Laboratoire des Sciences Judiciaires et de médecine légale Québecs kombiniertes rechtsmedizinisches und forensisches Institut belegt die oberen beiden Stockwerke. Das Büro de Coroner ist im 11. Die Leichenhalle und die Autopsiesäle sind im Keller. Gott sei Dank sind alle auf engem Raum versammelt, macht den Job in mancher Hinsicht leichter, in andere allerdings auch schwerer. Reins Büro liegt nur acht Stockwerke unter meinem. In der Lobby zog ich meinen Ausweis über das Lesegerät ebenso am Aufzug am Eingang zum zwölften Stock und an den Glastüren, die in den rechtsmedizinischen Flügel führten. Um drei Viertel neun war es noch relativ ruhig auf dem Gang. Als ich in den Konferenzraum kam, saß nur der Chef und ein weiterer Pathologe, Jean Pelletier, am Tisch. La Manche fragte mich, was noch passiert war, nachdem er die Wohnung um Saint-Neu-Saint verlassen hatte. Während ich ihm das Wichtigste mitteilte, hörte Pelletier schweigend zu. Ich werde mit der Autopsie anfangen, sobald wir mit der Besprechung fertig sind, sagte La Manche in seinem perfekten Surbonne Französisch zu mir. Wenn von den anderen Babys nur noch Knochen übrig sind, wie sie vermuten, werde ich ihnen diese Fälle zuweisen. Ich nickte. In diesem Augenblick kamen Marcel Morin und Emily St. Angelo dazu, ebenfalls Pathologen. Nachdem La Manche Kopien der heutigen Tagesordnung verteilt hatte, begann er, die Fälle zu erläutern. Den Babys aus Sonia Saint waren die LSGML-Fallnummern 49276, 49277 und 49278 zugewiesen worden. Detective Ryan versucht, die Mutter ausfindig zu machen? La Manche betonte das eher als Frage, denn als Feststellung. Ja, sagte ich. Aber er hat kaum Anhaltspunkte, deshalb könnte es einige Zeit dauern. Monsieur Ryan ist ein Mann vieler Talente. Obwohl Pelletier das mit ausdrucksloser Miene sagte, ließ ich mich nicht täuschen. Der alte Knabe wusste, dass Ryan und ich mal zusammen gewesen waren und er neckte sehr gerne. Doch ich biss nicht an. Nach der Besprechung kehrte ich in mein Büro zurück, zog zwei Fallformulare aus meinem Plastikregal und hängte sie in Aktendeckel. Als ich nach einem Stift suchte, sah ich das rote Licht auf meinem Telefon blinken. Ich ließ mich in meinen Sessel plumpsen, hob den Hörer ab und gab meine Mailbox und Codenummern ein. Ein Journalist vom Le Courrier de Saint-Hyacinthe, ein Journalist vom Allo Police. Nachdem ich die Nachrichten gelöscht hatte, ging ich in den Damenumkleideraum, zog Laborkluft an und trat aus der gerichtsmedizinischen Abteilung in einen Seitenkorridor. An seinem Ende befand sich ein Aufzug, der einen speziellen Sicherheitscode verlangte. Als die Tür aufging, trat ich hinein und drückte einen Knopf, der mich zur Leichenhalle bringen würde. Unten folgte ich einem Gang zu einer Santorini-blauen Tür mit der Aufschrift Entrée interdit, Zutritt verboten. Ich zog meine Karte über das Lesegerät und ging einen weiteren langen Gang entlang, der sich über die gesamte Breite des Gebäudes erstreckte. Linke Hand lagen ein Röntgenraum und vier Autopsiesäle, drei mit Einzeltischen, einer mit einem Paar. Jeder Pathologe hatte einen Polizeifotografen und einen Autopsietechniker, auch Diener genannt bei sich. Jill Pommier und ein Techniker namens Roy Robitaille arrangierten im großen Autopsiesaal Instrumente. Sie würden Pelletier und La Manche assistieren. Ich ging weiter zu Nummer vier, einem Raum mit einer speziellen Lüftung für Verweste, Wasserleichen, mumifizierte Leichen und andere Stinker. Meine Fälle eben. Wie jeder Autopsieraum hatte auch Nummer vier eine Doppeltür zu einem Leichenhallenabteil. In dem Abteil befanden sich Kühlfächer für jeweils eine Bahre. Ich warf mein Klemmbrett auf eine Arbeitsfläche, zog eine Plastikschürze aus einer Schublade, Handschuhe und Maske aus einer anderen und legte alles an. Dann ging ich durch die Doppeltür. Ich entdeckte die Karten mit meinen Fallnummern LSGML 49277 und LSGML 49278. Beide hingen an derselben Tür. Beide trugen dieselbe traurige Bezeichnung. Osmond Darfond. Babyknochen. Inconnue. Unbekannt. Ich zog am Griff und die Tür ging auf. Kalte Luft zischte heraus und brachte den Geruch von gekühltem Tod mit sich. Zwei zusammengefaltete Leichensäcke lagen nebeneinander auf der obersten Ablage einer Rollbahre. Ich zog den Karren heraus. Als ich rücklinks wieder durch die Doppeltür stieß, arrangierte Lisa auf einer seitlichen Arbeitsfläche die Instrumente. Gemeinsam manövrierten wir die Bahre parallel zu einem Edelstahltisch mitten im Raum. Lisa, inzwischen etwas über 40, ist seit ihrer Abschlussprüfung mit 19 ein Diener. Sie ist intelligent und kenntnisreich, hat so geschickte Hände wie ein Chirurg und ist mit Abstand die beste Autopsietechnikerin am LSGML. Sie sehen so klein aus. Mit trauriger Miene starrte Lisa die Säcke an. Wir sollten ein paar Fotos machen, bevor wir sie herausholen. Während Lisa eine Fallkarte ausfüllte und die Nikon überprüfte, gab ich die entsprechenden Informationen ins erste meiner Fallformulare ein. Während ich das Datum einfügte und mit dem Formular für das Baby vom Dachboden begann, schoss Lisa Fotos von den beiden schwarzen Säcken. Dann streifte sie sich Handschuhe über, zog eine Plastikplane aus einer Schublade unter der Arbeitsfläche, breitete sie über den Autopsietisch und schaute mich fragend an. Machen Sie die Reißverschlüsse auf, sagte ich. Die zusammengerollten Handtücher waren so wie in meiner Erinnerung, eins grün, eins gelb, beide braunfleckig, von den Flüssigkeiten des Todes. Mit beiden Händen legte sie die Bündel auf den Tisch. Ich machte Notizen, während sie fotografierte. Wir fangen mit dem Baby aus der Fensterbank an. Ich deutete auf das gelbe Bündel. Mit den Fingerspitzen löste Lisa behutsam die äußere Handtuchschicht und klappte sie zurück. Ein menschliches Baby ist eine sehr kleine Biomasse. Wo wenig Körperfett vorhanden ist, kann es nach dem Tod zur Mumifizierung anstelle von Verwesung kommen. Genau das war hier der Fall. Die kleine Leiche war stark zusammengepresst. Der Kopf nach unten gedrückt, Arme und Beine gebeugt und übereinandergelegt. Vertrocknete Haut, Muskelgewebe und Bänder umhüllten Brustkorb, Bauch und Glieder und spannten sich über die zarten Gesichtsknochen. Die leeren Augenhöhlen enthielten etwas, das aussah wie verschrumpelte Weintrauben. Lisa griff eben nach der Nikon, als Pomier den Kopf durch die Tür steckte und sich an mich wandte. La Manche hat eine Frage. Ich wollte zwar unbedingt mit der Untersuchung fortfahren, wusste aber auch, dass der Chef mich nie mit irgendetwas Trivialem belästigen würde. Fotografieren Sie aus jedem Winkel, Nah- und Übersichtsaufnahmen, sagte ich zu Lisa. Und dann bitte einen vollen Satz Röntgenaufnahmen. Die Knochen werden alle übereinander liegen, dagegen kann ich nichts tun. Maßnehmen anhand der Röntgenaufnahmen könnte sich als unmöglich erweisen, aber versuchen Sie alles. Falls ich noch nicht zurück bin, bis Sie fertig sind, dann wickeln Sie bitte das zweite Baby aus und fotografieren Sie es. Bei irgendwelchen Fragen wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Lisa nickte. Gehen wir, sagte ich zu Pomier. La Manche und eine SIG-Fotografin standen an einem Tisch. Sie war sehr groß und sehr blass. Auf dem Namensschild an ihrer Bluse stand S. Tenenbaum. Ich kannte sie nicht. Den dritten Anwesenden allerdings schon. Andrew Ryan. Als wir an den Tisch traten, legte La Manche die rechte Hand des Babys wieder an dessen Seite, hob dann die linke und untersuchte sie. Ich wusste, worauf die Gedanken meines Chefs gerichtet waren. Keine Abwehrverletzungen. Natürlich nicht. Das Kleinkind war viel zu hilflos, um sich zu verteidigen und die Todesursache war höchstwahrscheinlich kein Schlag gewesen. Es hätte also nicht einmal eine Reflexreaktion gegeben. Temperance. Vielen Dank. La Manches Augen sahen über der Maske müde und traurig aus. Das Kind misst in der Länge 37 cm. Haseformel. In den letzten fünf Monaten der Schwangerschaft ergibt die Fötuslänge in Zentimetern geteilt durch fünf den Schwangerschaftsmonat. Ich rechnete schnell nach. Sie ist klein für ein voll ausgetragenes Baby. Ui. Schädeldach-Rumpflänge. Querdurchmesser des Kopfes. Jedes Maß. Der Detektiv und ich haben uns gefragt, wie genau sie das Alter bestimmen können. Ich wusste, was La Manche wollte. Ein Fötus wird ab dem siebten Schwangerschaftsmonat als lebensfähig betrachtet. Bei einer früheren Geburt ist ein Überleben möglich, ohne medizinische Intervention allerdings unwahrscheinlich. Für den Fall, dass sie keine Anomalien finden, aber die Mutter behauptet, das Baby wäre zu früh oder tot geboren worden. Das ist dann die übliche Geschichte. Das Kind war tot. Ich bin in Panik geraten und habe die Leiche versteckt. Reins Unterkiefer arbeitete. Ohne Zeugen und Beweise für das Gegenteil sind solche Fälle verdammt schwer zu verfolgen. Ich überlegte einen Augenblick. Ich habe mir das Baby vom Dachboden noch nicht angeschaut, aber das aus der Fensterbank ist vertrocknet und verdreht. Das Gewebe ist so zusammengebacken, dass es schwer sein wird, die Knochen auszulösen, ohne sie zu beschädigen. Und Standardröntgenaufnahmen werden wegen der Überlagerung von Knochen und Gewebe wenig nützen. Ich glaube, die beste Vorgehensweise bei den mumifizierten Überresten dürfte ein MSCT sein. Vier verständnislose Blicke. Multi-Slice Computer Tomography oder auch Mehrschicht Computer Tomography. Ich würde vorschlagen, wir wenden sie bei diesem Baby an. Auf diese Weise kann ich das Skelett vermessen und begutachten, obwohl es noch von Bindegewebe zusammengehalten wird. Ein großer Vorteil des MSCT ist, dass es eine isotopische Darstellung errechnet und die anatomische Realität nicht verzerrt. Ich kann die langen Knochen in 2D-Rekonstruktionen errechnen und bekomme direkt und ohne Anwendung eines Korrekturfaktors eine anatomische Länge. Zuerst sollten wir uns die Scans ansehen, dann können sie mit der normalen Autopsie fortfahren. Während ich das sagte, wanderte mein Blick zu den winzigen Mädchen auf den Tisch. Sie war abgepinselt, aber noch nicht mit Wasser besprüht worden. Kann nicht schaden. Lamont schaute zu Pommier. Das Personal im St. Mary's hat uns schon öfter ausgeholfen. Rufen Sie in der Radiologie an, fragen Sie, ob wir Ihren Scanner benutzen dürfen. Vor lauter Hass, die Anweisung auszuführen, drehte Pommier sich zu schnell um. Sein Fuß stieß gegen ein Reurad eines fahrbaren Strahlers, der dicht an ein Ende des Tisches geschoben worden war. Das Gestell wackelte. Ryan griff nach der Querstange, an der die Halogenlampe hing, und stabilisierte das Ding wieder. Während das Licht tanzte, registrierten meine Augen etwas, das mein Gehirn nicht verarbeiten konnte. Was? Bewegt das Licht noch mal, sagte ich und beugte mich über das Baby. Ryan tat es. Ja, da. Genau an der Stelle, wo der Hals des Babys in die Schulter überging. Weniger ein Fleck, als ein Fehlen von Leuchtkraft, eine stumpfe Stelle im Vergleich zur umgebenden Haut. Ich wagte es kaum mehr Hoffnungen zu machen, während ich zur Arbeitsfläche ging. Ich schnappte mir eine Handlupe und betrachtete dann die Unregelmäßigkeit durch die Linse. Schauen Sie sich das an, sagte ich. Was denkst du? Fingerabdruck? Ryan sprach so tonlos, dass ich mich fragte, ob er Zweifel hatte oder einfach nur objektiv sein wollte. Schwarzlicht? fragte Pommier. Bitte, sagte ich. Ich hole das Pulver, sagte Tenenbaum. Beide Techniker gingen und kamen kurz darauf zurück. Pommier trug Schutzbrillen und eine schwarze Kiste mit einem Griff obendrauf und einer flexiblen Rute, die an einem Ende herausragte. Während ich auf die entsprechende Stelle deutete, stäubte Tenenbaum ein leuchtend orangefarbenes Pulver auf den Halsansatz des Babys. Pommier steckte das Crime Scope CS 16500 ein, eine Lichtquelle, die Wellenlängen von infrarot bis ultraviolett liefern kann. Danach verteilt er orange gefärbte Plastikbrillen. Fertig? fragte Pommier. Lamange nickte. Pommier schaltete die Deckenbeleuchtung aus, setzte seine Brille auf, drehte an ein paar Reglern das Crime Scope und brachte die Rute dann über dem Baby in Stellung. Langsam krocht das Licht über die blassen kleinen Füße. Es erforschte die Hügel und Täler der perfekten Zehen, die Knie, die Lenden, den Bauch. Er hältte die Vertiefung, aus der die verschrumpelte Nabelschnur hing. Hier und dort leuchteten Fädchen auf wie stromführende Drähte. Haare? Fasern? Vielleicht aufschlussreich? Vielleicht nicht. Ich fasste jedes mit einer Pinzette und steckte es in ein Plastikröhrchen. Schließlich traf der Strahl die sanft geschwungene Kurve zwischen Hals und rechter Schulter des Babys. Und da war es. Ein aus konzentrischen Schleifen und Wirbeln zusammengesetztes Oval. Wegen der weichen und feinstrukturierten Haut ist es bei einem Kleinkind einfacher, einen latenten Abdruck zu bekommen, als bei einem Erwachsenen, sagte ich. Ich hörte klappern und wusste, dass Tenenbaum einen orangefarbenen Filter auf das Objektiv ihrer Digitalkamera steckte. Wir alle warteten, während eine lange Serie von Klickgeräuschen zu hören war. Die nächste Geräuschfolge sagte mir, dass sie ein Klebeband benutzte, um den Fingerabdruck abzunehmen. Je l'ai, sagte sie nach ein paar Minuten. Ich hab ihn. Pommier schaltete das Licht wieder an und ging dann, um im St. Mary's Hospital wegen des CT-Scanners anzurufen. Tenenbaum eilte davon, um ihre Beute durch CPIC, das Canadian Police Information Center, laufen zu lassen. Wie das amerikanische APHIS fungiert das CPIC als Datenbank für Fingerabdrücke und andere für polizeiliche Ermittlungen wesentliche Informationen. La Manche fuhr mit seiner äußerlichen Untersuchung des Babys fort. Ryan ging nach oben, um mögliche Rückmeldungen auf die Anfragen abzurufen, die über Amy Roberts, Alma Rogers, Alva Rodriguez und Ralph Trees im Umlauf gebracht hatte. Als ich den Autopsieraum wieder zurückkehrte, hatte Lisa sowohl LSGML 49277 wie LSGML 49278 bereits komplett abfotografiert. Außerdem hatte sie Röntgenaufnahmen von ersterem auf Lichtkästen gesteckt. Eher pessimistisch schaute ich mir die Aufnahmen an. Ich hatte recht. Das Baby aus der Fensterbank war so fest zusammengepresst, dass das Überlappen der Knochen eine Begutachtung schwierig und ein Maßnehmen unmöglich machte. Frustriert ging ich zum Tisch, wo LSGML 49278 auf seinem jetzt aufgewickelten Handtuch neben dem Baby aus der Fensterbank lag. Von dem Baby vom Dachboden waren nur noch Knochen und Fragmente vertrockneter Bänder übrig. Lisa hatte einige Knochen so arrangiert, dass sie eine winzige Person ergaben. Das meiste lag jedoch auf dem schmuddelig-grünen Frustriertuch. Es überraschte mich nicht, dass sie nicht mehr hatte identifizieren können. Die meisten Menschen würden ein fetales Skelett nicht erkennen, wenn sie es vor sich liegen hätten. Auch mit einer Ausbildung in Juveniler Osteologie kann eine Klassifikation bestimmter Elemente schwierig sein. Es ging bereits auf elf zu. Das wird jetzt eine Weile dauern, sagte ich zu Lisa. Falls Sie was anderes zu erledigen haben, ich kann auch ganz gut alleine arbeiten. Sie wirkte kurz unentschlossen, sagte dann aber, rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen. Ich fing damit an, den Schädel so zu arrangieren, dass die Einzelteile aussahen wie eine explodierte Rosenblüte. Das Stirn, die Scheitel, das Keil, die Schläfen und Hinterhauptsegmente, während ich sortierte, untersuchte ich die Details. Das Hinterhauptsbein bildet den hinteren Teil und die Basis des Schädels. Bei einem Fötus besteht es aus vier Stücken. Die Pars Squama ist der obere, gerundete Teil. Die paarig angeordnete Pars Lateralis und das einzelne Pars Basiliaris liegen darunter. Sie umgeben das Foramen Magnum das Loch, durch das das Rückenmark zum Gehirn gelangt. Mit einer Schublehre maße ich das kräftige, kleine Pars Basiliaris. Das Segment war breiter als lang, was das Schwangerschaftsalter des Babys auf etwa sieben Monate festsetzte. Ich klemmte das linke Pars Lateralis zwischen die Messschenkel und las den Wert ab. Es war länger als das Pars Basiliaris. Das erhöhte das Schwangerschaftsalter auf acht Monate. Dann nahm ich mir den flachen, gezackten Teil des Schläfenbeins vor, den Teil, der die rechte Seite des Babyschädels gebildet hatte. Ein zarter Knochenring, das Pars Tympanica, war verschmolzen mit einer Öffnung, die ich als Gehörgang identifizierte. Die Verschmelzung des Rings erhöhte das Schwangerschaftsalter noch einmal auf neun Monate. Nun konzentrierte ich mich auf die Gesichtsknochen. Bis zu ungefähr einem Jahr nach der Geburt ist der menschliche Unterkiefer entlang der Mittellinie noch nicht verschmolzen. Nach dem Schädel konzentrierte ich mich auf das restliche Skelett, maß die Arm- und Beinknochen und verglich die Werte mit einer standardisierten Tabelle. Jeder Messwert stützte das von der Schädelentwicklung vorgegebene Schwangerschaftsalter. Da ich über das Alter nun alles herausgefunden hatte, was möglich war, fing ich behutsam an, vertrocknetes Gewebe von den winzigen Knochen zu lösen. Gegen Mittag schaute Pomier vorbei, um zu berichten, dass das St. Mary's uns ab 21 Uhr einen Scanner zur Verfügung stellen würde. Ein Radiologe namens Leclerc würde uns in der Lobby abholen. Dr. Leclerc drängte auf Diskretion. Lebende Patienten, tote Babys. Ich wusste genau, was er meinte. Um eins war ich mit den Knochen fertig. Ich wusste, ich sollte eine Pause machen und etwas essen. Konnte es nicht. Ich fühlte mich fast gezwungen, so viel wie nur irgend möglich in Erfahrung zu bringen, bevor ich diese Babys in ihre dunkle, kalte Höhle zurückschob. Ich stellte mir ein Hocker vor das Seziermikroskop und begann die mühevolle Arbeit, jeden Knochen unter Vergrößerung zu untersuchen. Kurz nach drei rief Ryan an, um mir zu berichten, dass Ralph, Rocky, Trees als Erwachsener polizeilich noch nicht aktenkundig war, als Jugendlicher allerdings schon. Die Akte war zwar geschlossen, Ryan hatte aber Zugriff beantragt. Rockys Geschichte stimmte. Er übernahm gelegentlich Fahrten für seinen Schwager. Philipp, Phil, Fast. Sein Schwager hatte eine kleine Transportfirma mit ein paar LKWs und einem Lagerhaus. Vom vergangenen Dienstagmorgen bis zum späten Sonntagnachmittag war Trees nicht in Sire Sound gewesen. Für die Vorstellung, Rocky könnte eine Freundin haben, hatte Phil nur Hohn übrig. Um 20 vor 5 war mein Magen sauer, mein Kopf eine Trommel und mein Rücken brannte. Aber ich hatte meine Untersuchung abgeschlossen. Leider enthielt mein Formular kaum Informationen. Geschlecht? Unbekannt. Rasse? Unbekannt. Obwohl eine breite, flache Nasenrücke und breite Wangenknochen auf nicht-europäischen Einfluss hinwiesen, war die Abstammung unmöglich zu verifizieren. Angeborene Anomalien? Keine. Pathologische Befunde? Keine. Verletzungen? Keine. Alter, voll ausgetragener Fötus. So wenig zu sagen, so ein kurzes Leben. Meine Stimmung war zwar schon im Keller, doch sie sank noch tiefer. Anstatt Lisa oder Tenenbaum zu rufen, schoss ich eine letzte Fotoserie selbst. Dann legte ich die Knochen in eine kleine Plastikwanne und schrieb LSGML 49278 auf einen Deckel und eine Seitenwand. Mit roboterhaften Bewegungen stellte ich die Wanne auf die Rollbare und schob sie durch die Doppeltür in die Leichenhalle. Mach's gut, Kleines, sagte ich leise, als die Tür ins Schloss fiel. Ich wickelte eben LSGML 49277 in Blisterfolie, als das Telefon klingelte. Da ich keine Lust hatte, zu reden oder auch nur höflich zu sein, ignorierte ich es. Ich legte das Baby aus der Fensterbank in eine quadratische Plastikwanne, stopfte sie mit noch mehr Blisterfolie aus und schrieb die Fallnummer auf die Außenseite. Dann füllte ich ein Beweismitteltransferformular aus und unterschrieb es. Danach wandte ich mich den Handtüchern zu. Wie die Fädchen, die ich von La Manche's Toilettentischbaby gezupft hatte, würden die Handtücher an die Spezialisten für Haare und Fasern geschickt werden, vielleicht auch in die biologische Abteilung oder zu einem DNS-Test. Ich steckte das Handtuch vom Dachboden in eine Plastiktüte, verschloss sie, schrieb die relevanten Informationen auf das Etikett und stellte die Tüte auf die Arbeitsfläche. Als ich das Handtuch aus der Fensterbank in die Hand nahm, fiel etwas mit einem Geräusch wie ein winziger Bohnensack auf den Edelstahl. Neugierig hob ich das Ding auf. Zwischen meinen behandschuhten Fingern lag ein kleiner Sampbeutel mit einer Kordel zum Zuziehen. Ich zog den Beutel auf. Drin war etwas, das aussah wie grober Kies, ich schüttete mir etwas davon auf die Hand. In der Mischung waren einige grüne Steinchen von höchstens ein paar Zentimetern Durchmesser. Wow, was für ein Durchbruch. Mein Sarkasmus verhallte ungehört in dem leeren Raum. Nachdem ich ein paar Fotos geschossen hatte, steckte ich den Fund in ein Röhrchen und packte ihn zusammen mit dem gelben Handtuch in eine zweite Beweismitteltüte. Zehn nach sechs Ich spürte in mir eine schwere vom Atomgewicht von Uran, als ich die Wanne mit dem Baby aus der Fensterbank in die Kühlkammer neben Autopsieraum drei trug und auf die Bahre neben das Baby aus dem Toilettentisch stellte. Dann schleppte ich mich zum Aufzug. Der Keller war verlassen, der zwölfte Stock ebenfalls. Im Gebäude summte die gespenstische Feierabendstille, die man nur an verlassenen Arbeitsstätten findet. Am Schreibtisch in meinem Labor hinterließ sich Lisa die telefonische Nachricht, dass sie die Tüten mit den Handtüchern an die Abteilung für Spurenmaterial weiterleiten solle. Ich fragte mich, warum Ryan im Augenblick so kühl war. Ja, wir hatten nie offen über unsere Gefühle gesprochen, hatten unser Innerstes immer für uns behalten. Auch in den guten Zeiten. Natürlich, das Abschlachten von Unschuldigen entrüstete ihn. Frauen, Kinder, Senioren. Das wusste ich, aber seine augenblickliche Übellaunigkeit wirkte anders, als ginge es um mehr als mich, um mehr als tote Babys. Sei's drum. Er würde es mir schon sagen, wenn er soweit war. Oder auch nicht. Während ich mich umzog, beschloss ich, daheim zu Abend zu essen, bevor ich in St. Mary's fuhr. Dann fiel es mir wieder ein. Verdammt. Ich hasse es, Lebensmittel einzukaufen. Irrational. Aber so ist es eben. Jede Ausrede ist mir recht, um nicht in den Supermarkt gehen zu müssen. Und dann bezahle ich dafür. Wie heute Abend. Seit meiner Ankunft in Montreal vor zwei Tagen hatte ich noch keine Lebensmittel eingekauft. Während ich meine verschmutzte Kluft in einen Sondermüllcontainer warf, drehte ein weiterer Gedanke an meinem Melancholieregler. Bei meinem Abflug aus Charlotte erholte sich Birdie eben von einer Harnröhreninfektion. Da ich wusste, dass er Fliegen hasste und das Gefühl hatte, dass die Reise seiner schwachen Blase nicht guttun könnte, hatte ich ihn in Dixie gelassen. Der Kater hatte nicht im geringsten protestiert. Tiefkühlabendessen. Allein. Während ich den Korridor entlang ging, sackte meine Stimmung vollends in die Tiefe. Ich überlegte eben, ob ich mir aus einem Restaurant etwas mitnehmen sollte, als ich durchs Fenster eine Gestalt in meinem Büro bemerkte. Ich erstarrte. Dann erkannte ich ihn. Ryan, der Ziffern in sein Handy tippte. Um halb sieben, was sollte das? Ryan drehte sich um, als ich durch die Tür trat. Bevor ich den Mund aufmachen konnte, sagte er, wir haben sie. Amy Roberts und so weiter? Ryan nickte. Und? Du wirst es nicht glauben. Ihr wirklicher Name ist Anneliese Ruben. Sie wurde zweimal wegen Prostitution aufgegriffen. Einmal 2005, dann nochmal 2008. Beide Verhaftungen fanden in Edmonton statt. Beim ersten Mal bekam sie Bewährung. Beim zweiten Mal erschien sie nicht zu ihrem Gerichtstermin. Ryan gab mir drei Ausdrucke. Der erste war ein Treffer bei der Fingerabdrucksuche. Ich las nur die körperliche Beschreibung. Anneliese Ruben hatte schwarze Haare, braune Augen, war 1,52 groß und wog 88 Kilo. Der zweite Ausdruck war Rubens Vorstrafenregister. Der dritte zeigte ihr neuestes Polizeifoto, das man mithilfe ihrer Kennnummer im Fingerabdrucksystem zutage gefördert hatte. Es zeigte eine Frau mit einem Vollmondgesicht und wirren, dunklen Haaren, die dringend einen Friseur nötig hatten. Ich gab ihm die Blätter zurück. Die Polizei von Edmonton sagt, dass die Adresse, die Ruben nach ihrer zweiten Verhaftung angegeben hatte, sich als verlassenes Lagerhaus erwies. Seit 2008 hatte sie keinen Kontakt mehr mit ihr und sie weiß auch nichts über ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort. Der Fall machte Ryan zu schaffen. Kennst du das Project CARE? Ryan buchstabierte das Akronym. Ist das nicht eine Sondereinheit der RCMP, die eingerichtet wurde, um Tod und Verschwinden von Frauen in und um Edmonton zu untersuchen? Soweit ich weiß, hat es eine ganze Reihe solcher Fälle gegeben. Das ist eine Untertreibung. Aber im Wesentlichen hast du recht. Sie hat den Auftrag, Verbrecher zu fangen, die für HRMP-Morde verantwortlich sind. High Risk Missing Persons. Personen also, die aus einem hochriskanten Umfeld verschwunden waren. Ja. Ryan bemühte sich um eine neutrale Klangfarbe seiner Stimme. Hauptsächlich also solche, die mit Prostitution und Drogen zu tun haben. Ja. Annelies Ruben steht auf der Liste des Project Care, vermutete ich. Seit 2009. Wer hat sie als vermisst gemeldet? Eine andere Prostituierte. Das überraschte mich. Sexarbeiterinnen machen doch normalerweise einen Bogen um Polizisten. Wie wahr. Aber die Noten in Edmonton haben wirklich eine Heidenangst. Wurde denn nicht jemand für diese Morde verhaftet? Thomas Zweckler. Ein ganz übler Kunde. Zweier Morde angeklagt, verurteilt für einen. Ryan schüttelte angewidert den Kopf. Er hat sein Opfer in eine Eishockey-Tasche gestopft und sie vom High Level nach Fort Saskatchewan gefahren. Wenigstens hat man ihn geschnappt. Es heißt, dass es mehr als einen Täter gibt. Dann kann es also sein, dass noch so ein Ungeheuer frei herumläuft? Eins oder mehrere. Reins Augen wirkten dunkel und besorgt. Aber wenn Annelies Ruben letzten Sonntag in San Yacent entbunden hat, dann lebt sie offensichtlich noch, sagte ich. Und ermordet Babys. Das wissen wir nicht. Wer außer der Mutter würde hintereinander drei Neugeborene töten? Und warum ist sie verschwunden? Was hast du jetzt vor? Ralph Trees das Foto vorlegen. Mal sehen, ob Annelies Ruben Amy Roberts, Alma Rogers, Alva Rodriguez ist. Und dann? Sie finden und einbuchten. Ich entschied mich für Partei aus dem Bangkok im Le Faubour an der Rue St. Cathrine. Die Schlange war kurz und ich war spät dran. Im Gründungsjahr 1924 war das St. Mary's Hospital nicht mehr als eine 45-Betten-Geschichte im Shaughnessy-Haus. Heute ist das alte Mädchen eine sich über viele Trakte erstreckende Institution mit 316 Patientenbetten und einem Personal, das in Forschung und Lehre aktiv ist. Parken war ähnlich schwierig wie heute Morgen. Um 10 vor 9 löste sich endlich ein Auto aus der Bordsteinschlange. Ich schoss in die Lücke, packte meine Sachen und rannte los. Lamont stand am hinteren Ende der Lobby vor einer Aufzugbatterie. Pommier stand, Henkeltaschen in den Händen, neben ihm. Bei ihnen war ein großer Mann mit Drahtgestellbrille, Dr. Leclerc, wie ich vermutete. Als ich zu dem Trio kam, spreizte Leclerc die Beine und verschränkte die Arme vor der Brust, sodass er eher aussah wie ein Türsteher als ein Arzt. Jetzt sind wir komplett, sagte Lamont. Ich muss um äußerste Diskretion bitten. Natürlich. Leclerc schüttelte den Kopf und schüttelte ihn weiter, während er mehrmals den Aufzugsknopf drückte. Leclercs dünne, braune Haare waren militärisch präzise gescheitelt. Sein Labormantel war blendend weiß, seine Karkis so scharf gebügelt, dass man sich daran hätte schneiden können. Als die Tür aufging, führte Leclerc uns einen hochglanz gefließten Korridor entlang zu einem Röntgenraum, der an den im LSGML erinnerte. Ein Unterschied? Im Wilfriede Rom gab es keine Umkleidekabinen. Unsere Patienten kamen und gingen nackt. Durch ein Fenster sah ich eine Frau neben einer Maschine sitzen, die aussah wie ein großer quadratischer Donut mit einer schmalen Pritsche, die aus dem Loch herausragte. Da sie Laborkluft trug, nahm ich an, dass sie Radiologischwester oder Technikerin war. Mrs. Tang wird Ihnen assistieren. Ich habe ihr Leclercs rechter Mundwegel zuckte, als er nach dem richtigen Wort suchte, die Situation erklärt. Als Leclerc an das Glas klopfte, hob Mrs. Tang den Kopf. Ich habe Mrs. Tang autorisiert, Ganzkörper, MCSTs, von beiden Objekten zu machen. Jeder Axialscan wird mit einer Kollimation von 16 mal dreiviertel Millimetern durchgeführt. Das Gerät ist eine Sensation-16-Einheit. Leclercs Vortrag war so steif, dass er klang wie vom Band. Mrs. Tang ist bereit, auch nach Ende ihrer Schicht hier zu bleiben. Bitte halten Sie sie nicht länger als nötig auf. Ach du meine Güte, ich helfe doch sehr gerne. Mrs. Tang lächelte herzlich. Ich habe keine Kinder, die zu Hause auf mich warten und heute Abend auch keine Kirche. Also eigentlich vielen Dank. Das Lächeln der Frau war losch unter dem eisigen Blick ihres Chefs. Leclerc wandte sich an La Manche. Wer wird die Objekte betreuen? La Manche verdrehte die Augen in meine Richtung. Ich nickte. Drei Augenpaare folgten Mrs. Tang und mir in das Untersuchungszimmer. Sie fing an zu reden, kaum dass die Tür ins Schloss gefallen war. Ich nenne das Ding Felix, The Cat. Sie deutete auf den Scanner. Sie wissen schon, von Cut, wie das früher hieß. Computer assistierte Tomografie. Ist kindisch, ich weiß. Aber viele Patienten sind nervös wie die Seuche, wenn sie in eine große surrende Kiste geschoben werden. Wenn das Ding wie eine Comicfigur heißt, ist es für viele einfacher. Mrs. Tang Nennen Sie mich Opelin. Sie wissen, wie Felix funktioniert? Während sie redete, drehte sie an Reglern und drückte auf Knöpfe. Soweit ich weiß, ist keine Zauberei. Der alte Knabe benutzt einen Computer und ein sich drehendes Röntgengerät, um Querschnittbilder von Organen und Körperteilen zu erzeugen. Es war offensichtlich, dass Opelin Tang gerne redete. Oder wegen der toten Babys verdammt nervös war. Sie mieden meinen Blick, als ich die erste Wanne öffnete. Das T in CT steht für Tomografie. Sie wissen, was das heißt? Abschnittsweise Darstellung mittels durchdringender Wellen. Ich legte die winzige Mumie mit der Bezeichnung lsgml49277 mit dem Gesicht nach oben auf die Pritsche und sicherte sie, indem ich die Haltegurte zuzog. Okay, sie sind ne Schlaue. Opelin drückte auf einen Knopf, um die Pritsche erst in die Röhre zu fahren und dann im Loch auf und ab zu bewegen. Als das Baby die richtige Position hatte, trat sie zur Seite und klopfte auf den Donut. Bereit? Ich nickte. Dann gehen wir's an. 43 Minuten später standen wir alle im Vorzimmer hinter Mrs. Tang, die am Monitor saß und tippte. Während sie Befehle eingab, erklärte sie, wie die vom Scanner produzierten Bilder mithilfe einer Fensterung genannten Prozedur so bearbeitet werden, dass Körperstrukturen anhand ihrer Fähigkeit, Röntgenstrahlen zu blockieren oder durchzulassen, dargestellt werden. Zuerst hatten wir uns die zweidimensionalen Bilder angeschaut, die, so Mrs. Tang, mithilfe von MPR, multiplanare Rekonstruktionen erzeugt worden waren. Schnitt um Schnitt hatten wir uns vom Kopf des Fensterbankbabys zu den Zehen bewegt und Bilder interpretiert, die ein bisschen aussahen wie von Miro gemalt. Wir hatten festgestellt, dass der Schädel aufgrund des Einbrechens beider Scheitelbeine deformiert war. Ich hatte das Pars Squama und das Pars Basilaris des Hinterhauptbeins und die Länge der Oberschenkel- und Schienenbeinschäfte vermessen. Wir waren alle einer Meinung. Der Fötus war voll ausgetragen. Jetzt dreidimensional, fragte Mrs. Tang. Ja, sagte Leclerc, kein Miro mehr. Das Baby erschien in detailgenauen Abstufungen von Grau und Weiß, leicht geneigt, die winzigen Ärmchen v-förmig, vor dem Körper wie Flügel. Mit dem Finger deutete Leclerc auf das Offensichtliche. Reste der Gehirnhälften, Kleinhirn, Varolsbrücke, das Nachhirn, Rückenmark. Sein Finger bewegte sich vom Schädel zum Brustkorb. Speiseröhre, Lufthöhre, Lungenflügel. Das ist das Herz. Die einzelnen Kammern kann ich allerdings nicht erkennen. Er deutete auf den Bauch. Da ist der Magen, die Leber. Die restlichen Organe sind nicht mehr zu erkennen. Ist das ein Penis? Pommiers Stimme klang heiser. Ja. Ich sehe keine skeletalen Fehlbildungen oder Verletzungen, sagte ich. Leclerc und Lamont stimmten mir zu und unterhielten sich dann über einige anatomische Charakteristika. Ich hörte nicht wirklich zu. Wiegeband starrte ich auf einen strahlen undurchlässigen Fleck in der Luftröhre, der vom darüberliegenden winzigen Unterkiefer zum Teil verdeckt wurde. Was ist denn das? Lamont schnickte. Als hätte ich eine Frage beantwortet und nicht gestellt. Offensichtlich hatte er es auch gesehen. Mrs. Tang schaltete wieder auf zweidimensionale Abbildung und wir schauten uns den Hals des Babys scheibchenweise an. Es brachte nicht viel. Die strahlenundurchlässige Stelle schien sich in der Luft oder der Speiseröhre zu befinden. Das Weiß des Flecks war intensiv, was auf einen Feststoff hindeutete. Eine ganze Minute starten wir alle den Monitor an. Dann traf ich eine Entscheidung. Kann ich mir ein Skalpell und eine Zangelein? Natürlich. Leclerc eilte davon, kam Augenblicke später zurück und gab mir die Instrumente. Während die anderen zusahen, ging ich in den Röntgenraum zurück. Verzeih mir, Kleiner. Ich fixierte das Baby mit der linken Hand und zog mit der rechten die Skalpellklinge über den verschrumpelten Hals. Das papierende Gewebe sprang mit einem leise, platzendem Geräusch auf. Ich legte das Skalpell weg und schob die Zange in die Öffnung. Nach etwa zwei Zentimetern traf sie auf Widerstand. Ich öffnete die Zange, schloss sie wieder und zog sanft. Das Objekt rührte sich nicht. Kaum atmend, öffnete ich die Zange weiter, schob sie tiefer hinein und zog noch einmal. Der Fremdkörper löste sich von der Luftröhrenwand und rutschte mit einem trockenen, kratzenden Geräusch nach oben. Millimeter und Millimeter zog ich ihn vorsichtig durch den Schnitt und ließ ihn auf meine Handfläche fallen. Schmutzig weiß, gaseartig und zerknüllt. Ich zupfte mit der Zange an einem Ende. Eine filmige Schicht hob sich ab und zeigte eine Parforierung. Heilige Maria, Mutter Gottes. In meinem Hirn blitzte ein Bild auf, zu entsetzlich, um es sich auszumalen. Als ich die Fassung wiedergefunden hatte, schaute ich noch einmal auf das Baby hinunter. Es tut mir so leid, so sehr, sehr leid. Ein tiefer Atem zog, dann kehrte ich zu den anderen hinter der Scheibe zurück. Wortlos öffnete ich die Hand und zeigte ihnen das grässliche Ding. Alle starten bestürzt. La Manche fand die Sprache als erster wieder. Zusammengeknülltes Toilettenpapier. Ich konnte nur nicken. Dem Kind in die Kehle geschoben, um die Atmung zu blockieren. Oder es vom Weinen abzuhalten. Das war zu viel für Mrs. Tang. Sie fing an zu weinen. Mit leiser und sachlicher Stimme sagte ich zu La Manche, Detective Ryan wird das wissen wollen. Ja, bitte geben Sie diese Informationen an ihn weiter. Der Gang war verlassen. Ich ignorierte das Handyverbot im Krankenhaus und blätterte zu Ryans Privatnummer in meinem iPhone. Sein Handy tutete und schaltete dann auf Voicemail. Verdammt. Ich hinterließ eine Nachricht. Ruf mich zurück, es ist wichtig. Ich schaute auf meine Uhr, zehn nach elf. Ich kehrte in den Untersuchungsraum zurück, schaute noch einmal auf die Uhr. Ich wollte schon aufgeben, als Ryan endlich zurückrief. Ich kam sofort zur Sache. Mindestens zwei der Babys waren voll ausgetragen. Vom dritten wissen wir es in Kürze. Irgendwelche medizinischen Probleme? Nein, das Baby aus der Fensterbank ist ein Junge. Dann erzählte ich ihm von dem zerknüllten Toilettenpapier. Ist das alles? Kurz angebunden. Ryan hatte ebenso mit seinen Gefühlen zu kämpfen wie ich. Wir scannen jetzt das Baby aus dem Toilettentisch. Ich wartete auf eine Reaktion, doch es kam keine. Irgendwas Neues bei dir? Trees hat das Polizeifoto identifiziert, der Notarzt und der Vermieter ebenfalls. Die Frau im Krankenhaus war Ruben. Und Ruben hat auch in der Wohnung in Sanja Sand gelebt. Paxton sagt, der Hausbesitzer. Ja, Paxton sagt jetzt, dass er ursprünglich an Smith vermietet hätte. Dann war Smith plötzlich von der Bildfläche verschwunden, aber solange Rogers brav die Kohle abgeliefert hat, brauchte er keine Fragen zu stellen. Was Neues aus Edmonton? Der RCMP-Beamte, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, kommt heute Nacht in Montreal an. Wir treffen uns morgen früh. Wann? Fragte ich. Um acht. Ich versuche vorbeizukommen. Im Röntgenraum war der Scan von LSGML 49276 bereits abgeschlossen und alle standen wieder vor dem Computer. Leclerc redete. In den großen Bronchien in der Speiseröhre ist Luft vorhanden. Beide Lungenflügel scheinen belüftet zu sein. Mrs. Tank tippte etwas, um Darstellungen des Bauchraums auf den Bildschirm zu holen. Leclerc führte sein Monolog fort. Luft im Bauch. Das Baby hat also geatmet und geschluckt, sagte Pommier. Vielleicht. La Manches hängende Augen wirkten müde in seinem hängenden Gesicht. Luft kann auch aufgrund der Verwesung vorhanden sein. Bei der Autopsie werden wir Proben für einen toxikologischen Test entnehmen. La Manche musste das nicht ausführen. Ich wusste, dass eingeatmete Luft hohe Anteile von Stickstoff und ein wenig Sauerstoff enthalten würde, während das bei der Verwesung entstandene Gas vorwiegend aus Methan bestehen würde. Ich wusste auch, dass bei der Entfernung des Brustkorbs nach dem Y-Schnitt ein Aufblähen des Lungenpaarenchüms auf Luft in den Flügeln hindeuten würde. Und das belüftete Lungenflügel, wenn man sie in Wasser oder vorm Aldehyd legte, schwammen. Mrs. Tang musste von all dem nichts hören. Wir untersuchten das kleine Mädchen, wie wir den mumifizierten Jungen untersucht hatten. Ich vermaß ihre Röhrenknochen und die Basis des Hinterhauptbeins. Wir alle begutachteten den Reifungs- und Allgemeinzustand des Skeletts und kamen zum selben traurigen Schluss. LSGML 49276 war ein voll ausgetragenes weibliches Kleinkind, das keine Fehlbildungen oder Verletzungen zeigte. Um 20 vor 2 verstauten wir die Babys wieder in ihren Wannen und Beuteln, damit Pommier sie zurück in die Leichenhalle bringen konnte. Um 10 nach 2 war ich zu Hause und 5 Minuten später eingeschlafen. Kirchenglocken weckten mich unsanft. Ich wischte mit einer Bewegung mein iPhone auf den Boden, um das Bimmeln zu stoppen. Die Ziffern auf dem Display zeigten 7 Uhr. Ich versuchte mich zu erinnern, warum ich den Wecker gestellt hatte. Ryan, Edmonton, RCMP, genau. 30 Minuten später zog ich meinen Ausweis über das Lesegerät im Wilfried de Rome. Nachdem ich meine Handtasche im Büro abgestellt hatte, fuhr ich in den vierten Stock und trat durch eine Tür mit der Aufschrift Section de Crime contre la personne. Der Bereitschaftssaal hatte ungefähr ein Dutzend Tische. Rechts davon waren das Büro des Dezernatleiters und ein Kopierraum. Links führte eine Tür zu den Verhörzimmern. Ryan saß mit einer Hinterbagger auf seinem Schreibtisch. Ihm gegenüber saß ein Mann. Keine Hose mit gelben Nahtstreifen, kein graues Hemd. Ich nahm aber trotzdem an, dass es der Mountie aus Edmonton war. Ein Wort über die Royal Canadian Mounted Police, RCMP oder Gendarmerie Royal du Canada, GRC. Alle Welt nennt sie Mounties. Die RCMP ist insofern einzigartig, als sie auf nationaler, provinzieller und kommunaler Ebene agiert und somit Polizeieinheiten in ganz Kanada und unter Vertrag in drei Territorien, acht Provinzen, mehr als 190 Kommunen, 184 indigenen Gemeinden und drei internationalen Flughäfen stellt. Ryans Besucher saß mit dem Rücken zu mir. Die Ellbogen auf den Armlehnen des Schreibtischstuhls, graue Schläfen und deuteten eine gewisse Erfahrung an. Hat Ryan nicht gesagt, der Kerl sei Sergeant? Warum schaute Ryan ihn dann an wie Kotze auf dem Bürgersteig? Ich ging ein paar Schritte näher und betrachtete ihn genauer. Der Sergeant war von durchschnittlicher Größe, aber kräftig gebaut. Arme und Brust spannten sein Hemd erheblich. Ryan sagte etwas, das ich nicht verstand. Sein Besucher erwiderte etwas und hob den Kopf, so dass sein Kinn sich nach vorne und nach oben bewegte. Diese merkwürdige Geste aktivierte einen Zellhaufen in meinem Hirn, in dem eine Erinnerung abgespeichert war. Ich stockte kurz. Unmöglich. Der Sergeant streckte den Arm aus und stellte einen Styroporbecher auf Ryans Schreibtisch. Kurz war seine linke Hand zu sehen. Mein Puls schnellte aus dem messbaren Bereich. Im ersten Moment dachte ich an Rückzug. Flucht nach oben in mein Büro. Aber meine Kontrollzentren funkten bereits Begriffe wie professionell und erwachsen. Sergeant Oliver Isaac Hastie. Abgesehen von tiefen Lachfalten und der Sache mit den grauen Schläfen hatte er sich kein bisschen verändert. Das Kinn immer noch straff und fest. Kein Gramm Fett zu viel. Oliver damals korporal gewesen und für einen Kurs für eine Zeit lang an die FBI Akademie in Quantico abgestellt. Ich leitete damals einen Workshop für Special Agents in Sachen Leichenbergung. Olli und ich trafen uns beim Bier im Boardroom. Er war Kanadier. Die Chemie zwischen uns war prickelnd. Das kann man nicht leugnen. Ollis Selbsteinschätzung war allerdings eher abstoßend. Um welches Thema es auch ging. Olli war immer der Experte und alle anderen wussten wenig. Nach dem Workshop fuhr ich zurück nach North Carolina, zwar mit frustrierter Libido, aber mit intaktem Selbstwertgefühl. Als auch sein Training zu Ende war, kam er mich in Charlotte besuchen. Ohne Einladung. In Ollis Welt waren Zurückweisungen nicht vorgesehen. Meine Ehe war eben erst implodiert und ich war nach Peets Betrug immer noch am Boden zerstört. Und lebte zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten allein. Durstige demnächst Geschiedene. Muskulöser Mountie. Dem Eros kann man nur eine gewisse Zeit die kalte Schulter zeigen. Obwohl ich nicht gerade versessen auf Olli war, ließen wir eine gute Woche lang mit unseren Spielchen die Wände wackeln. Olli war 29. Ich war, naja, ein kleines bisschen älter. Ich lebte in Dixie. Er lebte in Alberta. Verdammt weit weg. Wieder er noch ich wollte was Festes. Also wurden auch keine künftigen Treffen geplant. Eine Weile noch kurze Briefe und Telefonate. Dann schlief die Sache letztlich wie vorauszusehen einfach ein. Und jetzt saß er hier. Direkt gegenüber dem Spieler Nummer zwei auf meiner kurzen Liste nachehelicher Liebhaber. Als sie Schritte hörten, schauten beide Männer in meine Richtung. Dr. Brennan. Olli stand auf und breitete die Hände aus. An seiner linken fehlte der Großteil des Ringfingers. Sergeant Hastie. Ich ignorierte die Einladung zur Umarmung und streckte die Hand aus. Während wir uns die Hände schüttelten, versuchte ich mich zu erinnern, wie er den Finger verloren hatte. Merkwürdig, aber so funktioniert mein Hirn eben. Ich sehe, sie kennen einander bereits. Ryan blieb auf seinem halben Hintern sitzen. Dr. Brennan und ich haben uns in Quantico kennengelernt. Schön, sagte Ryan. Wollen wir über Annelies Ruben sprechen? Während ich mich an Olli vorbeischob und auf einen Stuhl links von ihm setzte, fragte ich mich, was Ryan wusste. War unser längst vergangenes Techtel Mechtel in ihre Gespräche über Annelies Ruben eingeflossen? So krass würde Olli sicher nicht sein. War Ollis Geschichte mit mir der Grund dafür, dass Ryan zurzeit so kühl war? Lächerlich. Die Sache war eine mehr oder weniger einmalige Episode gewesen und zu der Zeit, als ich nach Montreal kam, bereits ein uralter Hut. Und Ryan und ich hatten vor über einem Jahr den Stöpsel aus unserer Beziehung gezogen. Er konnte doch nicht so kindisch sein, mir ein Abenteuer vorzuwerfen, das schon lange vorbei war, als wir uns kennenlernten. Oder doch? Außerdem, wenn er es wüsste, hätte er es erst vor kurzem erfahren und die Eisbergnummer zog er schon länger durch. Legen wir los, sagte Olli. Wie wäre es, wenn Sie damit anfangen, warum Sie hier sind, sagte Ryan. Aus zwei Gründen. Erstens besteht noch ein Haftbefehl gegen Ruben. Sie sagten, sie ist hier in Quebec. Zweitens ist Ruben eine Hochrisikoperson, die in meinem Zuständigkeitsbereich verschwunden ist. Als Mitglied der Sondereinheit des Project CARE habe ich allen Hinweisen auf Vermisste nachzugehen, die diesem Profil entsprechen. Ohne auf eine Antwort zu warten, öffnete Olli die Messingschließen seines Aktenkoffers, zog einen Orden heraus und schlug ihn auf. Ich sah, dass der Ordner nur zwei magere Seiten enthielt. Ein bestürzender Gedanke. War Annelies Rubens Verschwinden überhaupt untersucht worden? Die Vermisstenanzeige stammte von einer Person, die einfach in unser Revier marschiert kam, setzte Olli an. Susan Forex, Straßenname Foxy. Merkwürdiges Verhalten für eine Prostituierte. Foxy ist ein merkwürdiges Mädchen. Sie kennen sie? Oh ja, dass Foxy sich meldete, war nicht ganz so merkwürdig. Die Damen in Edmonton haben alle eine Mordsangst. Teufel oder Beelzebub. Entweder die Polizei oder ein Durchgeknallter. Olli nickte. Forex behauptete, Ruben hätte in ihrem Haus ein Zimmer gehabt, laut dem schriftlichen Protokoll hätte Ruben einen Termin mit einem Kunden gehabt, den sie als sehr spendierfreudig beschrieb. Olli zitierte die relevanten Informationen aus der Akte. Ruben kam nie mehr nach Hause. Nach vier Monaten beschloss Foxy, ihr Verschwinden zu melden. Hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sich Sorgen gemacht hat, sagte Ryan. Wie lange wohnten die beiden zusammen, fragte ich. Ein halbes Jahr vielleicht. Ist irgendjemand der Sache nachgegangen? Da gab's nicht viel nachzugehen. Die Leute von der Straße wechseln ihre Adressen wie wir die Socken. Und die meisten halten bei der Polizei den Mund. Eine Prostituierte namens Monique Sandhofer lebte zu der Zeit ebenfalls bei Forex. Beide wurden befragt und ein paar andere auch noch. Keine wusste irgendwas. Aber glücklicherweise hatte die Akte irgendwie den Weg ins Project Care gefunden. Was glauben Sie, warum Forex sich die Mühe gemacht hat? Edmonton ist für diese Frauen ein Schlachtfeld. Viele sind so verängstigt, dass sie freiwillig DNS-Proben abgeben, damit ihre Leichen identifiziert werden können, wenn sie ermordet werden. Ist es wirklich so schlimm? Seit 1983 wurden mindestens 20 Frauen ermordet und noch mehr sind verschwunden, vielleicht tot. Am ganzen Highway 16 in British Columbia sind Frauen verschwunden oder als Leichen wieder aufgetaucht. Wissen Sie, wie man diese Strecke jetzt nennt? Den Highway der Tränen. Und die RCMP hat die Liste der Vermissten erweitert und das Gebiet, in dem sie den Mörder vermuten. Wer weiß, wie viele andere Opfer noch irgendwo da draußen im Straßengraben liegen. In Ollis Stimme schwangen sowohl Frustration wie Mitleid mit. Deshalb Project Care, sagte ich. Diese Frauen brauchen Schutz. Diese Bestien müssen gestoppt werden. Wie die toten Babys reinverstörten, so betrübte Olli das Abschlachten dieser Frauen vom Rand der Gesellschaft. Ich erinnerte mich, dass ich dieses Mitleid in seiner Stimme schon vor Jahren gehört hatte. Das war eins der wenigen Dinge gewesen, die ich an ihm gemocht hatte. Aber wie es aussieht, ist Ruben kein Opfer, sagte ich. Erzählen Sie, was Sie wissen. Olli holte Stift und Notizblock aus seinem Aktenkoffer. Ich hörte zu, während Ryan die Fakten aufzählte. Und jetzt ist Ruben vom Radar verschwunden, schloss Olli. Ja, sagte Ryan. Glauben Sie, sie hat die Gegend verlassen? Wir haben am Flughafen, auf Bahnhöfen, an Bushaltestellen und bei Leihwagenfirmen nachgefragt. Nichts. Dasselbe mit Taxis. Sie haben die Filme der Überwachungskameras im Krankenhaus sichergestellt? Sie kam und ging zu Fuß, kam aus der Richtung ihrer Wohnung, die weniger als eine Meile entfernt liegt, ging in dieselbe Richtung wieder weg. Was ist mit Geschäften oder Bibliotheken in der Gegend? Orte, wo man sie sonst noch hätte aufnehmen können? Nichts. Hat Ruben vor Ort Freunde oder Verwandte? Abgesehen von Trees, dem Vermieter und einer neugierigen Nachbarin scheint keiner zu wissen, dass sie überhaupt existiert. Sie arbeitet nicht auf der Straße? Soweit die Leute wissen, nein, aber irgendein Einkommen muss sie ja gehabt haben. Das bedeutet, sie wurde in Quebec noch nicht verhaftet. Nein. Vielleicht hat die Lektion in Alberta ja was gebracht. Haben Sie mögliche Decknamen überprüft? Ryan schaute ihm nur an. Das Edmonton-PD hat Ruben zweimal wegen Straßenprostitution verhaftet, sagte Olli. Gleich nach der zweiten Verhaftung ist sie verschwunden. Das war 2008, sagte ich. Passt zu den Zeitangaben des Vermieters, sagte Ryan. Paxton gibt an, Ruben und ein Kerl namens Smith wären vor ungefähr drei Jahren eingezogen. Hatte er Kontaktdaten für Smith? Nicht mal einen Vornamen. Was hat er erzählt? Dass sie großartige Mieter waren, beschwerten sich nicht über die Rohre, zahlten bar und im Voraus. Wo ist Smith jetzt? Verschwunden. Suchen Sie nach ihm. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ryan's Sarkasmus ließ Ollis unsere Lieder leicht zucken. Hat Smith einen Job? Ein Auto? Ein Handy? Wenn Sie nach Smiths Vorname unbekannt, alterunbekannt, körperliche Beschreibung nicht verfügbar suchen wollen, tun Sie sich keinen Zwang an. Ryan deutete mit der Hand auf eins der Computer-Terminals hinter sich. Angespanntes Schweigen trat ein. Ich durchbrach es. Glauben Sie, Smith könnte der spendierfreudige Stecher sein, den Ruben treffen wollte? Vielleicht überredete er sie dazu, mit ihm in den Osten zu fahren? Schön von ihr, dass sie ihren besorgten Mitbewohnerin zu Hause ein paar Zeilen hat zukommen lassen. Ryan schüttelte angewidert den Kopf. Hat Forex diesen Kunden je gesehen? Nein? Wo sind Forex und Santofar jetzt? Santofar hat sich letztes Jahr eine Überdosis gesetzt. Die können wir also abhaken. Forex lebt immer noch unter derselben Adresse. Ihr gehört das Haus. Lassen Sie es überwachen, fragte Ryan. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Olli schoss Ryan Sarkasmus-Volli zurück. Irgendeinen Grund für die Vermutung, dass Ruben nach Alberta zurückgekehrt sein könnte, fragte ich. Vielleicht ist das ihr Muster. Die Stadt verlassen, wenn ihr das Pflaster zu heiß wird. In Edmonton kennt sie Leute. Dort hat sie sich sicher gefühlt. Klar, Ryan schnaubte. Sie ist mit ihrem Boxster ohne Kennzeichen nach Westen gefahren. Oder hat sich eine Limousine samt Fahrer gemietet und sich quer durchs Land kutschieren lassen. Sie hätte auch per Anhalter fahren können. Angespannt. Rheins Haltung ging mir auch auf den Nerven. Falls ja, dann kriegen wir sie. Jeder Polizist in Kanada hat ihr Foto. Sie hat einen Hund. Warum zum Teufel kam ich eigentlich immer wieder darauf zurück? Die Leute hitchhiken auch mit Haustieren. Olli schaute Ryan mit hartem Blick an. Er wollte eben etwas sagen, als das Handy an seinem Gürtel summte. Er griff danach und schaute auf die Anruferkennung. Ich muss da rangehen, sagte er und stand auf. Ryan deutete mit dem Arm zu dem Verhörzimmern. Olli ging um den Schreibtisch herum und verschwand durch die erste Tür. Angespannte Sekunden verstrichen, in denen Ryan seine Schuhe anstarrte. Schließlich hielt ich es nicht länger aus. Haben Sie ein Problem mit mir, Detective? Ryan stand vom Tisch auf und ging ein paar Schritte weg. Kam dann zurück. Schließlich sagte er, wir sollten diesen Fall abschließen. Ich öffnete eben den Mund, um zu fragen, was er meinte, als Olli zurückkam. Seine Miene deutete gute Nachrichten an. Kann sein, dass du den Nagel auf den Kopf getroffen hast, Tempi. Ryan zuckte zusammen, als er meinen Vornamen aus Ollis Mund hörte. Sie ist in Edmonton, fuhr Olli fort. Ruben? Ich war verblüfft. Wurde eben in einem Tim Hortons Coffeeshop ein paar Meilen östlich der Innenstadt gesehen. Die Bude ist ungefähr einen Kilometer von der Transcanada entfernt. Und jetzt? Und jetzt steigt die Party in meiner Stadt. Ich lasse unsere Flüge buchen, Olli wandte sich zu mir. Kannst du um elf am Flughafen sein? Ich? Ich versuchte erst gar nicht, meine Überraschung zu verbergen. Ruben hat in Edmonton auch als Hure gearbeitet. Glaubst du, ihre Mutterinstinkte waren im Westen besser? Der Medical Examiner vor Ort hat doch auch Experten, auf die er zurückgreifen kann. Das Büro hat gewisse Probleme. Die SQ wird ihre Auslagen nicht übernehmen, sagte Ryan. Die RCMP schon. Ich gebe sie als zeitweilige Mitarbeiter an, ZM, ziviles Mitglied. Ich weiß, was das bedeutet. Ryan schenkte Olli ein Lächeln ohne eine Spur von Herzlichkeit. Also? Ollis Blick ruhte auf mir. Bist du dabei? In meinem Hirn blitzten Bilder von wimmelnden Augen, winzigen, mumifizierten Händen, zusammengeknüllten Toilettenpapier auf. Ich schaute auf die Uhr und nickte. Wenn sie nicht weg können, Detektiv, verstehe ich das, sagte Olli, ohne Ryan anzusehen. Man sieht sich am Flughafen, erwiderte Ryan. Ich hatte keine neuen Anthropologiefälle auf meinem Schreibtisch. Nachdem ich meine modifizierten Pläne mit La Manche abgesprochen hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich öffnete eben die Wohnungstür, als mein iPhone klingelte. Der Mittagsflug war voll. Man hatte uns auf den um ein Uhr umgebucht. Die zusätzliche Stunde nutzte ich, um zu duschen, meine Bordkarte auszudrucken und einen Höflichkeitsanruf beim MI in Edmonton zu tätigen. Um 20 nach 12 traf ich mich mit Ryan und Olli am Gate des Pierre-Elliott Trudeau. Der Flug Air Canada 413 wurde als verspätet angezeigt. Die neue Abflugszeit 13.15 Uhr. Um 3.45 Uhr starteten wir schließlich, was bedeutete, dass wir in Toronto unseren Anschlussflug verpassten. Zum Glück ging der nächste Flieger nach Edmonton um 5. Nach einem Sprint durch den Flughafen schafften wir ihn gerade noch, die Freuden des modernen Flugverkehrs. Die Atmosphäre in unserer kleinen Truppe war so freundlich wie bei einer Drogenrazzia. Nach der Landung bot Olli an, uns zu fahren, aber Ryan bestand auf einem Mietwagen. Edmonton ist Kanadas Antwort auf Omaha. Solide unscheinbar und umgeben von einer ganzen Menge nichts. Ein Ort, der einen überfestes Schuhwerk nachdenken lässt. Auf dem Weg zur Zentrale der K-Division, der RCMP, sahen wir eine ganze Menge von der Stadt. Die Aussicht war enorm backsteinlastig. Es war 20 vor 9, als wir endlich auf die 109. Straße einbogen. Mein Magen jammerte. Ich hätte es Ryan gleich tun und auch ein Sandwich essen sollen. Nachdem wir ein Portier von beinahe todbringender Stränge unserer Ausweise gezeigt und unser Ziel erklärt hatten, erhielten Detectives Sonnenschein und ich Ansteck-Ausweise, die mit einem sehr großen Tee gekennzeichnet waren. Während wir uns ausgesprochen temporär und wenig vertrauenswürdig fühlten, folgten wir einem Korporell zu einem Aufzug und fuhren schweigend nach oben. Vor einer Bürotür mit der Aufschrift Project Care gab unser Begleiter uns zu verstehen, dass wir jetzt alleine weitergehen durften. Ollis Schreibtisch stand etwas seitlich. Er saß dahinter und hatte sich einen Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Als er die Tür hörte, hob er den Kopf und winkte uns zu sich. Er sah nicht glücklich aus. Ryan und ich setzten uns. Ollis Beitrag zu dem Telefongespräch bestand aus Staccato-Fragen. Wann? Wo? Schließlich. Scheiße, bleiben Sie dran. Dann knallte er den Hörer auf. Wir haben sie verloren. Ryan und ich warteten auf eine Erklärung. Ruben hing ungefähr bis Mittag in dem Tim Hortons rum. Dann gingen sie ins Northlands. Was ist Northlands? Schätze, man könnte es ein Unterhaltungskomplex nennen, Sportveranstaltungen, Pferderennen, Rodeos, Spielautomaten, Verkaufsmessen, modernes Opium für die Massen. Hübsche Formulierung. Ich erinnerte mich. Olli mochte Pferderennen und Rodeos. Das beste Pflaster für das Sexgewerbe, sagte Ryan. Ein problematisches Pflaster. Angespannt. Olli drückte immer wieder auf den Knopf des Kugelschreibers in seinen Fingern. Ruben schlief fast den ganzen Nachmittag auf einer Bank im Bordenpark. Um fünf ging sie zu dem Donutladen zurück. Um sieben ging sie zum Rexall Place. Warum wurde sie nicht verhaftet? Das war nicht der Befehl. Ryan wollte schon wieder sticheln. Ich fiel ihm ins Wort. Was ist dieser Rexall Place? Olli schaute mich an und reckte dann das Kinn, wie es typisch für ihn war. Hallo? Die Edmonton Oilers? Ein Sportstadion. Ryan sagte es völlig tonlos. Und manchmal eine Konzerthalle. Heute Abend spielt Nickelback. Und dort haben ihre Jungs sie verloren? Ich vermute, ich kann mich nicht so recht verständlich machen, Detective. Nickelback ist eine Band aus Alberta. Da wimmelt es von Tausenden von Menschen. Jemanden in einer Menge auf den Fersen bleiben. Das ist die ganz hohe Schule, sagte Ryan. Wir finden sie wieder. Frostig. Schneller, als sie sie verloren haben? Ollis Finger erstarrte über dem Kuli. Ich warf Ryan einen scharfen Blick zu. Klingt, als wollte Ruben mit jemandem Kontakt aufnehmen, sagte ich. Wahrscheinlich, pflichtete Olli mir bei. Susan Forex? Ich warte auf Nachricht, wo sie sich befindet. Hatte Ruben ein Zuhälter? Fragte Ryan. Ein verqueren, kleinen Wichser namens Ronnie Scarborough. Nennt sich Scar, wie die Narbe. Der Kerl hat den Charme einer verschmutzten Nadel. Soll heißen? Er ist hässlich, er ist gewalttätig und ihm brennt sehr schnell die Sicherung durch. Üble Kombination. Starboroughs Spitzname kommt nicht von seinem Nachnamen. Er hat einmal ein Mädchen eine Narbe von der Größe meiner Hand verpasst. Mit einem heißen Schüreisen. Glauben Sie, Ruben könnte versuchen, mit ihm in Kontakt zu treten? Fragte ich. Ich glaube, sie würde es zuerst bei Forex probieren. Aber wer weiß. Und was jetzt? Fragte ich keinen von beiden im Speziellen. Jetzt warten wir, bis meine Jungs Ruben aufgespürt haben. Ich habe im Best Western zwei Zimmer gebucht, das ist ungefähr einen Block von hier entfernt. Wollen Sie gleich einchecken oder erst noch was essen? Ich bin am Verhungern, sagte ich. Um halb elf hatte der Burger Express nur noch zwei andere Gäste. Ich bestellte den Mastodon Burger oder wie der Colossons hieß, Zwiebelringe, Diet Coke. Beim Essen berichtete uns Olli, was es über Susan Forex zu wissen gab. Nachdem sie Ruben als vermisst gemeldet hatte, wurde sie zweimal aufgegriffen. Einmal im Rahmen einer Allgemein-Razzia, da kamen sie noch davon. Einmal wegen Straßenprostitution, das brachte ihr ein Jahr auf Bewährung. Und dann gleich zurück auf die Straße, Ryan klang angewidert. Sowas in der Richtung. Ollis Ton hätte Erbsen einfrieren können. Ryan ging weg, um sich Koffein zu besorgen. Oder um sich einer anzustecken. Obwohl er die Zigaretten vor einem Jahr aufgegeben hatte, rauchte ich in letzter Zeit wieder Rauch in seiner Kleidung und in seinen Haaren. Das zusammen mit seiner untypischen Verdrießlichkeit bedeutete, dass er sehr, sehr nervös war. Wir schoben eben schmuddeliges Einwickelpapier in fettfleckige Tüten, als Ollis Handy summte. Während er den Anruf entgegennahm, ging ich zu einem überquellenden Abfalleimer und stopfte unseren Beitrag in die Sammlung. Als ich in die Sitznische zurückkehrte, sah Olli aus wie ein Junge, der sein entlaufendes Hündchen nach sehr langer Suche wiedergefunden hat. Forex ist in einer Bar drüben in der Nähe des Colosseum. Ist Ruben bei ihr? Sie ist allein. Und sie arbeitet. Was meinst du, Überraschungsbesuch? Wenn wir während der Arbeitszeiten vorbeischauen, ist sie vielleicht gesprächiger. Wir grinsten beide, dann ging ich auf die Tür zu. Auf halbem Weg spürte ich eine Hand an meinem Arm. Ich drehte mich um. Olli hatte ein Gesicht, wie Männer es haben, wenn sie gleich den Macho spielen. Denkst du oft an, er deutete von seiner Brust zu meiner, uns? Nie. Natürlich tust du das. Es gab kein Ich-malte-Anführungszeichen in die Luft uns. Wir hatten doch eine verdammt gute Zeit. Du warst vorwiegend ein Arschloch. Ich war jung. Und jetzt bist du ein weiser, alter Mann. Menschen ändern sich. Hast du eine Freundin, Olli? Im Augenblick nicht. Warum nicht? Habe die Richtige noch nicht gefunden. Die Liebe deines Lebens. Olli zuckte die Achseln. Wir sollten gehen, sagte ich. Ich will, Detective, du mich auch nicht warten lassen. Was soll jetzt das heißen? Der Kerl ist nicht die beste Gesellschaft. Du provozierst ihn absichtlich. Er ist ein Arschloch. Olli. Ich durchbohrte ihn mit meinem Blick, der ihm sagte, dass ich es ernst meinte. Hast du mit Detective Ryan über, ich ahmte seine Geste nach, uns gesprochen? Vielleicht habe ich erwähnt, dass ich dich kenne. Das Flackern in seinen Augen verrät mir alles. Du prinzipienloser Mistkerl. Bevor ich etwas dagegen tun konnte, zog Olli mich an sich und drückte mich an seine Brust. Wenn wir diesen Fall abgeschlossen haben, dann wirst du mich wollen, das weißt du, flüsterte er mir ins Ohr. Ich drückte mit beiden Handflächen gegen seine Brust und löste mich von ihm. Da wird nichts draus. Dann wirbelte ich angewidert herum. Ryan wartete vor der Tür und starrte durch die Fensterscheibe. Im grellen Neonlicht wirkte sein Gesicht müde und eingefallen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Da ich nicht wusste, wie viel er gesehen hatte, zeigte ich ihm den hochgereckten Daumen und grinste breit. Gute Nachrichten. Als Ryan in den Schatten trat, wirkte sein Gesicht so straff gespannt, als wäre es auf die Knochen gemalt. Olli saß am Steuer, ich auf dem Beifahrersitz. Ryan saß hinten. Leichter Regen hatte eingesetzt. Während wir durch die Stadt fuhren, glitt ein Kaleidoskop aus verwischten Farben und Schatten an meinem Fenster vorbei. Nach zehn Minuten buck Olli in eine Straße ein, an der sich Bars, Stripclubs und Fastfoodläden drängten, alle hell erleuchtet und geöffnet. Neonsplitter funkelten auf dem Bürgersteig und spritzten auf Schilder, Autos und Taxis. Einige Männer in Sweatshirts und Windjacken bewegten sich, die Köpfe gesenkt, die Schultern hochgezogen, in beide Richtungen. Vor einem zweistöckigen Backsteinbau mit der Aufschrift Triple X Adult Store auf der einen Seite fuhr Olli an den Bordstein. Neben der weltgrößten Sammlung von Filmen und Fotos bot der Laden auch 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche Piepshows für 25 Cent pro Minute an. Hier findet man, was das Herz begehrt, wenn man es bezahlen kann. Olli deutete auf das schmuddelige Panorama um uns herum. Drogen, Frauen, Jungs, Waffen. Wenn man einen Auftragskiller braucht, findet man den wahrscheinlich auch. Olli drückte auf eine Schnellweiltaste seines Handys und hielt sich das Gerät ans Ohr. Am anderen Ende hörte ich eine Stimme, verstand aber die Worte nicht. Vor dem Pornoladen sagte Olli nach ein paar Sekunden, Pause. Wie lange? Pause. Irgendwas überruben? Pause. Rufen Sie an, sobald Sie was wissen. Er klappte das Handy zu und sagte, wir haben Glück, die Dame hat keinen sehr einträglichen Abend. Wir stiegen aus. Die Luft roch nach frittiertem Essen, Benzin und feuchten Beton. Gedämpfte Musik trank aus einem Gebäude rechts von uns. Olli führte uns 50 Meter nach Norden zu einem Stuckkasten, dessen Schild ihn als Cowboy Lounge identifizierte. Ich übernehme das Reden. Olli richtete das an Ryan. Sie kennt mich. Ich bin weniger bedrohlich. Ryan sagte nichts. Olli trat ein. Ich folgte. Ryan bildete die Nachhut. Wenige Schritte nach dem Eingang blieben wir stehen. Der Geruch war das erste, was mich traf, eine giftige Mischung aus Schalem Bier, Zigarettenrauch, Marihuana und menschlichem Schweiß. Der Gestank drang in meine Nase, während meine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnten. Links drang das Klacken von Billardkugeln aus dem mit einer Salon-Tür abgetrennten Nebenraum. Die Bar war direkt vor uns, ein geschnitzter Holztresen mit einem reich verzierten Spiegel dahinter und Hockern davor. In der Mitte der Bar zapfte ein Mann im Holzfällerhemd Bier aus einem Hahn mit langem Pumpgriff. In der rechten Hälfte des Raums stand ein Dutzend bunt zusammengewürfelte Tische. Willi Nielsen jaulte aus einer Musikbox hinter den Tischen. Die Hälfte der Tische und alle Barhocker waren besetzt. Die Kundschaft war größtenteils männlich, größtenteils aus der Arbeiterschicht. Die wenigen anwesenden Frauen gehörten eindeutig zum Gewerbe der gröberen Sorte. Chemieblonde Haare, Tattoos, Klamotten, in denen man Fleisch zum Markte trug. Zwischen den Tischen bewegte sich eine Kellnerin im roten Bustier und viel zu engen Jeans. Das Haar war fransig, das Make-up billig und übertrieben. Oli zeigte mit dem Kopf auf eine große, knorrige Frau am linken Ende der Bar. Sieht aus, als wäre unser Mädchen heute die Königin der Nacht. Ich schaute mir Susan Forex genauer an. Ihr Haar war lang und blond, das Rüschentop kunstvoll so verruscht, dass es eine Schulter frei gab. Ein Jeans-Mikromini mit breiten Gürtel und Riemchen-Stilettos rundeten das Outfit ab. Forex unterhielt sich mit einem Fettsack in Cowboy-Stiefeln und einem 1000-Gallon-Statzen. Statzen hatte ein Bier, sie trank etwas, das aussah wie Whisky auf Eis. Statzen hatte sich so weit zu ihr gebeugt, wie sein Hut es erlaubte und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie strich ihm mit langem roten Nagel über den Unterarm. Beide lachten. Die Sinne hellwach, für mögliche Bedrohungen durchquerten wir den Raum. Der Barkeeper beobachtete uns. Hallo Susan. Als sie ihren Namen hörte, drehte Forex sich um. Als sie Olli sah, verschwand ihr Lächeln. Freunde von dir? Statzen schaute um Forex herum zu uns, ein betrunkenes Grinsen auf dem Gesicht. Lass gut sein. Forex trat ihm mit einer flüchtigen Handbewegung ab. Darling, wir beide werden jetzt... Forex fuhr ihn an. Verschwinde! Statzen machte ein verwirrtes Gesicht und strafte dann das Kinn, als er merkte, dass sie ihn eben abserviert hatte. Zahl dir dein Dring selber, Miststück. Mit dieser witzigen Bemerkung schob Statzen sich von seinem Hocker. Olli wartete, bis Statzen außer Hörweite war, was nicht lange dauerte. Wir wollen dir keine Schwierigkeiten machen, Foxy. Forex verdrehte die Augen und schlug die Beine übereinander, die allerdings spektakulär waren. Olli kam sofort zur Sache. Du hast Annelies Ruben als vermisst gemeldet? Forex wurde völlig still. Wappnete sie sich für schlechte Nachrichten? Legte sie sich eine Lüge zurecht, um ihre Freundin zu schützen? Aus der Nähe sah ich, dass Forex Haare im Ansatz dunkel schimmerten. Die Zähne waren zwar gelblich verfärbt, aber gleichmäßig und völlig gerade, was auf eine Kindheit hindeutete, in der das Familieneinkommen Zahnspangen ermöglicht hatte. Ihre Haut war glatt, das Make-up gekonnt aufgetragen. In diesem Licht hätte sie 30 oder 50 sein können. Wir glauben, dass Ruben in den letzten drei Jahren in Quebec gelebt hat, fuhr Olli fort. Wie es heißt, ist sie jetzt wieder in Edmonton. Gut, die kleine Göra hat mich um die letzte Monatsmiete betrogen. Während Olli Foxy befragte, beobachtete ich zwei meiner, die nur wenige Hocker entfernt saßen. Ihre Körpersprache verriet mir, dass sie zuhörten. Einer war groß und kräftig, hatte wilde schwarze Haare und dunkle kleine Augen, die aussahen wie Rosinen. Der andere war kleiner, mit ledernen Bändern an den Handgelenken und Gefängnis-Tattoos auf den Armen. Na komm, Foxy, du weißt, wo sie ist. Ich liebe Frühlingsregen. Sie nicht auch, Sergeant? Oder hat sie Scar angerufen? Wen? Du weißt, wen ich meine. Forex griff nach ihrem Glas und drehte die Eiswürfel darin. Hilf mir weiter, Foxy. Ruben war zu jung, um auf der Straße zu leben. Ich habe sie aufgenommen, heißt aber nicht, dass ich ihr die Rechte auf ihre Lebensgeschichte abgekauft habe. Das passte nicht zu der Aussage des Notarztes in Sanja Sand. Ich dachte, sie ist älter, sagte ich. Forex ließ den Blick langsam zu mir wandern. Ruben gab ihr Alter mit 27 an. Ich ließ mich nicht abbringen. Die Kleine war kaum alt genug, um sich die Beine zu rasieren, hätte in der Schule sein müssen. Aber ich kann verstehen, warum das nichts für sie war. Und warum? Forex schnaubte. Sie haben sie gesehen? Nur ein Bild. Wir wissen beide, dass sie nicht Amerikas nächstes Topmodel wird. Die nackte Schulter hob und senkte sich. Wo wohnte Ruben, bevor sie bei dir einzog? Was bin ich, ihre Facebook-Freundin? sagte Forex. Warum sollte Ruben wegen ihres Alters lügen, fragte ich. Himmel. Forex schaute mich mit großen Augen an. Warum sollte ein Mädchen auf der Flucht das nur tun? Gute Antwort. Dumme Frage. Auf der Flucht vor was? Olli reagierte sofort auf Forex Formulierung. Woher soll ich das wissen? Forex Ton deutete an, dass sie sich nicht noch einmal verplappern würde. Wir würden Ruben gern als Erste finden, sagte Olli. Sie davon abbringen, Scar anzurufen. Hören Sie mir nicht zu? Das Mädchen war nur ein paar Monate bei mir. Ich kannte sie kaum. Aber du hast sie genug gemocht, um sie als vermisst zu melden. Ich wollte keinen Ärger. Ich kenne dich, Foxy. Ruben war nicht das einzige Mädchen, das du aufgenommen hast. Richtig, ich bin die gottverdammte Mutter Teresa. Monique Santhofer. Olli klang jetzt sanfter. Wie alt war sie? Noch ein Achselzucken. Was ist mit Santhofer passiert? Ich habe sie völlig zugedröhnt gefunden und rausgeworfen. Versuchen wir es noch mal. Wo lebte Ruben, bevor sie bei dir einzog? Buckingham Palace? Hat sie irgendwas dagelassen? Ein Haufen Müll. Kann gut sein, dass ich dein Haus durchsuchen muss. Jetzt klang Olli wieder wie ein Polizist. Ich weiß, du hast nichts dagegen. Natürlich habe ich was dagegen. Olli lächelte. Haben sie einen Durchsuchungsbeschluss? Du weißt, dass ich einen besorgen kann. Dann tun sie das. Darauf kannst du Gift nehmen. Olli zog eine Visitenkarte aus seiner Brieftasche. Ruf an, wenn du was von Ruben hörst. Forex trank ihr Glas aus und knallte es auf die Bar. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Damit packte Forex ihre Handtasche und stakste auf ihren gefährlich hohen Absätzen nach draußen. Ich drehte leicht die linke Schulter und flüsterte Olli ins Ohr. Hast du Rubens Foto dabei? Unaufgeregt zog er den Ausdruck aus einer Tasche und gab ihn mir. Ryan und Olli sahen zu, wie ich zu Rosinauge und seinem Kumpel ging. Ich konnte nicht umhin, ihr Interesse an unserer Unterhaltung zu bemerken. Ich hielt das Foto in die Höhe. Kennt einer von Ihnen dieses Mädchen? Beide Gesichter starrten stur auf ihre Biere hinunter. Sehen Sie diesen Herrn da drüben? Er ist Polizist, ein besonders ehrgeiziger. Knöpft sich liebend gern alle möglichen Leute vor. Sie wissen schon, nur für den Fall, dass sie was ausgefressen haben könnten. Glaubt an präventive Polizeiarbeit. Rosinauge drehte sich auf seinen Stuhl, was einem Schwall Körpergeruch in meine Richtung schickte. Ich wedelte mit dem Ausdruck. Er tat so, als würde er das Bild genauestens studieren. Es geht das Gerücht, dass sie von hier aus gearbeitet hat, sagte ich. Was denn? Eis am Stiel verkaufen? Die Kleine sieht aus wie ein gottverdammter Eiscremelaster. Rosinauge lachte über seinen eigenen Witz. Was meinst du, Harp? Harp kicherte. Eskimo vom Scheitel bis zur Sohle. Kennen Sie sie? Ich kenne keinen Eis am Stiel. Ich lutsche es. Öliges Grinsen. Wie wär's mit dir? Hast du einen Stiel unten drin, damit ich dich in die Hand nehmen kann? Rosinauge wusste nicht, was über ihn kam. Ryan schoss an mir vorbei. In einer einzigen blitzschnellen Bewegung legte er dem Kerl den Arm um die Kehle und verdrehte seinen Ellbogen nach oben und nach hinten. Je heftiger Rosinauge sich wehrte, desto fester drückte er ihm die Kehle zu. Harp rannte zur Tür. Wir sollten hier lieber keine überalten Entscheidungen treffen, warnte Olli. Ein paar Gäste verließen die Bar. Andere schauten zu und taten so, als würden sie es nicht tun. Du brichst mir den Arm. Rosinauges Gesicht war puterrot. Entschuldige dich bei der Dame. Sie ist doch diejenige, Ryan drückte fest dazu. Mir geht so langsam die Geduld aus. Reins Ton klang gefährlich. Scheiße, tut mir leid. Ryan ließ ihn los. Rosinauge kippte nach vorn und rieb sich mit der linken Hand die rechte Schulter. Name, fragte Ryan Barsch. Wer zum Geier will das? Ich. Geschmiedeter Stahl. Shelby Hoke? Ist doch mal ein guter Start, Shelby. Ryan bedeutete mir, den Ausdruck noch einmal zu zeigen. Ich tat es. Olli schaute weiter schweigend zu. Fangen wir nochmal an, sagte Ryan. Sie kennen diese Lady? Hab sie schon mal gesehen. Wann? Gestern Abend. Wo? Hoke deutete mit dem Daumen auf die Kellnerin im Bustier. Kam mit dem Zombie da aus einem Hotel. Wir drehten uns alle gleichzeitig um. Die Kellnerin stand, das Gesicht kreideweiß, die Lippen geranienrot, zwischen den Tischen und starrte uns an. Wie viele große Tiere konnte sie sich sehr schnell bewegen, wenn sie sich bedroht fühlte. Sie knallte ihr Tablett auf einen Tisch und rannte zu einer Tür rechts neben der Bar. Olli, Ryan und ich schossen ihr hinterher. Die Tür führte in eine Gasse. Als ich ankam, stand die Frau nach ihrem kurzen Sprint vorn übergebeugt da und keuchte. Und die Rollenverteilung guter Bulle, böser Bulle war bereits entschieden. Olli hielt sie an einem dreilen Arm fest. Ryan legte ihr besänftigend die Hand auf den Rücken. Wir warteten, bis die Frau wieder zu Atem gekommen war. Im lachsfarbenen Licht der Straßenlaternen wirkte ihr Gesicht blass und aufgeschwemmt vom Fastfoodfett. Ein schwarzer Slip lugte aus dem Bund ihrer viel zu prall gefüllten Jeans. Schließlich richtete die Frau sich wieder auf. Noch immer schwer atmend kramte sie ein Päckchen Malbüros aus ihrer Gesäßtasche und zog mit dem Mund eine Zigarette heraus. Ryan zog die Hand zurück. Alles in Ordnung? Die Frau schüttelte ein Streichholzbriefchen aus der Plastikhülle, hielt eine Hand schützend vor die andere, zündete sich eine Zigarette an und zog den Rauch tief in die Lunge, ohne einmal den Blick zu heben. Wozu der sportliche Abgangssonnenschein? Olli, der Böse Bulle. Hast du was zu verbergen? Etwas, das wir wissen sollten? Die Frau atmete aus. Ein silbergrauer Kegel voll aus jedem Nasenloch. Hast du Probleme mit den Ohren? Die Frau atmete noch einmal aus und warf dann, den Blick noch immer gesenkt, das Streichholz weg. Das war's. Olli zog die Handschellen vom Gürtel. Der gute Bulle hob gegenüber dem Bösen warnend die Hand. Wie heißen Sie, Ma'am? Phoenix. Kaum hörbar. Darf ich Ihren Vornamen erfahren? Phoenix Miller. Aber alle kennen mich nur als Phoenix. Eine meiner Lieblingsstädte. Ich bin Detective Ryan. Mein Barscher Freund hier Sergeant Hastie. Phoenix schnippte mit abgenagtem Daumennagel an der Zigarette. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, Phoenix. Worüber? Ein Gentleman in der Bar sagt, er hätte sie gestern Abend zusammen mit Annelies Ruben gesehen. Was wollen Sie von ihr? Hulk sagt, er hätte sie zwei vor einem Motel gesehen. Was für ein Luxustempel könnte das sein, Herzchen? Phoenix betrachtete die Malbüro, als könnte sie ihr weiterhelfen. Ist deine Freundin noch da? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch aus dem selben Holz. Ich habe mit diesem Leben nichts mehr zu tun. Ach ja? Olli schnaubte. So ziehst du nicht mehr für 20 Mäuse und ein bisschen Stoff das Höschen runter? Wir interessieren uns nicht für ihr Privatleben, sagte Ryan. Wir wollen nur Ruben finden. Ist sie in Schwierigkeiten? Zum ersten Mal gestattete sich Phoenix nun Augenkontakt mit uns. Wir wollen ihr helfen. Ryan erwiderte ihren Blick, während er ihrer Frage auswich. Sie ist doch nur ein dummes Mädchen, das Stundenspaß im Muschi-Hotel verkauft. Olli. Ich sag's Ihnen doch, so ist das nicht. Wie ist es dann? Ich bin clean. Ich kriege dort ein Zimmer bezahlt. Während sie das sagte, schaute sie hilfesuchend Ryan an. Sie wohnen in dem Motel? Sie nickte. In welchen? Das Paradise Resort. An der 111? Fragte Olli. Sie machen mir doch keine Schwierigkeiten, oder? Ich brauche dieses Zimmer. Phoenix Blick wechselte zwischen Ryan und Olli hin und her. Sowas kriegt man nicht so leicht. Ist Ruben noch dort? Sollte sie besser nicht sein. Ich hab ihr gesagt, sie kann nur eine Nacht bleiben. Wegen des Hundes? Die Frage war gestellt, bevor ich sie mir bewusst gemacht hatte. War ich besessen von dem Tier? Die Mascara-schweren Augen wanderten zu mir. Mr. Kalasnik erlaubt keine Haustiere. Das ist der Besitzer. Wer sind Sie? Wie hat Ruben sie gefunden? Fragte Ryan. Jeder weiß, dass ich im Cowboy arbeite. Warum Sie? Viele Möglichkeiten hat das Mädchen nicht. Gibt es sonst niemanden, der mit Ruben Kontakt aufnehmen könnte? Fragte Ryan. Weiß ich nicht. Hat sie Familie in Edmonton? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht von hier ist. Von wo dann? Olli. Wir haben nicht über ihre Vergangenheit geredet. Aber du wolltest ihr Leben ändern. Das habe ich nie behauptet. Phoenix schüttelte langsam den Kopf. Viel zu viele kleine Mädchen, die sich über Algebra und Pickel den Kopf zerbrechen sollten, statt hier aus dem Bus zu steigen und sofort auf den Strich zu gehen. Ich wusste genau, was sie meinte. Die meisten dieser Mädchen enden als Junkies und Huren. Aus ihrem Hollywood-Träumen wird die reale Hölle der Dealer und schnellen Schüsse und grünen Minners und Zuhälter, die am wenigsten Glück haben, landen mit den Zehen nach oben in der Leichenhalle. Phoenix zupfte sich ein Tabakbrösel von der Lippe und schnippte ihn weg. Vor zwei Tagen taucht sie bei mir auf, sieht aus wie von dem Zug angefahren und fragt, ob sie bei mir pennen kann. Sie auf der Straße zu lassen, wäre so, als würde man wölfenrohes Fleisch zu werfen. Wenn es ein Verbrechen war, sie bei mir aufzunehmen, dann verhaften sie mich. Annelies braucht mehr Hilfe, als sie ihr bieten können. Ryan gab dem Wort Ernsthaftigkeit eine ganz neue Bedeutung. Meine Schicht geht noch bis zwei. Ich brauche das Trinkgeld. Ryan schaute zu Olli, der nur kurz das Kinn senkte. Wir brauchen nur ihre Erlaubnis, ihr Zimmer zu betreten, sagte Ryan. Phoenix traf eine Entscheidung. Sie griff zu der Kette, die an ihrer Gürtelschnalle hing, zog einen Schlüssel vorm Ring und gab ihn Ryan. Nummer 14, ganz hinten am Ende. Lassen Sie ihn im Zimmer, ich habe noch einen. Vielen Dank. Ryan's Lächeln war fast priesterlich zu nennen. Tun Sie ihr nichts. Auf dem Weg zum Paradise Resort sprachen wir über Susan Forrex. Susan Forrex und Phoenix Miller haben beide versucht, Annelies Ruben zu schützen, sagte ich. Man muss ihre Mutterinstinkte bewundern. Ryans Ton war ätzend wie Chlorsäure. Sogar Nutten hassen Babymörder. Ollys Art der Zustimmung. Aber warum ihr dann helfen? Darauf hatten beide keine Antwort. Phoenix Millers häusliches Paradies war ein zweistöckiges, ellförmiges Gebäude mit umlaufenden Außenstegen, die Zugang zu etwa 30 Zimmern boten. Ein gigantisches Schild schrie Paradise Resort Motel in riesengroßen Buchstaben. Ein blinkender Pfeil wies potenziellen Gästen den Weg zu einem überdachten Säulenvorbau. Die Tür zum Büro unter dem Dach war flankiert von zwei Pflanzkübeln mit üppig toter Vegetation. Ganz offensichtlich hielt die Anlage nichts, was der Name versprach. Höllische Bruchbude wäre passender gewesen. Vielleicht die letzte Absteige. Auf der Betonfläche vor dem Gebäude standen nur ein paar PKWs und Pickups. Links dahinter waren mehrere Wohnmobile und ein Neunachser zu sehen. Das Büro dunkel. Kein Wachpersonal. Nirgendwo auch nur ein Mensch zu sehen. Wir verstummten, als wir an dem L entlang fuhren. Zimmer 14 lag am Ende des Schenkels, der in etwa parallel zu 111 verlief. Die Eingangstür war verdeckt durch eine Eisen- und Betontreppe, die ins Obergeschoss führte. Weder vor diesem nach dem angrenzenden Zimmer stand ein Auto. Olli schaltete das Licht aus, fuhr auf den Parkplatz vor Zimmer 14 und stellte den Motor ab. Wir stiegen aus und schlossen leise die Türen. Im Gänsemarsch näherten wir uns Phoenix Millers Zimmer. Olli stellte sich auf die eine Seite der Tür. Ryan positionierte sich auf der anderen und bedeutete mir, hinter ihm zu bleiben. Olli klopfte einmal, um sich bemerkbar zu machen. Keine Reaktion. Er klopfte noch einmal. Nicht das leiseste Geräusch. Er hämmerte mit dem Handballen dagegen. Nichts. Ryan trat vor die Tür und steckte den Schlüssel ins Schloss. Im Zimmer war es dunkel und still. Wir blieben kurz stehen und lauschten nach Anzeichen menschlicher Anwesenheit. Neben mir spürte ich Ryan die Wand abtasten. Ein Schalter klickte. Dann strömte fahles Licht aus einer Lampenglocke an der Decke, die auch als Insektengrab fungierte. Zimmer 14 war ungefähr so groß wie meine Badewanne. Die Wandfarbe war pfirsich, der dünne braune Teppichboden fleckig und voller Brandlöcher. Ich ließ den Blick im Uhrzeigersinn wandern. Links stand auf einer abgenutzten Kommode ein uralter Fernseher mit einer Antenne aus Aluminiumfolie. Ein Metallgestell neben der Kommode beherbergte eine Ansammlung billiger Kleidungsstücke. Einige auf Bügeln, andere auf der Ablagefläche darunter. Das Bett stand gegenüber der Tür. Es war ordentlich gemacht und überzogen mit einer Tagesdecke mit Blumenmuster, die aussah wie ein Sonderangebot aus dem Discounter. Rote Überwürfe waren sorgfältig über jedes Kissen gelegt. Neben dem Bett, in der hinteren linken Ecke des Zimmers, stand eine rote Plastiklampe auf einem Nachtkästchen aus weißem Plastik. Über dem Kopfbrett des Betts hing ein billiger, gerammter Druck einer Vase mit roten Tulpen. Rechts vorne erkannte ich eine geschlossene Tür, die, wie ich vermutete, ins Bad führte. Neben der Tür war in die rechte, hintere Ecke eine Art Schrank eingebaut, der eine Mikrowelle, eine Kochplatte und einen Mini-Kühlschrank enthielt. Eine Küchensitzgruppe aus Plastik stand unter dem einzigen Fenster des Zimmers, rechts der Eingangstür. Minikaktusse wuchsen aus einem Keramiktopf auf dem Tisch. Auf den Stühlen lagen rote Kissen. Obwohl das Mobiliar billig und abgenutzt war, sah man deutlich, dass hier eine liebevolle Hand sich große Mühe gegeben hatte. Obwohl Phoenix Miller kaum genug zum Leben verdiente, hatte sie versucht, diese deprimierende Kammer ein wenig freundlicher zu gestalten. Annelies Ruben? rief Olli. Nichts. Miss Ruben! Keine Antwort. Kein Geräusch. Wie schon bei der Wohnungstür stellten Ryan und ich uns auf die eine Seite der Tür, Olli auf die andere. Olli streckte die Hand aus und drehte den Knauf. Das Bad war kaum größer als ein Schrank, die Einrichtung auf engstem Raum zusammengedrängt. Kosmetika und Bodylotions standen auf dem Spülkasten. Ein rosafarbenes Nachthemd hing an einem Haken daneben. Rote und weiße Handtücher hingen farblich abwechselnd nebeneinander über einer Stange. Der Plastikduschvorhang war natürlich rot, die Fliesen waren sauber, Spiegel und Wanne blitzblank. Ordentliches Mädchen! Ollis Bemerkung triefte vor Herablassung. Sie tut, was sie kann, um sich hier ein Zuhause zu schaffen, sagte ich. Schwierig in diesem Drecksloch! Olli öffnete das Medizinschränkchen und durchstöberte den Inhalt. Das ärgerte mich. Wir sind hierhergekommen, um Anneliese Ruben zu finden. Sie ist nicht da, gehen wir! Warum die Eile? Mela geht uns nichts an. Es gibt keinen Grund, ihre Privatsphäre zu verletzen. Olli bedachte mich mit einem übernachsichtigen Lächeln, schloss aber das Schränkchen wieder. Als ich zu Ryan ins Zimmer zurückkehrte, hörte ich, wie der Duschwagen zur Seite geschoben wurde. Und jetzt, fragte ich, als Olli wieder auftauchte. Er schaute auf sein Handy, fand offensichtlich nichts Interessantes. Jetzt gönnen wir uns eine Mütze Schlaf. Aber ich lasse diese Wohnung und Mela beobachten. Jemand sollte sich hier morgen in der Gegend umhören und mit dem Besitzer reden, sagte Ryan. Darin habe ich noch gar nicht gedacht, Detective. Ryan strafte das Kinn, sagte aber nichts. Wir trotteten aus der Wohnung. Im Best Western checkte Ryan ein und verschwand. Ich bring dich zu deinem Zimmer, sagte Olli, als ich meinen Schlüssel hatte. Nein, danke. Ich bestehe drauf. Olli zog den Griff meines Rollkoffers aus der Führung. Ich griff danach. Er drehte den Koffer so, dass er ihn ziehen konnte und bedeutete mir, vorauszugehen. Innerlich korrend marschierte ich durch die gigantische Lobby. Olli folgte mir. Die Kofferrollen klapperten über den Fliesenboden. In eisigem Schweigen schloss ich meine Tür auf. Wir sollten morgen früh acht Uhr ins Auge fassen, sagte Olli. Ruf an, wenn sich irgendwas ergibt. Jawohl, Ma'am. Olli machte keine Anstalten, meinen Koffer loszulassen. Ich riss ihm den Griff aus der Hand, trat zwei Schritte zurück und knallte die Tür zu. Das Zimmer war so nordamerikanisch wie Ahornsirup. Doppelbett, Frisierkommode, Schreibtisch, gepolsterter Stuhl. Vorhänge und Bettbezüge trugen passend aufeinander abgestimmte Töne aus dem grünen Sektor des Farbspektrums. An jeder Wand hing ein gerahmter Druck. Auch wenn die Gestaltung nie zu einem Artikel im Architectical Digest inspirieren würde, war sie doch Lichtjahre vom Paradise Resort entfernt. Was mich herzlich wenig interessierte. Gesicht waschen, flüchtig die Zähne putzen. Dann war ich weg. Minuten später weckte mich die irische Nationalhymne. Meine Hand schnellte zum Nachtkästchen, mein iPhone fiel auf den Teppich, doch die Jungs sang weiter. Ich tastete im Dunkeln herum, fand das Handy und schaltete ein. Brennan. Ich versuchte wach zu klingen. Sinnlos. Es war mitten in der Nacht. Ich hab sie doch hoffentlich nicht geweckt. Eine Anruferin, die Französisch sprach. Simone Anou. Mein halbwaches Hirn brachte den Namen nirgendwo unter. Von der DNS-Abteilung. Natürlich, Simone, was gibt's? Während ich auf Lautsprecher schaltete, fiel mein Blick auf den Wecker, 6.20. 20 nach 8 in Montreal. Ich hatte fast vier Stunden geschlafen. Sie haben uns doch Proben von einem Kindstodesfall an Sonja Sand gegeben. Als wir darüber redeten, meinten sie, dass die Identität ein Problem wäre. Simone ist eine sehr zielige Frau mit dem Selbstbewusstsein eines Ohrwurms. Ihre extreme Furchtsamkeit führt dazu, dass sie fast jede Aussage als Frage formuliert. Macht mich wahnsinnig. Ja. Wir haben etwas ausprobiert, das ein bisschen kontrovers ist. Ist das okay für Sie? Kontrovers? Wissen Sie, was BGA ist? Ben Gurion Airport. Biogeografische Abstammung. Toni Frodaques, sagte ich. Am Anfang des neuen Jahrtausends wurden in Baton Rouge, Louisiana, mehrere Frauen ermordet. Ausgehend von einem FBI-Profil und der Aussage eines einzigen Augenzeugen suchten die Ermittler einen jungen Weißen als den Serienmörder. Ohne Erfolg. Frustriert wandten sie sich an einen Molekularbiologen namens Toni Frodaques. Zu dieser Zeit wurde DNS von einem Tatort oder einem Opfer nur zum Abgleich mit Proben im CODIS, dem Combined DNA Index System verwendet, einer DNS-Datenbank, die ungefähr 5 Millionen Profile enthält. Wenn Ermittler eine Probe, aber kein Verdächtigen hatten, konnten sie sie durch die Datenbank laufen lassen, um herauszufinden, ob sie zu abgespeicherten Personendaten passte. CODIS ist zwar sehr nützlich, wenn man die Daten unbekannter Verdächtiger solchen Personen zuordnen will, die aufgrund früherer krimineller Aktivitäten bereits in der Datenbank sind, doch man kann damit keine Aussagen über Abstammung oder körperliche Merkmale treffen. Und das ist kein Zufall. Als das National DNS Advisory Board, also das Expertengremium für DNS Fragen, die Genmarker für die Verwendung in CODIS auswählte, die DNS-Sequenzen, die bekannte Orte auf den Chromosomen haben, schlossen sie ganz bewusst jene aus, die Rückschlüsse auf körperliche Merkmale oder geografische Herkunft zulassen. Man konnte es nicht riskieren, irgendeiner ethnischen Gruppe zu nahe zu treten. Kein Kommentar zu dieser politischen Argumentation. DNA Witness, der Test, den Fudakis entwickelte und im Bettenrush-Fall anwendete, benutzte eine Reihe von Markern, die genau deshalb ausgewählt worden waren, weil sie Informationen über körperliche Merkmale lieferten. Einige fanden sich vorwiegend in Personen mit indoeuropäischen Wurzeln, andere vorwiegend in solchen von afrikanischer, indigenamerikanischer oder südasiatischer Abstammung. Fudakis sagte der ermittelnden Sondereinheit, dass der Täter, den sie suchten, zu 85% subsahara-afrikanisch und zu 15% indigenamerikanisch war. Der Serienmörder von Bettenrush, der über DNS-Spuren mit sieben Opfern in Verbindung gebracht werden konnte, erwies sich als ein 43-jähriger Schwarzer mit dem Namen Derek Todd Lee. Verteilung dieser Genmarker wurde in Verbindung gebracht mit weitgefassten geografischen Regionen, was dazu führte, dass BGA und die Verwendung dieser Marker als wichtige genetische Komponente der Rassenunterscheidung anerkannt wurde. Aber man darf nicht vergessen, dass die Diversität dieser Marker im Verlauf der Jahrtausende durch historische Ereignisse manipuliert wurde. Völkerwanderung zum Beispiel. Während ich über Frudakis nachgedacht hatte, hatte Anu in den Vorlesungsmodus geschaltet. Wenn sie über Wissenschaft sprach, hörte man keine Fragezeichen. Die Leute kommen rum, sagte ich. Ja, Paläoanthropologen glauben, dass alle modernen Menschen von Populationen abstammen, die vor über 200.000 Jahren aus Afrika auswanderten. Zuerst ließen sie sich in fruchtbaren Halbmond nieder, der sich sichelförmig in etwa vom heutigen Ägypten bis zum persischen Golf erstreckte. Im Lauf der Zeit splitterten Gruppen ab und wanderten in alle Richtungen. Schließlich kamen einige über die Beringstraße bis nach Amerika. Große Entfernungen Was hat das mit dem Baby zu tun? Es war zu früh für die tiefschürfende Frage der evolutionären Molekularbiologie. Mit BGA-Markern kann man bestimmen, welchen Prozentsatz der DNS eine Person mit Afrikanern, Europäern, Asiaten oder Indigenen Amerikanern gemeinsam hat. Die Technik wurde auch in einigen anderen medienwirksamen Kriminalermittlungen angewendet. Soll ich das Verfahren erklären? Wenn sie sich kurzfassen, Der Test untersucht die Verteilung von 175 SMPs, die Informationen über die Abstammung enthalten. Sie verstehen? Ein SMP Single Nucleotide Polymorphism oder ein einzelner Nucleotid Polyformismus ist eine Variation einzelner Basenpaare in einem DNS-Strang, anhand der sich Angehörige einer Spezies unterscheiden lassen. Stark vereinfacht heißt das, dass es viele unterschiedliche Formen von Genen gibt. Im menschlichen Genom wurden Millionen von SMPs Ja, sagte ich. Verglichen mit anderen Spezies ist die genetische Diversität des Homo Sapiens minimal. Das liegt daran, dass unser gemeinsamer Ursprung relativ jung ist. Auf der DNS-Ebene sind alle Menschen zu 99,9% identisch. Es ist dieses winzige Eine Zehntel eines Prozents, das uns verschieden macht. Ich hörte Piepen, schaute auf das Handy-Display. Olli, jetzt schon? Ich war zwar neugierig, drückte aber auf Ignorieren. Nach Vodakis und andere Pflichten ihm dabei, ist etwa ein Prozent dieses Zehntels eines Prozents maßgeblich für unsere geschichtliche Entwicklung. Seine Methode untersucht dieses 0,01% um Unterscheidungsmerkmale zu finden, die die genetische Abstammung bestimmen. Inzwischen führen mehrere Firmen diese Art von Analyse durch, einige aus genealogischen Gründen, andere zur Unterstützung forensischer Ermittlungen. Sorenson Forensics hat ein Programm, das es LEADSM nennt. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die genetischen Marker des Babys aus Sonja Sound wurden verglichen mit Seuchen, die man in spezifischen Vergleichspopulationen findet. Ich wollte dieses Gespräch so schnell wie möglich beenden und Olli zurückrufen. Ja, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es zu 72% indigen amerikanisch und zu 28% westeuropäisch ist. Plötzlich war ich ganz ohr. Die Eltern des Babys sind indianisch? Die Mutter oder der Vater könnten als indigen amerikanisch eingestuft werden. Abstammung ist ja so ein komplexes. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr hilfreich. Tut mir leid, aber ich habe noch einen zweiten Anruf. Ich schaltete ab und wählte Ollis Nummer. Brennan hier. Du hast angerufen? Guten Morgen, Mondschein. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. War schon auf. Ich erzählte ihm von Anus Bericht. Das Verfahren ist ein bisschen kontrovers. Warum denn das? DNS Profile zur Rassenbestimmung? Ach ja, Ruben ist also indianisch? Indigen amerikanisch, sie oder der Vater des Kindes? Oder beide? Ja, warum hast du angerufen? Ich habe gute Neuigkeiten. Ihr habt Ruben? Nicht ganz so gut. Ich habe einen Anruf von Susan Forex bekommen. Sie ist unglücklich mit ihrer neuen Mieterin und will sie raushaben. Warum wirft sie sie nicht einfach raus? Madame weigert sich. Plötzlich kapierte ich, was das bedeutete. Das ist besser als ein Durchsuchungsbeschluss, sagte ich. Mit einer Fläche von 56.000 Quadratmetern und über 800 Geschäften ist die West Edmonton Mall das größte Einkaufszentrum Nordamerikas und das Fünfgrößte der ganzen Welt. Susan Forex wohnte nur einen Steinwurf entfernt, einen sehr kurzen. Um Viertel vor Acht bogen Olli, Ryan und ich in die Straße ein. Die Häuser standen dicht beieinander und waren alle vom selben Typ, manche mit großen Varanden an der Front und andere mit kaum mehr als einer Tür Schwelle. Blumenbeete oder Sträucher verdeckten die Fundamente, kleine Rasenflächen liefen bis zum Bürgersteig. Olli parkte vor einem zweistöckigen Gebäude mit grauer Wandverkleidung und schwarzen Fensterläden. Die Haustür war links. Eine überdachte Veranda lief von dort an der Front entlang. Reichlich mittelständisch. Ich konnte Olli nicht widersprechen. Es sah anders aus, als ich erwartet hatte. Was wissen wir über diese Mieterin? Sie Devereaux? Ein blitzblanker neuer Deckname, einer von mehreren. In Wirklichkeit heißt die Dame Norma Devlin. Sie ist 22 aus Calgary und landete vor zwei Monaten in Edmonton. Die Polizei von Calgary sagt, ihr Vorstrafenregister ist ziemlich lang, aber das meiste fällt unter Jugendstrafrecht und ist für uns ohne richterlichen Beschluss deshalb nicht zugänglich. Lauter Kleinigkeiten, jede Menge Bewährung, kein Knast. Was Devereaux auch getan hat, um Forex zu ärgern, Prostitution war es nicht. Nee, Olli löste seinen Sicherheitsgurt, dann wollen wir mal ein bisschen Zwangsräumen. Forex war binnen Sekunden an der Tür. Sie trug Jeans und ein blaues Baumwoll-T-Shirt über der Hose. Mit hinten zusammengefassten Haaren und ohne Make-up sah sie um Jahre älter aus als im Cowboy. Und müde. Hat ja lange genug gedauert, flüsterte sie. Guten Morgen, Foxy. Uns geht es gut, uns selber. Forex Blick flatterte an Olli vorbei und suchte schnell die Straße ab. Dann zog sie die Tür ganz auf und trat einen Schritt zurück. Sie bitten uns herein? Olli wollte eine explizite Einladung. Ja. Uns alle? Ja. Ihre Hand wischte schnell nach hinten. Olli trat ein. Ryan, meine Wenigkeit. Hinter uns schloss Forex schnell die Tür. Ich schaute mich um. Wir standen in einem vollgestopften Wohnzimmer, an das ich L-förmig ein vollgestopftes Esszimmer anschloss. Links führte eine Treppe nach oben, zwei Stufen bis zu einem Absatz, dann nach rechts ins Obergeschoss. Direkt vor uns lag die Küche. In einer Nische sah ich einen Mac-Computer mit einer Tabelle auf dem Monitor. Links und rechts davon stapelten sich Ordner und Ausdrucke. Schwarze lose Blatthefter standen dicht an dicht auf dem Regal darüber. Mir fiel auf, dass Olli die Büroecke ebenfalls musterte. Machen wir ein bisschen Gehaltsabrechnung? fragte Olli. Ich mache die Buchhaltung für ein paar Firmen, das ist völlig legal. Du kannst was. Warum gehst du dann auf den Strich? Weil ich es mag. Abwehrend. So, schaffen sie mir jetzt diese Schlampe aus dem Haus? Sagst du mir, warum du sie raushaben willst? Warum? Ich sag ihnen warum. Ich habe sie aufgenommen und sie hat mein Vertrauen missbraucht. Aurora zu Hause gelassen und so gut wie nichts verlangt. Zahlt sie die Miete nicht? Darum geht's nicht. Ich habe ihr meine Regeln klar gemacht. Wenn du in meinem Haus wohnst, benimmst du dich verdammt noch mal wie Doris Day. Keine Männer, kein Schnaps, keine Drogen. Forex Gesicht wurde mit jedem Wort röter. Wie dankt sie es mir? Jeden Abend guckt sie sich zu. Einmal kann ich das ja noch durchgehen lassen. Jeder macht mal Fehler. Aber diese junge Dame ist ein Hardcore Junkie. Hier, unter meinem Dach drückt sie und schnieft sie und was nicht sonst noch alles. Olli versuchte eine Frage dazwischen zu werfen, aber Forex hatte sich in Rage geredet. Ich komme heim vom Cowboy und wissen sie was sie macht? sitzt splitternackt in meinem Hinterhof. Eine Handfläche klatschte auf die blaue Baumwolle und singt. Es ist verdammt noch mal zwei in der Früh und sie macht vor meinem Haus Strip Karaoke. Haben sie Devereaux gebeten zu gehen? Jetzt klang Olli sehr geschäftsmäßig. Gleich nachdem ich ihr eine Decke über ihren fetten weißen Arsch geworfen habe, sie hat mich beschimpft, ist in ihr Zimmer gestürmt und hat sich eingeschlossen. Deshalb habe ich sie angerufen. Ist sie noch drin? Die Tür ist noch verschlossen. Sie haben keinen Schlüssel? Ich möchte mein Gesicht gern so behalten, wie es ist. Okay. Ich sage dir, wie es abläuft. Während wir Devereaux aufscheuchen, bist du verschwunden. Kein Kommentar, keine Einmischung, kein gar nichts. Okay, okay. Forex packte ihn am Arm. Die Bude, die auch Annelies Ruben hatte? Ja, ja, hab's schon kapiert. Es gibt nichts umsonst. Forex zog einen Schlüssel aus der Schublade eines Beistelltisches und warf ihn Olli zu. Aber bitte die Bude nicht auf den Kopf stellen. Alles, was Annelies hier gelassen hat, ist in einer Reisetasche im Schrank. Forex führte uns durch die Küche zu einer Hintertür, die auf eine kleine Terrasse vor einem gepflegten Rasenstück führte. Besitzte Vero eine Schusswaffe? Das war das Erste, was Ryan sagte, seit wir das Haus betreten hatten. Soweit ich weiß nicht, ist gegen meine Regeln, aber was soll's, die gnädige ignoriert sie ja. Als wir durch die Tür gingen, rief Forex uns nach, aber aufpassen, auf Turkey ist sie über des Hauses hinein. Ein kurzer Pfad aus Betonplatten führte zu letzterer. Die Tür war unverschlossen und wir gingen hindurch. In der Garage rauch es nach Öl, Benzin und schwach nach verfaulendem Müll. Ein silberner Honda Civic nahm fast den gesamten Raum ein. Direkt vor uns in einer winzigen Abstellkammer führte eine Treppe ins Obergeschoss. Wir Rora de Vero Verschwinde Hier ist die Polizei machen sie auf. Ich bin nicht angezogen. Wir warten. Wenn ihr meine Titten sehen wollt kostet das 20. Ziehen sie sich was an. Wenn sie keinen Durchsuchungsbeschluss haben können sie mich am Arsch lecken. Liegt ganz bei ihnen. Wir reden hier oder auf dem Revier. Leck mich. Wir haben Zeugen die Aussagen dass sie auf den Strich Nichts und erwiderte Olli deswegen sind wir nicht hier. Ach was wie komme ich dann zu der Ehre? Ein Kumpel hat sie singen gehört hat mich gebeten einen Plattenvertrag vorbeizubringen. Irgendetwas knallte gegen die Tür prallte dann auf den Boden Glas splitterte. Eine Augenbraue hochgezogen schaute Olli uns an. Ich komme jetzt rein. Mach doch was du willst ich hab noch ein paar Lampen. Olli steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte ihn. Nichts krachte gegen die Tür. Keine Schritte polterten über den Boden. Olli drehte sich, drückte die Tür mit der Handfläche auf und trat dann so weit wie möglich beiseite. Ryan und ich drückten uns noch enger gegen die Wand. Aurora saß zwischen Kissen und einem Chaos aus Bettzeug auf einer Bettcouch. Ich musste mich sehr beherrschen, um nicht zu schockiert zu wirken. Der Vero hatte erstaunlich blaue Augen und wasserstoffblonde Haare mit tief in die Stirn gezogenem Ansatz. Dunkle, hochgewölbte Brauen wuchsen über einem Nasenrücken zusammen, der sehr breit war und in himmelwärts gerichteten Nasenlöchern endete. Die dünnen Lippen waren geöffnet und zeigten weit auseinanderstehende, sehr schiefe Zähne. Ich kannte diese Symptomatik. Cornelia de Lange Syndrom, auch CDLS, eine genetisch bedingte Krankheit, die durch eine Genveränderung im 5. Chromosom verursacht wird. Der Vero saß mit ihren winzigen Händen auf den angezogenen Knien da. Nach der Länge von Oberkörper und Bein schätzte ich ihre Größe auf etwa die einer Mittelschülerin. Manche CDLS-Patienten haben verminderte intellektuelle Fähigkeiten. Ausgehend von dem Wortwechsel mit Olli bezweifelte ich, dass das bei Devereaux der Fall war. Wir kommen jetzt rein. Olli klang nicht mehr so ganz nach knallharter Bulle. Seinem Gesicht konnte ich ablesen, dass auch er schockiert war, so wie Ryan, der seine Reaktion allerdings besser versteckte. Devereaux sah einander den Raum betraten und der kaputten Lampe auswichen, die auf einem Fliesenrechteck vor der Tür lag. Das Zimmer war gut dreimal drei Meter groß. Neben der Bettcouch gab es einen Holztisch, zwei Stühle mit Armlehnen, eine Kommode und Regale, die mit einem Durcheinander aus Kleidungsstücken, Handtaschen, Toilettenartikeln und Magazinen vollgestopft waren. Von der Küchenzeile aus führte ein kurzer Gang zu einem Wandschrank und einem Bad. Beide Türen standen offen, beide Deckenlampen brannten. Bad und Kammer sahen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Kleidungsstücke, Bettwäsche, Make-up, Schmutzwäsche und eine Menge undefinierbares Zeug lagen auf dem Boden herum und hingen an Armaturen, Türknäufen, Handtuchhaltern, im Schrank und über der Duschstange. Olli nahm einen glänzenden grünen Morgenmantel von einem Stuhl Sie sagt, Sie hätten gestern eine ausgelassene Nacht gehabt. Devereaux hob eine Hand und eine nackte Schulter. Na und? Haben Sie einen Mietvertrag? Klar, hab ihn zusammen mit meinen Bausparverträgen in einem Bankschließfach. Dann haben Sie kein Recht, hier zu bleiben. Devereaux sagte nichts. Das war's, Aurora. Olli klang beinahe mitleidig. Devereaux schnappte sich eine kleine Plastikflasche vom Nachtkästchen, sie hob das Kinn und zog Antihistamin zuerst ins eine, dann ins andere Nasenloch. Neben dem Antihistamin sah ich auf dem Nachtkästchen eine halbleere Flasche Säurehämmer und einen Haufen zusammengeknüllter Papiertaschentücher. Ich erinnerte mich an ein weiteres Symptom von CDLS, Sodbrennen, das die Nahrungsaufnahme unangenehm machen kann und bekam Mitleid mit dieser kindlich wirkenden jungen Frau auf dem Bett. Während sich Devereaux mit einer Gründlichkeit schnäuzte, die ich bewundern musste, bewegte ich mich unauffällig in Richtung des Durchgangs, um mir den Wandschrank genauer anzusehen. Doch unserer feindseligen Gastgeberin entging mein Vorhaben nicht. Was zum Teufel treibt die da? Miss Forex hat im Wandschrank eine Reisetasche abgestellt, sagte ich. Wir sind berechtigt, sie zu durchsuchen. Miss Forex, neselte Aurora höhnisch, hat die Hirnleistung eines Salami-Brötchens. Sie war sehr freundlich zu ihnen. Die schweren Braunschossen überrascht in die Höhe. So würden sie das nennen, Freundlichkeit, ich bin ihr neustes Mitleidsprojekt. Mitleidsprojekt? Nimm die Entstellten auf und mach ihnen das Leben zum Paradies. War Annelies Ruben entstellt? Mein Mitleid verlor gegen meine Antipathie. Sie war nicht Miss Amerika, schnaubte Devereaux. Sie kannten sie? Ich hab von ihr gehört. Wo ist die Tasche? Kurz angebunden, Olli verlor jetzt ziemlich schnell die Geduld. Ohne Durchsuchungsbeschluss kriegen sie rein gar nichts. Na gut, dann versuchen wir es anders. Eine Vermieterin hat illegale Substanzen auf ihrem Grundstück gemeldet. Wie wär's, wenn wir die Bude auf den Kopf stellen und mit der da anfangen? Olli hob eine Schultertasche vom Boden neben dem Bett auf. Mist, Kerl. Olli zeigte auf den Morgenmantel. Umdrehen. Ryan und ich taten es. Olli nicht. Ich hörte eine Bewegung, das Rascheln von Stoff und dann einen dumpfen Schlag, als die Tasche auf dem Bett landete. Ausgezeichnet. Als Olli das sagte, drehten Ryan und ich uns um. Der Vero saß zur Seite gedreht, die Unterschenkel baumelten vom Matratzenrand, ohne dass die Zehen den Teppich berührten. Sie trug den Morgenmantel und die Leckmisch schnute von zuvor. Olli wiederholte seine Frage. Wo ist die Tasche? Ablage im Wandschrank. Ich glaube, sie sollten jetzt ein bisschen packen. Lieber fresse ich Hundescheiße, als noch einen Tag in diesem Loch hier zu verbringen. Die Tasche an die Brust gedrückt, rauschte Devereaux nach vorne und glitt vom Bett. Sie schnappte sich Shorts und einen Top aus dem Durcheinander im Schrank, ging ins Bad und knallte die Tür zu. Ryan, Olli und ich waren ihr dicht auf den Fersen. Der kürzeren an der anderen. Kleider, Oberteile und Röcke hingen an Bügeln, die meisten in grellen Farben und mit viel Glitzer. Auf dem Boden häuften sich knöcheltief Schuhe und Schmutzwäsche. Letztere füllte die Kammer mit einem schweißigen, sirupartigen Geruch. In der Ecke, wo das lange Brett der Ablage auf das Kurze stieß, entdeckte ich die Reisetasche. Ich stapfte durch das Gewirr aus Billigst Schick und schob die hängenden Sachen auseinander. An der Fußleiste lag eine Trittleiter. Als ich danach griff, fiel mir etwas ins Auge, das von einem großen Koffer halb verdeckt wurde. Mein Puls beschleunigte sich. Später Nachdem ich mich aus den Klamotten wieder befreit hatte, brachte ich die Leiter in Position. Ryan hielt sie fest, während ich die Sprossen hinaufstieg. Ich musste nur dreimal kurz ziehen, dann bewegte sich die Tasche. Dem Gewicht nach war nicht viel darin. Ich reichte Ryan die Tasche hinunter, der sie an Olli weiter gab. Dann kehrten wir ins Wohnzimmer zurück. Wasserrauschen hinter der Badtür deutete darauf hin, dass Davero noch mit ihrer Morgentoilette beschäftigt war. Vier Gegenstände lagen in der Tasche. Eine billige Plastiksonnenbrille mit einem gesprungenen Glas, eine Schneekugel mit Pandas und Schmetterling, ein rostiger Big-Rasierer, ein paar Sandalen mit Reifensohle, das wahrscheinlich noch aus der Woodstock-Ära stammte. Was ist mit dem Außenfach? Ich schaute nach. Leer. Stumm vor Enttäuschung standen wir alle da, als die Badtür aufging. Wir drehten uns um. Davero Haar war mit Kamm und Haarspray zu einer Hochfrisur aufgetürmt, ihr Gesicht eine Gauguin-Palette aus Farben, grün-lavendelfarbene Lider, rosige Wangen, rote Lippen. Wäre ihre Lage nicht so traurig gewesen, hätte man es lustig finden können. Ohne auf uns zu achten, ging Davero durchs Zimmer, kniete sich vor die Bettcouch und zog ein Koffer hervor. Mit wütenden Bewegungen fing sie an, Kleidung von den Ablagen und dem Boden hineinzuwerfen. Mit gesenkter Stimme berichtete ich Olli und Ryan, was ich hinter dem Koffer im Wandschrank gesehen hatte. Die Abdeckung lässt sich entfernen? fragte Ryan. Ich glaube schon. Ist vielleicht ein Zugang zu den Rohren im Bad? sagte Ryan. Glaubst du, noch ein totes Baby? Olli machte ein grimmiges Gesicht. Mein Blick wanderte zu Devereaux. Sie leerte eben zurück. Ich nickte. Wortlos kehrten wir zum Wandschrank zurück. Olli und ich sahen zu, wie Ryan den Koffer hinter der Kleidung hervorzerte. Die Abdeckung war etwa 30 Zentimeter im Quadrat und in den Ecken mit Nägeln an der Wand befestigt. Mein Blick wanderte durch die Kammer. Blieb an einem paar orangefarbenen Stilettos hängen. Ich nahm einen und gab ihn Ryan. Ryan stemmte die Absatzspitze unter die Oberkante der Abdeckung und drückte den Schuh nach oben. Die Nägel lösten sich problemlos aus der Wand. Alles genau wie in Sanja Sand. Ich hielt den Atem an, als Ryan die Abdeckung von der Wand zog. Die Öffnung klaffte schwarz und unheilschwanger. Olli zog eine Stablampe aus der Tasche. Ryan schaltete sie ein und richtete den Strahl in die Dunkelheit. Wie erwartet landete das winzige weiße Oval auf Rohren. Sie waren dunkel und mit ausgefranstem Isoliermaterial umwickelt. Ich beobachtete den ovalen Schein. Er wanderte über einen Abluftkamin. Ein Flansch. Nach links über ein horizontal verlaufendes Rohr. Rumpelnde Geräusche im Zimmer verrieten mir, dass Devereaux die Küchenschubladen und Schränke leerte. Das Oval wanderte zurück, tastete die rechte Seite ab und schwenkte dann nach unten. Sekunden vergingen. Ewigkeiten. Und da war es. Eingeklemmt in einer u-förmigen Biegung. Mir wurde schlecht. Das Handtuch war blau, mit einer kleinen Applikation auf einer Seite. Es war fest zusammengerollt. Das dicke Ende zeigte in unsere Richtung. Sollen wir den Medical Examiner rufen? Olli schüttelte den Kopf. Wir sollten erstmal sicher gehen. Will den Dock nicht umsonst herschleifen. Eine Stimme in meinem Kopf wies die brutale Realität dieses Anblicks zurück. Bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Ryan legte die Taschenlampe auf den Boden und machte mit seinem iPhone ein paar Fotos. Während ich die Sachen beiseite schob, um Platz auf dem Boden zu schaffen, griff Ryan in die Höhlung und zog das Bündel heraus. Beide Männer schauten mich an. Ich kniete mich hin und atmete einmal tief durch. Der Stoff war alt und riss sehr leicht. Die Schichten klebten fest aneinander, zusammengehalten von Flüssigkeiten, die längst geronnen und getrocknet waren. Mit zitternden Fingern versuchte ich, das Bündel zu öffnen, ohne Schaden anzurichten. klein und braun und umgaben einen fragmentierten Schädel. Mein Gott. Ich schaute hoch. Ollis Gesicht war kreidebleich. Mir wurde bewusst, dass er die anderen toten Babys nicht gesehen hatte. So behutsam wie möglich wickelte ich das Handtuch wieder zusammen. Das ist das Vierte, soweit wir wissen. Mit der Taschenlampe beschrieb Ryan noch eine letzte Runde durch den Hohlraum. Diese mörderische Schlampe hat eine Spur toter Babys von Québec nach Alberta hinterlassen. Und wir können sie nicht finden? Von Abscheu getrieben sprach Olli viel zu laut. Ryan stand auf. Wir finden sie. Rufen wir den MI, sagte ich. Um halb zwei standen Ryan und ich in Laborkluft vor einem Edelstahltisch zusammen mit Dr. Dövi Okeki, der erst seit kurzem für den MI wie von Alberta arbeitete. Okeki hatte die Vorarbeiten abgeschlossen. Fotos, Röntgenaufnahmen, Messungen, Beschreibung des äußerlichen Anscheins. Ich hatte mit einem trockenen Pinsel die Knochen ein wenig gesäubert und anatomisch korrekt angeordnet. Okeki sah nicht gerade aus wie ein Pathologe, eher wie ein Footballspieler aus der Highschool-Mannschaft. Er war ungefähr 1,90 und wog deutlich über 130 Kilo. Hätte ich ihn auf der Straße gesehen, hätte als ich im Büro des MI anrief, hatte eine Telefondame sich meine Geschichte angehört und mich dann zu Okeki durchgestellt. Er hatte mich nicht unterbrochen, als ich mich vorstellte und ihm von den toten Babys in Québec und dem in Susan Forex Haus berichtete. Wie erwartet hatte Okeki es vorgezogen, sich der gute Doktor sah aus, als entstamme er einer anderen Spezies. Er groß und dunkel, sie klein und blass. Ohne sich zu bewegen oder etwas zu sagen, schien Okeki ihr winziges Zimmer zum Bersten zu füllen. Okeki hatte ein paar Fragen gestellt und schweigend die Knochen betrachtet. Dann hatte er Devereaux befragt, die schwor, sie wisse rein gar nichts. Sie habe Ruben nie persönlich kennengelernt, nie einen Grund gehabt, die Abdeckung von der Schrankwand zu nehmen. Auch Forex wusste nichts, behauptete sie zumindest. Ihre schockierte Miene deutete darauf hin, dass sie wahrscheinlich die Wahrheit sagte. Olli hatte gewartet, bis Devereaux ihre Kostbarkeiten aus dem Wandschrank in einem zweiten Koffer verstaut hatte, dann fuhr er sie in ein Frauenhaus. Während die Techniker den Fundort fotografierten und bearbeiteten, fuhr Okeke die Überreste im SUV in die Leichenhalle. Ryan und ich fuhren mit ihm ins MI-Institut an der 116. Unterwegs erfuhren wir, dass Okeke aus Kenia stammte und in Großbritannien Medizin studiert hatte. Und das war's dann. Der Kerl war nicht sehr gesprächig. Und jetzt standen wir hier. Wie bei dem Baby vom Dachboden in Sanja Sand war auch von diesem Kleinkind nichts übrig außer einem Skelett und fragmenten vertrockneten Gewebes. Ohne das Fleisch, das ihn zusammenhielt, war der Schädel auseinander gefallen. Die einzelnen Schädelknochen lagen ausgebreitet da, wie eine Illustration aus einem Anatomiebuch. Bitte erläutern Sie mir das. Okekes Stimme war tief, sein Maasai Mara Zungenschlag überlagert von Jahren britischer Ausbildung. Das Baby war zum Zeitpunkt seines Todes mindestens Monatsmonate alt. Nicht voll ausgetragen? Hätte auch sein können. Falls ja, wäre es ausgesprochen klein gewesen. Aber der Fötus war eindeutig lebensfähig. Während ich meine Messungen und Beobachtungen erklärte, machte Okekes sich Notizen. Geschlecht? Das kann ich nur anhand der Knochen nicht bestimmen. Verletzung? Keine, sagte ich. Keine Brüche oder Hinweise auf körperlichen Missbrauch. Weitere Notizen. Todesursache? Die Knochen und die Röntgenaufnahmen zeigen keinen Hinweis auf Unterernährung, Krankheit oder Fehlbildungen. Ich dachte an das zusammengeknüllte Toilettenpapier im Hals des Babys aus der Fensterbank. Keine Einbringungen oder Fremdkörper. Was ist mit Abstammung? Die Wangenknochen könnten ziemlich breit gewesen sein, aber bei unverbundenen Knochen ist das schwer zu sagen. Und es kann sein, dass sich auf einem oberen Schneidezahn eine leichte Schaufelform gesehen habe. Was auf etwas hindeutet, was früher Mongolida Rassenhintergrund genannt wurde. Ja. Ich berichtete ihm von Simones DNS-Befund für das Baby aus dem Toilettentisch. Dieses Kind könnte also indigen amerikanische Abstammung sein? Wenn man davon ausgeht, dass es ein Geschwister oder Halbgeschwister des untersuchten Babys war. Gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass diese Kleinkinder von derselben Mutter stammten? Ich schaute Ryan an. Okeki ebenfalls. Wir haben keine Beweise, sagte Ryan. Noch nicht. Aber wir glauben, dass Annelies Room alle vier Babys auf die Welt gebracht hat. Okekis Blick verdüsterte sich. Wo ist diese Frau jetzt? Wir suchen nach ihr, sagte Ryan. Okeki wollte eben noch eine Frage stellen, als ein Telefon laut klingelte. Vier Schritte brachten Okeki zu einem Schreibtisch neben einem Waschbecken an der Rückwand des Autopsiesaals. Ich hätte für die Strecke mindestens sechs gebraucht. Okeki griff zum Hörer. Ja, Lorna? Eine Pause. Im Augenblick ziehe ich es vor, mit Wer ist dieser Mann? Wieder eine Pause, diesmal eine etwas längere. Woher hat Mr. White diese Information? Während er sich Lornas Antwort anhörte, wanderte Okekis Blick zu mir. Stellen Sie ihn durch. Lorna tat es. Dr. Okeki? Whites Stimme hatte mehr Druckstärke als Lornas. Das knisternde Nölen drang an Okekis Ohr vorbei. Ich darf diese Information nicht herausgeben, Sir. Das nächste Nölen endete in einem hohen Ton, was auf eine weitere Frage hindeutete. Tut mir leid, das ist vertraulich. Da ich unbedingt mit der Untersuchung fortfahren wollte, ging ich zur Arbeitsfläche, um das Handtuch auszubreiten, in dem das Baby eingewickelt gewesen war. Und täglich grüßt das Murmeltier, alles genau wie in Autopsiesaal vier. Dasselbe behutsame Drehen und Ziehen, dieselbe Angst, etwas Gespräch zu achten, schob ich die Finger hinein, hob an, schob tiefer hinein, hob weiter an. Millimeter um Millimeter löste sich der harte Kleister und die Falten öffneten sich. Schließlich lag das Handtuch ausgebreitet auf dem Tisch, nur noch eine Ecke war verklebt. Ich zog sanft daran. Mit einem Geräusch wie ein Klettverschluss lösten sich die Fasern voneinander. Ich schlug die Ecke zurück. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Diesmal war es kein Beutel mit Sand und kleinen grünen Kieseln. Fest mit dem Gewebe verklebt war ein Fetzen Papier. Mit der Spitze eines behandschuten Fingers versuchte ich, eine Ecke anzuheben. Nichts rührte sich. Das Ding war mit dem Frottee verschmolzen. Ich richtete die Luxulampe auf den Schnipsel und beugte mich darüber. Schriftzeichen waren zu erkennen, Großbuchstaben, schwarz auf blauem Untergrund. Über dem Schriftzug war etwas zu sehen, das ein weißer Rand hätte sein können. Ich drehte das Handtuch, um den Schriftzug zu entziffern. L-A-M-O-N-F-W-I. Ich spielte eben mit möglichen Bedeutungen und ergänzte Buchstaben an beiden Enden, als eine Bemerkung Okekis mich abrupt den Kopf heben ließ. Mir wurde gesagt, dass sie anrufen, weil sie Informationen zu Annelies Ruben haben. Ryan schaute zu mir. Seine braunen hoben sich leicht. Meine ebenfalls. Okekis wartete ein Nölen ab. Darf ich fragen, warum sie das interessiert, Sir? Das Nölen setzte zu einer längeren Erklärung an. Okekis ließ den Mann nicht ausreden. Sind Sie Journalist, Mr. White? Das Nölen ging weiter. Diesmal schnitt Okeki es ab, indem er den Hörer auf die Gabel knallte. War das ein Journalist? Fragte ich. Ein Mr. White, falls das sein echter Name ist. Für wen arbeitet er? Das ist unwichtig. Okekis deutete mit dem Klemmbrett auf die traurigen kleinen Knochen. Wie hat er von diesem Baby erfahren? Und von den anderen? Er wusste von den Fällen in Quebec. Ich konnte nichts Von mir hatte er es nicht oder von Ryan schnappte ich. Der implizite Vorwurf ärgerte mich. Weder Dr. Brennan noch ich sprechen über laufende Ermittlungen mit der Presse. Okeki bedachte nun Ryan mit dem wütenden Blick. Und doch wusste dieser Mann Bescheid. Die Informationen über dieses Baby können nur von Devereaux oder Forex gekommen sein. Ryan sprach mit sehr leiser und sachlicher Stimme. Oder von einem ihrer Techniker. Aber das alles erklärt nicht, wie er an die Informationen aus Quebec kommt. Oliver ist über alles Bescheid, dachte ich, sagte es aber nicht. Ryan rieb sich mit der Daumenkuppe über die Fingerspitzen. Irgendjemand ruft White an, behauptet, er hätte Insider-Informationen über eine Frau, die eine Spur toter Babys quer durch Kanada hinterlässt. Sagt, er verkauft sein werden könnte und beißt an. Ich will wissen, wer das getan hat. Okiki war so wütend, dass an seiner Schläfe eine Ader pochte. Wir auch, sagte ich. Werden Sie den RCMP Sergeant informieren, der vor Ort war? Aus einem undichten Wasserhahn tropfte es scheppernd in ein Edelstahlbecken. Ich habe etwas im Handtuch gefunden, sagte ich. Beide Männer folgten mir zu der Arbeitsfläche, beugten sich über das Tuch und betrachteten den kryptischen Schriftzug. Der Anfang des ersten Worts und das Ende des zweiten fehlen, sagte ich. Nicht unbedingt. Ich wollte Ryan eben fragen, was er meinte, als mein iPhone mal wieder die irische Nationalhymne spielte. Wo seid ihr? fragte Olli. Noch bei Okeki. Haben die Knochen euch irgendwas gesagt? Ruben fand Mutterschaft lästig. Was gibt's? Nachdem ich Devereaux im Frauenhaus abgesetzt habe, ein Vergnügen, das ich nicht wiederholen möchte, bin ich in die Zentrale gefahren, um zu sehen, ob es irgendwas Neues gibt. Hatte eine Nachricht von Constable Flunky. Heißt der ernsthaft so? Willst du es hören? Ich schalte auf Lautsprecher. Ryan ist bei mir. Damit der große Meister nur ja nichts verpasst. Jedenfalls, ich habe doch Rubens Foto im Umlauf gebracht und unsere Leute gebeten, es auf der Straße rum zu zeigen. Flunky hat es tatsächlich getan. Der Empfang war lausig. Olli klang immer wieder lauter und dann wieder leiser. Ich hob den Kopf und schaute, ob Ryan zuhörte. Er drückte Buttons auf seinem eigenen iPhone. Ein Angestellter bei Greyhound hat sich an eine Frau erinnert, die aussah wie Ruben und eine Fahrkarte nach Hay River kaufen wollte. Wann? Gestern. Wo liegt Hay River? Am Südufer des Great Slave Lake. In den Northwest Territories. Eins mit Stern für Erdkunde. War der Mann sicher, dass es sich um Ruben handelte? Nein, aber hört euch das an. Zuerst hat er sich geweigert, ihr ein Ticket zu verkaufen, und zwar wegen des Köters. Die Frau hatte einen Hund dabei? Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Ja, in Greyhound Bussen dürfen keine Haustiere befördert werden. Die einzige Ausnahme sind Blindenhunde und der gleichen. Und durfte sie einsteigen? Der Typ hatte schließlich Mitleid mit ihr In den Northwest Territories lebte eine große Dene-Population. Ich wollte das eben sagen, als Ryan mich aus der Bahn warf. Ich weiß, worum hin ist. Okeke und ich schauten Ryan skeptisch an. Sie versucht, nach Yellowknife zu kommen. Was sagt er? Ich ignorierte Olli und bedeutete Ryan mit der freien Hand, er solle weiterreden. Die letzte Buchstabenkombination ist ein vollständiges Wort. Ich führte mir den Papierfetz noch einmal vor Augen. Mont V ist ein Wahlbezirk für die gesetzgebende Versammlung der Northwest Territories. Und du weißt das weil? fragte ich ohne aufzusehen. Vor zwei Jahren habe ich in Montreal einen Jungen aus Mont V verhaftet, weil er in der Metro Station Guy Concordia mit Crack gedealt hat. 20 Minuten nachdem ich ihn anrufen lassen, erhielt ich einen Anruf von seinem MLA. Ryan benutzte die Abkürzung für Member of the Legislative Assembly, Mitglied der gesetzgebenden Versammlung. Was sagt er? Ohne auf das zu achten, was aus meinem Handy kam, las Ryan vom Display seines iPhones ab. Der Mont V Bezirk umfasst die Betroco, Gamma T, Vek W T und Watt T. Den Nähstämme. Ich Du denkst, L.A. ist das Ende von MLA? Das Fragment stammt wahrscheinlich von einem politischen Informationsblatt. Politiker verteilen die, damit die Wähler denken, sie tun was für ihr Geld. Der Mont V Bezirk ist in der Nähe von Yellowknife? Ryan nickte. Und die gesetzgebende Versammlung sitzt in Yellowknife. Das heißt nicht, dass Ruben dorthin gefahren ist. Was zum Teufel sagt er? Olli wurde immer wütender. Ich rufe zurück. Ich schaltete ab. Ich habe mir den Busfahrplan angeschaut. Wieder schwenkte Ryan sein Handy. Um von Edmund nach Yellowknife zu kommen, muss man den Greyhound nach Hay River nehmen und dann mit einem Bus der Frontier Linie weiterfahren. Es gibt keine Direktverbindung? Ryan schüttelte den Kopf. Außer nach Yellowknife? Wohin kommt man von Hay River sonst noch? Da gibt's nicht viele Orte. Ich überlegte einen Augenblick. Das passte alles zusammen. Ralph Trees hatte gesagt, Roberts, Rogers, Rodriguez spreche Englisch mit Akzent. Phoenix Miller glaubte, dass Ruben nicht aus Edmund stammte. Eine Frau, die Ruben sehr ähnlich sah, hatte versucht, einen Bus nach Hay River zu besteigen, mit einem Hund. Trees hatte gesagt, Roberts, Rogers, Rodriguez habe einen Hund. In der Wohnung in Saint-Hyacente hatte ein Wassernapf gestanden. Ein Fetzen, der wahrscheinlich aus einem Informationsblatt aus dem Monfils-Bezirk stammte, war zusammen mit dem Baby in das Handtuchbündel gelangt, das wir in Susan Forex Haus gefunden hatten. Außerdem hatten wir von Insektenspray mit zu bringen. Olli buchte uns auf eine Maschine der Canadian North, die um 20.30 Uhr abflog. Die schlechte Nachricht, wir würden erst nach 22 Uhr auf dem Flughafen von Yellowknife landen können. Die gute Nachricht, die Sonne ging erst sehr viel später unter. Olli brachte den Rest des Nachmittags und den frühen Abend damit zu, den Greyhound Angestellten noch einmal zu befragen und in Hay River, Yellowknife und anderen Orten anzurufen, von denen ich noch nie gehört hatte. Ronnie Scarborough, der Zuhälter, war endlich wieder aufgetaucht und Olli hatte ihn für ein Gespräch aufs Revier geladen. Ryan und ich würden um sechs dazustoßen. Anhand einer Liste, die Olli uns gegeben hatte, vertrieben Ryan und ich uns die Zeit in Edmonton damit, Bars und Hotels zu besuchen, die von Damen des horizontalen Gewerbes frequentiert wurden. Einige der Etablissements ließen das Kaube richtig schick aussehen. Wir zeigten Rubens Foto herum, fragten, ob irgendjemand sie kenne oder gesehen habe. Wir erfuhren zwei Dinge. In diesen Kreisen liegen drei Jahre weit jenseits des Erinnerungshorizonts und wir waren in dieser Welt so willkommen wie eine Schabeninvasion. Als wir in der RCMP Zentrale ankamen, erfuhren wir, dass Olli genauso viel herausgefunden hatte wie wir, nämlich rein gar nichts, was ihn verdammt sauer machte. Ronnie, Scar, Scarborough kühlte sein Mütchen in einem Verhörzimmer. Olli brachte uns in einen Raum, wo wir das Verhör über Monitor und Lautsprecher verfolgen konnten. Auf dem Bildschirm sahen wir ihn einen winzigen Raum betreten und einem Kerl gegenüber Platz nehmen, der aussah, als hätte ihn eine Castingagentur als Vorschlag für die Rolle eines New Jersey Mafioso geschickt. Er war drahtig, auf die Frettchenart, mit aknenarbiger Haut, tief liegenden Augen und einer Hakennase, die ihm fast über die vernarbte Oberlippe hing. Gold an Hals und Handgelenken. Nur das Tattoo, das sich vom Genick seitlich um den Hals wand passte nicht so recht ins Bild. Es sah aus wie ein stilisierter Vogel, der von einem Totenpfahl entflohen war. Wie läuft's gar? Ich will meinen Anwalt anrufen. Du bist nicht verhaftet. Scar zog die Füße an und stand auf. Dann bin ich jetzt weg. Hinsetzen! Scar blieb stehen, das Gesicht voller Verachtung. Olli klatschte eine Kopie von Rubens Polizeifoto auf den Tisch und drehte es gar zu. Der Nagerblick blieb auf Olli haften. Schau's dir an, Arschloch! Weißt du, wer das ist? Sagen sie ihrer Schwester, dass ich im Augenblick keinen Bedarf habe. Annelies Ruben. Meine Quellen sagen, du wärst ihr Zuhälter gewesen. Ich achte sehr darauf, unbegründete Gerüchte zu ignorieren. Das Project Care hat sie auf seiner Liste. Da wir nicht sicher sind, ob Ruben am Leben oder tot ist, denken wir, wir sollten uns ihre letzten bekannten Bezugspersonen näher ansehen. Scar vollführte ein eindrucksvolles, einseitiges Achselzucken. Und dabei mit ihrem Zuhälter anfangen. Scar zuckte noch einmal die Achsel, dieselbe. Mit einem Gerichtsbeschluss zur Überprüfung seiner Handydaten. Das dürft ihr nicht. Ich darf das, Olli deutete mit Nachdruck auf das Foto. Seufzend setzte Scar sich wieder und warf einen schnellen Blick darauf. Okay, ja, vielleicht ist sie das fette Mädchen, das mal eine Weile hier rumgehangen ist. Erstaunlich, wie das Gehirn funktioniert. Hab ich eben vergessen, ich hatte viel zu tun. Vielleicht sollten wir deine Belegschaft überprüfen, ein paar Ausweise kontrollieren, nachsehen, wie viele Kerzen diese Mädchen auf dem nächsten Geburtstagskuchen ausblasen werden. Das ist Belästigung. Wie alt war Ruben, als du sie auf die Straße geschickt hast? Scars Mund kräuselte sich zu einem schmierigen Grinsen. So war das nicht. Wie war's dann? Ich wollte nur helfen. Natürlich, du warst ihr Mentor. Scar schüttelte langsam den Kopf. Sie sind so verdammt bescheuert. Sie haben keinen blassen Schimmer. Bist du der Vater ihres Babys? Ruben hatte kein Baby. Doch hatte sie. Ist mir neu. Hast du ihr geholfen, es zu töten? Sie sind ja verrückt. Je länger ich zusah, umso widerlicher wurde mir dieses kleine Wiesel. Wo ist sie? Ich habe die Schlampe seit drei Jahren nicht gesehen. Tatsächlich? Ja. Warum? Weil sie weggegangen ist. Hat dich das wütend gemacht, dass Ruben einfach so verschwunden ist? Wir leben in einem freien Land. Hat Ruben für dich gedealt, Scar? Die blöde Kuh hat nicht mehr genug Hirn zum Nase bohren? Oder waren es die verlorenen Einkünfte? Eine Nutte weniger, die dir Geld gibt, damit sie stechern in Gassen einblasen darf? Das Mädchen war ein Wal keine Kröte wert. Hast du sie umgelegt? Als Botschaft an die Straße? Sie sind wirklich geisteskrank. Olli erkannte wohl die ersten Bruchlinien in der abgezockten Attitüde, denn er verlegte sich jetzt aufs Schweigen. Hören Sie, ich hoffe, dem Mädchen ist nichts passiert. Ehrlich, würde gern helfen. Olli lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Mit wem war sie zusammen. Soweit ich weiß, wohnte sie damals bei einer Tussi namens Foxy. Wenn Ruben aus Edmonton weggehen würde, wohin würde sie gehen? Ska hob Hände und blick zur Decke. Wie würde sie reisen? Hey Mann, ich sag's ihnen doch, ich weiß es nicht, mit dem Privatleben der Mädchen habe ich nichts zu tun. Jetzt reichte es mir. Meine Wut kochte über. dieser spitzärschige Wichser bringt die Mädchen auf Drogen, schickt sie auf den Strich, damit sie ihre Sucht bedienen können, verprügelt sie, beutet sie finanziell aus, aber er hat mit ihrem Privatleben nichts zu tun. Ryan packte meine Hand, die ich in die Richtung des Monitors gestoßen hatte. Ein Augenblick lang kreuzten sich unsere Blicke. So ging es weiter. Olli stellte Fragen, Scar beharrte darauf, nichts zu wissen. Um sieben brachte Olli den gewohnten Satz, dass Scar die Stadt nicht verlassen dürfe, dann stand er abrupt auf und verließ den Raum. Wir redeten wenig während der Fahrt zum Flughafen, des Eincheckens und der kurzen Wartezeit am Gate. Durch reinen Zufall durften wir termingerecht an Bord gehen, allerdings hatte mich ein böswilliger Gott neben schnallten uns eben an und schalteten unsere Handys aus, als die Stimme des Piloten aus den Lautsprechern kam. Ich wusste sofort, dass er keine guten Neuigkeiten hatte. Technisches Problem, 30 Minuten Verspätung. Heilige Mutter Gottes, warum starrten diese Flieger eigentlich nie pünktlich? Da eine Antwort sinnlos wäre, sagte ich nichts. Ich schlug einfach meinen Roman von Ian Rankin auf und fing an zu lesen. Sergeant Sensibel verstand den Wink nicht. Scar ist schon ne Marke, was? Ich hielt den Blick auf mein Buch gesenkt. Wir glauben, er versucht zu expandieren, seine Ware nach Norden in die Territories zu bringen. Ich blätterte um, verdammt. Inspector John Rebus würde mir wirklich fehlen. Der Mistkerl ist schlauer, als er aussieht, hält immer einen Anwalt zwischen sich und der Straße. Wir konnten ihm noch nie was anhängen. Keine Reaktion. Ich glaube, Scar weiß mehr über Ruben, als er sagt. Das erregte meine Aufmerksamkeit. Ich klappte das Buch zu und drehte mich zur Seite. Weißt du noch, wie der Kerl zu seinem Namen kam? Er hat ein Mädchen gebrannt markt. Es heißt, er hätte sie bis nach Sesketun verfolgt, wollte das als Warnung verstanden wissen. An wen? An jede, die daran denkt, bei ihm auszusteigen. Ruben verließ Edmonton vor drei Jahren. Warum sollte er so lange warten? Montreal ist groß und weit weg. Ruben änderte ihren Namen und hielt sich so bedeckt, dass Scar Radar sie nicht erfassen konnte. Jetzt ist sie wieder in seinem Revier. Und da ist noch ein Detail, das ich euch noch nicht erzählt habe. Ich wartete. Scar ist aus Yellowknife. Woher weißt du das? Wir versuchen seit Jahren den Mist Karl fest zu nageln. Wir wissen es einfach. Du glaubst, er hat es auf Ruben abgesehen? Es heißt, Scar hat vor, hier oben mitzumischen. Und dazu muss er zeigen, dass er mit harten Bandagen kämpft. Kälte kroch in mein Bauch. Warum dieses ungute Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte die Frau ihre eigenen Babys umgebracht und ihre Leichen entsorgt, ohne sich noch einmal umzusehen. Oder doch nicht? War es Rubens Entscheidung gewesen? Hatte es jemand anderes getan oder sie dazu gezwungen? In Montreal konnte Scar es nicht gewesen sein. Wer dann? Nichts ergab einen Sinn. Ich wandte mich zu Olli. Scar sagte, du hättest absolut keinen Schimmer. Was Ablenkungsmanöver? Scar will auf keinen Fall, dass ich seinen Arsch durchleuchte. Um 22.15 Uhr starteten wir endlich. Meine einzige Erinnerung an den Yellowknife Airport ist ein ausgestopfter Eisbär, der über der Gepäckabholung thronte. Ansonsten sehr viel Leere. Vor dem Terminal fegte eine Mischung aus Regen und Schnee diagonal übers Land. Und es war saukalt. Ein Sergeant Rainwater fuhr uns die kurze Strecke in die Stadt. Rain und ich saßen im Fond. Aus Fetzen der Unterhaltung vorne erfuhr ich, dass Rainwater bereits einige Ermittlungen für Olli angestellt hatte, Dinge, die wir auch in Edmund versucht hatten. Das Polizeifoto herumzeigen, nach Ruben fragen. Im Wesentlichen mit dem selben Ergebnis. Kurz nach Mitternacht kamen wir am Explorer Hotel an. Bei der Hinfahrt fiel mir die Lage auf einem Hügel auf, eine lange geschwungene Einfahrt und eine fast zwei Meter hohe Steinfigur, ein Inuksuk, die den Hügel bewachte. Zum Glück ging das Einchecken schnell. Und ebenfalls zum Glück hatte Olli kein Interesse, mich aufs Zimmer zu bringen. Dieses Zimmer befand sich im vierten Stock. Es hatte ein Doppelbett, eine Minibar, Mikrowelle, einen Flachbildfernseher und Ausblick auf ein Gewässer, dessen Namen ich am nächsten Morgen herausfinden wollte. Ich steckte mein iPhone in den Radiowecker und gönnte mir Wellenrauschen. Keine fünf Minuten später war ich eingeschlafen. Der Wecker zeigte 5 Uhr 42. Draußen hatte es aufgehört zu schneien, aber das namenlose Oval des Wassers sah dunkel und frostig aus. Die Luft im Zimmer fühlte sich eiskalt an. Ich entspannte die Finger, legte mich zurück und zog die Decke bis zum Kinn. Der Strand. Aus meinem iPhone kamen immer noch beruhigende Meeresgeräusche. Ich schlug die Decke zurück, rannte auf Zehenspitzen zu meinem Koffer, zog eine Jeans, ein langärmliges T-Shirt, mein graues Kapuzen-Shirt, Socken und Turnschuhe an. Im Juni. Willkommen in der Subarktis oder in der Tundra oder wo zum Teufel wir waren. Wasser aufs Gesicht, schnell die Zähne geputzt, die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Die Uhr zeigte sechs. In der wagen Hoffnung, dass das Hotel ein Restaurant hatte und dieses Restaurant bereits offen war, ging ich nach unten. Ein Glückstag. Der Traders Grill servierte Eier. Oder bereitete sich darauf vor. Eine Frau stellte Edelstahlwannen auf eine Reihe Leinen bedeckter Tische an einer Wand. Als sie meine Schritte hörte, drehte sie sich um und deutete zu einem Zweiertisch an der Fenster Reihe. Auf ihrem Namensschild stand Nelly. Nelly hatte schwarze Haare, die sie zu einem langen Zopf geflochten hatte, ihre Baumwollbluse und der lange weiße Rock verhüllten einen Körper, der sich am Bauplan eines Lastwagens zu orientieren schien. Ich setzte mich an den zugewiesenen Platz und suchte nach der Speisekarte. Da ich keine fand, lehnte ich mich zurück und schaute mich um. Nelly und ich waren nicht die einzigen Frühaufsteher. Zwei Männer saßen an einem Tisch neben einem jetzt kalten kreisrunden Kamin mit kupferndem Aufsatz. Beide trugen Jeans, Stiefel und karierte Hemden und hatten Bärte, die dringend gestutzt werden mussten. Nelly verschwand und kam Augenblicke später mit einer stehlernden Kaffeekanne und einem Becher aus dickem Porzellan wieder. Tut mir leid, das Buffet macht erst um sieben auf. Nelly hob fragend die Kanne. Ihre breiten Wangen und die kupferfarbene Haut deuteten auf indigene Abstammung hin. Ja, bitte. Nelly goss mir den Becher voll und stellte ihn mir hin. Ich kann Ihnen was zum Frühstück machen, solange es an meinem Kaffee. Mein Blick wanderte zum Fenster. Hinter der Scheibe sah ich eine Art Zenngarten. Steinhaufen dire Pflanzen, die aus einer Kiesfläche sprossen. Am Rand des Steingartens kreisten zwei riesige schwarze Vögel über einer Gruppe surreal hoher Tannen. Ich checkte, ob mein iPhone Empfang hatte. Vier volle Balken. Aber keine Voicemail und keine SMS von meiner Tochter. Ich überflog die E-Mails. 24, seit ich Edmonton verlassen hatte. Die meisten ignorierte oder löschte ich. Pete hatte mir eine kurze Nachricht geschickt, dass es Birdie gut gehe und dass er Boyd seinem Schauschau die Hölle heiß mache. Meine Schwester Harry hatte geschrieben, dass sie einen pensionierten Astronauten kennengelernt habe. Katie hatte mir einen Link für eine elektronische Einladung zur Brautparty einer Freundin geschickt. Okay, es ging ihr gut. Sie hatte nur viel zu tun. Olli hatte mir eine E-Mail mit einem Anhang geschickt, in der Betreffzeile stand, aufs Handy speichern. Neugierig lud ich das Dokument herunter und öffnete es. Annelies Rubens Polizeifoto, eingescannt und vergrößert. Auch wenn einige Details verloren gegangen waren, konnte man das Gesicht immer noch gut erkennen. Gut mitgedacht, Sergeant Hoffe, sie gehören nicht zu diesen Vegetariern. Ich war so auf Ruben konzentriert, dass ich Nelly nicht kommen gehört hatte. Ich habe ein bisschen Speck dazu gelegt. Speck ist gut. Ich legte das Handy weg und zog die Ellbogen an. Nelly stellte mir den Teller hin. Neben Eiern und Speck enthielt er Toast, Rösti und ein kleines braunes Objekt, dessen Zusammensetzung unklar war. Ist das alles, fragte sie. Ich nickte. Nelly zog eine Rechnung aus ihrem Rockbund. Noch Kaffee? Ja, bitte. Als sie sich über den Tisch beugte, fiel ihr Blick auf mein Handy. Rubens Gesicht war noch auf dem Display zu sehen. Nelly zog zusammen, als hätte sie einen Stromschlag abbekommen. Kaffee spritzte über den Tassenrand auf die Tischplatte. Tut mir weg. Vielleicht interessiert sie das. Wie beiläufig schaute ich auf das Foto. Ich glaube, diese Frau wurde in Yellowknife geboren. Ich hielt das Handy höher, damit Nelly das Display sehen konnte. Doch sie starrte auf ihre Schuhe. Ihr Name ist Annelies Ruben. Keine Reaktion. Kennen Sie sie? Ich muss wieder an die Arbeit. Ich muss sie finden, es ist wichtig. Ich muss noch das Buffet fertig herrichten, bevor ich gehen kann. Ich kann ihr vielleicht bei einem Problem helfen. Sekunden verstrichen. Ich war mir sicher, dass Nelly wusste, wer oben war, vielleicht sogar, wo sie war. Ich wollte eben einen letzten Versuch wagen, als sie fragte, was für ein Problem. Tut mir leid, das wäre ein Vertrauensbruch. Nun schaute Nelly mich endlich an. Ich spürte, dass sie versuchte, meine Gedanken zu lesen. Geht's um Horace Tyne? Was wissen sie über Tyne? Blöffte ich mit Wissen, das ich gar nicht hatte. Was wissen sie über Tyne? Nelly hatte das offensichtlich durchschaut. Langsam, Brennan, verschreck sie nicht. Hören Sie, Nelly, ich kann gut verstehen, dass Sie keinen Grund haben, mir zu trauen, aber ich versuche wirklich, Nein. Ihr Gesicht versteinerte sich blitzartig. Falsche Antwort. Kleines Hotel. Große Gerüchte Küche. Zweifellos hatte Nelly Gerede über Ryan und Olli gehört. Aber ich bin mit zwei Polizeibeamten hier. Ich versuchte, die Scharte auszuwetzen. Sie wissen aber nicht, dass ich ihnen diese Fragen stelle. Warum sind sie hier? Wir glauben, dass Ruben sich möglicherweise selber in Schwierigkeiten gebracht hat. Und die Polizisten wollen sie retten. Ja. Wortlos drehte Nelly sich um und ging davon. Aber ich hatte einen Namen herausgefunden. Horace Tine. Brillant. Eine andere Kellnerin erschien und führte mit viel Klappern und Klirren die Vorbereitungen für das Frühstücks Buffet weiter. Ich hob den Becher, um den Rast Kaffee auszutrinken. Mitten in der Bewegung hielt ich inne. Nelly hatte gesagt, es sei ihre Aufgabe, das Buffet zu organisieren. Erst dann könne sie gehen. Wo war sie also? Nachdem ich meinen Namen und die Zimmernummer auf die Rechnung geschrieben und sie abgezeichnet hatte, stürzte ich in die Hotelhalle. Nelly lief eben durch die Vordertür. Ryan anrufen? Olli? Nelly verschwand bereits die Einfahrt hinunter. Ich rannte hinter ihr her. Morgen Nebel. Dick wie Omas Bratensauce wirbelte im Schein des Hotelschilds. Obwohl die Sonne den nächtlichen Himmel nie wirklich verlassen hatte, musste sie sich für den Tagesanbruch erst wieder organisieren. Mit anderen Worten, die Sicht war beschissen. Aber ich hatte den Vorteil der Höhe. Nellys Oberkörper war zwar in eine dicke graue Jacke gehüllt, die mit dem Nebel verschmolz, doch ihr leuchtend Roter Rock war gut zu erkennen. Als ich unter dem Vordach hervortrat, verschwand das Scharlach-Rote Signal eben um die Biegung. Ich lief die Straße hinunter. Auf halber Strecke nach unten war mein Objekt plötzlich verschwunden. Ich lief schneller. Am Fuß des Hügels schaute ich nach links und nach rechts. Der Rote Rock schwang den Veterans Memorial Drive entlang, der um diese Tageszeit so gut wie verlassen war. Als ich abbog, bereute ich es bereits ohne Jacke aus dem Haus gelaufen zu sein. Beim Ausatmen wehte mir Dampf von den Lippen. Ich folgte Nelly zur 50th Street und bewegte mich dabei schnell genug, um etwas Körperwärme zu erzeugen, aber auch so langsam, dass ich zwischen uns Abstand halten konnte. Schon bald traf die 50th Street auf die 50th Avenue. Sehr kreativ. Ohne auf Grün zu warten, lief Nelly über die Kreuzung. Einen halben Block unterhalb der 50th Street sah ich eine lange orange Markise an einem dreistöckigen Gebäude, das schon bessere Tage gesehen hatte. Ein Schriftzug auf der Markise und dem Stuck des zweiten Stocks identifizierte den Bau als Gold Range Hortel. Ohne zu zögern zog Nelly die Eingangstür auf und eilte hinein. Ich zog mein iPhone aus der Jeans und tippte Reins Nummer. Meine Hand zitterte vor Kälte so heftig, dass ich die Tasten verfehlte und es noch einmal versuchen musste. Voicemail. Ich hinterließ eine Nachricht. Ruf mich an, sofort. Während mein Blick zwischen dem Gold Range und dem Handy hin und her zuckte, versuchte ich es bei Olli. Ich hinterließ dieselbe Nachricht als SMS und Voicemail. Schliefen die beiden Trottel noch? Hatten sie ihre Handys abgestellt? Waren sie bereits unterwegs? Unwahrscheinlich. Nach weniger als sechs Stunden Schlaf. Ich überlegte, welche Möglichkeiten ich hatte. Reingehen, warten, wie lange, den ganzen Blödsinn lassen und ins Hotel zurückkehren. Unter dem Kapuzenschirt und dem dünnen Baumwollhemdchen froh ich so sehr, dass mein ganzer Körper mit Gänsehaut bedeckt war. Ich bewegte die Arme auf und ab. Wo zum Teufel waren Ryan und Olli? Ich schaute auf die Uhr. Zehn nach sieben. Entscheidung. Ich würde bis halb acht warten und dann das Hotel stürmen. Wenn ich bis da nicht an Unterkühlung gestorben war. Allmählich veränderte der eisige Nebel die Farbe. 7 17 alles still am Gold Range. 7 20 Überwachungen waren offensichtlich nicht so herzrasend aufregend, wie sie oft dargestellt wurden. Ich wollte eben meinen Plan ändern und zur Phase 2 übergehen, als die Tür aufging. Mit gesenktem Kopf trat Nellie auf den Bürgersteig und kam direkt auf mich zu. Ich muss zugeben, jetzt legte mein Herzmuskel noch ein Zahn zu. Bevor sie die Ecke erreicht hatte, ging Nellie schräg über die 50th Street und bog rechts in die 50th Avenue ein. Eine Dampfschwade der Erleichterung ausstoßend eilte ich ihr nach. In Yellowknife herrschte inzwischen rege Betriebsamkeit. Was hieß, dass ich auf der Hauptstraße nun die Menschen sehen konnte. Irgendwo hinter der 44th Street wurde aus der 50th Avenue die Franklin. Im Vorüberlaufen prägte ich mir die Straßennamen und die Abzweigungen ein, die ich nahm. Einige Blocks hinter der School Draw Avenue bog Nellie nach rechts auf die Hamilton ein und dann noch einmal auf einen Kies Weg. Auf einem Schild an einem Felsbrocken stand Wrecked S Avenue. Einen solchen Namen würde man in der Queen City nie finden. Nellie trottete die Wrecked S hoch. Offensichtlich hatte sie immer noch nicht bemerkt, dass ich ihr folgte. Ich blieb kurz an der Einmündung stehen, weil ich Angst hatte, dass meine Schritte auf dem Kies mich verraten würden. Die Sonne stand jetzt schon höher und brannte den Nebel weg. Details wurden klarer. Ein Wohnviertel mit braunen Rasenflächen bis zur Straße und tief hängenden Versorgungsleitungen. Ich rochfischiges Wasser und brackigen Schlamm und spürte in der Nähe einen See. Der architektonische Tenor des Viertels war nördlicher Eintopf. Die neueren Häuser wirkten wie aus Fertigteilen Jedes Haus hatte mindestens ein Außengebäude, einen verrosteten Tank und einen Stapel Feuerholz. Und, wie ich vermutete, Bewohner, die Fremden gegenüber eher feindselig eingestellt waren. Hunde? Ich verdrängte den beunruhigenden Gedanken. Als Straße machte Wreckt es nicht viel her. Nur zwei Blocks lang. Ohne sich ein einziges Mal umzuschauen, ging Nelly bis zum hinteren Ende und eine Kieseinfahrt hoch und betrat dann ein Haus, dessen Bewohner in der Sommerlager Bewegung tiefer wurzelt sein mussten. Ohne den frühmorgendlichen Eindringling zu bemerken oder zu beachten, döste Wreckt es vor sich hin. Die Haut kribbelnd vor Kälte und Angst schlich ich weiter. Kein Rottweiler bellte, kein Pitbull sprang mich an. Na also, ich ermittelte. Das Haus, das Nelly betreten hatte, war kaum mehr als eine Holzhütte mit einer Innenfläche von vielleicht 80 Quadratmetern. Ein schlampig aus Holz und Plastik zusammengebasteltes Gewächshaus lehnte an einer Wand des Hauses, ein windschiefes Vordach ragte von der anderen herab. Und jetzt? Bis hierher hatte Warten ganz gut geholfen. Ich beschloss es noch ein bisschen länger zu tun. Ich benutzte einen kleinen Schuppen auf der anderen Seite als Unterstand und beobachtete von dort aus die Straße. Keine SMS. Ich rief Ryan an und nannte ihn meinen neuesten Aufenthaltsort. Ich schlang die Arme um den Oberkörper und steckte die Hände unter die Achseln. Um 8.15 Uhr war meine Begeisterung für Überwachung und Ermittlung tiefer gesunken als meine Körperkerntemperatur. Was sollte das Ganze? Ich kannte die Adresse. Wir konnten später noch einmal herkommen und nachsehen, ob Ruben hier war. Hin und wieder gebe ich mir selber einen guten Rat. In seltenen Fällen nehme ich ihn auch an. In diesem Fall leider nicht. Bevor ich mich davon machte, beschloss ich, noch einen kurzen Blick zu riskieren. Ein schneller Blick nach links und nach rechts, dann huschte ich die Einfahrt hoch und um die Vorderseite des Hauses herum. Ich schlich mich unbemerkt, wie ich hoffte, am Grill vorbei und rückte mich hier draußen um mich herum nichts als Stille. Ganz behutsam löste ich die rechte Schulter von der Wand und drehte mich nach links. Zwecklos. Jalousien aus dünnem Metall versperrten den Blick ins Innere. Sie waren ganz heruntergelassen, die Lamellen dicht geschlossen. Ich drehte mich nach rechts und versuchte das gleiche Manöver an einem Fenster, dessen unterer Rand mir etwa bis zur Schulter reichte. Noch eine geschlossene Jalousie. Ich wollte schon aufgeben, als ich etwas durch die Wand dringen hörte, das wie Kläffen klang. Rubens Hund? Wie elektrisiert schlich ich zur Rückwand des Hauses. Eine Holztreppe mit drei durchgetretenen Stufen führte zu einer Tür in der Mitte der Rückwand. Zwischen der linken Hausecke, wo ich stand, und der Treppe befand sich ein weiteres, etwas höheres Fenster. Ich konnte es aus meinem Blickwinkel nicht direkt sehen, doch der ging ich um die Hausecke herum und drückte mich an der Rückwand entlang. Acht Schritte brachten mich zum Fenster und einer flachen Grube genau darunter. Sie schien von Hand ausgehoben zu sein und war mit einer Plastikplane ausgelegt, der Rand mit Steinen beschwert. Ein Gartenschlauch schlängelte sich von der Grube zu einem Hahn am Haus. Umgeben von schwarzem Schlamm und zu etwa zehn Zentimetern mit trüben grün irisierendem Wasser gefüllt, wirkte das Ding wie ein Keuteich aus der Hölle. Vom hinteren Tümpelrand aus versuchte ich in das Haus zu spähen. Doch von dort aus konnte ich durch den Spalt unter der Jalousie rein gar nichts erkennen. Ich schätzte den Abstand zwischen dem vorderen Rand des Tümpels und der Hauswand. Ein guter halber Meter, kniffelig, aber ich konnte dort wohl stehen. Die Handflächen ans Holz gedrückt schob ich mich langsam an der Wand entlang. Der Schlamm fühlte sich glitschig und schwankend unter den Sohlen meiner Turnschuhe an. Zwei Schritte und ich stand vor dem Fenster. Das Brett hatte ich etwa auf Nasenhöhe. Ich krallte mich mit den Fingern fest und zog mich auf die Zehenspitzen hoch. Das Licht brannte nicht, dennoch zeichneten sich im dämmerigen Innenraum einige Gegenstände ab. Der obere Teil eines Gefrierschranks, eine Wanduhr in Gestalt eines Fisches, ein sehr erfolgreicher Streifen Fliegenpapier. Ich wollte eben noch einen Schritt nach links machen, als etwas Hartes mein Schienbein traf. Feuer schoss mir das Bein hoch, ich unterdrückte einen Schrei. War ich gebissen worden, geschlagen? Bevor ich nach unten schauen konnte, schlangen sich Tentakel um meine Knöchel, drückten zu. Ich wurde von den Füßen gerissen, schwarz und irrisierendes Grün rasten auf mein Gesicht zu. Meine Füße schnellten in die Höhe. Ich knallte mit Ellbogen und Kinn auf den Boden. Die unsichtbaren Tentakel zerrten heftig und zogen mich zuerst durch Schlamm, dann über Fels. Mein Gesicht kippte nach unten. Fauliges Wasser füllte Augen, Nase, Mund. Ich konnte nicht sehen, nicht atmen. Voller Angst suchte ich nach Halt, ertastete den Rand des Keuteichs, klammerte mich mit beiden Händen fest. Mein Oberkörper schlitterte über Schlamm voller Dinge, die ich mir nicht vorstellen wollte. Mein Kopf tauchte auf. Nach atemringend und immer noch blind versuchte ich mich auf den Rasenstreifen zu ziehen, von dem man mich gerissen hatte, spürte Widerstand, die Klammern um meine Knöchel. Mein Hirn suchte nach einer Erklärung, als meine Füße wieder hochgerissen wurden. Mein Rückgrat überdehnte sich, die Lendenwirbel krachten aufeinander und schossen Schmerzpfeile in mein Hirn. Mein Körper kippte nach hinten, weg vom Haus. Ich verlor den Halt. Das Kinn knallte auf Stein. Dann war mein Kopf wieder unter Wasser. Die Arme folgten, die Fingerschabten über schleimbedecktes Plastik. Wie ein Fisch am Haken spürte ich, wie ich mit den Füßen aus dem Tümpel gezogen und auf den Rasen geworfen wurde. Mit hämmerndem Herzen stemmte ich den Oberkörper hoch. Keuchend versuchte ich zu verstehen. Die Füße wurden hochgerissen, ich landete wieder im Dreck. Ich versuchte mich umzudrehen. Ein Stiefel zwischen den Schulterblättern drückte mich auf den Bauch. Ich lag flach im kalten schlammigen Gras. Was wollen Sie hier? Die Stimme war hoch, aber männlich und ziemlich unfreundlich. Ich suche jemanden. Wen? Annelies Ruben. Keine Antwort. Ich dachte, sie könnte im Haus atmete unkontrolliert. Schweigen. Ich habe wichtige Informationen. Aus dem Augenwinkel sah ich eine dunkle Silhouette in den Himmel ragen. Ich muss sie finden. Und so machen sie das? Indem sie in irgendwelche Fenster spähen? Ich habe nur versucht, schon mal dran gedacht, an die Tür zu klopfen. Er tappt. Ich wollte nichts Böses. Woher weiß ich, dass sie nicht das Haus ausräumen Ich hörte Nylon rascheln, dann verschwand die Silhouette aus meinem Gesichtsfeld. Ich drehte mich um und wischte mir schlammig nasse Haare aus den Augen. Dann schaute ich hoch. Mein Angreifer war mittelgroß, mit einem muskulösen Körper in Jeans und dunkelblauer Windjacke. Seine Haut war walnussbraun, die Augenfarbe schwarz wie alter Kaffee. Die Haare waren zu einem glänzenden schwarzen Helm gegelt. Mir fiel auf, dass seine Hände aufgerissen und ledrig waren. In der linken hielt er ein Seil mit einer Schlinge an einem Ende und drei langen Strängen am anderen. Die Stränge endeten in schräg abgeschnittenen Knochenstücken, die meine Knöchel umschlang. Die Kaffeeaugen musterten mein Gesicht, schätzten mein Gefahrenpotenzial ein. Darf ich? Ich suche nach Annelies Ruben. Kennen Sie sie? Eins weiß ich sicher, sie kenne ich nicht. Endlich hatte ich die Füße frei. Als ich aufstand, wickelte sich der Mann das Seil in gleichmäßigen Schlaufen um eine Hand. Ausweis? Was? Scheiße. Führerschein, Krankenversicherungskarte, irgendwas mit einem Foto. Ich habe nichts bei mir. Ich habe eine Beschwerde erhalten, dass jemand in der Rack-as-Road Nase an der Scheibe und jetzt erzählen Sie mir, Sie können sich nicht ausweisen? Ich wohne im Explorer. Ich heiße Temperance Brennan. Ich bin forensische Anthropologin. Meine Zähne klapperten. Ich bin wegen einer offiziellen polizeilichen Angelegenheit in Yellow Knife. Und zu dieser Angelegenheit gehört das Ausspionieren von arglosen Bürgern? Ich hatte zwar keine Ahnung, wer der Kerl war, aber auch keine andere Ryan, Annelies Ruben, die wegen Ronnie Scarborough vielleicht in Gefahr war. Der Mann hörte mir mit neutraler Miene zu. Ich habe ein Handy. Wir könnten Detective Ryan oder Sergeant Hasty anrufen oder Sergeant Rainwater. Er gehört zur G-Division. RCMP hier in Yellow Knife. Als ich merkte, dass ich plapperte und keine Einwände hörte, zog ich mein iPhone aus der Tasche und drückte mit zitterndem Daumen auf die Eintaste. Nicht. Ich noch einmal. Weder drücken noch schütteln konnte das Display aktivieren. Scheiße. Scheiße. Ich hob den Kopf. Die Miene des Mannes war immer noch unergründlich. Es ist tot. Keine Reaktion. Anscheinend ist es im Keuteich nass geworden. Ohne mich aus den Augen zu lassen, zog der Mann ein Handy von seinem Gürtel und drückte auf Kurz Wahl. Sepp Jocker. Ist Rainwater da da? Eine Pause. Schön für ihn. Kennst du einen Kerl von der K-Division namens Oliver Hastie? Pause. Ist er in der Stadt? Lange Pause. Ist Hastie allein unterwegs? Pause. Marcy? Jocker klemmte sich das Handy wieder an den Gürtel, verschränkte die Arme und schaute mich sehr lange an. Schließlich sagte er Vorschlag Sie schauen dass Sie ins Explorer zurückkommen und danach bleiben Sie bei Ihren Freunden okay? Jockers Haltung reizte mich tierisch. Wer war er dass er mir Befehle erteilen konnte? Andererseits sehnte ich mich danach in mein Zimmer zurückzukehren und mir ein sehr heißes Bad einzulassen. Außerdem hatte ich keine andere Wahl. Ich nickte. Ohne ein weiteres Wort ging Jocker davon. Während ich direkt es hochjoggte fragte ich mich wer der Kerl war. Warum hatte er mich mit einer Bohler von den Füßen gerissen? War er nur ein wachsamer Nachbar, ein Verwandter des Hausbesitzers, eine Art Polizist? Jocker kannte Rainwater. Aber wir waren ein Yellowknife, Bevölkerung unter 20.000, kannte da nicht jeder jeden? Es war definitiv nicht mein Tag. Ich bog eben wackelnd weiter den Hügel hinunter. Ich landete so heftig auf dem Hintern, dass mir die Luft weg blieb. Ich rang noch nach Atem, als ich Kies knirschen und dann ein lautes Johlen hörte. Fünf Meter Hügel abwärts saß ein Junge rittlings auf einem klobigen roten Schwinn, das irgendwann in den Fünfzigern vom Band gerollt sein musste. Laut lachend deutete der Junge mit knochigem Finger auf mich. Sie sehen aus wie meine Oma, als sie in den Schweinekoben gefallen ist. Und du siehst aus, als hättest du die Stützräder dran lassen sollen. Der Junge war schlachsig und reichte mir ungefähr bis zum Kinn. Sein Körper in dem schlabbrigen Trainingsanzug war knochendirr. Ich schätzte sein Gewicht samt triefnassen zu hervorquollen. Eine Narbe auf der Oberlippe deutete auf eine chirurgisch korrigierte Gaumenspalte hin. Mann, sie sehen echt scheiße aus. Da musste ich ihm recht geben. Mein Kinn war aufgeschirft, die Haare waren nass, meine Kleidung war tropf nass und schlamm verschmiert. Solltest du nicht im Kindergarten sein? Albern, aber der kleine Affe provozierte mich. Ich setzte Nellie Snook Ich prägte mir den Nachnamen ein. Was machen Sie hier in Old Town? Ich suche nach einer Freundin, Annelies Ruben. Warum suchen Sie sie? Ich muss ihr etwas geben. Geben sie her, ich fasse ihr rüber. Du kennst Nellie Snook also? Hab ich nie behauptet. Kennst du Annelies Ruben? Ist das eine alte Schachtel wie sie? Wie heißt du? Binnie? Binnie was? Binnie geht dich nichts an? Ich war mir sicher, dass Binnie davon radeln würde, wenn ich auf die Franklin einbog. Er tat es nicht. Nach einem halben Block kam mir ein Gedanke. Kennst du einen Horace Tyne? Jeder kennt Horace. Warum das? Macht ein auf Ökosoph. Ökologe? ihm übers Gesicht. Viele Leute kommen auf den Umweltschutz. Warum ist Horace so besonders? Die anderen klopfen nur Sprüche. Horace macht was. Soll heißen? Soll heißen, dass er versucht, das Karibu zu retten und solche Sachen. Wie will er das Karibu retten? Indem er ein Reservat gründet. Keiner kann den Herden was tun, wenn sie in einem Reservat sind. Wieder dachte ich, dass der Junge sich jetzt aus dem Staub machen würde. Wieder hatte ich mich getäuscht. Im Gehen überdachte ich noch einmal meine Unterhaltung mit Nelly. Ihre Frage hatte auf eine Beziehung zwischen Ruben und Tine hingedeutet. Dieser Junge kannte Tine. Binnie und ich näherten uns der 43rd Street, als das Geräusch eines Motors uns beide aufschreckte. Ryan saß am Steuer eines Toyota Camry. Er war von hinten herangefahren und kroch jetzt am Bordstein entlang. Durch die Windschutz Scheibe sah ich ihn auf Parken schalten. Nicht sehr sanft. Ich ging zu dem Camry, Binnie schaute zu, einen Fuß fluchtbreit auf dem Pedal. Ich bückte mich lächelnd und klopfte ans Fenster der Beifahrerseite. Anstatt die Scheibe herunter zu lassen, riss Ryan an seinem Türgriff, stieg aus und kam um den Kofferraum herum. Was soll die Scheiße Brennan? Reins Ausdruck war eine wilde Mischung aus Wut und Erleichterung. Wo zum Teufel warst du? Binnie drückte die Ellbogen nach oben und umklammerte die Griffe des Lenkers fester. Da ich wusste, dass der Junge gleich davon sausen würde, versuchte ich, die Spannung mit Humor Hast du meine Anrufe nicht bekommen? Ich habe deine Anrufe bekommen. Mein Daumen ist schon ganz wund vom Zurück Rufen. Ich hatte Ryan noch nie so erregt gesehen. Mein Handy hat ein kleines bisschen Wasser abbekommen. Wieder breitete ich die Arme aus. Nun fiel Ryan zum ersten Mal mein Zustand auf. Normalerweise hätte er sich über mein Apricoy aussehen lustig gemacht. Doch jetzt donnerte er weiter. Das ist absolut amateurhaft Brennan. Wirfst du mir unprofessionelles Verhalten vor? Nachlässigkeit? Gedankenlosigkeit? Dummheit? Verantwortungslosigkeit? Soll ich weitermachen? Kann sein, dass ich Ruhm gefunden habe. Ryan war in Rage und hörte kein einziges Wort. Wir sind nicht wegen einem Pfadfinder Treffen hier. Scar und seine Kumpel spielen mit harten Bandagen und er meint es sehr ernst. Mach's nicht so dramatisch. Jeder Polizist in Yellowknife sucht nach dir. Ist das dramatisch genug? Bei diesem Satz raste Binnie mit wild strampelnden Beinen den Block hoch. An der Ecke bog er ab und verschwand. Na, das war jetzt unprofessionell. Nun starrte ich Ryan ebenso böse an wie er mich. Steig ins Auto. Ryan ging um mich herum und riss die Beifahrertür auf. Der Junge hat vielleicht nützliche Informationen. Steig ein. Ich rührte mich nicht. Steig verdammt noch mal ein. Ich warf mich auf den Beifahrersitz, knallte die Tür zu, schnallte mich an und verschränkte die Arme vor der Brust. Ryan setzte sich hinters Steuer. Seine Kiefermuskeln strafften sich und entspannten sich wieder, dann tippte er eine Nummer in sein Handy. Ich habe sie. Er wartete die Erwiderung ab. Genau. Wir fahren jetzt zum Hotel. Eisiges Schweigen. Okay. Ich war auch wütend, aber auch gedemütigt. Offensichtlich hatte Rainwater nach seinem Telefonat mit Schorker Olli angerufen. Olli hatte Ryan angerufen. Meine Wangen brannten bei dem Gedanken, wer noch alles in Alarmzustand versetzt worden war. Erst als wir vor dem Explorer hielten, sprach Ryan wieder. Ruf an, wenn du fertig bist. Als ich schließlich in meinem Zimmer war, genehmigte ich mir eine sehr lange, sehr heiße Dusche. Nach dem Abtrocknen föhnte ich mir die Haare und schaute mich dabei im Spiegel an. Mittelprächtige, kräftige Haare, weder lang noch kurz, weder blond noch braun, hier und dort schon etwas grau. Während ich Mascara auflegte, musterte ich mich weiter. Das Kinn noch straff, wütende grüne Augen zwischen festen Lidern. Als ich Lippenstift und Rouge hinzugefügt hatte, wirkte mein Spiegelbild schon beinahe wieder normal. Bis auf das Kinn, das den Steinen im Keuteich viel Haut gestiftet hatte. Ich rief Ryan an, er sagte, ich solle ihn im Restaurant treffen. Als ich ankam, sprach Ryan in sein Handy. Er saß am selben Tisch wie ich ein paar Stunden zuvor. Kaum hatte ich mich ihm gegenüber gesetzt, kam die buffet bauende Kellnerin mit einem Becher und einer Kaffeekanne. Auf mein Nicken schenkte sie mir ein. Ich überlegte kurz, ob ich sie nach Nelly fragen sollte, ließ es dann aber sein. Ausgehend von Rheins Kommentaren nahm ich an, dass er mit Olli sprach. Nach dem Abschalten rührte er mit einer Sorgfalt in seinem Kaffee, die wirklich beeindruckend war. Als das Schweigen zu lange dauerte, fragte ich, war das Olli? Ryan nickte und beschäftigte sich weiter mit seinem Löffel. Habt über Scarboroughs unternehmerische Ambitionen in Yellowknife gesprochen? Er nickte und rührte. Und über die Ganoven vor Ort und darüber. Ryan betrachtete das Möchtegern-Cen-Arrangement vor dem Fenster. Lässt du mich an euren Erkenntnissen teilhaben, fragte ich. Die wichtigsten Spieler sind Tom Anker und Artie Castane. Anker hat ein Register dick wie ein Laptop. Castane hatte mehr Glück. Sie arbeiten im Team? Ja. Was dealen sie? Hauptsächlich Koks, ein bisschen Gras und Speed. Anker und Castane sind über die drohende Konkurrenz nicht gerade erfreut? Ryan nickte. Und auf der Straße heißt es, dass beide eiskalte Killer sind. Ich wartete. Vor ein paar Jahren versuchte ein Kleindealer aus Jasper hier oben einzusteigen. Anfangs schickten Anker und Castane eine Warnung, indem sie seinen Collie töteten. Als Sahnehäubchen schickten sie ihm die Ohren des Hundes per Post. Der Kerl dealte weiter. Drei Monate später fand ein Buschpilot seine Leiche mit dem Gesicht nach unten in der Back Bay. Ohne Ohren. Genau. Wenn Scar nach Yellowknife expandieren will, sind das die Jungs, die er einschüchtern muss. Indem er Ruben etwas tat. Ich sagte es nicht. Und deren Kundschaft. Ryan nippte an seinem Kaffee. Die Geschichte mit Ruben macht inzwischen landesweit Schlagzeilen. Der schnelle Themenwechsel überrumpelte mich. Was? White, sagte Ryan als Erklärung. Offensichtlich sah man mir die Verwirrung an. Der Typ, der Journalist, der im Autopsiesaal angerufen hat. Ich war entsetzt. Hat der einen Artikel über das Edmonton Baby geschrieben? National Post. Die Geschichte hat sich wie ein Virus verbreitet. Wurde in ganz Kanada aufgegriffen. Es geht doch nichts über tote Babys um die Auflage zu steigern. Moment mal. Es ergab keinen Sinn. Wie kam White an vertrauliche Informationen? Durch uns. Was? Aurora Devereaux hat uns in ihrer Wohnung reden gehört, eine Gelegenheit gerochen und die Geschichte wahrscheinlich an den Meistbietenden verkauft. Einige Sekunden lang starten wir beide stumm in den Garten. Willst du mir erklären, was du dir heute morgen gedacht hast? Red nicht in diesem Ton mit mir, Ryan. Na gut. Zwei Butanflammen bohrten sich in meine Augen. Wie war ihr Vormittag, Dr. Brennan? Ich erzählte es ihm. Der Kerl hat dich mit einer Bohler von den Füßen geholt? Die Andeutung eines Grinsens machte seinen Ausdruck etwas weicher. Das ist eine beeindruckende Waffe. In der Vorgeschichte wurde sie zur Mammutjagd benutzt. Ich war mir nicht ganz sicher, aber es klang gut. Und dich durch einen Keuteich geschleift? Mein Blick sagte ihm, dass ich keine Lust hatte, zum Gegenstand seines Spots zu werden. Und wo warst du, als ich angerufen habe? Wie oft? Dreimal? Meine Frage ignorierend oder vielleicht auch als Antwort darauf, zog Ryan sein Spiral-Notizbuch hervor und blätterte darin. Das Haus an Direct S ist auf einen Josiah Stanley Snook eingetragen. Nellie Snook. Das ist der Name der Kellnerin, die ich verfolgt habe. Komisch, dass die Frau nach der Arbeit nach Hause geht. Ich sag's dir, die ist von hier geflohen, nachdem ich sie nach Ruben gefragt hatte. Eigentlich hätte sie noch das Buffet aufbauen müssen. Aha, du sagst, dass Snook zuerst ins Gold Range ging? Wahrscheinlich ist dort heimisch fühlen. Mit einem Hund? Was hast du nur mit diesem Hund? Ralph Trees sagte, Ruben hätte einen Hund gehabt. So wie ich die Frau kenne, würde ich sagen, sie hat den Köter irgendwo ausgesetzt. Ryan zog sein Handy heraus und wählte. Wieder hörte ich nur eine Hälfte der Unterhaltung. Im Gold Range was gefunden? Ich schaute auf mein Handy. Immer noch tot. Redet Hastie noch mit Anker und Kastein? Pause. Große Überraschung. Pause. Ist sie glaubwürdig? Pause. Okay, halten Sie mich auf den Laufenden. Ryan schaltete ab und winkte der Kellnerin. Olli lässt das Hotel überprüfen? Rainwater. Olli bearbeitet Anker und Kastein. Was hat er herausgefunden? Die Jungs sind nicht wirklich gesprächig. Du hast von Glaubwürdigkeit gesprochen. Wessen? Eine Nutte behauptet, sie hätte einen Kerl, der zu Scar's Beschreibung passt, heute Morgen um drei im Bad Sam's gesehen. Bad Sam's? Die Taverne im Gold Range. Der Einheimischen nenne es Strange Range. Diese Schlingel. Und ist sie glaubwürdig? Wenn sie nüchtern ist. Scheiße, sollen wir hinfahren? Rainwater ist Er ruft an, wenn Ruben dort ist. Und jetzt? Und jetzt warten wir. Aber Brennan, ich bin als Polizist hier nur zu Besuch. Weißt du, was das heißt? Ich habe hier keine Befugnisse. Als Besucher tue ich, was meine Gastgeber von mir verlangen. Ich habe in Snooks Haus ein Hund bellen gehört. Jesus Christus, du immer mit diesem Hund. Angenommen, Ruben ist nicht im Was meinst du, wie lange er braucht, um sie zu finden? Ryan sagte nichts. Wir sollten was tun. Wir tun ja was. Wir warten auf Nachricht von Rainwater. Vergiss nicht, wir haben keinen Kebäcker Haftbefehl für Ruben. Sie ist nur eine Verdächtige, die wir befragen wollen. Warum fahren wir nicht einfach in Direct S? Wir müssen ja nicht an die Tür klopfen oder sonst Die Kellnerin kam und Ryan unterschrieb die Rechnung. Dann schaute er mich an und traf eine Entscheidung. Fahren wir. Wir standen seit 30 Minuten in der Direct S, als Ryan den Anruf erhielt. Rainwater hatte den Tages- und den Nachtportier befragt, das Melderegister kontrolliert und mit jedem Gast gesprochen, der mit ihm reden wollte. Hatte alles getan, was er ohne Durchsuchungsbeschluss tun konnte. Er war sich ziemlich sicher, dass Ruhm sich nicht im Gold Range aufhielt und bezweifelte, dass sie dort je gewesen war. Kurz nachdem Ryan abgeschaltet hatte, ging Snooks Haustür auf und Nelly kam heraus. Sie trug immer noch dieselbe graue Jacke, doch jetzt eine Jeans anstelle des roten Rocks. Nelly schien unsere Anwesenheit nicht zu bemerken. Sie pfiff und klopfte sich auf den Schenkel. Derwisch. Ja, ich ballte die rechte Hand zur Faust. Tank, rief Nelly, mach Pipi, Tank. Von meinem Blickwinkel aus wirkte der Köter wie eine Kreuzung aus Yorkshire Terrier und Rennmaus, nicht wie ein Panzer. Mit leerer Blase trottete Tank zu Nelly zurück und bekam seine Belohnung. Dann nahm sie den Hund auf den Arm und setzte ihn im Haus wieder ab. Nachdem sie die Tür zugezogen und verschlossen hatte, verschwand Nelly unter dem Vordach und kam kurz darauf mit einem Einkaufswagen zurück. Während sie weg ist, könnten wir uns umsehen, vielleicht dein erster Versuch ist nicht besonders gut gelaufen. Na gut, du beobachtest weiter das Haus und ich rede mit ihr. Auch das ging nicht gut. Rians Haltung ging mir seine Erlaubnis nicht. Damit sprang ich aus dem Auto und lief die Straße hoch. Nelly? Sie drehte sich um. Ihr Gesichtsausdruck sprang von Überraschung zu Verwirrung und blieb dann bei Beunruhigung hängen. Bitte, ich hob beide Hände, können wir uns unterhalten? Sie haben versucht, in mein Haus einzubrechen? Nein, wirklich nicht. Ich habe sie gesehen. Ich habe meinen Cousin angerufen. Er ist sofort gekommen und hat sie im Garten gefunden. Ich hatte nicht vor, ins Haus einzubrechen. Warum verfolgen sie mich? Ich habe es ihnen im Restaurant gesagt. Ich mache mir Sorgen wegen Annelies Ruben. Warum liegt ihnen so viel an ihr? Volltreffer. Warum lag mir so viel an ihr? Ruben hatte wahrscheinlich vier Babys getötet. Wollte ich sie beschützen oder wollte ich sie einfach kriegen, um sie wegen Mordes anzuklagen. Ich sehe nicht gerne, dass Leute verletzt werden, sagte ich. Darauf schien sie sich ein bisschen zu entspannen. Ist Annelies bei ihnen zu Haus? Ich habe es ihnen doch gesagt, ich kenne sie nicht. Ist sie im Gold Range? Ihre Finger umklammerten den Griff des Wagens fester. Warum waren sie heute morgen im Hotel? Mein Mann arbeitet dort. Josiah? Wieder flackerte Angst in ihren Augen auf. Lassen sie mich in Frieden. Können sie mir sagen, warum sie im Gold Range waren? Sie zögerte. Überlegte sie, was sie sagen sollte? Ich hatte meinen Hausschlüssel vergessen, mein Mann hatte einen. Ich war skeptisch. Das erklärte ihre überstürzte Flucht aus dem Explorer nicht, aber mir fiel keine angemessene Frage ein. Snooks Erwähnung vom Horace Tyne heute morgen hatte mir ein kleines Triumph Gefühl beschert. Ich hatte das Gefühl, eine Spur entdeckt zu haben, eine mögliche Verbindung zu Annelies Ruben. Tatsächlich hatte ich aber, abgesehen von einem Namen, der möglicherweise gar keine Bedeutung hatte, nichts Neues erfahren. Und das machte mich wütend. Ich fragte nichts mehr. Mein Name ist übrigens Temperance Brennan. Annelies ist möglicherweise in Gefahr. Wenn Sie von ihr hören, bitte rufen Sie mich im Explorer an. Als ich wieder in Camry saß, schaute Ryan mich durch seine Sonnenbrille hindurch fragend an. Ich schüttelte den Kopf. Olli schickt Rainwater hierher. Ich nickte. Schweigend beobachteten wir noch fünf Minuten. Dann fragte er, ist das nicht der Junge, mit dem du vorhin geredet hast? Ich folgte Ryans Blick. Binnie saß mit überkreuzten Beinen auf einem Felsbrocken am hinteren Ende der Wreck S. Sein Fahrrad lag neben ihm im Gras. Sein Blick war auf uns gerichtet. Ich ließ mein Fenster herunter und winkte. Binnie winkte nicht zurück. Sein Name ist Binnie. Komischer Kerl. Ich mag ihn, er hat Mumm. Als er die Fiftieth runtergerast ist, sah das nicht sehr nach Mumm aus. Dein Ausbruch hat ihm eine Heidenangst eingejagt. Ich winkte noch einmal. Binnie schwank sich auf sein Rad und fuhr davon. Was hast du damit gemeint, der Junge könnte von Nutzen sein? Als ich Nelly nach Ruben fragte, nannte Nelly einen Namen. Horace Tyne. Binnie behauptet, er kennt ihn. Binnie sagte mir, dass Tyne von Gejagt. Ryan schob sich die Sonnenbrille auf die Stirn und tippte eine Nummer in sein Handy. Legte auf. Wählte noch einmal. Legte auf. Okay, versuchen wir es mal auf die einfache Art. Ryan tippte auf ein paar Tasten. Ziemlich viele Tasten. Bingo, sagte er schließlich den Blick auf das winzige Display gerichtet. Du hast ihn mit Google gefunden. Haut nah. Horace Tyne leitet eine Organisation namens Freunde der Tundra. Der Webseite nach, die ziemlich beschissen ist, versucht die Organisation einheimische Pflanzen und Tiere des Ökosystems Tundra in der Northwest Territories zu erhalten. Ryan las und blätterte weiter. Wie es aussieht, versucht Tyne eine Art Naturreservat zu gründen. Liefert die Seite auch Kontaktinformationen? Hier steht eine Adresse, an die man Spenden schicken kann. Hier in Yellowknife? In einem Cuff namens Bettschoko. Während Ryan mit Google eine Wegbeschreibung suchte, hielt hinter uns ein Streifenwagen der RCMP. Rainwater saß am Steuer. Er winkte kurz. Und schon waren wir unterwegs. Bettschoko ist eine Dene-Gemeinde mit etwa 2000 Einwohnern, die bis 2005 noch Ray Enzo hieß. Ich bin mir nicht sicher, warum der Name geändert wurde. Keine Ahnung, was es mit Ray auf sich hatte. Aber laut einer Karte der Leihwagenfirma, die ich im Handschuhfach fand, war Enzo irgendwann einmal Häuptling gewesen. Wir stritten darüber, wer fahren würde. Ryan gewann. Sein Leihwagen, deshalb würde er das Schiff steuern. Wieder einmal konnte ich einfach nur da sitzen. Wenigstens verhörte Olli keine Bon Moos vom Rücksitz. Er verhörte immer noch Anker und Kastein. Unser Ziel lag etwa 50 Meilen nordwestlich von Yellow Knife. Außerdem erfuhr ich aus der Karte, dass die Teerstraße hinter Becheco den Dequet, Frank Channel überquerte, dann noch etwa 40 Meilen weiter führte und schließlich in das Netz der saisonalen Eisstraßen überging, das hatte mit Gold zu tun. Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde. Wir sahen keine anderen Autos, nur viele, viele Bäume. Becheco bestand aus einer Ansammlung von Gebäuden an einem zerklüfteten, von Felsen übersäten Uferstreifen, der der Karte nach die Nordspitze des Great Slave Lake bildete. Die Vegetation bestand aus Grasflecken und vereinzelten Baumgruppen. Es gab keine einzige geteerte Straße. RCMP-Schild auf Französisch und Englisch. Wir stiegen beide aus. Das Revier enthielt einen Schreibtisch mit Stuhl, ein paar Aktenschränke und sonst kaum noch etwas. Hinter dem Tisch saß ein Corporal, dessen Namensschild ihn als Schulz auswies. Schulz hob den Kopf, als wir eintraten, sagte aber nichts. Er war Ende 20, kurz und stämmig, mit Pausbacken, die ihn weich aussehen ließen. Wenn Schulz überrascht war, uns zu sehen, ließ er es sich nicht anmerken. Wir suchen nach den Freunden der Tundra. Schulz senkte den Kopf und kratzte sich im Nacken. Horace Tine? Ach ja, stand nur kurz auf der Leitung. Schulz deutete mit vier Fingern zur Tür hinter uns. Fahren Sie bis zum Ende der Hauptstraße, biegen Sie bei dem blauen Haus mit dem weißen Tür und einem Zaun, das ist es. Kennen Sie Tine? Ich sehe ihn öfter. Wir warteten, aber Schulz ließ nichts weiter verlauten. Wir wandten uns zum Gehen. Kommen Sie aus Yellowknife? Ja. Familie? Ich erkannte den beiläufigen Polizistenton. Nein. Sind Sie von Greenpeace? Wissen Sie irgendwas über Tines Organisation? Nicht wirklich. Schätze, sie gibt ihm einfach was zu tun. Soll heißen? Der Kerl ist arbeitslos, seit die Goldminen geschlossen haben. Wann war das? Anfang der Neunziger, vor meiner Zeit. Wirkt er seriös? Schulz hob eine Schulter, betrinkt sich nicht und fängt keine Raufereien an. Was kann man mehr verlangen? Ryan setzte die Sonnenbrille, die er abgenommen hatte, wieder auf. Vielen Dank für ihre Hilfe. Die Wegbeschreibung des Corporal war gut. Das Haus fanden wir problemlos. Es war klein, mit dunkelroter Verkleidung und zwei Metallrohren, die aus dem Dach herausragten. In der Einfahrt stand ein grauer Pick-up. Ryan zog das Gartentor auf. Wir gingen zur Schwelle und er klopfte an die Tür. Nichts. Er klopfte noch einmal. Fester. Eine Stimme bellte, dann schwankt die Tür nach innen auf. Tyne trug einen Ländenschurz aus Leopardenfell, eine Perlenkette und ein elastisches Haarband, sonst nichts. Seine Glatze glänzte wie Kupfer. Sein Pferdeschwanz, der aus ungefähr zwölf Haaren bestand, war lang und schwarz und fing bei einem Haarkranz am Hinterkopf an. Sowohl der Kranz wie der Pferdeschwanz glänzten, entweder vor Fett oder vor Feuchtigkeit. Wie geht es Ihnen, Mr. Tyne? Ryan streckte die Hand aus. Ich hoffe, wir stören Sie nicht. Ich kaufe nie was, das ich nicht gesucht habe. Wir sind keine Vertreter. Kirche? Nein, Sir. Tyne gab Ryan und mir die Hand und schlug sich dann mit der Handfläche auf die nackte Brust. Ich wollte eben ein bisschen schwitzen, ist gut für den Taktik, die mehr Vertrautheit implizierte, als wir tatsächlich besaßen. Ich bin Andy, das ist Tempi, wir haben ihren Namen von Nellie Snoke, wir sind Bekannte von Annelies Ruben. Einige Sekunden lang sagte Tyne gar nichts. Ich dachte schon, er würde uns wegschicken, als er plötzlich leicht lächelte. Annelies, okay, bleiben wir lang und ihre Verwandtschaft, die haben in der Vergangenheit einiges angestellt. Annelies ist vor einigen Jahren von hier weg gegangen, würde gern erfahren, wie es ihr geht. Wir glauben, dass sie nach Yellowknife zurückgekehrt ist. Im Ernst? Bildete ich mir das nur ein oder kniffte ein fast unmerklich die Augen zusammen? Annelies lebt in Edmonton. Wir kommen von dort, wir kennen ihre frühere Vermieterin. Als Miss Forex hörte, dass wir nach Yellowknife wollten, gab sie uns einige Sachen mit, die Annelies gehörten. Wir würden sie gerne finden, bevor wir die Stadt verlassen. Jeder Satz war, für sich selbst genommen, absolut wahr. Kommen Sie doch rein. Tyne trat einen Schritt zurück. Sie erzählen mir, was sie wissen und ich erzähle ihnen, was ich weiß. Wir folgten Tyne durch eine schwach beleuchtete Diele in ein Wohnzimmer aus dem Sears Katalog. Der Bodenbelag war Linoleum, das sich als Backstein ausgab. Die Luft roch nach Zwiebeln und Speck. Tyne deutete zur Couch. Ryan und ich setzten uns. Er bot uns Kaffee an. Wir lehnten ab. Als Tyne sich in den Sessel uns gegenüber fallen ließ, gingen seine knochigen Beine auseinander und boten uns einen überdeutlichen Blick auf sein Prachtstück. Ich war froh, dass ich mittags nichts gegessen hatte. Bitte genieren Sie sich nicht, sich etwas Wärmeres anzuziehen. Ryan lächelte. Wir warten gerne. Will ja nicht, dass die Dame von meinen Glocken abgelenkt wird. Tyne zwinkerte. Ryan lächelte. Ich lächelte. Tyne ging weg und kam Augenblicke später in Sweatshot und mal die Köpfe zusammen. Dieses Bild war fast so abstoßend wie die Aussicht auf seine Glocken. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mit uns sprechen, begann Ryan. Wir werden Ihre Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Wenn ich was habe, dann Zeit. Das ist Luxus. Nicht, wenn die Rechnungen ins Haus flattern. Sind Sie arbeitslos, Sir? Habe 15 Jahre in der Giant gearbeitet. Eines Tages kommen Sie daher und machen die Mine einfach zu. Tut uns leid, Kumpel, du bist draußen. Eine Weile habe ich abgesteckt. Bin Lastwagen gefahren. Hier in der Gegend gibt's nicht viele Möglichkeiten. Giant ist eine Goldmine? Wahr. Jahrzehntelang war Gold der Lebenssaft der Region. Tatsächlich? Ryan interessierte sich nicht für Gold. Ich wusste, dass er Teil nur lockerer machen wollte. Wie viele Minen gab's hier? 2003. Giant machte 1948 auf, Schloss 2004. Erschöpfte Vorkommen, hohe Produktionskosten, der altbekannte Blödsinn, den die Konzerne immer vorschieben, die Profite sind im Keller und deshalb, Kumpel, hast du jetzt keinen Job mehr. Das tut mir leid, sagte Ryan. Mir auch. Tyen schüttelte den Kopf. Die Con war was Besonderes. Ihre Stollen gehen 160 Meter in die Tiefe und erstrecken sich unter einem Großteil von Yellowknife und Yellowknife Bay bis fast nach Detta. Und Giant war auch nicht ohne. 1986 war sie eine von nur einer Handvoll Minen, die über 10.000 Goldbarren ausstießen. Ich meine jetzt weltweit. Soweit wir wissen, engagieren sie sich für die Erhaltung der Umwelt, sagte ich. Irgendjemand muss die Erstellung beziehen. Für das Karibu. Das Karibu, die Seen, die Fische, das Diamantschirfen wird das ganze verdammte Ökosystem zerstören. Damit hatte ich nicht gerechnet. Diamanten? Der Schatz unter der Tundra? Tynes Stimme troff vor Geringschätzung. Der Tod der Tundra würde besser passen. Ryan warf mir einen schnellen Blick zu. Jetzt hatten wir genug um den heißen Brei herum geredet. Sie kennen also Annelies Rubens Familie, sagte er, weil er zum Punkt kommen wollte? Kannte ihren Vater ziemlich gut. Farley McLeod war ein ziemlich wilder Typ. War tot. Er und ich haben für Fibgi gearbeitet. Fibgi? Im Ernst? Tyn schaute mich an, als hätte ich von ihm verlangt, Seife zu erklären. Im Ernst. Chuck Fibgi wird die Entdeckung von Diamanten in der Arktis zugeschrieben, zusammen mit einem Kerl namens Stu Blassen. Dank Chuck und Stu Diamanten sind in den Territories an die Stelle von Gold getreten, fragte ich. Wie viele Minen? Ikati hat 98 aufgemacht, Diawak 2003, Snap Lake 2008. Sie ist die einzige unterirdische. Wo liegen sie? Einige hundert Kilometer weiter nördlich. Snap Lake ist De Beers erste Mine außerhalb von Afrika. Jetzt versuchen sie noch eine in Betrieb zu nehmen. Gacho Kuei. Wird kein Karibu mehr übrig sein, wenn diese Mistkerle fertig sind? Mein Wissen über die Diamanten Industrie war beschränkt. Nein, das ist zu großzügig. Ich wusste, dass ein gewisser Cecil Rhodes Ende des 19. Jahrhunderts De Beers gegründet hatte, dass die Gruppe Sitze in Johannesburg und London hatte und verantwortlich für 75% der weltweiten Diamanten Produktion war. Ich wusste, dass Angola, Botswana, Namibia, Russland und Südafrika reich an Diamanten waren. Ich hatte keine Ahnung, dass auch Kanada in diesem Geschäft eine Rolle spielte. Sie sagten, sie hätten abgesteckt? Was heißt das? Dass man Pflöcke in den Boden rammt, um einen Claim anzumelden. Sie sind schnell, kleine Dame. Tine deutete mit dem Finger auf mich. Als Fibke seine Pipe fand, brach ihr die Hölle los. Was ist eine Pipe? fragte ich. Tine knifft die Augen zusammen. Ich dachte, sie interessieren sich für Annelies Ruben. Tun wir auch, warf Ryan ein. Lebte Annelies bei Farley? Farley war nicht so der väterliche Typ, zeugte sie und verließ sie fast wie die Karpfen. Annelies lebte bei ihrer Mutter? Mika Ruben. Dann hat sie sich zu Mika Lee umbenannt. Glaubt nicht, dass sie je geheiratet hat. Die beiden änderten einfach gerne Namen. Ach so? Mika nannte das Mädchen Alice. Irgendwann hieß sie Alexandra, dann Anastasia. Dachte wohl, die klingen besser. Was passierte mit Mika? Ziemliche Säuferin. Vor fünf oder sechs Jahren menschliches Eis am Stiel. Ich dachte an die DNS. War Mika indigener Herkunft? Dene. Farley? Stinknormales Weißbrot. Farley ist nicht sehr lange nach Mika gestorben. 2007, glaube ich. Wie alt war Annelies? Tain schien darüber nachzudenken. Ich glaube, sie hatte gerade in der Highschool angefangen. Wie alt wäre sie dann? 14? 15? Natürlich war Annelies nicht die hellste Kerze am Baum. Sie hätte auch älter sein können. Wie ist Farley gestorben? Hat seine Cessna in den Lac Lamartre gesetzt. Ein Jäger hat die Maschine runtergehen sehen. Die Suchmannschaft hat Trümmerteile gefunden, aber keinen Farley. Tain hielt inne. Ich glaube, Annelies hat damals bei ihrem Daddy gelebt, weil Mika doch nicht mehr da war. Wo war das? Ich spürte Aufregung Prickeln. Ein kleines Drecksloch in Yellowknife. Tain schüttelte den Kopf. Farley hat von Monat zu Monat gelebt. Wenn das Konto leer war, wurde das Mädchen auf die Straße gesetzt, ob nun halbweise oder nicht. Ihre Geschwister haben mir auch nicht weiter geholfen. Deshalb ist sie eine Weile bei mir untergekommen. habe damals in der Stadt gewohnt. Und? Und dann ging sie weg. Um was zu tun? Tain zuckte die Achseln. Das Mädchen musste über die Runden kommen. Soll heißen Prostitution, sagte Ryan. Ich vermute das nur, ausgehend von ihrer Mutter. Haben sie versucht zu intervenieren? Aus dem Kribbeln der Aufregung wurde Abscheu. Sie dazu gedrängt, in der Schule zu bleiben? Ich bin Sie war Ryan, der meine Feindseligkeit spürte, fiel mir ins Wort. Sie sagten, sie hatte Geschwister. Also, ich weiß nur von einem Halbbruder und einer Halbschwester. Wahrscheinlich gibt's Heerscharen von denen. Farley hatte so seine Art mit den Damen. Bezauberte sie mit seinen Glocken. Ich sagte es nicht. Wer war der Halbbruder? Ein Kerl namens Daryl Beck. Von einer anderen Mutter. Daryl war ein bisschen älter als Annalise. Ryan fiel die Vergangenheitsform auf. Beck ist auch tot? Einige Priesen Crack zu viel, schätze ich. Das Haus ist völlig abgebrannt. Ich habe gehört, man hat kaum genug für eine Identifikation gefunden. Beck war ein Crack Junkie? Ich weiß nur, was ich gehört habe. Wann war das? Vor drei, vier Jahren. Gab es eine Soll heißen? Die Leute bleiben hier sehr für sich. Stand Annalise ihrem Bruder nahe, fragte ich. Woher soll ich denn das wissen? Hatte Beck sonst noch Familie? Dieselbe Antwort. Wo wohnte Annalise, nachdem sie bei ihnen ausgezogen war? Das Mädchen hat keine Nachsende Adresse hinterlassen. Wieder das Kribbeln. Haben sie sich umgehört? Tines Blick wanderte über mein Gesicht. Haben Annalise und sie sich im Streit getrennt? Fragte ich bestimmt. Mir gefällt nicht, was sie da unter stellen. Sie stellen verdammt viele Fragen für Leute, die nur ein Päckchen abgeben wollen. Tines stand auf. Das Gespräch war beendet. Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie mit uns gesprochen haben. Ryan setzte sich seine Pilotenbrille auf die Nase. An der Tür versuchte ich es noch mit ein paar letzten Fragen. Wissen Sie, warum Annalise aus Yellow Knife weg ist? Das ging mich nichts an. Wenn sie wirklich zurückgekommen ist, wissen sie, wohin sie hätte gehen können? An wen hätte sie sich gewendet? Vielleicht an ihrer Halbschwester? Wie heißt die? Im Ernst? Nelly Snoke Weder Olli noch irgendjemand von der G-Division hatte diese Verbindung herausgefunden. Auf dem ganzen Rückweg nach Yellow Knife musste ich darüber nachdenken. Snooks Name tauchte nie auf, als man Ruben überprüfte. Warum hätte er auftauchen sollen? In dieser Stadt leben weniger als 20.000 Menschen. Wäre es da nicht allgemein bekannt, dass Snoke und Ruben Halbschwestern sind? Anscheinend nicht. Ryan parkte am Straßenrand vor einer leuchtend blauen Hütte. Wir stiegen aus und gingen darauf zu. Geweihe, Schneeschuhe und ein merkwürdig geformtes Paddel hingen über der Hüttentür. Daneben hatte man ein Schild genagelt. Kein Gezeter. Ryan deutete auf das Schild und hob die braun. Ich will nicht zetern. Das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte Dampf ablassen. Ryan deutete auf ein zweites Schild. Warmes Bier, lausiges Essen, Schlechter Service, Willkommen und einen schönen Tag noch. Dann öffnete er die Tür. Links von uns diente ein ausgestopfter Eichskopf als Hutständer und Garderobe. Bullwinkel gegenüber standen ein Bartresen, ein Grill und eine Registrierkasse. Eine Frau in schwarzer Mao-Kappe, kariert im Hemd und Jeans kratzte eben den Rost mit einem Spachtel ab. Wir entschieden uns für einen graffiti-narbigen Tisch an einem von einer Jalousie-verdeckten Fenster. Als Mao an unseren Tisch kam, bestellte Ryan und ich beide Fisch und Chips. Rainwater hat gesagt, dass niemand das Haus betreten oder verlassen hat, seit Snoog vom Einkaufen zurückgekommen ist. Hat Olli ihm gesagt, er soll mit ihr reden? Vor ungefähr zehn Minuten, aber wenn sie sich weigert, kann er nicht reingehen. Mao brachte unsere Getränke. Diet Coke für mich. Moosehead für Ryan Olli kam, als Mao uns das Essen brachte. Wie sich zeigte, kannten Olli und Mao einander. Sie hieß Mary. Was kochst du denn heute, mein Herz? Er schenkte ihr sein übliches zahnreiches Lächeln. Kabeljau, Forelle und Hecht. Hecht. Ausgezeichnete Wahl. Olli wartete, bis Mary außer Hörweite war und sagte dann zu mir, Hübsch, nur wenige haben den Mum, um den Stonewashed Look am Kinn zu tragen. Ich habe früher für Chanel gemodelt. Wirklich? Wer ist Sepp Chalker? Großes Grinsen. Hat dich mit Nabola von den Füßen geholt, wie ich gehört habe? Mein Blick gab ihm zu verstehen, dass ich das nicht lustig fand. Chalker von der M.I.D. Ich hob fragend meine Handflächen. Municipal Enforcement Division, so eine Art Stadtpolizei, kümmern sich hauptsächlich um Verkehr, Tiere und Großveranstaltungen und natürlich Keuteiche. Wie witzig. Was ist mit Scarborough? Er ist tatsächlich in der Stadt, ist bei einem seiner schmierigen Kumpels untergekrochen. Anker und Carstain wissen, dass er hier ist? Olli warnte sich nun Ryan zu. Beide behaupten, den Herrn nicht zu kennen. Sie haben geleugnet, dass Scar versucht, ihnen das Wasser abzugraben, fragte ich. Sie haben geleugnet, irgendwas mit Wasser zu tun zu haben, hatten keine Ahnung, was ich mit meiner Frage meinte. Sie sind ehrbare Bürger, sie versuchen, mit Touristentouren ihr Geld zu verdienen. Das heißt, sie haben nichts, fasste Ryan zusammen. Ich habe erfahren, dass weder Anker noch Carstain mich besonders mögen. Tatsächlich. Beide haben mich mit diversen Ausdrücken bedacht. Anker war der kreativere. Ryan und ich aßen unsere Teller leer. Dann saßen wir in verlegenem Schweigen da, bis Mary Ollis Hecht brachte. Während er aß, erzählte ich von unserem Besuch bei Horace Tyne. Wir haben die Halbschwester überprüft, sagte er, als ich damit fertig war. Snoke ist der Name ihres Ehemanns. Sie wurde als Nellie Franz in Fort Resolution geboren. Wo liegt das? Am Südufer des Great Slave Lake, wo die Straße endet. Es kann also wirklich sein, dass die Leute in Yellowknife gar nichts von Snooks Verbindung zu Ruben wissen? Möglich ist es. Chalker sollte es allerdings wissen. Olli tauchte eine Pommes in Mayonnaise und aß sie. Ist Rainwater jetzt bei Snook? Er versucht es erstmal auf die Nette. Wenn das nicht funktioniert, beantragt er einen Durchsuchungsbeschluss. Was hältst du von Tyne? Der Typ ist ein Dreckskerl, aber ein umweltbewusster Dreckskerl. Freunde der Tundra. Olli tauchte noch ein Pommes ein und steckte sie in den Mund, nie davon gehört. Schon mal was von einem Kerl namens Fibgi gehört? Soll das ein Witz sein? Olli starrte mich mit derselben Ungläubigkeit an, die auch Tyne ergriffen hatte. Chuck Fibgi ist eine Legende. Na gut, ich besorge mir ein Buch. Die gibt's in jedem Andenkenladen in der Stadt. Man kann Fibgi auch googeln. Hat Bau die Wanderrouten stört. Ist hier oben ein ziemlich heißes Thema. Als De Biers plante, das Feld am Snap Lake zu öffnen, taten sich einige der Häuptlinge zusammen. Warf das Projekt um Jahre zurück, Umweltstudien und so. Jetzt will De Biers noch ein Projekt in Betrieb nehmen. Ich hab den Namen vergessen. Gachu Kueh. Genau. Olli knüllte seine Serviette zusammen und warf sie auf den Teller. Ihr solltet mit Rainwater reden. Er weiß mehr über den Bergbaustreit als ich. Ich trank eben meine Diet Coke aus, als Ollis Handy klingelte. Das Gespräch dauerte weniger als eine Minute. Snoog hat sich auf stur gestellt. Damit klemmte er sich das Handy wieder an den Gürtel. Rainwater beantragt jetzt eine richterliche Anordnung. Drei Stunden in meinem Zimmer produzierten ein ungeplantes Nickerchen. Eine Nachricht von Katie, die meinte, sie hätte Neuigkeiten, die für E-Mail zu wichtig seien und umfangreiche Informationen über Chuck Fibgi und geologische Exploration. Bevor ich meinen Laptop hochfuhr, wusste ich, dass Diamanten aus Kohlenstoff bestehen, der durch extreme Hitze und höchsten Druck in das härteste und klarste Mineral auf Erden verwandelt wird und dass sie aufgrund ihrer starren tetraedrischen Molekularstruktur eine dreieckige Pyramide mit vier Seitenflächen nur von einem anderen Diamanten oder einem Laser geschnitten werden können. Ich wusste, dass die funkelnden kleinen Steine verdammt teuer sind. Unvergänglich teuer. Das war so ziemlich. Alle 30 Minuten unterbrach ich meine Nachforschungen, um Katie anzurufen. Jedes Mal schaltete sich nur der Anrufbeantworter ein. Mit einem mulmigen Gefühl kehrte ich an den Computer zurück. Zwischen den gescheiterten Anrufen erfuhr ich Folgendes. Erforderlich sind 45 bis 50 Kilobar Druck bei einem Minimum von 1000 Grad Celsius, um Kohlenstoff in einen Diamanten zu verwandeln. Die Temperatur sagte mir etwas. Was ein Kilobar Druck ist, wusste ich nicht so recht. Die passende Mischung aus Hitze und Druck 300 Kilometern in Kratone genannten Gesteinsformationen, dichte, alte Schilde und Tafeln in den Kontinentalplatten. Später schickten unterirdische Vulkane Magma, geschmolzenes Gestein, mit Mineralien, Gesteinsfragmenten und gelegentlich auch Diamanten durch die Kratone. Die Mischung dehnte sich unterwegs aus, kühlte sich ab und bildete entweder karottenförmige Pipes, also Schlote oder Röhren, zur Oberfläche oder breite, flache, unterirdische Strukturen, die man Deichs nennt. Das Ganze verfestigte sich dann zu einem Gestein mit dem Namen Kimberlid. Die meisten Diamanten führenden Kimberlite stehen in Verbindung mit Kratonen aus dem Archaicum, einer frühen Periode des Präkambriums, als die Erde noch viel heißer war als heute. Sehr viel heißer. Viele Kimberlid-Pipes liegen in flachen Seen, die sich in Kaldären genannten inaktiven Vulkankratern gebildet haben. Also, um Diamanten zu finden, sucht man nach einer Pipe, die aus einem wirklich alten Kraton aufsteigt. Ein Kinderspiel, richtig? Falsch, denn diese Dinger sind unglaublich schwer zu finden. An diesem Punkt kamen Chuck Fibke und Stu Blassen ins Spiel. Beide wussten, dass der Slave-Kraton, der unter den Northwest-Territories vom Great Slave Lake im Süden bis zum Coronation-Gulf am Arktischen Ozean Reicht, zu den ältesten Gesteinsformationen der Welt gehört. Und sie entwickelten eine sehr effektive Technik zur Exploration. Fibke erkannte die Bedeutung von Indikator-Mineralien, den Reisebegleitern der Diamanten. Fibke konzentrierte sich auf den Dreiklang aus Chromit, Ilmenit und G10-Granat mit hohem Chrom- und geringem Calcium-Anteil. Blassen erkannte die Bedeutung von Gletscher-Bewegungen in der letzten Eiszeit. Er nahm an, dass ein zurückweichender Gletscher, nachdem er eine Kimbalit-Pipe erodiert hatte, eine Spur aus Geröll zurücklassen würde, die Indikator-Mineralien für Diamanten enthalten müsste. Ein Jahrzehnt lang suchten Fibke und Blassen die Tundra ab, kartografierten, vermaßen, nahmen Bohrproben und sammelten, wenn die Temperatur erträglich war, und analysierten das sichergestellte Material in ihrem Labor, wenn das Wetter zu schlecht war. Jeder in der Welt des Bergbaus hielt sie für verrückt. Eines Tages flog Fibke nur in Begleitung eines Buschpiloten über den Lac de Gras. Als er einen Wallberg entdeckte, eine Bahndamm-ähnliche Aufschüttung von Kies und Sand, die das Schmelzwasser eines zurückweichenden Gletschers hinterlassen hatte, befahl er den Piloten auf einer Halbinsel mit dem Namen Poirnt-de-Misère zu landen. Poirnt-de-Misère war eine Gletscherscheide. Von Fibkes Standpunkt aus war das Eis nach Osten in die Hudson Bay, nach Norden zu den nördlichen Inseln, nach Süden ins Zentrale Kanada und nach Westen in den Mackenzie River und den Blackwater Lake geflossen. Er hatte in dem gesamten sich nach Westen erstreckenden Areal weit über 500.000 Quadratkilometer Proben entnommen. Zurück im Labor versuchte er das Muster zu verstehen, das seine Proben lieferten. Mithilfe großer, detaillierter Karten wertete er die Ergebnisse aus. Mit einem Elektronenmikroskop untersuchte er Tüte um Tüte. Seine Schlussfolgerung? Die Indikatorenspur begann am Blackwater Lake, breitete sich nach Osten aus und endete 200 Meilen nordöstlich von Yellowknife in der Nähe des Lac de Gras. Er untersuchte den Inhalt von Probentüte G71. Sie enthielt über 1500 Chromdiopsiden und über 6000 Pyrobgranate. Fibke hatte seine Pipe gefunden oder seine Pipes. Er fing an, wie ein verrückter Claims abzustecken. Noch mehr Proben, noch mehr Analysen. Die Bestätigung. Fibke nannte die Lagerstätte Point Lake, zum Teil aus geografischen Gründen, zum Teil um die Konkurrenz zu verwirren. Es gab noch einen anderen Point Lake nordwestlich von seiner Fundstelle. Der nächste Schritt war die Bestimmung der exakten Lage der Diamanten, und das kostete Geld. Da sie die Existenz der Kimberlid-Pipes nun bestätigt hatten, schafften schafften Fibke und Blassen es endlich, das große Geld für sich zu interessieren. 1990 unterzeichneten Diamant, eine von Fibke 1984 gegründete Firma, und BHP, ein australisches Bergbau-Konglomerat, eine Joint-Venture-Vereinbarung für das Northwest Territories Diamond Project. Bei 51 Prozent der Aktien würde BHP die gesamte Exploration Finanzieren und im Gegenzug Anteile an jedem zukünftigen Besitz erhalten. Diamant würde 29 Prozent halten, Fibke und Blassen persönlich jeder 10 Prozent. 1991 verkündeten Diamant und BHP die Entdeckung von Diamanten in Fibkes Lake Point Lagerstätte. Diese Nachricht entzündete den NWT-Diamantenrausch. Lac de Gras im Französischen. Ekati in der Sprache des Einheimischen Dene-Volks. Beides heißt Vetter See. 1998 wurde Ekati die erste Diamantenmine Kanadas. Im folgenden Jahr produzierte sie eine Million Karat. Heutzutage macht sie 400 Millionen Dollar pro Jahr und produziert vier Prozent der weltweiten Diamanten. Wahrlich ein Vetter See. 2003 nahm die Diavik-Mine den Betrieb auf. Die Mine, die zweitgrößte Kanadas, liegt knapp 200 Meilen nördlich von Yellowknife. Sie besteht aus drei Kimberlid-Pipes auf 20 Quadratkilometern einer Insel im Lac de Gras, die vor Ort East Island genannt wird. Diavik ist einer der Hauptlieferanten der Juweliere der Stars. 1997 wurde Kimberlid am Snap Lake 140 Meilen nordwestlich von Yellowknife entdeckt. De Beers, Kanada kaufte im Herbst 2000 die Schirfrechte. 2004 wurden die Genehmigungen für Bau und Betrieb ausgestellt. Im Gegensatz zu den meisten diamantführenden Kimberlid-Lagerstätten, die Pipes sind, taucht die Erzschicht am Snap Lake als zweieinhalb Meter dicker Deik, vom nordwestlichen Ufer her unter dem See hindurch. Deshalb ist Snap Lake in Kanada die erste komplett unterirdische Diamantenmine. Die Schürfung in Snap Lake startete offiziell 2008. Laut De Beers Webseite waren bis Ende 2010 über 1,5 Milliarden Dollar für Bau und Betrieb ausgegeben worden. Von dieser Gesamtsumme waren 1,077 Milliarden an Firmen und Lieferanten aus den North-West Territories gegangen, darunter 676 Millionen an Unternehmen und Joint Ventures der Indigenenbevölkerung. Der Artikel über Snap Lake schloss mit einer Aussage, die De Beers Engagement für nachhaltige Entwicklung in lokalen Gemeinden betonte und dabei herausstellte, dass die Snap Lake Mine ein Impact and Benefit Agreement, also eine Vereinbarung über Auswirkungen und Nutzen mit der Yellowknife Dené First Nation, dem Klitschow Government, der North Slave mit T-Alliance und der Lutzal Kay und Katsche den First Nation unterzeichnet hatte. Zwischen den Zeilen bekam ich ein bisschen etwas von der Feindseligkeit zwischen der Indigenenbevölkerung und den Bergbaugesellschaften mit, die Olli angedeutet hatte. Ich versuchte es eben zum x-ten Mal bei Katie, weil ich mir inzwischen ernsthaft Sorgen um Birdie machte, als es an meiner Tür laut klopfte. Ich ging hin und schaute durch den Spion. Ryan. Irgendetwas stimmte nicht. Kastein ist tot. Ryan marschierte an mir vorbei und fing an, in mein Zimmer auf und ab zu gehen. Was? Jemand hat ihn erschossen. Wann? Vor ungefähr einer Stunde. Wo? Drei Kugeln in die Brust. Jesus, ist das wichtig? Nein! Dass ich ein bewegliches Ziel verfolgen musste, half meinem Begriffsvermögen nicht gerade. Ich meine, wo war Kastein, als es passierte? Vögelte gerade seine Freundin. Haben sie den Schützen? Nein. Aber er wurde doch beschattet. Ryan schnaubte laut. Rainwaters Vorstellung von einer Beschattung ist, ein Auto zwischen Snoog, Anker und Kastein hin und her fahren zu lassen. Oh Mann! Behauptet, er hätte nicht genug Männer für eine Überwachung an drei verschiedenen Orten. Das könnte durchaus stimmen. Warum zum Teufel hat er da nichts gesagt? Du und ich, wir hätten Snoog übernehmen können. Oder Sergeant. Ich ignorierte das. Ist Anker ein Verdächtiger? Einer von vielen. Wo ist er? Verschwunden. Was ist mit Scar? Ebenso. Scheiße. Genau, ich fahre jetzt zum Tatort. Ich schnappte mir meine Jacke und wir liefen zum Camry. Kasteins Freundin war eine Stripperin namens Marilee Twiller. Zum Glück wohnte sie nicht weit vom Explorer entfernt. Ollis Wegbeschreibung führte uns zum Sunnyvale Court, einem Hufeisen aus winzigen Bungalows auf winzigen Grundstücken. Ein paar waren noch einigermaßen gut in Schuss, die meisten jedoch heruntergekommen, ein paar sogar vernagelt und verlassen. Twillers Adresse lag am hinteren Ende. Das Haus brauchte einen neuen Anstrich, neue Fliegengitter und einen Eimer Unkrautvernichter. Vielleicht einen Bulldozer. Als wir ankamen, herrschte die übliche hektische Betriebsamkeit. Blaue und gelbe Leuchtmarker sprengelten den Rasen und zeigten die Fundstellen von Spuren an, vielleicht auch Stücke von Kastein. Eine zugedeckte Leiche lag auf einem Pfad, der zu einer Veranda mit verrostetem Eisengeländer führte. Absperrband spannte sich in einem Dreieck zwischen zwei Krüppelkiefern und dem Geländer. Fahrbare Halogenscheinwerfer waren darauf gerichtet. Ryan hatte Recht. Es sah aus, als wäre jede vorstellbare Spielart von Gesetzeshüter hier versammelt. Ich sah Streifenwagen von der RCMP und der MID. Einen Leichenwagen, einen Kastenwagen und mindestens ein Dutzend zivile PKWs und Pickups. Die meisten hatten ein Blinklicht auf dem Dach oder auf dem Armaturenbrett. Olli stand etwas abseits und sprach mit einer Frau, deren Kleid zu kurz und zu eng war für ihre dicken Schenkel und die Speckrollen, die sich um ihren BH abzeichneten. Marilee Twiller nahm ich an. Wir stiegen aus und gingen zu Olli. Im Näherkommen sah ich, dass Twiller Mitte 40 war, sich aber große Mühe gab, nicht so auszusehen. Trotz einer Überdosis-Make-up fielen mir verquollene untere Lider auf, ganze Netzwerke aus Fältchen und geplatzten Ederchen zu beiden Seiten ihrer Nase. Olli stellte uns nicht vor. Habt ihr ihn euch schon angesehen? Ryan antwortete für uns beide. Noch nicht. Was habt ihr bis jetzt? So gegen sieben kam Kasteen für eine kleine Nummer mit der Liebe seines Lebens hier vorbei. Olli deutete mit dem Daumen auf Twiller. Wichser, sagte sie. Gegen acht verließ Kasteen das Haus wieder, schaffte es nicht bis zur Grundstücksgrenze. Irgendwelche Zeugen? Fragte Ryan. Die trauernde Freundin sagt, sie hätte Schüsse und dann quietschende Reifen gehört, aber weder den Schützen noch das Auto gesehen. Ich suchte Ryans Blick und deutete mit dem Kopf aufs Haus. Er senkte nur kurz das Kinn, einverstanden. Wie wär's, wenn sie mir das Opfer zeigen, schlug Ryan vor. Olli nickte. Twiller, sagte er, sie solle sich nicht von der Stelle rühren. Ich sah zu, wie sie sich durch das Gewimmel aus Polizisten und Technikern zwängten, die diese Sackgasse bevölkerten. Mein Beileid für ihren Verlust, sagte ich zu Twiller. Zum ersten Mal schaute sie nun in meine Richtung. Fällt Ihnen vielleicht irgendjemand ein, der Arti das angetan haben könnte? fragte ich. Twiller schob den rechten Arm vor den Bauch, stützte den linken Ellbogen darauf und begann an der Nagelhaut des Daumens zu kauen, die bereits blutig aussah. Hinter ihr sah ich Olli und Ryan zu einer Frau gehen, deren Jackenlogo im hellen Scheinwerferlicht gut zu erkennen war. Ich wusste, dass der Deputy Chief Coroner eine Frau namens Marine King war und ich vermutete, dass ich genau sie anschaute und dass sie Custains Leiche für die Autopsie ins Institut des Chief Medical Examiner für Alberta in Edmonton schaffen lassen würde. Hatte Arti mit irgendjemandem Streit? fragte ich Twiller. Twiller schüttelte den Kopf. Hatte er irgendwelche komischen Anrufe oder Besucher? Ich hab's dem anderen Bullen schon gesagt, wir waren nicht so oft zusammen. Zehn Meter hinter Twiller hob King eine Ecke des Tuchs an. Ryan kauerte sich hin, um Carstain genauer anzuschauen. Das war dieser Mistkerl Anka. Sie sagte es so leise, dass ich sie kaum verstand. Wie bitte? Anka hat gedacht, dass Arti Kohler abzweigt. Das hat Arti ihnen gesagt? Ich habe eine Unterhaltung mitgehört, wenn er besoffen ist, wird er fies. Anka? Sie nickte. So fies, dass er tötet? Der sticht erst seine Mutter ab und bestellt sich dann eine Pizza. Es war nach zehn, als der Leichenwagen endlich losfuhr. Olli blieb noch, um bei der Befragung der Nachbarn zu helfen. Ryan und ich fuhren schweigend zum Explorer. Ich schaute durchs Seitenfenster auf kahle Bäume und als ich dann in meinem Zimmer war, gab ich meinem iPhone nochmal eine Chance. Zu meiner Überraschung gab es ein mattes Flackern von sich. In der Hoffnung, dass die wichtigen Teile einfach nur noch komplett austrocknen mussten, steckte ich es zum Laden ein. Über Festnetz rief ich bei meiner nicht erreichbaren Tochter an. Ich hinterließ ihr noch eine Nachricht. Nach einer schnellen Toilette fiel ich erschöpft ins Bett. Aber mein Hirn wollte noch nicht abschalten. Ich dachte über Articas Tane nach. Wer hatte ihn ermordet? Warum? War es wirklich Anker gewesen oder eher ein strategischer Schachzug Scarboroughs? War Carstains Tod nur der erste in einem bevorstehenden Blutbad? Welche Geheimnisse hatte Carstain mit ins Grab genommen? Wo war Tom Anker? Ronnie Scarborough? Was hatte Scarborough gemeint, als er sagte, Olli hätte keinen Schimmer in Bezug auf Annelies Ruben? War es gar mehr gewesen als ihr Zuhälter? Wusste er Sachen, an die wir noch nicht einmal gedacht hatten? Ryan hatte Recht. Die Beamten vor Ort würden sich auf den Mord an Carstain und die nun wohl ausbrechende Fede über das Drogenrevier konzentrieren. Aber ich konnte nicht einfach aufhören, mir über Ruben den Kopf zu zerbrechen. Die Frau hatte vier Babys ermordet. Diverse Personen hatten Ruben als nicht sehr intelligent beschrieben. Wie hatte sie sich der Verhaftung so lange entziehen können? Wie hatte sie es von Sonja Sand nach Edmonton und nach Yellowknife geschafft? Wusste sie überhaupt, dass die Polizei sie suchte? Hat es gar Ruben geholfen? Oder Nellie Snook? Versteckte Ruben sich in dem Haus an der Wrecktess? Oder war sie woanders hingegangen? Zu einem Halbgeschwister, von dem wir nichts wussten? Zu einem Polizeibeamten von hier, der vielleicht ein Cousin oder sonst ein Verwandter war? Rubens Vater war Farley McLeod. Ihre Mutter war Mika Lee. Mika war Dene. Er streckte sich Rubens Familiennetzwerk bis hin zu Orten, die Außenstehenden nicht zugänglich waren? Und was war mit Horace Tyne? Tyne hatte mit Rubens Vater gearbeitet, war mindestens 30 Jahre älter als sie. War seine Beziehung zu Ruben wirklich eine rein väterliche gewesen? Und so ging es immer im Kreis. Bilder, Spekulationen, Fragen. Ich war schon beinahe eingeschlafen, als das Festnetz klingelte. Da ich dachte, dass es Katie war, griff ich zum Hörer. Mein Blick fiel auf den Wecker. 23.45 Uhr. Ist dort Temperance Brennan? Weich, kindlich. Ja. Ich muss sie sehen. Leichter Akzent. Wer spricht? Die Antwort jagte meinen Puls in die Stratosphäre. Ich bin im Wald. In welchem Wald? Hinter dem Hotel. Okay. Kommen Sie allein. Ich bin in zehn Minuten dort. In fünf. Klick. Ich schoss aus dem Bett, zog die Sachen an, die ich auf einen Stuhl geworfen hatte, schnappte meine Jacke, steckte eine Taschenlampe, den Zimmerschlüssel und aus reiner Gewohnheit mein Handy in die Tasche, rannte zur Tür hinaus. Vibrierend vor Adrenalin ließ ich den Aufzug links liegen, rannte die Treppen hinunter und durch die Lobby. Eigentlich musste das Hotel einen Hinterausgang haben, doch da ich nicht wusste, wo er lag, ging ich auf Nummer sicher und stürzte zum Haupteingang hinaus. Die Nacht war kalt, aber nicht kalt genug für Schnee. Ein leichter Regen machte das Gras unter meinen Sohlen rutschig. Während ich um das Gebäude herumlief, überlegte ich, was dieser Anruf alles bedeuten mich umzubringen? Bei diesem Gedanken blieb ich erprockt stehen. War Ruben gefährlich? Sie hatte ihre Kinder getötet, aber war sie eine Gefahr für mich? Ich zog mein iPhone aus der Tasche. Das Ding reagierte mit ein bisschen mehr Enthusiasmus als zuvor, funktionierte aber immer noch nicht richtig. Unwichtig, ich spähte ins Gespenstische, dunstige halbdunkel vor mir, sah nur dunkle Umrisse, von denen ich wusste, dass es Kiefern waren. Ich zog meine Taschenlampe heraus und schaltete sie ein. Ich war schon fast an der Baumgrenze, als eine einzelne Gestalt sich in den Schatten materialisierte. Die Gestalt blieb bewegungslos, das Gesicht ein blasses Oval, das in meine Richtung blickte. Ganz ruhig, lass mich dir helfen, oder soll ich die Jungs mit den Marken und Knarren rufen? Wie willst du es haben, Annelies? Gott, hoffentlich trägt sie keine Waffe. Ich betrat den Wald. Als würde sie meine Gedanken lesen, hob Ruben beide Hände und trat in meinen Lichtkegel. Sie war klein und fettleibig. Ihre Haare waren lang und dunkel, das Gesicht konnte man als hübsch auf eine pausbäckig kindliche Art bezeichnen. Tank saß ihr zu Füßen. Rubens Botschaft war klar. Sie trug keine Waffe und wollte mir nichts Böses. Bevor ich etwas sagen konnte, drehte Rubens sich, die Arme seitlich weggestreckt um die eigene Achse. Tank lief zu ihren Füßen im Kreis, als wollte auch er zeigen, dass er keine Gefahr darstellte. Dann schaute sie mich direkt an. Wir haben dich gesucht, Annelies. Habe ich gehört. Wir müssen uns unterhalten. Sie haben meiner Schwester Angst eingejagt. Das tut mir leid. Ich will, dass sie damit aufhören. Wenn du bereit bist, mit der Polizei zu reden. Nein! Warum nicht? Die wird behaupten, dass ich schlimme Dinge getan habe. Hast du? Ich tue es nicht mehr. Du kannst die Hände runternehmen. Sie erzähl mir von deinen Babys. Babys? Ihre Verwirrung klang echt. Ihretwegen suchen wir nach dir. Sie legte die Stirn entfalten. Sie schaute zu ihrem Hund herunter. Er schaute zu ihr hoch. Sie kraulte sein Ohr. Ich dachte, es geht um die Männer. Welche Männer? Die Männer, die mir Geld gegeben haben. Sie dachte, wir wollten sie verhaften, weil sie auf den Strich Babys passiert ist. Sie sagte nichts. Hast du sie getötet? Wir haben vier gefunden, Annelies. Drei in Sanja Sand und eins in Edmonton. Sie haben die Babys gefunden? Ausdruckslos. Ja. Sie sind gestorben. Wie? Sie mussten. Warum? Sie konnten nicht leben. Warum nicht? Ich habe ihnen was Schlechtes gegeben. Annelies. Scharf. Sie hob langsam den Kopf, doch ihr Blick blieb gesenkt. Ich habe sie in Handtücher eingewickelt, sagte sie. Was meinst du damit, du hast den Babys was Schlechtes gegeben? Etwas innen drin. Ich konnte ihr nicht folgen, fragte aber nicht nach. Dafür war später noch Zeit. Weißt du, wer die Väter sind? fragte ich. Annelies starrte es Nelly nicht. Du wirst das mit den Babys der Polizei erklären müssen, sagte ich. Ich will nicht. Du hast keine andere Wahl. Sie können mich nicht zwingen. Doch, das kann ich schon. Ich bin kein schlechter Mensch. Während wir hier im Mondlicht und Regen standen, erkannte ich die traurige Wahrheit. Annelies Ruben war kein Monster. Sie war einfältig. Ich weiß, sagte ich sanft. Ich wollte als mir etwas hinter ihrer rechten Schulter ins Auge stach. Mit den Nadeln einer Kiefer stimmte etwas nicht. Ihre Ränder waren zu hell in der dunklen Umgebung. Ich trat einen Schritt nach links, um hinter Annelies sehen zu können. Ein Augenblick und dann ein Flackern, als hätte jemand eine Taschenlampe ein und sofort wieder ausgeschaltet. Annelies flüsterte ich. Bist du allein gekommen? Ein gedämpftes Krachen zerriss die Stille. Ich sah einen aufblitzen. Annelies Mund klappte auf. Aus ihrer Stirn spritzte ein Klumpen und über ihrer rechten Braue öffnete sich ein Loch. Mit einem entsetzten Aufjauern sprang Tank von der Brust seines Frauchens und rannte in den Wald. Ich warf mich auf den Boden. Noch ein Krachen gelte durch die Nacht. Annelies Körper zuckte und drehte sich mir zu. Dann sackte sie zusammen. Beuchlings robbte ich zu ihr. Annelies lag mit weit geöffneten Augen da. Ein schwarzes Rinnseil floss aus der Austrittswunde über ihr Gesicht und ihren Haaransatz. Ich drückte ihr zitternde Finger an die Kehle. Kein Puls. Nein. Nein. Obwohl mein Herz hämmerte, versuchte ich klar zu denken, wie viele waren da draußen? War Annelies das Ziel gewesen oder ich? Denk nach, womit rechnete der Schütze? Dass ich davon laufen würde oder bleiben würde, um erste Hilfe zu leisten? Tu keins von beidem. Dicht am Boden robbte ich zu der Stelle zurück, wo ich gestanden hatte, als ich den Schuss gehört hatte. In den Nadeln, die den Boden bedeckten, tastete ich nach der Taschenlampe. Schließlich Schützen weg zeigte. Die Lampe landete mit leisem Krachen, der Strahl war kaum sichtbar. Ich erstarrte. Keine Schüsse. Kein Geräusch. Außer den Tropfen, die auf die Äste über mir klatschten. Ich drehte mich auf die Seite, zog das Telefon aus meiner Tasche und hielt es mir dicht vor den Bauch. Das Display flackerte, wurde wieder schwarz. Ich versuchte es noch einmal und hielt den Druck mit den Daumen aufrecht. Sekundenlang. Ich wollte schon aufgeben, als die Icons plötzlich in wunderbaren Farben erstrahlten. Fast weinend vor Erleichterung drückte ich auf das grüne Telefonsymbol, dann auf eine Ziffer in der Kurzwahlliste. Ryan. Groggy, aber er versuchte wach zu klingen. Ich bin zwischen den Kiefern hinter dem Hotel, flüsterte ich. Ich stehe dich nicht der Hohle gesagt hast. Ruben wurde erschossen, zischte ich. Brich zusammen. Komm in den Wald hinter den Zen Garten, zischte ich, so laut ich mich traute. Leg auf, dich zurück, Festnetz. Ich bin nicht in meinem Zimmer, du musst in den Wald. Die Verbindung brach ab. Ich versuchte es mit SMS, funktionierte nicht. Ich war ganz auf mich allein gestellt, ich steckte das Handy wieder ein, horchte, der Wald war absolut still. Plötzlicher Gedanke. Tank, auch der kleine Hund war auf sich allein gestellt, ihn rufen? Das konnte ich nicht riskieren. Ein trüber gelber Schein markierte die Stelle, wo Anneliese lag. Würde Ryan mit meiner verstümmelten Nachricht etwas anfangen können? Wie lange warten? Ich entschied mich für zehn Minuten, suchte nach Orientierungspunkten. Ruben lag unter einer großen Kiefer mit einem knotigen Auswuchs in etwa eineinhalb Meter Höhe am Stamm. Links davon stand eine kleinere, asymmetrische Kiefer, an der jeder zweite Ast abgestorben aussah. Als ich überzeugt war, dass ich die Stelle wiederfinden würde, rannte ich los. Ryan trug nur Jeans, als er die Tür öffnete, seine Haare waren zerzaust, aber er wirkte hellwach. Was ist denn? Ruben ist tot. Ich war außer Atem vom Rennen, zitterte, Was? Sie ist kein Monster, Ryan. Sie ist zurückgeblieben. Oh Gott, wie sagt man jetzt? Behindert? Sie wusste wahrscheinlich überhaupt nie, dass sie schwanger war. Wusste wahrscheinlich nicht einmal, was schwanger bedeutet. Die Tränen flossen einfach. Ich habe den Schützen nicht gesehen. Jetzt mal langsam. Ryan verstand nicht. Zwei Schüsse. Der in den Kopf hat sie vermutlich getötet. Ryan zog mich in sein Zimmer, schloss die Tür, holte eine winzige Flasche Johnny Walker aus seiner Minibar und gab sie mir. Trink das. Ich darf nicht, das weißt du. Er schraubte den Deckel ab und steckte mir die Flasche entgegen. Trink! Ich tat es. Das vertraute Feuer brannte mir die Kehle hinab. Ich schloss die Augen. Die Hitze breitete sich vom Bauch in die Brust und in den Kopf aus. Das Zittern ließ nach. Ich hob die Lider. Ryan musterte mein Gesicht. Besser? Ja, Torne. Ruben ist tot. Ihre Leiche liegt im Wald hinter dem Hotel. Der Hund ist weggelaufen. Der Hund? Tank! Der Kleine! Vergiss den Hund! Erzähl mir, was passiert ist. Ruben hat mich gegen Mitternacht angerufen und gesagt, sie wolle mich sehen. Woher hat sie deine Nummer? Wahrscheinlich von Snoke? Ryan fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Ruben hat gesagt, ich soll Reaktion ärgerte mich maßlos. Ich habe dich angerufen. Kann doch nichts dafür, dass die Verbindung miserabel war. Du hast dich mitten in der Nacht mit ihr im Wald getroffen. Ja! Die Wikinger blauen kochten vor Wut. Du hättest dabei umkommen können. Ich lebe noch. Aber Ruben nicht mehr. Der Satz war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich schaute weg. Er sollte nicht sehen, dass er recht hatte. So habe ich das nicht gemeint. Ryan klang jetzt sanfter. Ruf die Kollegen, sagte ich knapp. Ryan nahm sein Handy und wählte. Er redete mit dem Rücken zu mir. Danach holte er ein Sweatshirt aus seinem Koffer und zog es sich über den Kopf. Und fragte ich? Sie schicken einen Streifenwagen. Du solltest es Olli sagen. Ryan wählte Ryan atmete tief durch. Es war nicht deine Schuld, Tempi. Doch, dachte ich, das war es. Der Streifenwagen wurde von Sepp Chalker gefahren. Kein Transporter der Spurensicherung, kein Leichenwagen. Ryan und ich trafen Chalker in der Lobby. Er sah nicht sehr erfreut aus. Ich beschrieb, wo der Schütze vermutlich gestanden hatte. Chalker rief ein zweites Team, das den und die nächstgelegene Straße abfahren sollte. Chalker führte uns zur Vordertür, holte Maglites und Regenjacken aus seinem Kofferraum und gab sie uns. Im Gänsemarsch gingen wir um das Gebäude herum und durch den Garten und stapften dann auf die Bäume zu. Unsere Sohlen hinterließen flache Abdrücke im Schlamm und den feuchten Nadeln. An einer Stelle am Waldrand deutete ich in die Richtung von Rubens Leiche. Sie liegt ungefähr drei Meter weiter da vorne. Chalker ging alleine hinein. Nach weniger als einer Minute hörten wir ihn rufen. Gesichert! Chalker erwartete uns, die Füße gespreizt, die Taschenlampe auf den Boden gerichtet. Ich ließ meinen Strahl mit seinem verschmelzen. Mir blieb vor Überraschung die Luft weg. Rubens Leiche war verschwunden. Das ist die Stelle. Ohne recht zu wissen, wieso richtete ich den Strahl auf den Baum mit dem Auswuchs. Chalker sagte nichts. Sie war hier. Ich ließ den Strahl zwischen den Bäumen, die ich mir gemerkt hatte, hin und her wandern. Es ist ziemlich dunkel, miss vielleicht. Ich bin keine Idiotin, blaffte ich. Immer noch randvoll mit Adrenalin. Oder dem Johnny Walker. Bist du sicher, dass sie tot war? fragte Ryan. Sie hatte eine Austrittswunde so groß wie meine Faust. Ich weitete meine Suche aus, bewegte mich immer weiter von der Stelle weg. Ryan und Chalker taten es mir nach. Zehn Minuten später trafen wir uns wieder am Ausgangspunkt. Beide Männer schauten mich an. Zweifelnd. Ich schwöre es, sie lag genau da. Ich kniete die Nadeln wirkten gleichförmig feucht. Keine sah aus wie frisch zerbrochen, verschoben oder umgedreht. Ich entdeckte kein Blut, weder Haare noch Gewebe noch Knochenfragmente. Es gab nicht den geringsten Hinweis darauf, dass hier ein Mensch getötet worden war. Schockiert stand ich auf und deutete mit dem Strahl in die Richtung, aus der die Schüsse gekommen waren. Wir müssen die Umgebung nach Patronenhülsen absuchen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wohl kaum. Schocker blies den Atem senkrecht nach oben. Die Personifizierung der Geduld. Also Miss, mir platzte der Kragen. Hier draußen wurde verdammt noch mal eine Frau erschossen. Ich habe gesehen, wie er das Hirn vorne rausspritzte. Sie sollten sich beruhigen. Beruhigen? Beruhigen? Ich sprang Schocker Ich spürte eine Hand auf der Schulter. Egal, ich war in Fahrt. Ich will Ihnen was sagen, Constable Schocker. Ich habe schon Tatorte bearbeitet, als Sie noch in kurzen Hosen herumgehopst sind. Das kombinierte Genie der RCMP und der SQ konnte Annelies Ruben nicht finden. Aber ich habe es getan. Ich rammte mir einen zitternden Daumen in die Brust. Wir sind hier fertig. Schocker schob sich an mir vorbei und verließ das Waldstück. Ich drehte mich Ryan zu. Mit dem Typen bin ich fertig. Gehen wir, sagte er sanft. Im Hotel zog ich die feuchten Sachen aus, duschte und streifte mir einen Jogging Anzug über. Es war bereits kurz vor zwei, aber mein Hirn raste auf Adrenalin und Schnaps. Ich fuhr eben meinen Laptop hoch, als es an meiner Tür klopfte. Ryan trug immer noch Jeans und Sweatshirt. Vor dem Bauch hielt er einen flachen quadratischen Karton. Ich öffnete die Tür. Pizza? fragte er. Während wir aßen, berichtete ich Ryan jedes Detail, an das ich mich erinnern konnte. Wie konnte jemand einen Tatort so effektiv säubern? Das alles war einfach nicht zu glauben. Der Regen hat mit geholfen. Glaubst du es was gar? Ich freue mich schon darauf, ihn das zu fragen. Wir nahmen uns beide ein zweites Stück. Bringst du sie dazu, dass sie sich voll auf den Mord an Ruben konzentrieren? Werde ich. Danke. Das Telefon riss mich aus einem gewirrloser Traumfetz. Brennan Hi Mom Ich freute mich sehr Katys Stimme zu hören. Die Freude werte ungefähr 30 Sekunden. Wie geht's dir meine Kleine? Du klingst verschlafen. Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Bei euch da oben ist es ja erst sieben. Bin gerade am aufstehen. Sitzt du gut? Mhm. Ich bin zur Army gegangen. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meine Lieder schnellten in die Höhe. Ich setzte mich auf. Was hast du? Ich trete am 15. Juli in Fort Jackson meinen Dienst an. Ich war sprachlos. Katie war das kleine Mädchen, das Pink mochte und Reifröckchen trug. Bist du noch dran? Ja. Überrascht? Überrumpelt. Wann hast du dich gemeldet? Letzte Woche. Machst du das für Coop? Webster Aaron Cooperton war Katys Freund gewesen. Im vergangenen Frühjahr war er in Afghanistan getötet worden, wo er als Entwicklungshelfer gearbeitet hatte. Nicht für ihn. Er ist tot. Wegen ihm? Zum Teil. Coop hat dafür gelebt, Menschen zu helfen. Ich mache rein gar nichts. Und der andere Teil? Ich hasse meinen Job. In der Army kann ich neue Freunde finden und reisen. An Orte, wo Menschen in die Luft gejagt und erschossen werden. Ich schluckte. Coop war nicht beim Militär, sagte ich. Aber ich werde es sein. Entschlossen. Ach, Katie. Ich liebe dich, Mom. Katie, ich muss jetzt Schluss machen. Ich liebe dich, meine Kleine. Ich saß einfach nur da, das Telefon an die Brust gepresst. Ich zweifelte. Aber woran? Dass sie das Ausbildungslager überstehen würde? Dass sie sich ins militärische Leben einfügen würde? Oder hatte ich Angst, dass sie es tun würde? Fühlte ich mich verraten, weil sie ihre Entscheidung nicht mit mir besprochen hatte? Oder befürchtete ich einfach nur, dass man sie in ein Kriegsgebiet schicken würde? Die irische Nationalhymne vibrierte an meinem Brustbein. Ich hob das Handy ans Ohr. Brennan, habe von deinem kleinen Abenteuer gestern Nacht gehört. Da ich keine Lust hatte, mich von Olli runterputzen zu lassen, sagte ich nichts. Bei den Einheimischen machst du dich nicht gerade beliebt. Hast du mich deswegen angerufen? Ich habe angerufen, weil ich Informationen brauche, und zwar sofort. Was ich nicht brauche, ist ein Haufen Scheiße. Ich wartete, weil ich zu sauer war, um etwas zu erwidern. Sag mir, was mit Ruben passiert ist. Das tat ich. Danach schweigen. Ich nahm an, dass Olli sich Notizen machte. Ich muss dich was fragen, Tempi. Sein Ton machte mich argwöhnisch. Hast du gestern Nacht ein paar gekippt? Was? Du hast mich schon verstanden. Warum im Gottesnamen fragst du mich das? Chalker sagt, du hättest nach Schnaps gerochen. Mir stieg die Hitze in die Wangen. Der Scotch aus der Minibar. Chalker ist ein Arschloch, sagte ich. Wir wissen beide, dass du eine Vorgeschichte hast, die der Grund dafür ist, dass ich nicht trinke. Aber fragen musste ich. Ist die Spurensicherung in Sunnywell fertig? Ich wechselte das Thema. Seit zwei Stunden. Habt ihr Scarborough oder Anker verhaftet? Wir haben Anker. Die Einheimischen verhören ihn gerade. Ryan und ich suchen nach Scar. Kurze Pause, dann ein Mann aus der Zentrale kommt gegen neun ins Hotel. Ich will, dass du ihm deine Version der Ereignisse berichtest. Meine Version der Ereignisse? Dann will ich, dass du in dein Zimmer zurückgehst und auf deinem hübschen kleinen Arsch sitzen bleibst. Bitte, Sergeant Hastie, darf ich mir vorher noch das Buch über Diamanten kaufen? Bitte, bitte. Ja, das darfst du. Ich zog mich an und genehmigte mir ein schnelles Frühstück aus French Toast und Speck. Nellie Snook war nicht im Restaurant. Um 9.15 rief ein Constable Lake aus der Lobby an. Er war blond und sommersprossig und stemmte offensichtlich Gewichte. Er ging mit mir durch den Garten und durch den Wald zu der Stelle, wo Ruben gestorben war. Auch im Tageslicht konnte ich nicht die kleinste Blutspur erkennen. Keinen Stiefel oder Schuhabdruck, nicht das kleinste materielle Indiz. Kiefernadeln sind elastisch. Ich sah auch keine Fußabdrücke von mir oder Chalker. Nichts als Nadeln, sagte Lake, nachdem er sich umgesehen hatte. Darum geht's ja, der Schütze hat die Leiche fortgeschafft und den Tatort gesäubert. Woher kamen die Schüsse? Von da! Ich ging in die Richtung. Lake folgte mir. Gemeinsam suchten wir auch diese Stelle ab. Kein Messing, sagte er. Natürlich nicht. Wenn er die Leiche fortschafft, nimmt er auch die Patronenhülsen mit. Lake nickte. Schauen wir uns die Straße an. Reifenspuren oder Schuhabdrücke waren längst vom Regen weggewaschen worden. Lake schaute mich sehr lange an. Dann sagte er, kommen Sie in die Zentrale und ich nehme die Aussage zu Protokoll. Die Botschaft war deutlich. Eine weitere Untersuchung des Tatorts würde nicht stattfinden. Das werde ich. Lake zuckte die Achseln. So was passiert schon mal. Bevor ich fragen konnte, was er meinte, drehte er sich um und ging zum Hotel. Mit glühenden Wangen sah ich zu, wie Lake aus dem Wald trat. Es war ihm egal, dass ich zögerte. Er drehte sich nicht einmal um. Über mir krächzte ein Rabe. In meinem Zimmer schaltete ich den Fernseher ein und fuhr meinen Laptop hoch. Mein Gott, wie viele Leute dachten eigentlich, dass ich mich zugesoffen und mir die Schüsse nur eingebildet hatte. Und dieser gottverdammte Hund. Während ich auf meinem hübschen kleinen Arsch saß, machte Olli und Ryan Jagd of Scar. Scheiß drauf. Ich steckte eine Akte in meine Handtasche, zog meine Jacke an und ging in die Lobby hinunter. Durch die Eingangstür sah ich den Camry auf dem Parkplatz gegenüber der Zufahrt stehen. Da ich Ryans Gewohnheiten kannte, ging ich zur Rezeption. Dahinter stand eine Frau, auf deren Namensschild Nora stand. Entschuldigen Sie, Nora, Detective Ryan hat eben Weiß, es ist ungewöhnlich, aber könnte ich vielleicht den Schlüssel zu 207 haben? Tut mir leid, Miss Brennan, aber wir brauchen eine explizite Erlaubnis, um einen Gast in das Zimmer eines anderen zu lassen. Es geht um Folgendes. Ich beugte mich über den Tresen. Eine Informantin mit streng geheimen Informationen. Detective Ryan ist an einem Tatort und darf nicht gestört werden. Mit einem verschwörerischen Nicken gab Nora mir die Schlüsselkarte. Danke, flüsterte ich. Ich hoffe, es hilft, flüsterte Nora zurück. Übrigens fragte ich, arbeitet Nellie Snook heute? Nora schüttelte den Kopf. Sie hat am Wochenende immer frei. Die Schlüssel lagen auf Rines Nachtkästchen. Ich lief zum Camry, startete den Motor und raste die Zufahrt hinunter. Als ich in der Rekt erst parkte, Körbchen auswechselte. Ich stieg aus und ging zu ihr. Als sie mich sah, ließ Snook den Sack fallen, rannte durch die Seitentür ins Haus und versuchte, sie zuzuwerfen. Ich schoss nach vorne und drückte mit einer Hand gegen die Tür. Gehen Sie, rief sie durch den Spalt. Annelies Ruben ist tot. Ich rufe die Polizei. Man hat sie erschossen. Sie lügen. Ich war dabei. Von drinnen wurde noch stärker gegen die Tür gedrückt. Ist Annelies gestern Nacht zurückgekommen? fragte ich. Das Schweigen verriet mir, dass die Frage sie getroffen hatte. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen, Nelly. Es ist Zeit, dass ich Ihnen sage, warum ich nach ihrer Schwester gesucht habe. Mit der linken Hand zog ich die Akte aus meiner Handtasche und schob sie durch den Spalt. Ich hörte, wie sie zu Boden fiel. Ich nehme jetzt meine Hand weg, aber bitte schauen Sie sich an, was in der Akte ist. Die Tür wurde so heftig zugeworfen, dass der Rahmen zitterte. Schließlich hörte ich das Schloss wieder klicken. Langsam schwang die Tür nach innen. Snooks Augen waren tief umschattet. Was ist das? Sie hielt den braunen Aktendeckel mit den Fotos der toten Babys hoch. Haben Sie die gemacht? Das sind offizielle Tatort Fotos. Das war nicht meine Frage. Ich bin keine Polizistin. Ihr Kinn hob sich leicht. Ich habe die Fotos nicht gemacht, aber ich war dabei, als sie geschossen wurden. Ich erwartete, dass sie mich davonjagen würde. Stattdessen trat sie einen Schritt zurück. Ich betrat ein düsteres kleines Zimmer mit einer uralten Waschmaschinen Trockner Kombination und Plastikkörben an einer Wand. Die Luft roch nach Kaminrauch, Waschmittel und Haushaltsreinigern. Snook schloss die Tür, verriegelte sie und führte mich dann in eine sonnenhelle Küche. Sie legte die Akte auf die Arbeitsfläche und bot mir Tee an. Ich nahm an. Während Snook den Kessel unter den Wasserhahn hielt und Teebeutel in Becher hängte, schaute ich mich um. Schränke aus Astkiefer mit schmiedeeisernen Beschlägen säumten die Wände. An den Türen klebten Fotos von Tieren, die sie sorgfältig aus Kalendern und Magazinen ausgeschnitten hatte. Ein Falke, eine Eule, ein Karibu, ein Nashorn. Auf einem kleinen Klapptisch unter einem Fenster Sie interessieren sich für Umweltschutz, sagte ich. Jemand muss das ja machen. Tut mir leid, dass ich ihren Keuter ich beschädigt habe. Der ist für Frösche. Sie vermehren sich im Frühling. Ich versuche ihnen zu helfen. Wunderschöner Kater, sagte ich. War er gar nicht. Wie heißt er? Murray. Es war still im Haus. Ich fragte mich, ob Mr. Snoke in einem anderen Zimmer war und sperrte die Ohren auf, um vielleicht ein Gespräch mitzubekommen. Tut mir leid, dass ich ihren Mann störe. Ich bin nicht verheiratet. Der Wasserkessel pfiff. Sie sagten, ihr Mann hätte ihnen im Gold Range gestern einen Schlüssel gegeben. Ich habe gelogen. Warum? Weil sie nichts angeht, was ich tue. Okay. Snoke goss kochendes Wasser in die Becher. Vor sechs Jahren ging Josiah auf ein Bier und kam nie mehr zurück. Das tut mir leid. Mehr nicht. Snoke gab mir meinen Tee. Ist meine Schwester wirklich tot? Es tut mir sehr leid. Jemand hat sie erschossen? Ja. Wer? Das weiß ich nicht. Warum zeigen sie mir die? Das sind Fotos der Polizei und des Coroners. Ich klappte den Deckel auf. Oben auf lag ein Hochglanzfoto des Babys aus dem Toilettenschrank. In den letzten drei Jahren lebte ihre Schwester in der Nähe von Montreal in einer Stadt namens Sanya Sand. Vor sechs Tagen meldete sie sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Ausgehend von ihren Symptomen vermutete der diensthabende Arzt, dass sie kurz zuvor entbunden hatte. Da Annelies leugnete, dieses Baby in Annelies Bad unter dem Waschbecken gefunden. Snoop starrte in ihren Tee. Schauen sie es sich an, Nelly. Snoop tat, was ich ihr gesagt hatte. Sie betrachtete die blinden Augen, den mit Maden gefüllten Mund, den winzigen, aufgeblähten Bauch. Dann ließ sie die Schultern hängen, sagte aber nichts. Ich legte ein zweites Foto auf das Erste. Dieses Baby wurde in einer Fensterbank gefunden. Ein drittes. Dieses auf dem Dachboden. Ein viertes. Das lag versteckt hinter einer Wand in Annelies Wohnung in Edmonton. Ich ließ Snoop Zeit, die grausige Realität zu verdauen, die ich davor ihr ausbreitete. Schließlich schaute sie mich mit gelassener Miene an. Sie weiß es nicht besser. Ausdruckslos wusste es nicht. Das ist mir jetzt auch klar, sagte ich sanft. Hinter Snoop streckte sich Murray und schnurrte leise. Haben sie irgendeine Ahnung, wer der Vater oder die Väter sein könnten? Wir haben versucht, sie zu finden, mein Bruder und ich. Alice war langsam. Sie schnaubte leise, aber freudlos auf. Annelies. Sie probierte gern neue Namen aus. Die Ärzte hatten einen Namen für das, was mit ihr los war. Ich konnte ihn nicht aussprechen, aber rein rechtlich war sie erwachsen und sie ließ sich nicht gern sagen, was sie tun sollte. Ihr Tod ist nicht ihre Schuld. Ist es nie. Ich fand das eine komische Bemerkung, sagte aber nichts. Hat die Polizei schon irgendwelche Hinweise? Ein Verdächtiger wird verhört, nach einem anderen gefahndet. Fällt ihnen irgendetwas ein, das uns weiterhelfen könnte? Snook schüttelte langsam den Kopf. Nahm Annelies Drogen? Die schwarzen Augen schnellten zu mir, brennend vor Zorn. Das musste es ja sein, nicht? Das Mädchen war indianisch, also war sie selbstverständlich Junkie oder Alki. Das hat man auch über meinen Bruder gesagt. Das sagt man auch über mich. Die Dinge ändern sich nie. Sie meinen jetzt Daryl Beck? Sie sind gründlich. Sie heftig auf Schnaps und Drogen. Er hatte einen schwierigen Start. Seine Mutter starb, als er zwölf war. Unserem Vater waren wir alle scheißegal. Farley McLeod. Das Einzige, was Farley seinen Kindern mitgab, war ein schneller Schuss Sperma und ein wertloses Stückchen Erde am Ende der Welt. Schätze, das war seine Art, mit seinem schlechten Gewissen umzugehen. Sie sagen also, ihr erarbeitete an seinem Schulabschluss. Wieder das freudlose Schnauben. Hier passte etwas nicht zusammen. Horace Tyne sagte, Daryl sei auf Drogen gewesen. Snooks Stirnfalten wurden tiefer, aber sie sagte nichts. Tyne sagte, nach Farleys Tod wohnte Anneliese bei ihm. Ich war damals nicht in Yellow Knife. Tyne ist um einiges älter als ihre Schwester. Ist er, bringt sie das nicht auf Gedanken? Außer meinem Bruder und mir ist Horace Tyne der einzige Mensch in dieser Stadt, der sich auch nur einen Deut um andere Lebewesen schert. Er ist ein guter Mann und er arbeitet hart, wenn er Arbeit finden kann. Der Kater setzte sich auf, streckte einen Vorderlauf aus und kraulte sich den Bauch. Wissen Irgendetwas hat ihr Angst gemacht. Was? Ich weiß es nicht. Ich bedrängte sie nicht, dachte mir, wir hätten noch genug Zeit zum Reden. Snook hob ihre Tasse. Kennen Sie eine Frau namens Susan Forex? Oder erwähnte Annelies je ihren Namen? Nein. Phoenix Miller? Nein. Wir glauben, dass Annelies mit einem Mann namens Smith von Edmonton nach Montreal ging. Ich kenne ungefähr ein Dutzend Smiths. Was ist mit Ralph Trees? Nennt sich Rocky. Nein. Ronnie Scarborough? Warum fragen sie mich nach diesen Leuten? Weil ihre Schwester sie kannte. Den nächsten Satz sagte ich so sanft wie möglich. Ronnie Scarborough war ihr Zuhälter. Snook stellte den Becher auf den Tisch, hielt ihn fest. Scarborough ist ein Hauptverdächtiger im Mord an Annelies, fügte ich hinzu. Sie sagten, sie sind keine Polizistin, aber sie reden wie eine. Ich bin forensische Anthropologin. Was heißt das? Ich untersuche Überreste, die beschädigt sind. Darüber schien sie nachzudenken. Der Coroner wird bei meiner Schwester eine Autopsie machen? Ich legte meine Hand auf die ihre. Der, der Annelies erschossen hat, hat ihre Leiche mitgenommen. Ihr Mund klappte auf. Wir finden ihre Schwester Nelly und die Mistkerle, die sie ermordet haben. Murray streckte jetzt den anderen Vorderlauf aus. Was ist mit Tank passiert? fragte Snook. Ich weiß es nicht. Sie haben doch gesagt, sie waren dabei. Er ist in den Wald gerannt. Snook ließ das Kinn auf die Brust sinken. Ich fragte mich, ob ich angesichts solchen Kummers so storsch bleiben könnte. Mein Blick wanderte zu Murray, dann zu den schlecht zusammenpassenden Fischen in dem Glas neben ihm. Einer war schmutzig weiß, der andere golden, auf dem Sand und den Steinen am Boden ihrer Welt funkelte das Sonnenlicht. Ein längeres Schweigen entstand. Dann sagte Snook etwas, das meine Einschätzung des Mords an Annelies völlig über den Haufen warf. Ronny hat Annelies nicht getötet. Wie können sie sich da so sicher sein? Als ich sagte, ihr Bruder hätte auf sie aufgepasst, meinte ich nicht Daryl. Ich kann ihnen nicht folgen. Ich meinte Ronny. Moment was? Scar ist ihr Bruder? Ich nenne ihn nicht so, aber ja, ich war drei, als John Scarborough meine Mutter heiratete, fünf, als er mich adoptierte, Ronny war zehn. Himmel, war denn in dieser Stadt jeder mit jedem verwandt? Aber Scar ist Dealer und Zuhälter, sagte ich. Ich spreche nicht mit ihm über seine Geschäfte. Aha. Scar versuchte meine Schwester aus diesen Dingen herauszuhalten, gab ihr Geld und eine Unterkunft. Aber Zeugen sagen, Annelies wäre auf den Strich gegangen. Ich deutete auf die Akte und sie wurde schwanger. Meine Schwester war leicht zu beeindrucken und sie wollte Sachen. Soll heißen? Sie sah Ronnys Leben und hielt es für glamourös. Sobald er nicht auf der Hut war, machte sie sich davon, um anschaffen zu gehen. Sie war vertrauensselig und nett Wo ist Ska jetzt? Das weiß ich wirklich nicht. Gestern war er im Gold Range, deshalb waren sie auch dort. Sie nickte. Aber ich bin mir sicher, dass Ronny Annelies nie etwas tun würde. Warum ist ihr Bruder in Yellow Knife? Ich habe ihn angerufen und erzählt, dass Annelies bei mir ist. Er war stocksauer, meinte, sie wäre hier nicht sicher. Warum nicht? Ich glaube, es hatte etwas mit seinen Geschäften zu tun. Aber wie gesagt, ich weiß, darüber sprechen sie nicht. Als ich wieder im Camry saß, starrte ich einfach nur ins Leere. Meine Gefühle waren ein wildes Durcheinander aus schlechtem Gewissen, Verwirrung, Verärgerung und Frustration. Snooks Vater hatte sie verlassen, war dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ihr Bruder war in einem Feuer umgekommen, ihre Schwester erschossen worden. Das alles in nur fünf Jahren. Sagte Snook die Wahrheit über Scar? Über Daryl Beck? Ihre Version passte nicht zu der von Horace Tyne. Tyne behauptete, Beck sei ein Junkie gewesen. Ich war überzeugt, dass Snook nichts von Rubens Schwangerschaften gewusst hatte. Ihr Schock, als sie die Fotos sah, war echt gewesen. Wie auch ihr Schmerz, als sie von dem Mord an Ruben hörte. Und wenn der Mörder ihr eigener Bruder war? Wie auch immer, für mich war die Jagd vorbei. Ich war auf Bitten der RCMP nach Yellowknife gekommen. Olli hatte darauf bestanden, dass wir uns Ruben zum Ziel machten und Ruben war jetzt tot. Ich würde höchstens irgendwann wieder hierher kommen, um im Prozess gegen ihren die Polizei überhaupt, dass sie tot war? Ich schaute mich im Rückspiegel an. Mein Blick wirkte gequält. Ich war besessen davon gewesen, eine Frau zu finden, die ihre Babys ermordet hatte. Jetzt wusste ich, dass die Frau selbst ein Opfer war, ein kindliches Opfer. Hatte sich meine Besessenheit jetzt darauf verlagert, ihren Mörder zu finden? Wenn Snoop mit Scarborough recht hatte, wer hatte dann Ruben erschossen? Vielleicht Anker? Einer seiner Handlanger? Wusste Anker, Ruben mit Scar verwandt war? Vielleicht war Scar auf einem Feldzug, mit dem er zwei Dinge erreichen wollte, Rubens Tod rächen und Ankers Drogengeschäfte übernehmen? Jede Gedankenschleife kehrte zu demselben demütigenden Gedanken zurück. Meine Vergangenheit war mir nach Yellowknife gefolgt. Die Polizisten glaubten, ich wäre hatte mir die Horrorgeschichte im Wald nur eingebildet. Ich war raus aus der Ermittlung. Hatte Olli meinen Ruf sabotiert? Ryan mit Sicherheit nicht. Ich legte den Gang ein. Kies spritzte hoch, als ich die Racktest entlang raste und beinahe einen Streifenwagen der RCMP auf die Hörner nahm. Ich bremste so heftig, dass mein frisch verschorftes Kinn gegen das Lenkrad knallte. Olli sprang aus der Fahrerseite des Streifenwagens. Eine Gestalt, von der ich annahm, dass es Ryan war, blieb auf dem Beifahrersitz. Ich stieg ebenfalls aus. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verdammt noch mal in deinem Zimmer bleiben. Auf Ollis Stirn pochte eine Ader, die Wangen waren rot. Du denkst wohl, du musst dich nicht an Regeln halten, was Tempi? Olli stemmte beide Hände in ihr Hüften. Ist es das, was dich von der Flasche fernhält, dass du Risiken eingehst? Wenn ich wütend bin, wirklich fuchsteufelswild, werde ich kalt wie ein Eisberg. Du hattest kein Recht, über meine Vergangenheit zu reden. Ist es das? Was? Vergangen? Frag Ryan, was passiert ist. Er hat mir von dem Scotch erzählt. Dann haben wir das ja geklärt. Aber nicht geklärt haben wir, warum du hier draußen bist, obwohl ich dir befohlen habe, in deinem Zimmer zu bleiben. Mir befohlen? Ich atmete einmal tief durch. Ich habe nur Nellie Snook darüber informiert, dass ihre Schwester tot ist. Dazu hattest du keine Befugnis. Da hatte er allerdings recht. Ich habe es gesehen, Olli. Ich habe gesehen, wie ihr Hirn herausgespritzt und ihr Körper zu Boden gegangen ist. Er starrte mich weiter an. Du wirst ermitteln, nicht? Ruben war auf der Kehrliste. Irrtümlich. So oder so, jetzt gehört sie zu einer deiner Statistiken. Olli spreizte die Füße und hakte die Daumen in den Gürtel. Die Einheimischen sind völlig auf Kastein fixiert, sagte ich. Ich will nicht, Ruben durch irgendein Raster fällt. Das schaute mich auf eine Art an, die nur bedeuten konnte, was denn sonst? Snook glaubt, dass Ruben vor etwas in Edmonton davongelaufen ist, sagte ich. Wovor? Das wusste sie nicht. Aha. Snook hat bestätigt, dass Ruben geistig behindert war, sagte ich. Und dass sie mindestens viermal schwanger war. Das hat niemand bemerkt? Ruben war stark übergewichtig und trug weite Kleidung. So was passiert. Und sie hatte immer noch keine Ahnung, als die Babys einfach so in ihr Klo plumpsten? Dieselbe Antwort. Warum war sie dann in der Notaufnahme? Ich schätze, das Blut hat ihr Angst gemacht. Sie hatte den Arzt angelogen. Wahrscheinlich hatte er ihr Angst gemacht. Ein Bild blitzte vor mir auf. Im Wald sagte sie, sie hätte den Babys was Schlechtes gegeben. Du hast Papier gefunden. Vielleicht war es ja das. Warum sollte sie so etwas tun? Falls sie es getan hat. Snoog schwört, dass Scar Ruben nicht umgebracht hat. Der Mistkerl hat kein Problem damit, die Kleine als seine Bordstein Prinzessin auf die Straße zu schicken, aber sie zu erschießen kommt für ihn nicht in Frage? Scar ist Snooks Adoptivbruder. Olli zog überrascht die Augenbrauen hoch. Snoog ist Rubens Halbschwester. Was zum Teufel ist dann Scar für Ruben? Ich weiß es nicht, aber Snoog schwört, Scar hätte versucht, sie von seinem Leben fernzuhalten. Reins Tür ging auf. Scar erfährt also, dass Ruben ein Yellowknife ist und kommt in den Norden, um sie zu schützen? So erzählt es Snoog. Ryan stieg aus und kam auf uns zu. Damit sich die Fahrt auch wirklich lohnt, tötet Scar noch Kastein, um sich den örtlichen Drogenmarkt zu erschließen? Aus Rache tötet Anka Ruben. Dieses Szenario hatte ich mir auch schon ausgemalt. Was hat Snoog sonst noch gesagt? Fragte Olli. Ich erzählte ihm von Daryl Beck. Was zum Teufel hat denn das mit der ganzen Sache zu tun? Wahrscheinlich nichts. Aber ich mit einem Todesopfer. Vielleicht. Wahrscheinlicher ist, dass der Fall direkt an den Corona ging. Ryan war jetzt bei uns und sein Gesicht wirkte so angespannt, wie ich es noch nie gesehen hatte. Sie haben Scarborough. Wo? fragte Olli. Stanton Territorial Health Authority mit zwei Kugeln im Kopf. Olli vorrasend schnell benutzte seine Sirene. Ryan und ich folgten im Camry in gemäßigterem Tempo. Als wir die Notaufnahme betraten, kam Rainwater uns entgegen. Er berichtete, dass Scars Leiche bereits unterwegs war nach Edmonton und dass Olli sich auf den Weg zum Tatort gemacht hatte. Scar war erschossen worden, als er die Wohnung einer Frau namens Dorothy Slider verlassen hatte. Sie hatte nichts mitbekommen. Die Nachbarn hatten nichts mitbekommen. Der einzige Auto heraus erschossen worden. Mich ostentativ ignorierend erkundigte sich Rainwater bei Ryan, ob der ihm bei der Überprüfung eines Tipps zu Anker helfen wolle. Ryan war so höflich, mich mit hochgezogenen Augenbrauen fragend anzuschauen. Ich streckte einfach nur die Hand aus. Ryan legte mir die Autoschlüssel hinein. Hinter ihm sah ich Maureen King vom Coroner Service in ein Handy sprechen. Sie sah kleiner aus, als sie, über Carstains Leiche stehend auf mich gewirkt hatte, vielleicht 1,60 groß und 50 Kilo schwer. King hielt sich den Hörer ans andere Ohr und hängte sich eine große schwarze Handtasche über die freie Schulter. Dabei bemerkte sie mich. Mit überraschter Miene winkte sie mich zu sich. Ich ging hinüber. Ich streckte ihr die Hand entgegen. Temperance Brennan. Ich weiß, wer älter, als ich gedacht hatte, wahrscheinlich Ende 40. Ihr Haar war aschblond, der Ansatz weit über den Braun. Ihre hohe Stirn versuchte sie mit einem langen Pony zu verdecken. Sie sind die Anthropologin. Sie sind der Coroner. Deputy Chief. Der Forensik. Wir grinsten uns gegenseitig an. Dann wurde Kings Miene ernst. Man fällt aus dem Sattel, man steigt wieder auf. Wenn Sie Bedarf haben, ich könnte uns ein Treffen organisieren. Hitze schoss mir den Hals hoch und in die Wangen. Ich weiß nicht, welche Gerüchte Sie gehört haben, Miss King, aber Maureen, ich bin seit acht Jahren trocken. Aber ich habe immer noch diese Tage, da würde ich am liebsten in eine andere Stadt fahren und mir eine dunkle Bar suchen, wo mich keiner kennt und diese durchgeknallte Welt für eine Weile auslöschen. Ihre Worte trafen mich wie ein Schlag auf den Kopf. Ich wusste genau, was sie meinte. Aber diesmal war ich nicht schuldig. Ich hatte keine Flucht gesucht, hatte den Scotch nur auf Ryans Bar Harren hingetrunken. Denkt denn diese ganze durchgeknallte Welt, dass ich betrunken war? Manche tun das. Ich habe mit angesehen, wie Annelies Ruben ermordet wurde. Sie stand nur zwei Meter von mir entfernt. Danach habe ich einen Schluck Scotch getrunken, um mich zu beruhigen. Wir schauten einander lange in die Augen. Die ihren waren so grün wie meine. Soweit ich weiß, kennen sie Nellie Snook, sagte sie, wohnt und der Wreckt es. Ich berichtete ihr von den toten Babys, den Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Snook und Ruben, Scarborough und Snook. Davon, dass Snook der Meinung war, Scarborough wollte Ruben beschützen. Sie hörte zu, ohne mich zu unterbrechen. Jetzt sind Ruben und Scarborough beide tot, sagte ich schließlich. Ich fürchte, das liegt in der Familie. Das klingt herzlos. Das sollte es nicht. Ich stelle nur eine Tatsache fest. Snooks anderer Bruder kam auch gewaltsam ums Leben. Darryl Beck, ja. Sie kannten ihn? Vielleicht habe ich ihn hin und wieder mal gesehen. Sie wandte den Blick nicht ab. Ich wusste, was sie sagen wollte, indem sie es nicht sagte. Sie und Beck hatten dieselben Treffen besucht, doch sie kam der Verpflichtung der anonymen Alkoholiker zur Verschwiegenheit nach. Hat der Corona Service je Becks Tod untersucht? fragte ich? Ja, haben wir. Jeder nahm an, er hätte sich an diesem Abend zugesoffen und wäre mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen. Der Chief Coroner hatte Unfall als Todesursache angegeben, vermutete ich. Ja. Etwas in Kings Stimme ließ er ahnen, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte. Sind Sie anderer Meinung? King lächelte auf eine Art, die keinen Humor vermittelte. Von Daryl war nicht mehr viel übrig für eine Untersuchung und wir schwimmen hier oben nicht gerade in anthropologischen Kapazitäten. Snook sagte, Beck hätte auf seinen Schulabschluss hingearbeitet. Das könnte ich überprüfen, sie zögerte. Der Anruf, den ich eben hatte, kam von Nellie Snook. Wie es aussieht, haben sie ziemlich Eindruck bei ihr gemacht. Das ist mir neu. Sie will ihren Bruder ausgraben lassen. Was? Ich war verblüfft. Warum? Vermutet sie einen Mord? Brandstiftung? Snook hat das mit dem Unfalltod immer bezweifelt. Sie weiß, dass sie hier sind und sie weiß, was sie tun. Haben sie die Befugnis, eine Exhumierung anzuordnen? Auf Antrag der Familie. Das war verrückt. Von toten Babys war ich zu einer ermordeten Nutte und in einen potenziellen Drogenkrieg geraten. Jetzt bat man mich, eine Leiche zu untersuchen, die seit vier Jahren unter der Erde war. Können sie mir die Ausrüstung besorgen, fragte ich. Was brauchen sie? Womit haben wir es zu tun? Die Überreste passen in eine Plastikwanne. Ich kann nur eine vorläufige Einschätzung abgeben. Jede mikroskopische oder anderweitig spezialisierte Untersuchung muss in meinem Labor durchgeführt werden. Verstanden. Nicht viel, sagte ich. einen Arbeitstisch, Handschuhe, Masken, Schürzen, eine Lupe oder dergleichen, Greifzirkel, ein Röntgengerät. Sie zog ein Spiralnotizbuch heraus und schrieb eine Liste. Wir können die Untersuchung hier machen, wird eine Weile dauern. Dann steckte sie das Notizbuch in die Handtasche und zog ihr Handy heraus. Ich gab ihr meine Visitenkarte, meine Handynummer. Snoo kann sich ihr Honorar nicht leisten und unser Budget erlaubt keine Auslagen Dann buddeln wir ihn aus, sagte sie. Dann buddeln wir ihn aus, sagte ich. Normalerweise bewegt sich das Justizwesen mit dem Tempo der Kontinentalverschiebung. Ich nahm an, dass King mit eine Weile ein paar Tage meinte. Ich hatte die schiere Beharrlichkeit von Yellowknifes der Beauty Chief Corona unterschätzt. Ich aß eben Lohmein im Red Apple an der Franklin, als mein iPhone klingelte. Können Sie um sechs am Lakeview Cemetery sein? Ich komme hin. Ich schaute auf die Uhr, 15 20. Ich hatte mich erst vor 40 Minuten von King verabschiedet. Der reinste Pitbull. Ich liebte diese Frau. Ich rief Ryan an, um ihm zu sagen, was ich vorhatte. Er klang vorwiegend frustriert. Der Tipp zu Anker war eine Niete. Das Arschloch ist noch immer verschwunden. Ich nehme an, dass Rubens Leiche noch nicht aufgetaucht ist. Nein, sucht irgendjemand danach? Ich halte dich auf dem Laufenden. Im Bookseller kaufte ich mir ein Buch über die Suche nach Diamanten in der Arktis. Ein zweites über den Diamanten Abbau in Kanada. Dann kehrte ich ins Explorer zurück. Bevor ich nach oben ging, suchte ich in dem Waldstück noch einmal nach Tank. Obwohl ich rief und rief, ließ der Hund sich nicht blicken. Schweren Herzens ging ich auf mein Zimmer. Vier Uhr nach mittags. Ich holte meine wärmsten Sachen aus dem Koffer und hängte sie über einen Stuhl. Um die Zeit tot zu schlagen, machte ich es mir auf dem Bett bequem und schlug das Buch über Bergbau auf. Zur Sicherheit stellte ich die Weckfunktion meines Handys auf 1720. Auf dem hinteren Vorsatz des Buchs befand sich eine Karte von Nunavut und den Northwest Territories. Ich erlebte einen Schock. Ich hatte gedacht, Yellowknife würde am obersten Ende des Planeten kleben, keineswegs. Nördlich des 60. Breitengrads versteckte sich noch eine ganze Menge Geografie. Die Lieder wurden mir schwer. Der Kopf sank mir auf die Brust, was mich dann wieder weckte. Ich konzentrierte mich wieder auf die Karte. Ich fand die Diamantenminen Ikati und Diavik, die beide praktisch auf der Grenze zwischen Nunavut und NWT lagen. Im Südosten lag der Snap Lake und südlich davon Gatshu Quay. Meine Gedanken schweiften ab. Gatshu Quay. Früher der Kennedy Lake, die neue, von De Bias projektierte Mine. Wieder klappten die Lieder herunter. Von irgendwoher tauchte ein Bild von Horace Tyne auf. Horace Tyne wehrte sich gegen das Gatshu Quay-Projekt, behauptete, seine Existenz würde die Karibus bedrohen. Ich sah eine Herde. Ein Schild mit der Aufschrift Naturreservat. Einen Aufkleber der Alberta Wilderness Association. Zwei Fische, einer schmutzig weiß, der andere golden. Gold. Horace Tyne, die Giant Gold Mine. Kirchenglocken läuteten. Meine Augen sprangen auf. Zwanzig nach fünf. Ich zog Sweatshirt und Jacke an, band meine Stiefel und steckte mein iPhone in meinen Rucksack. Höchste Zeit, Daryl Beck aus der Erde zu holen. Ein Vorteil des Sommers im hohen Norden, mehr als 20 Stunden Tageslicht. Als ich die gewundene Straße zum Lakeview fuhr, war der Himmel mittagshell. Auf dem Parkplatz standen bereits ein paar Autos. Ein Nachteil des Sommers im hohen Norden, Menschen fressende Insekten. Moskitos schlugen zu, kaum dass ich ausgestiegen war. King entdeckte ich auf der rechten Seite eines Grabs, das von einem weißen Lattenzaun umgeben war. Neben ihr stand ein Mann in einem Tweetsacko, das viel zu groß für ihn war. Gut drei Meter hinter ihnen schnurrte ein kleiner Schaufelbagger im Leerlauf. Die Schaufel eingefahren und verriegelt. Ich ging auf King und ihren Begleiter zu und schlug dabei Stechmonster so groß wie Pelikane weg. Der Abend war feucht, aber einigermaßen warm. Die Luft roch nach totem Gras, modrigem Holz und frisch umgegrabener Erde. Oh, der Exhumierung. Kings Team bestand aus sechs Männern, alle indigener Abstammung. King stellte den Mann als Francis Bullion von der Kommunalverwaltung vor. Bullion hatte die genaue Lage von Becks Grab bestätigt. Er hatte graue Haare, eine randlose Brille und einen sehr kleinen Kopf. Alle sind da, also denke ich mir, wir können anfangen, sagte King. Sie haben sehr schnell reagiert. Die Leute brauchen Arbeit, Snoke wollte es unbedingt. Das Team war ähnlich eifrig und effizient. Um 1914 hatten sie den Sack aus dem Grab gehoben, um acht im Leichenwagen. Bullion bot an, beim Team zu bleiben. King und ich folgten dem Leichenwagen nach Stanton. Eine Schwester und zwei Pfleger erwarteten uns. Die drei, King, der junge Fahrer und ich buxierten den Sarg auf eine Rollbare. Dann waren wir Mädchen unter uns. Die Schwester hieß Courtney. Sie sprach King mit dem Vornamen an, deshalb nahm ich an, dass sie einander kannten oder verwandt waren. Courtney führte uns durch eine große Doppelpendeltür in einen großen Raum. Wir stellten den Sarg an eine Wand. Schon hatte der Raum den Geruch des Sargs und seines Inhalts angenommen. Rostendes Metall, zerfallende Textilien, feuchte Erde. Ich roch allerdings nichts von dem eklig organischen Gestank, der mit den meisten Exhumierungen einhergeht. King füllte ein Fallformular aus und machte Nacken. Ich trat an den Sarg und öffnete den Verschluss. Der obere Teil des Deckels ließ sich leicht anheben. Die Plastikwanne steckte zwischen schimmeligen und fleckigen pinkfarbenen Samtkissen. King machte weitere Fotos. Ich hob die Wanne auf die Bahre. Courtney sah mit sehr großen Augen zu. Noch hatte sie kein Wort zu mir gesagt. Ich hob den unteren Teil des Sargdeckels an. King gab mir eine Taschenlampe. Ich leuchtete ins Innere des Sargs. Entfernte Auskleidung und textiles Gewebe, tastete Falten und Vertiefungen mit den Fingern ab. Und fand nichts. Ich schaute King an. Machen wir das Ding auf, sagte sie. King hatte nicht übertrieben, das Feuer hatte nicht viel von der Rebeck übrig gelassen. In der Wanne lagen nur die dickeren robusteren Teile des Skletts oder die Teile, die von viel Muskelmasse geschützt waren. Ich sah weder Wirbel noch Rippen. Kein Schulterblatt, kein Schlüsselbein, kein Brustbein. Nichts vom Gesicht, von Händen oder Füßen. Jedes Fragment war durch Hitzeeinwirkung massiv beschädigt. Der Schädel war explodiert, dann hatten die einzelnen Stücke zu brennen angefangen. Vom Unterkiefer waren nur noch zwei kleine Teile übrig, beide aus dem Bereich nahe den Kiefergelenken. An den sechs Röhrenknochen, die das Feuer überstanden hatten, fehlten die Enden. Das Becken bestand aus zwei verkohlten Klumpen, die früher die Gelenkpfannen der Hüfte gewesen waren, und einem Stück Kreuzbein. Ich fing an, die Knochen anatomisch korrekt anzuordnen. Schädel, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, alles ganz normal. Bis ich zum Becken kam. Ich hielt inne, schaute verdutzt. Ich schnappte mir die Lupe von der Arbeitsfläche und untersuchte jedes Darmbein noch einmal unter Vergrößerung. Unmöglich. Ich hielt sie nebeneinander, wechselte die Seiten, tat es noch einmal und noch einmal. Das ist unmöglich. Was? King hatte meine Aufregung gespürt. Die Unterkieferfragmente hatte ich mir für den Schluss aufgehoben. Ohne auf die Frage einzugehen untersuchte ich erst das eine, dann das andere, den Kieferwinkelpunkt, das Kinnloch, die Kieferzungen Beinfurche, die gestutzten Teile des aufsteigenden Asts und des Zahnbogens. Das ist doch verdammt noch mal unmöglich. Aber es bestand kein Zweifel. Die Hände schweißfeucht vom Latex legte ich ein Beckenfragment und ein Unterkieferfragment beiseite und fügte ihre Gegenstücke in meine Rekonstruktion ein. Was hat das zu bedeuten, fragte King. Ich deutete auf die beiseite gelegten Fragmente. Das sind Teile von Unterkiefer und Becken, beide von der rechten Körperseite. Ich deutete auf die entsprechenden Teile in der Rekonstruktion des Skeletts. Diese Fragmente haben die gleiche Position. Sie Ausdruck zeigte mir, dass sie die Antwort bereits wusste. Das hier sind zwei Personen. Sie machen Witze. Wie wurde Daryl identifiziert? Größtenteils anhand von Indizien. Es war sein Haus, sein Motorrad stand vor der Tür. Ein Nachbehörte ihn in dieser Nacht nach Hause kommen, aber nicht mehr wegfahren, sagte, er hätte es gehört, weil die Maschine verdammt laut war. Das war alles? Keine zahnärztlichen Unterlagen? Daryl hatte es nicht so mit der Zahnpflege, hätte sich einen Zahnarzt auch gar nicht leisten können. Die Neonröhren summten. Die Uhr tickte. Und welcher ist jetzt Daryl? King starrte die Knochen an. Beide sind männlich, sagte ich. Woher wissen sie das? Es sind genug Details vorhanden. Ich sah, dass Courtney näher gekommen war. Würden sie es gern sehen? fragte ich sie? Sie nickte. Ich zeigte ihr die Merkmale. Auf jedem Fragment ist noch etwas vom Acetabolum erhalten. Der Hüftgelenkspfanne. Anhand der Durchmesser würde ich sagen, dass der eine Mann größer war als der andere. Ich holte mir den Greifzirkel von der Arbeitsfläche. Die anderen sahen zu, wie ich maß, um meine Vermutung zu bestätigen. Können sie was über das Altersagen fragte King? Ein bisschen was. Ich hob die beiden Fragmente an. Sie sehen hier, dass die Gelenkfläche des größeren Manns aufgebauscht ist und der Knochen körnig wirkt. Die des Kleineren wirkt glatter und dichter, sehr vereinfacht ausgedrückt. Ich sah auf, sowohl King wie Courtney schauten verblüfft. Der größere war jünger, wahrscheinlich in den Zwanzigern, der Kleinere war eher Mitte 40, das sind aber nur Grobeschätzungen. Daryl war 24, sagte King, und ungefähr 1,80 groß. Der Minutenzeiger ruckte. Wer ist dann der andere Kerl? King sagte es laut, aber eher für sich als zu uns. Ich hob die Hände. Können Sie die Rasse bestimmen? fragte King. Sehr unwahrscheinlich. Bei extremer Hitze dehnen sich die Flüssigkeiten im Gehirn aus und bringen den Schädel zum Platzen. Dann fangen die Fragmente an zu brennen. Genau das ist hier passiert. Verschwand irgendjemand zur Zeit des Feuers? Gute Frage, Schwester Körtney. Kommen Sie beide hier zurecht, wenn ich gehe, um das nachzuprüfen, fragte King. Körtney und ich nickten. Ich schaltete das Licht wieder an und untersuchte ein Kieferfragment unter Vergrößerung. Es war nur noch Kohle. Ich untersuchte das andere und spürte ein Flattern im Bauch. Jesus. Zu jung. Ich schaute hoch, wir grinsten beide. Dieses Fragment enthält noch ungefähr zwei Zentimeter des hinteren Ende des Zahnbogens, einschließlich zwei Höhlen der Backenzähne. Vielleicht kann ich darin Wurzelfragmente erkennen. Wow. Schwester Körtney, jetzt müssen Sie ans Röntgen gerät. Ich legte die Kieferfragmente auf ein Tablett und sagte ihr, welche Blickwinkel ich brauchte. Während Sie das tun, untersuche ich die restlichen Knochen noch einmal und dann können sie beide Individuen komplett röntgen. Vom Schädel waren lediglich Teile des Scheitelbeins und des Hinterhauptbeins übrig. Alle Ränder und Oberflächen waren verkohlt. Nur eine DNS-Analyse würde genauere Angaben ermöglichen, doch ich bezweifelte, dass das Feuer verwertbares Material übrig gelassen hatte. Ausgehend von der Größe konnte ich die Reste der Mittelschäfte der Röhrenknochen unterscheiden. Ein Oberschenkelknochen, ein Schien und ein Wadenbein blieben bei Daryl. Ein Oberschenkelknochen und ein Schienbein gehörten dem anderen Mann. Ich schrieb eben die Befunde in mein Notizbuch, als Courtney mit einem fahrbaren Lichtkasten zurückkam. Ich glaube, sie hatten recht. Sie schien elektrisiert vor Aufregung. Und ich glaube, der ältere Kerl war in Zahnbehandlung. Ich schüttelte die Aufnahmen aus dem Umschlag, klemmte den ersten auf den Kasten und schaltete ihn ein. Die Fragmente zeigten sich in Grauschattierungen. Im Rechten war nur die amorphe Bällchenstruktur des Knochens zu erkennen. Courtney deutete darauf. Das ist Daryl, der Jüngere. Das Fragment des älteren Mannes enthielt noch mehr vom Zahnbogen, darunter die Zahnhöhlen, die ich entdeckt hatte. Sie erschienen als dunkle Einbuchtungen im schwammigen Grau. Tief in jedem Loch steckte ein winziger weißer Kegel, ein Wurzelfragment. Senkrecht in jedem Loch steckte ein strahlend weißer Strang. Das sind Wurzelbehandlungen nicht? Könnte man ihn damit identifizieren? Sie hatte Recht, mit beiden Fragen. Doch das war nicht der Grund, warum mir der Atem stockte. Das Fragment sah aus, als wäre es in einen Blizzard geraten. Eine Wolke weißer Punkte sprengelte den unteren Rand und breitete sich über den Winkel in den aufsteigenden Ast aus. Was ist das? fragte Courtney. Ich möchte, dass sie jeden Knochen röntgen. Ich bemühte mich um Ich deutete auf das teilweise rekonstruierte Skelett, dann den anderen Mann und dann diese. Ich deutete auf die Schädelfragmente und den noch nicht zugewiesenen Oberarmknochen. Machen sie alles getrennt. Auf keinen Fall durcheinander bringen, okay? Okay. Als Courtney gegangen war, rief ich King an. Sie meldete sich sofort. Das ältere Opfer wurde erschossen, sagte ich. Ist nicht wahr. In der Röntgenaufnahme seines Unterkiefers ist ein Schneesturm aus Blei zu sehen. Schweigen. Sehr kleine verteilte Partikel als Folge eines Schusses aus einem Hochgeschwindigkeits Gewehr, dessen Ladung den Körper durchdringt, erklärte ich. Ein Jagdgewehr vielleicht? Genau das denke ich, sagte ich. Ich habe mir Becks Totenschein geholt. Der Todestag ist der 4. März 2008. Angefangen von diesem Datum habe ich die Vermisstenanzeigen des ganzen Jahres überprüft. Keiner passte zu ihrem Profil. Der Ältere hatte Wurzelbehandlungen an einigen seiner unteren Schneidezähne. Wir sollten die Aufnahme einem forensischen Odontologen vorlegen, um korrekte Angaben zu erhalten, die wir dann durch CPIC jagen können. Haben Sie jemanden auf der Kurzwahlliste? Ja, aber der ist in Montreal und dort ist es jetzt mitten in der Nacht. Und Flexibilität gehörte nicht zu Marc Bergerons Charaktereigenschaften. Beck ist schon eine ganze Weile tot, sagte King. Da kann er auch noch ein bisschen länger warten. Mit meinem iPhone schoss ich Fotos von den Zahnbehandlungen des älteren Mannes und e-mailte sie Bergeron. So hatte er sie bereits vorliegen, wenn er morgens in die Arbeit kam. Ich schaute auf die Uhr. Zehn nach zwölf. Es war schon morgen. Da ich mir dachte, dass Olli mit Scars Mordermittlungen beschäftigt war, rief ich Ryan an. Er und Rainwater saßen in einer Bar am Highway 4, wo sie einer weiteren Spur zu Anker nach ging. Rainwater denkt, dass wir verscheißert werden. Ryan klang so müde, wie ich mich fühlte. Er hatte eine Großrazie angeordnet und will jeden grillen, der ins Netz geht. Ich erzählte Ryan von den vermischten Überresten und dem Bleigewitter. Beide wurden umgebracht? Das werde ich bald rausfinden. Das ältere Opfer hatte ein paar Wurzelbehandlungen. Willst du Bergeron anrufen? Morgen. Ich habe ihm Fotos geschickt. Gute Arbeit. Körtny kam zurück, als ich auflegte. Während sie den Rest des älteren röntchte, schaute ich mir Becks Aufnahmen an. Bleigewitter in Oberschenkelknochen und Beckenfragment. Das beantwortete eine Frage, warf aber auch Neuer auf. Waren Beck und der ältere Mann beide ermordet worden? Wenn ja, warum? Hatte einer den anderen erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet? Wenn ja, warum? Waren Beck und sein Kumpar nach einer Nacht voller Drogen und Alkohol in Streit geraten? Hatte Beck oder der Ältere das Haus angezündet? Oder sonst jemand? War das Feuer ein Unfall? Wer war der Ältere? Warum hatte ihn niemand als vermisst gemeldet? Stammte er nicht aus der Gegend? Ich blätterte zu einer leeren Seite in meinem Notizbuch und skizzierte einen zeitlichen Ablauf. Farley McLeod starb 2007, Daryl Beck 2008, Annelies Ruben und Ronnie Scarborough gestern. Alle waren miteinander verwandt. Hatten auch ihre Tode miteinander zu tun? Wie? Castane wurde ebenfalls gestern ermordet. Er war kein Verwandter. Wie passte er ins Bild? Castane und Scarborough waren aus fahrendem Autos erschossen worden. Ruben wurde von einem Mann zu Fuß erschossen, vermutlich mit einem Gewehr. Beck und sein Kumpel waren mit einem Jagdgewehr erschossen worden. War bei allen fünf Anschlägen dieselbe Waffe verwendet worden? Waren die Schüsse aus den fahrenden Autos aus einer Pistole gekommen? McLeod stürzte in einer Cessna ab. Seine Leiche wurde nie gefunden. Rubens Leiche fehlte ebenfalls. War das ein Zufall oder hatte es eine Bedeutung? Ich war aufgeregt. Zu viele Fragen und zu wenige Antworten. So kompliziert. Zu kompliziert. Und so viele Tote. Sogar wenn man die Babys ausnahm. Körtny kam mit den Schädelfragmenten und den Röntgenaufnahmen zurück. Auf manchen Schneegestöber, auf andere nicht. Ich sah nichts, was ich eindeutig back zu ordnen konnte. Körtny schaute mich wissbegierig an. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich lächelte sehr verbindlich. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Es tut mir leid, Sie wissen, dass ich über Details dieser Ermittlung nicht mit Ihnen reden darf. Ich weiß. Bitte bewahren Sie Stillschweigen über alles, was Sie gesehen haben. Natürlich. Zuerst sage ich Ihnen, was ich sehe, und dann sagen Sie mir, warum ich mir das an einem wunderbaren Sonntagvormittag anschaue. Marc Bergeron hatte, im Gegensatz zu mir, die Zeitverschiebung nicht berücksichtigt. Sein Anruf hatte mich um dreiviertel sieben geweckt. Haben Sie die Bilder, fragte ich, während ich mein Laptop hochfuhr? Ich habe sie auf meinen Computer überspielt. Sind Sie gut genug, um festzustellen, welche Zähne eine Wurzelbehandlung hatten? Fragte ich. Ausreichend. Ich nehme an, es geht um Identifikation. Das Fragment wurde in einem Ausgehend von der Lage der Höhlen im Verhältnis zum Ast, von ihrer Größe und der Rückkrümmung und Kompression der Wurzeln selber, würde ich sagen, der vordere Zahn ist siebenundvierzig und der hintere ist achtundvierzig. Der rechte zweite Backenzahn und der Weisheitszahn, sagte ich. Der dritte Backenzahn ist zwar klein, was häufig ist, aber schön ausgebildet und voll durchgebrochen. Was immer eine Wurzelbehandlung nötig machte, kam später. In einem dritten Backenzahn sieht man so etwas ziemlich selten. Großartig, danke. Hören Sie, der Corona hier findet nichts in der Vermisstenliste für Yellowknife. Könnten Sie das für mich ins CPIC eingeben? Weiß La Manche über diesen Fall Bescheid? Ja, ich notierte mir, dem Chef sofort eine E-Mail zu schicken. Bitte geben Sie mir die Details. Wir wissen nur, dass das Opfer männlich in den 40ern und nicht übermäßig groß war. Er starb im März 2008. Falls das System eine Übereinstimmung findet, müssen wir Einsicht in die Originalberichte beantragen. Natürlich. Nachdem ich La Manche eine E-Mail geschickt hatte, schnappte ich mir meine neuen Bücher und ging nach unten. Wieder ein früher Morgen im Traders Grill. Die anderen Gäste waren ein älteres Paar, das sich angeregt über Wildblumen unterhielt. Ich hatte nicht erwartet, Snoog zu sehen und tat es auch nicht. Ich bestellte Eier und Toast. Ich schlug eben das Buch über Fibki und seine Kumpel auf, als Ryan auftauchte. Er sah ziemlich schlecht aus. Er sah mich und kam zu mir. Gesellschaft? Gern. Die Kellnerin brachte meine Eier und goss Ryan Kaffee ein. Er bestellte, was ich aß und sie ging wieder. Ich skizzierte kurz die Exhumierung und fasste mein Telefonat mit Bergeron zusammen. Er sagte mir, dass Rainwater einige von Ankers Ganoven in der G-Division ihr Mütchen kühlen ließ. Er und Olli würden in Kürze hinfahren. Nach diesem Austausch saßen wir nur da und mieden den Blick des anderen. Reins Frühstück kam. Er aß es. Auf der anderen Seite des Restaurants beugten die beiden Grauhaarigen sich über ihr Pflanzenbuch. Mein Blick wanderte zu ihnen. Wie glücklich sie aussehen. Wie gut sie zusammen passen. Ich spürte Reins Finger auf meinem Handrücken. Sie wanderten zum Handgelenk, blieben auf meiner Uhr liegen. Meine Haut kribbelte dort, wo sie mich gestreichelt hatten. Überrascht schaute ich ihn an. Seine Augen ruten auf meinem Gesicht, unsere Blicke trafen sich. Lilly ist im Gefängnis, sagte er leise. Ist sie wieder drauf? Ich war schockiert. Es ging ihr doch so gut. Das Mädchen ist eine mir so leid wie ich ließ die Frage in der Luft hängen. Sie hat sich wieder mit dem Arschloch zusammengetan, mit dem sie letztes Jahr ging. Er hat ihr ein paar Mal was umsonst gegeben, dann war sie auf sich allein gestellt. Der Wachdienst nahm sie fest, als sie im Carrefour an Ring Yong ein Smartphone klauen wollte. Ryan sah so niedergeschlagen aus, dass ich ihn am liebsten in den Arm genommen und an mich gedrückt hätte. Stattdessen stellte ich mir das zweifelhafte Vergnügen vor, das Lilly darstellte, erinnerte mich an seinen Bericht, wie sie in sein Leben getreten war. Lillys Mutter Lutisha stammte ursprünglich von Abacue Island, lebte aber zu seinen katastrophalen Studentenzeiten in Nova Scotia. Die beiden waren nicht unbedingt ein Paar, aber sie passten sehr, sehr gut zusammen. Nachdem er in einer Messerstecherei in einer Bar verletzt worden war, verließ Ryan die dunkle Seite und ging zur Eskü. Er und Lutisha gingen von da an getrennte Wege, kam aber Jahre später für ein Erinnerungstechtel Mechtel noch einmal zusammen. Vor ein paar Jahren tauchte Lilly plötzlich auf Daddys Schwelle auf. Sie brachte Ryan sie zum Entzug. Wieder und wieder wurde sie rückfällig. Ryan belastete das sehr. Ein Opfer war unsere Beziehung. Egal. Ryan liebte sein kleines Mädchen mit jeder Phase seines Wesens. Kann ich irgendwas tun? fragte ich. Zuhören? Natürlich werde ich das. Du weißt, dass ich immer für dich da bin. Ryan strich mir über die Hand, deutete dann auf die Bücher. Willst du in eine Diamantenmine investieren? Ich habe versucht, mich über die Geschichte der Gegend zu informieren. Was hast du herausgefunden? Ryan winkte der Kellnerin, er wollte noch Kaffee. Ich weiß jetzt, warum die Klunker so verdammt teuer sind. Zuerst muss man die Diamanten mal finden. Dann muss man eine Machbarkeitsstudie erstellen, um herauszufinden, wie viel die Mine kosten wird und wie man sie bauen muss. Dann kommt die große Hürde. Umweltschutzvereinbarungen, Landnutzungsverträge, Wasserlizenzen, Vereinbarungen über Auswirkungen und Nutzen, sozioökonomische Vereinbarungen. Für die Genehmigungen muss man sich mit staatlichen territorialen und indigenen Regierungen herumschlagen, mit Regulierungsbehörden, Landbesitzern, mit jedem vom örtlichen Farmer bis hin zum Papst. Die Kellnerin goss rein frischen Kaffee ein. Dann muss man die Mine bauen, was in diesem Klima ein Albtraum ist. Die Fundstätten sind so abgelegen, dass Personal und Gerät eingeflogen oder über Winterstraßen transportiert werden müssen. Weißt du, was der Betrieb einer Eisstraße kostet? Das weiß ich nicht. Ich blätterte zu einer Seite in meinem Buch. Die Lupin ist fast 600 Kilometer lang. Bau und Unterhalt kosten jährlich etwa 6,5 Millionen Dollar. Ich schaute Ryan an. Und die Eisstraßen sind nur ungefähr zehn Wochen im Jahr geöffnet. Eine Menge Geld. Hör dir das an. Ich ließ ihm keine andere Wahl. Der Bau von Ikati kostete 900 Millionen Dollar. Diavik kostete 1,3 Milliarden Dollar. Milliarden. Die mussten einen ganzen verdammten Seetrocken legen. Ist das nicht genau das, was Mr. Glocken so wütend macht? Übrigens, ich habe ihn gestern gesehen. Als Rainwater und ich vorbeifuhren, kam Tyne eben aus der Giant Gold Mine. Ich dachte, die ist geschlossen. Ist sie. Aber die haben Arsen Probleme. Arsen? Ein Nebenprodukt der Gold Gewinnung. Als die Mine geschlossen wurde, haben die Besitzer sich aus dem Staub gemacht und ein paar Millionen Tonnen von dem Zeug hinterlassen. Müssen die Minengesellschaften nicht bereits vorab Millionen bezahlen, um die Kosten für Entsorgung und Rückbau zu decken, bevor sie überhaupt die Betriebsgenehmigung erhalten? Ryan trank den letzten Schluck Kaffee aus. Hör mal, wenn du dich für das Thema wirklich interessierst, Rainwater sagt, sein Onkel arbeitet im Bergbauarchiv und weiß alles, was man über dieses Thema wissen kann. Klar, ich tanze da mitten am Sonntag an. Rainwater sagt, der alte Knabe wohnt praktisch dort, er ist Geologie-Professor im Ruhestand und die Regierung hat für ihn nach seiner Pensionierung so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme getroffen. Er stand auf. Halte mich auf dem schon klar auf dem Laufenden. Nun gut. Lilly hatte mal wieder einen Entzug hingeschmissen. War das der Grund, warum Ryan sich mir gegenüber so distanziert verhielt, so viel mit Olli keifte, nicht kleinliche Eifersucht, sondern Angst um seine Tochter? Mein Handy riss mich aus den Gedanken. Bergeron. Ich schaltete ein. Ich habe einen Namen für Sie. Die Beschreibungsmerkmale ergaben nur eine Übereinstimmung. Eric Skipper, weiß, männlich, 44, zur Zeit seines Verschwindens wohnhaft in Brampton, Ontario. Wann landete Skipper in der Datenbank? Am 18. März 2008. Die Charakteristika stammen von Dr. Herbert Mendel aus Brampton. Haben Sie ihn angerufen? Habe ich. Dr. Mendel informierte mich darüber, dass Mr. Skipper jede Menge Zahnbehandlungen hatte. Darunter Extraktionen, Füllungen und weitere Wurzelbehandlungen. Er schickt die Unterlagen per FedEx. Wer meldete ihn als vermisst? Ich hörte Papier rascheln. Mr. Skippers Frau Michelle. Dr. Mendel sagt, sie ist immer noch seine Patientin. Haben Sie ihre Nummer? Bergeron lasse sie vor. Ich schrieb sie auf. Sonst noch was? Ich bin Odontologe, Dr. Brennan, kein Detective. Von Ihnen brauche ich aber jetzt die tatsächlichen Röntgenbilder. Die schicke ich Ihnen. Ich rufe an, sobald die Identifikation bestätigt ist. Vielen Dank, Dr. Bergeron. Sie haben was gut bei mir. Ich rief Maureen King an. Voicemail. Ich beschloss, dem Büro des Coroners einen Besuch abzustatten. Hey, alte Dame. Auf der anderen Seite der 49th Street, auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude stand Binnie rittlings über seinem Fahrrad. Hey, Zwerg, sagte ich. Zwerg? Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Guten Morgen, Binnie, geht Sie nichts an. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Oma. Ich habe im Augenblick ziemlich viel zu tun. Im Schatten des Kappenschild sah ich, dass Binnie auf der Unterlippe kaute. Ich griff in meine Handtasche und wedelte mit dem Muffin, den ich vom Frühstücksbuffet hatte mitgehen lassen. Binnie kam auf meine Straßenseite und nahm ein Angebot an. Als er den Muffin verdrückt hatte, knüllte er das Pier zusammen und holte zum Wurf aus. Jetzt mal langsam, Zwerglein. Ich dachte, es ist cool, auf die Umwelt zu achten. Ich streckte die Hand binnie sagte es leise mit abgewandtem Gesicht. Was meinst du damit? Sie wissen ziemlich gut, wie man Leute wütend macht. Was für Leute? Er hob eine knorrige Schulter. Ich sag's ja nur. Redest du von Tom Anker und seinen Schlägern? Ich sage nicht wer. Weißt du irgendwas über die Morde an Carstain und Scarborough? Arschlöcher machen die Leute auch wütend. Warum? Ein Chef haben. Hat Anker auch Annelies Ruben umgebracht? Der Schirm seiner Kappe neigte sich nach unten. Angeblich war es keiner von hier. Von wo dann? Binnie stellte einen Turnschuh aufs Pedal. Annelies war meine Freundin Binnie. Muss los! Und damit war verschwunden. King saß an ihrem Schreibtisch und sprach in ein Telefon, das aussah wie aus der Vietnam-Ära. Sie drehte den Zeigefinger in der Luft und deutete dann auf einen Stuhl. Ich setzte mich. Okay, danke! Sie legte auf. Das war der M.I. von Edmonton. Castaigne und Scarborough wurden mit 9mm-Kugeln erschossen. Revolver oder Pistolen, die Mantelgeschosse verschießen. Sie nickte. Ob nun eine oder zwei Waffen, keine war diejenige, die Beck und seinen Amigo tötete. Das zweite Opfer hieß Eric Skipper. Wer war das? Ich sagte ihr, was ich wusste. Ich muss die Röntgenaufnahmen so schnell wie möglich an meinen Odontologen schicken. Null Problemo. Meine Assistentin wird sie einscannen und weiterleiten. Was Neues über Römen? King schüttelte den Kopf. Haben Sie mit Snoop gesprochen? Sie wollte eben antworten, als ihr Telefon klingelte. Sie hielt sich den Hörer ans Ohr. Wie heißt er? Sie drückte die Hand auf den Hörer und fragte mich dann, kennen Sie ein Mr. Geht sie nichts an? Das ist ein Junge namens Binnie. Binnie Twilling? Der junge Mann hat mir seine vollständige Biografie nicht mitgeteilt. Twilling ist draußen und will mit ihnen reden. Komisch, gerade eben ist er mir vor der Tür über den Weg gelaufen. Warum kommt mir der Name Twilling irgendwie bekannt vor? Marilee Twilling? Kasteens Freundin? Natürlich, jetzt ergab manches einen Sinn. Der Junge behauptet, auf der Straße heißt es, dass der Rubenmord nichts mit den Revierstreitigkeiten zu tun hat. Wie alt ist er? Zwölf? Binnie hat ein gutes Gehör. Was sagt er über Kastein und Scarborough? Nichts. Nicht überraschend. Jedenfalls will er nicht reinkommen. Folgender Vorschlag. Sie kümmern sich um die Röntgenaufnahmen und rufen dann Michelle Skipper an. Und ich schaue, was der Junge auf dem Herzen hat. Binnie saß in gewohnter Haltung auf seinem Fahrrad. Ich ging zu ihm. Die Augen unter dem Kappenschirm waren unruhig. Sie schauten mich kurz an, dann wieder weg. Sagen Sie Ihren Bullenfreunden, die sollen sich Ankers Haus vornehmen. Haben Sie, er ist nicht dort. Sie sollen tiefer graben. Danke, Binnie. Ich kehrte in Kings Büro zurück. Mein Umschlag war von ihrem Schreibtisch verschwunden. Einige ihrer Fragen ließen vermuten, dass sie immer noch mit Michelle Skipper sprach. Ich wählte eine Nummer auf meinem Handy. Ryan. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber kannst du dich noch an den Jungen erinnern, mit dem ich am Freitag zusammen war? Rosemary's Baby? Er ist Marilee Trillings Sohn. Und er sperrt die Ohren auf, hat mir eben den Tipp gegeben, dass Anker im Haus seiner Mutter untergetaucht ist. Warum sollte er das Risiko eingehen, dir das zu sagen? Ich habe Charisma. Das muss es sein. Und ich habe ihm ein Muffin geschenkt. Wir haben Mamas Haus bereits überprüft. Benny sagt, ihr sollt tiefer graben. Waren das seine Worte? Ja. Danke. Bist du noch in der Zentrale, fragte ich. Ja, einer von Ankers Schlägern fängt an zu singen. Warum redet er? Die Kollegen haben eine Sigsauer in seiner Unterhose gefunden. Das widerspricht seinen Bewährungsauflagen. Was bedeutet, dass er acht Jahre seines wunderschönen Lebens verlieren wird? Was hat er anzubieten? Er sagt, dass Scar Castain etwas schuldig war. Und Anker Scar. Marilee Twilling meinte, Anker hätte Castain umgebracht, weil er Profite abzweigte. Sieht aus, als hätte sie sich getäuscht. Wird der Kerl vor Gericht aussagen? Wir erläutern eben die Vorzüge, die diese Entscheidung für ihn hätte. Was sagt er über Ruben? Leugnet irgendetwas über sie zu wissen. Ich erzählte Ryan von Eric Skipper und den ballistischen Indizien. Die meisten Gang Mitglieder haben ganze Arsenale, sagte Ryan. Ich sah, dass King auflegte, also tat ich dasselbe. Sie schaute in ihre Notizen. Skipper war Teilzeitdozent an einer kleinen Universität in Brampton. Er hatte einen Master in Umweltökologie oder sowas ähnliches, hat sich überall im Land beworben, aber nie ein Angebot für eine universitäre Vollzeitstelle bekommen. Seine Frau schiebt es darauf, dass Skipper während seiner Studentenzeit mehrmals verhaftet wurde. Weswegen? Proteste, Sit-ins, Kundgebungen, Demonstrationen, der Kerl war ein besessener Umweltschützer. Laut seiner Frau hatte er ein bisschen zu viel Freizeit. Ich sah, worauf es hinauslief. Er hat weiter protestiert. Ja, allerdings. Unter anderem auch hier. Ja, allerdings. Wollen Sie die ganze Geschichte hören? Ja, allerdings. Schon mal was vom Gatshu-Kue-Projekt gehört? Ja, Wie viel wissen Sie über Gatshu-Kue? fragte sie. Das ist die neue Diamantenmine, die De Beers eröffnen will. Genau genommen ist das ein Joint Venture mit Mountain Province Diamonds, aber sie sind nah dran. Das Projekt hat für einige Kontroversen gesorgt, nicht? Gatshu-Kue ist der ursprüngliche Name der Region um den Kennedy Lake. Ich glaube, in irgendeinem Nadine-Dialekt bedeutet es Ort des großen Hasen. In der Gegend wimmelt es von Rangifar Arcticus, einem Karibou, das nur in Kahlgebieten vorkommt. 2005 entschied das McKinsey Valley Environmental Impact Review Board, dass De Beers Antrag auf eine Landnutzungsgenehmigung und eine Wasserlizenz eine komplette Studie zu den Auswirkungen auf die Umwelt erforderte, im Kürzel auch EIS genannt. Lange Rede, kurzer Sinn, im Dezember 2010 lieferte De Beers schließlich seine EIS ab. Im letzten Juli entschied das Gutachtergremium, dass die Studie den Anforderungen entspricht. Das heißt? Das heißt, dass das Gremium das Monster jetzt lesen wird, alle 11.000 Seiten. Das Begutachtungsverfahren wird voraussichtlich 2013 abgeschlossen sein. De Beers hofft, die Produktion 2014 starten zu können. Wie groß ist Gatshu Kuei? Die vorgeschlagene Mine verspricht einen Ertrag von 4,5 Millionen Karat pro Jahr. Wie lange? Ich glaube, geplant sind elf Jahre. Ich rechnete schnell nach. Ausgehend von den Kosten musste der Profit in Diamanten Abbau monströs sein. Wo ist der Kennedy Lake? Ungefähr 300 Kilometer nördlich von hier. 90 Kilometer südöstlich von De Beers Snap Lake Mine. Was hat das alles mit Eric Skipper zu tun? Während des ganzen Begutachtungsprozesses hält das Gremium öffentliche Sitzungen auf lokaler Ebene ab, das heißt, jeder Interessierte kann dort seine oder ihre Meinung kundtun. Ich sah, wohin das führte. Skipper kam wegen einer dieser Sitzungen nach Yellowknife und landete als Klumpen Kohle in einer Plastikwanne. Was wollte er kundtun? Lass das Karibu in Frieden. Wie lange war er hier? Er verließ Brampton am 1. März mit dem Bus. Wenn man die Reisezeit mit einrechnet, heißt das, dass er vor seinem Tod nur ein paar Tage in Yellowknife war. Geriet er in dieser Zeit in irgendwelche Schwierigkeiten? Finden wir es raus. Sie wählte, lehnte sich dann zurück. Hey Frank, Marine King. Eine blechernde Stimme sagte etwas, das ich nicht verstand. Mir geht's gut. Hör mal, kannst du dich an einen Kerl namens Eric Skipper erinnern? Kam im März 2008 aus Ontario, um bei einer Sitzung des Gutachter Gremiums seine Meinung zu sagen? Blecherndes Lachen. Glaube ich nicht. Sei doch so lieb und lass den Namen durchlaufen, schau mal, was rauskommt. Es dauerte zehn Minuten. Während Frank redete, machte King sich Notizen. Danke, schönen Tag noch. Zu mir sagte sie, Skipper hat es tatsächlich in die Akten geschafft. Am 7. März 2008 erhielt die G-Division einen Anruf wegen zwei Kerlen, die sich auf einem Parkplatz an der 47th ein Handgemenge lieferten. Die Beamten im Einsatz konnten die Situation entspannen und mussten keine Verhaftungen vornehmen. Einer der Streithähne war Horace Tine, der andere Eric Skipper. Das war ein Schock. Worum ging es bei dem Streit? Der Einsatzbericht besteht aus genau zwei Zeilen. Das ergibt doch keinen Sinn, Tine sieht sich selbst als Retter der Tundra. Er und Skipper hätten doch eigentlich Gesinnungsgenossen sein müssen. Unsere Blicke trafen sich. Wir waren auf derselben Wellenlänge. Ein persönliches Gespräch mit Captain Caribou? Oh ja, sagte ich. Ryan rief an, als wir eben in Batschoko einfuhren. Zum ersten Mal seit Tagen klang er elektrisiert. Wir haben ihn. Anker? Ja. Wo war er? In einer Art Rübenkeller unter einem Schuppen hinter dem Haus seiner Mutter. Sah aus wie der verdammte Saddam Hussein, als der aus seinem Rattenloch gekrochen ist. Der Keller ist euch bei der ersten Durchsuchung des Anwesens nicht aufgefallen? Er hatte einen Pickup über die Erdklappen gestellt und ist dann darunter und ins Loch gekrochen. Wo ist er jetzt? Sitzt in einem Verhörzimmer und versucht Taffhaus zu sehen. Wird man ihn wegen Mordes an Scar anklagen? Rainwater spricht eben mit dem Staatsanwalt. Wo ist Olli? Kriegt Druck von der K-Division. Warum? Nicht wirklich Druck, sie wollen nur, dass er hier Schluss macht. Schätze, er wird noch heute Abend heimfliegen. Wirklich? Scar ist zwar aus Edmonton, erwischt hat es ihn aber im Revier der G-Division, Carstain und Ruben ebenfalls. Der Chef des Scheißers pfeift ihn zurück. Olli lässt sich das gefallen? Er und ich reden nicht mehr so miteinander wie früher. Ich wartete. Er ist Fuchsteufels wild. Müssen wir auch weg? Ruben hat ihre Babys in meinem Revier getötet. Das ist ein Schwerverbrechen. Die ganze Unbeschwertheit war verflogen. jemand hat ihr bei der Flucht vor der Strafverfolgung geholfen. Dieser jemand ist ein Komplize. Soll heißen, du hast vor, weiter an dem Fall zu arbeiten? Habe habe ich, ja. Wo bist du? Ich berichtete ihm von Skipper und Tyne. Ryan, ich glaube, hier könnte mehr als eine Sache am Laufen sein. Erleuchte mich. Die Einheimischen, Olli, du, jeder denkt, diese Morde sind passiert, weil Scar versucht hat, sich Ankers Revier hier oben unter den Nagel zu reißen. Vielleicht ist diese Denkweise zu vereinfacht. Was denkst du denn? Vielleicht gibt es mehr als nur ein einziges Motiv, eine einzige Gruppe von Mördern. Ich hörte, wie Ryan durch die Nase ausatmete. Binnie sagt, auf der Straße heißt es, dass die Sache mit Ruben was anderes ist. Warum sollte er sich das ausdenken? Der Junge mag Gebäck. Trotz des Sarkasmus hörte Ryan mir zu. King ebenfalls. Die Ballistik. Ruben und Beck wurden mit einem Jagdgewehr erschossen. Scar und Carstain mit 9mm Waffen. Ist vielleicht relevant? Vielleicht auch nicht. Daryl Beck wurde 2008 erschossen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass er mit dem Drogenhandel zu tun hatte. Ryan wollte etwas sagen. Ich fiel ihm ins Wort. Ein Drogenkrieg kann einen hohen Blutzoll kosten. Das weiß ich. Aber vielleicht machen alle den Fehler, sämtliche Indizien in ein vorgefasstes Konzept zu pressen. Ein Konzept, das falsch ist. Mehr will ich nicht sagen. Darf ich dir einen Rat geben für dein Treffen mit Tain? Was für einen? Fragte ich argwöhnisch. Augen weg von den Glocken. Ich rammte das Handy in meine Handtasche. Was? fragte King. Ryan hält sich für den größten Witzbold auf der Welt. Das tun die meisten Männer. Tain brauchte einige Zeit, bis er an die Tür kam. An diesem Tag trug er einen Poncho mit einer Art Logo und Jeans und eine Miene, die hieß, dass er sich über unseren Besuch nicht gerade freute. Erinnern Sie sich an mich Mr. Tain? Wir haben uns am Freitag über Annelies Ruben unterhalten, sagte ich. Ich muss jetzt zur Arbeit. Freut mich sehr, dass Sie wieder eine Anstellung gefunden haben. Sicherheitsdienst am Wochenende, die Bezahlung ist beschissen. Das ist Marine King, Deputy Chief Corona. Tains Blick wurde leer wie Glas. Jemand den Löffel abgegeben? Annelies Ruben. Tain steckte zwei Finger in den Ausstütz seines Ponchos und massierte sich die Brust. Irgendjemand hat sie erschossen, sagte King. Das scheint ja in letzter Zeit ziemlich häufig zu passieren. Wissen Sie irgendwas darüber, Sir? Annelies war ein nettes kleines Mädchen trotz ihrer Probleme. Das war nicht meine Frage. King lächelte wohlwollend. Zeit das Thema zu wechseln. Kennen Sie einen Mann namens Eric Skipper? fragte ich. Nein Ma'am. finde ich merkwürdig, Mr. Tain. Miss King und ich haben einen Polizeibericht entdeckt, in dem steht, dass sie und Skipper 2008 auf einem Parkplatz aufeinander losgegangen sind. Tain's Finger erstarrten. Seine Lippen bewegten sich, als würde er sich den Namen bewusst machen. Meinen Sie das Arschloch, das nach Yellowknife gekommen ist, um Ökologie zu predigen? Ja. Dieser Trottel hatte eine Tonne Theorie und kein Gramm gesunden Menschenverstand. Sein Plan? Ein Artikel schreiben, sich einen Namen machen, eine Stelle an einer Uni bekommen, alles auf dem Rücken einer Spezies, die den Bach runter geht. Sie hatten eine philosophische Meinungsverschiedenheit? Darauf können sie Gift nehmen. Hatte Skipper denn nicht dasselbe Ziel wie sie? Das Karibu zu retten? Dieser Minderbemittelte hat gedacht, wir sollten diese neue Mine bekämpfen, die die Regierung uns in den Rachen stopft. Das ist, als wolle man einen Zug mit bloßen Händen aufhalten. Ich habe ihm gesagt, was dem Karibu helfen wird, ist ein sicherer aufgeregt? Nur gut, dass er die Stadt verlassen hat. Auf dem Rückweg nach Yellowknife erhielt King einen Anruf. Nach der Schneeschmelze des Frühjahrs hatte ein See eine Dame ausgespuckt. Ich bekam ebenfalls einen Anruf. Bergeron hat die Skipper-Identifikation bestätigt, sagte ich, als ich mein Telefonhörer wieder einsteckte. Klingt nach Fortschritten. Was halten Sie von Tain? Scheint ziemlich aufbrausend zu sein, aber der alte Knacker ist wahrscheinlich harmlos. Glauben Sie, er kommt für Skipper und Beck in Frage? Weil sie sich wegen ein paar Huftieren geprügelt haben? Sie blies Luft durch die Lippen. Nein. Was halten Sie davon, dass Tain ein geistig behindertes 17-jähriges Mädchen in seinem Haus aufnimmt? Das müssen Sie verstehen. Verwandtschaft wird hier oben anders betrachtet. Ich schaute auf die Uhr viertel nach eins. Wie aufs Stichwort knurrte mein Magen. Hunger? Hm? Im Handschuhfach dürfte ein Müsli Riegel liegen. Geht schon. Ich war am Verhungern, bedauerte Binnie den Muffin gegeben zu haben. Irgendetwas quälte mich, machte mich ruhelos, als würde irgendetwas hinter einer Ecke in meinem Hirn lauern. Den Daumennage kauend versuchte Hatte ich irgendeinen Hinweis direkt vor Augen gehabt und ihn einfach nicht gesehen? Das Gefühl hatte sich schon tags zuvor bemerkbar gemacht, sich in meine Träume geschlichen. Hatte ich am Samstag etwas gesehen oder gehört, mit dem mein Unterbewusstsein mich jetzt piesacken wollte? Ich ging den Tag noch einmal detailliert durch. Keine Reaktion vom alten S. Kings Stimme holte mich zurück. Tut mir leid, dass ich sie allein lassen muss, aber ich muss mir eine Leiche anschauen, die schnell taut. Ist schon okay, setzen sie mich einfach am Explorer ab. Das tat sie auch. Okay war allerdings nichts. Nachdem ich mir im Restaurant einen Lachsburger und Pommes geholt hatte, ging ich auf mein Zimmer. Minuten nachdem ich das Essen verdrückt hatte, fühlte ich mich noch zappeliger als zuvor. Ich ging in den Wald hinaus, rief nach Tank. Nichts, natürlich nicht, der Hund war tot. Warum diese Besessenheit? Versuchte ich, Rubens Hund zu retten, weil ich es nicht geschafft hatte, sie zu retten? Verärgert über mein armseliges Psycho-Gebastel kehrte ich in mein Zimmer zurück und schlug das Buch über Bergbau auf. Weil ich zum Lesen zu erregt war, schaute ich mir die Bilder an. Mein Unterbewusstsein quillte mich wie eine Wimper im Auge. Was war gestern sonst noch passiert? Ich hatte mit Nellie Snoog gesprochen. In meinem Ess reckte sich ein Zellhaufen. Ach so? Ich schloss die Augen und ging den Besuch in Gedanken noch einmal durch, rief mir jedes Detail, an das ich erinnern konnte, noch einmal ins Bewusstsein. Die Tierfotos, die Umweltaufkleber und Beck, Ronny Scarborough, die Fotos von Rubens toten Babys, Marie, der Kater, die zwei nicht zusammenpassenden Goldfische. Wie zwei nicht zusammenpassende Schwestern, dachte ich niedergeschlagen. Ich stellte mir die Fische vor, wie sie mit riesigen, vorquellenden Augen durch das Glas starben, die Bäuche durch das vom Kies reflektierte Sonnenlicht erhellt. Ich erstarrte. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Mit pochendem Herz zog ich eine Akte aus meiner Laptop-Tasche und holte einen Umschlag hervor und schüttelte die Fotos heraus, die ich während meiner Untersuchung des Babys aus der Fensterbank geschossen hatte. Mit zitternden Fingern suchte ich ein Foto aus und legte es neben eine Seite im Bergbaubuch. Ich dachte an Regenbogenlicht, das auf Schuppen reflektiert. Mein Gott! Diamant- Indikator- Mineralien. D-I-M-S. Beide Schwestern hatten eine kleine Sammlung davon. Snoop bewahrte ihre in einem Aquarium auf. Ruben hatte sie in einem kleinen schwarzen Samtsäckchen. Plötzlich sprang mein Hirn in alle Richtungen gleichzeitig. Ein neuronaler Stromkreis landete bei etwas, das Snoop gesagt hatte. Eine Idee nahm Gestalt ein. Ich googelte einen Namen, eine Adresse. Ich rannte zum Waschbecken, spülte das kleine Ketchup-Behältnis vom Hotel-Restaurant aus und drückte den Deckel wieder drauf. Ich steckte die Akte in die Tasche, schob das Behältnis in meine Handtasche und rannte los. Snoop knallte mir zwar nicht gerade die Tür vor der Nase zu, riss sie aber auch nicht für ein herzliches Willkommen auf. Darf ich reinkommen, fragte ich. Ich erwarte Besuch. Es dauert nicht lange. Seufzend trat Snoop Ich ging geradewegs in die Küche. Die Fische schwammen noch in ihrem Glas. Murray war nirgendwo zu sehen. Weil Snoop entweder meinen Besuch nicht behagte oder weil sie es wirklich eilig hatte, bot sie mir weder Tee noch einen Platz am Tisch an. Okay, dann Plan B. Hat Miss King Ihnen die Ergebnisse der Exhumierung erklärt? Ich hätte das Daryl nicht antun dürfen. Dieser Meinungswechsel überraschte mich. Warum nicht? Hat die Leute verärgert? Welche Leute? Unwichtig. Aber sie haben Recht. Es ist unchristlich. Die Toten sollten in Frieden ruhen. Aber sie hatten Recht, Nelly. Sie verzog die Lippen, sagte aber nichts. Es tut mir sehr leid wegen ihres Bruders. Niemand wird auch nur einen Finger rühren. Ich verspreche ihnen, ich werde alles tun, um Daryls Mörder zu finden. Ihre Augen sagten mir, dass sie mir nicht glaubte. Ich legte den Kopf ein wenig schief, als hätte ich ein Geräusch gehört. Oh Gott, ist das Murray? Was? Klingt wie eine Katze in Schwierigkeiten. Snooog rannte in die Wäschekammer. Ich hörte die Tür aufgehen. Dann rief sie, Murray, wo bist du? Murray, komm her, mein Kätzchen. Ich verlor keine Zeit, ging direkt zum Fischglas und schaufelte mit dem Ketchupbecher eine Probe der glitzernden Steinmischung auf, die den Boden bedeckte. Die Fische schossen, sichtlich verärgert, von meiner Hand weg. Hier, Herr Kätzchen! Murray kam von irgendwo im Haus in die Küche. Ich ging zur Wäschekammer. Falscher Alarm, lächelte ich. Er ist hier. Als wollte er uns beweisen, dass es ihm gut ging, kam Murray zu uns. Snoke hob den Kater auf. Ich verabschiedete mich. Das Belanca Building ist Yellowknives Vorstellung von einem Wolkenkratzer. Ich betrat das Gebäude von der 50th Street und stellte mich vor den Belegungsplan. Das Bergbauarchiv war im fünften Stock. Ich lief zum Aufzug und drückte auf Knopf 5. Als die Tür wieder lag das Archiv direkt vor mir. Auf die Innenausstattung waren keine Steuergelder verschwendet worden. Ich machte mich bemerkbar. Keine Antwort. Eine Tür rechts des Empfangstisches öffnete sich auf einen Gang. Jedes Büro hatte ein Namensschild. Jakob Rainwaters lag ganz am Ende. Seine Tür stand offen. Rainwater sah aus wie ein alter Professor aus einem Disney-Film. Das Büro war eines Klaustrophobikers schlimmster Albtraum. Ein riesiger Schreibtisch und mächtige Aktenschränke ließen nur schmale Durchgänge frei, dank denen man sich durch den Raum bewegen konnte. Ich räusperte mich. Rainwater hob den Kopf. Ja? Mein Name ist Temperance Brennan. Ich habe ein paar Fragen und man sagte mir, dass sie sich in dem Bereich sehr gut auskennen. Was für Fragen? Über geologisches Erkunden ein vorsichtiger Einstieg. Eine Erkundungslizenz kostet 2 Dollar für eine Einzelperson und 50 für eine Firma. Das Mädchen am Empfang kann ihnen am Montag dabei helfen. Mr. Rainwater Es ist Vorschrift, dass sie sich in diesem Büro melden, bevor sie einem Claim abstecken, damit wir feststellen können, ob das Gebiet nicht bereits von einem anderen abgesteckt oder gepachtet ist. Das Mädchen am Empfang kann. Ich möchte auch etwas über Diamantindikatormineralien erfahren. Rainwaters Augen rollten nach oben. Er betrachtete mich durch die obere Hälfte seiner altmodischen Bifokalbrille. Was ist damit? Ich zog den Ketchupbehälter aus meiner Handtasche. Ich habe eine Probe. Trag ein bisschen dick auf. Ich weiß, ich bin ziemlich anmaßend, aber ihr Neffe sagt, sie sind ein Genie in diesem Bereich. Sie sind deine Bekannte von Josef? Rainwater zögerte kurz und winkte mich zu sich. Während ich mich zu ihm schlängelte, räumte er ein bisschen Platz auf seiner Schreibunterlage frei, faltete ein weißes Tuch auf und schob es mit der Handfläche glatt. Dann ersetzte er die Bifokalbrille durch eine Brille mit kleinen Mikroskopen auf den Linsen. Ich gab ihm die gestohlene Probe. Er schüttelte die Steine auf das Tuch, schaltete eine Lampe ein und zog sie über die Steinchen. Dann beugte er sich darüber. Lange Minuten vergingen. Haben Sie sonst noch was? Rainwater klang aufrichtig interessiert. Ich legte die Farbfotos auf den Schreibtisch. Die Schultern des alten Mannes zuckten und ich hörte ihn scharf die Luft einsauggen. Rainwater setzte sich die Bifokal Brille wieder auf, starrte weiter die Fotos an. Schließlich schaute er mich direkt an. Wollte mein Neffe sie womöglich foppen? Nein, Sir. Heiliger Bim Bamm. Haben Sie die gesammelt? Nein, Sir. Was sagten sie gleich wieder, wer sie sind? Ich wiederholte meinen Namen, verriet ihm aber sonst nichts. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was Diamantindikator Mineralien sind? Kristalle, die sich im oberen Erdmantel als Begleiter von Diamanten bilden. Mhm. Der Unterschied ist, DIMs kommen Millionen mal häufiger vor, sind also so gut wie nichts wert. Ich versuchte, Eindruck zu schinden. Wissen Sie, wie man durch ein Mikroskop schaut, junge Dame? Ja? Der alte Mann drehte sich in seinem Stuhl und zog die Schutzhülle von einem Mikroskop, das ich in dem Durcheinander hinter seinem Schreibtisch gar nicht bemerkt hatte. Es war ein primitives Gerät, wahrscheinlich aus einem Studentenlabor. Rainwater legte meine Probe auf den Objekttisch. Dann betätigte er einen Schalter, schob sich die Brille auf die Stirn, spähte durch die Okulare und stellte die Schärfe ein. Schauen Sie sich das an. Er rückte mit dem Stuhl ein Stückchen zur Seite. Das ist jetzt eine zweihundertfache Vergrößerung. Wow, sagte ich. Schön, nicht? Wenn einer beim Erkunden seine Proben sammelt, dann achtet er vor allem auf die Tönung. Ich war verzaubert von den Farben und Formen dieser Kristalle. Sehen Sie die Roten und die Orangenen? Diese gehören zur Granatgruppe, die Grünen bis irgendwie Zitronengelben gehören zur Pyroxengruppe. Einer ist ein Olivin, die Schwarzen sind Ilmeniten. Was verursacht die Farbunterschiede? Der Eisenmangan und Chromgehalt. Sie sagen also, dass diese Probe Diamantindikatoren enthält? Jede Menge. Eine der reichhaltigsten Proben, die ich je gesehen habe. Sehen Sie diese großen grünen? Ja. Und das da? Ich richtete mich auf. Rainwater hatte das Foto der Steine in Rubens Samtsäckchen in der Hand. Gute Aufnahme, inklusive Maßstab. Er zeigte auf die grünen Kiesel. Das sind Brocken von Chromdiopsid. Für gewöhnlich sind die mikroskopisch klein. Die größten, an die ich mich erinnern kann, hatten einen Durchmesser von vielleicht einem Zentimeter. Diese beiden haben fast zwei Zentimeter. Teufel, sie könnten diese Babys fassen und in einem Juwelierladen verkaufen. Chromdiopsid? Hakte ich so ruhig wie möglich nach. Kristalle, die sich tief im Erdinneren bilden und dann in einem Gestein namens Kimberlid, das weicher ist, an die Oberfläche transportiert werden. Im Verlauf von Äonen erodiert der Kimberlid, doch die Kristalle bleiben intakt. Das entstammt also einer Lagerstätte in der Nähe einer Kimberlid-Pipe? Ich war die Ruhe selbst. Ich würde sagen, es besteht eine verdammt große Chance. Ich würde nach einem verlandeten See oder einer ähnlichen Formation suchen. Rainwater stützte die Arme auf die Tischplatte, legte die Fingerspitzen aneinander und schaute mich darüber hinweg an. Sie scheinen selbst recht gut Bescheid zu wissen. Nein, Sir, nicht wirklich, aber da ist noch etwas anderes. Ich frage mich, ob Sie mir sagen können, wie ich einen Claim recherchieren kann. Ein Mineral-Claim? Anscheinend schaute ich verwirrt rein. Ein Mineral-Claim muss innerhalb von 60 Tagen nach Absteckung des Claims in diesem Büro registriert werden. Um das zu tun, gibt man seine ausgefüllten Formulare und eine Skizze des Claims zu den Akten und bezahlt seine Gebühren. Ein Mineral-Claim macht was? Gibt dem Besitzer das Recht auf die unterirdischen Mineralien und zwar für zehn Jahre, wenn pro Jahr eine spezifische Menge an Arbeitsleistung im Bereich dieses Claims erbracht wird. Können wir mit den Mineral-Claims anfangen? Dann ziehen Sie sich besser einen Stuhl ran. Während ich das tat, tippte Rainwater auf seine Tastatur. Eine neue Seite erschien. Die Überschrift lautete Indian and Northern Affairs Canada auf Englisch und Französisch. Ich gehe in den SID-Viewer. Rainwater gab einen Benutzernamen und ein Passwort ein. SID enthält eine Reihe von räumlich integrierten Datensätzen. Eine Karte füllte den Bildschirm. Ich erkannte das Northwest Territory und Nunavut. Gehen Sie auf Zoom bis zu einem Maßstab von unter 1000. Sonst erscheinen die Daten der Mineral-Claims nicht im Inhaltsverzeichnis. Bleiben wir erst einmal im NWT. Auf dem Monitor bildete sich ein rotes Rechteck. Rainwater klickte auf ein Icon und der Bereich darin erweiterte sich. Rainwater entschied sich für die Darstellung in zwei Schichten, indem er nacheinander die Kategorien anklickte. Aktive Mineral-Claims, Schirf-Genehmigungen. Rainwater klickte auf ein weiteres Icon und am unteren Bildschirmrand erschien ein Abfragefeld. Name? McLeod, sagte ich. Er tippte den Namen ein, klickte noch etwas an und drückte Enter. Sekunden später erschien unter der Karte eine Tabelle. Sie enthielt etwa 20 Datenrubriken. McLeod war ein fleißiger Junge. Rainwater ließ die Einträge durchlaufen. 97 Claims. Die meisten in den 90ern registriert, alle zurückgezogen oder abgelaufen, bis auf drei. Können Sie Informationen über die aktiven Claims auf den Monitor holen? Rainwater drückte ein paar Tasten. Sieht aus, als würde es bei allen dreien Mitbesitzer geben. Nellie & Snoke, Daryl G. Beck, Alice A. Rubin. Mein Puls raste, doch ich zwang mich, ruhig zu bleiben. McLeod starb 2008. Wie wirkte sich das auf die Claims aus? Wenn der Verstorbene keine anderslautenden Anweisungen hinterlassen hat, würde ich annehmen, dass sie komplett in den Besitz der Mitregistrierten übergehen, soweit die Gebühren bezahlt und alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Können sie einen der aktiven Claims herholen? Rainwater tippte und eine Gruppe grüner Quadrate erschien auf dem Bildschirm. Sie lagen genau nördlich von Yellowknife, nordwestlich der Ikati-Mine und knapp unterhalb der Grenze zu Nunavut. Snoke hatte es gesagt. Ich hatte es nur nicht gehört. Das Einzige, was Farley seinen Kindern mitgegeben hat, war ein schneller Schuss Sperma und ein wertloses Stückchen Erde am Ende der Welt. Farley McLeod hatte seinen Kindern Mineralrechte auf Land hinterlassen, das er abgesteckt hatte. Sowohl Ruben wie Snoke besaßen Proben, die reich an Diamantindikatormineralien waren, wahrscheinlich übergeben mit der Warnung, sie sollten sie hüten wie ihren Augapfel. Die Proben stammten wahrscheinlich von dem Land, das McLeod abgesteckt hatte. Oh Mann. Beck und Ruben waren nicht wegen irgendwelcher Drogen getötet worden, sie hatten Mineralclaims besessen, die wahrscheinlich Millionen wert waren. Irgendjemand wollte diese Claims haben. Aber wer? Eine Gruppe angrenzender Quadrate leuchtete ebenso grün wie die im Besitz von Snoke und ihren Geschwistern. Ich deutete darauf. Sind die aktiv? Sind sie? Sieht aus, als hätte sich jemand die Claims geschnappt, die McLeod hatte auslaufen lassen? Rainwater klickte ein Quadrat an. Dann noch eins. Alle im Besitz eines Gebildes mit dem Namen Fast Moving. Er schnalzte mit der Zunge. Aber der Laden ist alles andere als ein Fast Mover. Im Gegenteil, er bewegt sich fast gar nicht. Alle Anforderungen für die Aufrechterhaltung des Claims sind erfüllt, aber sonst ist rein gar nichts passiert. Ist das eine Körperschaft? Rainwater kicherte. Tut mir leid, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Mein S lärmte schon wieder. Fast Moving. Der Name sagte mir gar nichts. Während ich in meinem Unterbewusstsein stocherte, produzierte mein Kortex einen schrecklichen Gedanken. War Snoke in Gefahr? Vielen, vielen Dank, Professor Rainwater. Ich stand auf, es war sehr lehrreich. Rainwater ließ die Proben wieder in den Ketchup-Behälter rieseln, gab ihn mir. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich buxierte mich um den Tisch herum. Ich war an der Tür, als Rainwater noch einmal sprach. Dr. Brennan? Ich drehte mich überrascht um, weil der alte Mann meinen Titel verwendet hatte. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Was? Schnappen Sie die Mistkerle. Allmählich wurde ich zum Stammgast in der Rekt-S. Als ich mich auf meinem gewohnten Platz am Straßenrand stellte, fiel mir in Snooks Einfahrt ein grauer Pick-up auf. Ich hatte ihn schon einmal gesehen, konnte mich aber nicht erinnern, wo. Ich beschloss, sitzen zu bleiben. Gute Entscheidung. Zehn Minuten später ging die Seitentür auf und ein Mann trat in den Carport. Sein Gesicht blieb im Schatten, aber seine Figur kam mir bekannt vor. Der Mann stieg ein und stieß rückwärts auf die Straße. Beim Gangwechsel schaute er in meine Richtung. Wir sahen beide den Schock im Gesicht des anderen. Horace Tyne Wortlos gab Tyne Gas und raste die Rekt-S hinunter. Was hatte Horace Tyne mit Nellie Snoke zu schaffen? Ich stieg aus, ging zum Haus und klopfte an die Tür. Snoke öffnete sofort mit einer Baseball Kappe in der Hand. Keine Angst, ich habe sie. Als sie sah, dass ich nicht Tyne war, runzelte sie die Stirn. War das Horace Tyne? Was wollen sie? Sie haben mir gesagt, ihr Vater hat ihn und ihrem Bruder Land hinterlassen. Kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe, aber was soll's? Hat Annelies auch Land gehört? Er hat's gegen sein schlechtes Gewissen getan, weil wir ihm ansonsten scheißegal waren. Bitte überlegen sie jetzt, gehört ihnen wirklich das Land oder nur die Mineral Claims? Snooks Stirnrunzeln wurde tiefer. Wo ist da der Unterschied? Wo ist das Land? Soweit ich weiß nicht hier in Yellow Knife. Ein Grundstück in der Stadt wäre vielleicht was wert, aber das ist ein Stück so weit draußen in der Tundra, dass niemand es kaufen wollte. Haben sie versucht es die Urkunden komplett gehören, werde ich alles der Wohltätigkeit geben. Ich habe keine Lust mehr für uns alle drei zu blechen. Annelies und Daryl hatten ja nie einen Cent dafür. Sie wollen den Besitz Harris Tyne stiften? Ja. Snoo klang als wollte sie sich rechtfertigen. Ich unterschreibe ein paar Papiere und die Steuern oder Gebühren oder was immer ich bezahlt habe gehen mich nichts mehr an. Platz mehr, wo sie hin können. Ihre Wanderrouten sind dann unterbrochen. Eine kalte Faust umklammerte meine Eingeweide. Welche neue Mine? Gatshu Kwe! Ich packte Snoog bei den Oberarmen und schaute ihr tief in die Augen. Sie wurde starr, löste sich aber nicht aus meinem Griff. Nelly, versprechen Sie mir, dass Sie nichts tun werden, bis ich wieder mit Ihnen gesprochen habe. Ich werde Ihnen gar nichts. Sie besitzen Mineral Claims. Kein Land. Die Claims können sehr viel Geld wert sein. Jemand will sie ihnen abnehmen. Es kann sein, dass diese Person Daryl und Annelies umgebracht hat. Sie schaute mich an, als bräuchte ich dringend eine Dosis Prozac. Wer? Kaum hörbar. Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich spürte einen misstrauischen Blick im Rücken, als ich zum Auto rannte. Im Camry drückte ich eine Nummer in meiner Kurzwahlliste. Pete, hör mir zu. 20 Jahre er hatte meinen Ex für jede Nuance meiner Stimme sensibilisiert. Er merkte die Anspannung sofort. Was ist los? Du bist Anwalt. Du weißt doch, wie man sich über Körperschaften informiert, oder? Weiß ich. In Kanada? Mary. Wie lange würde das dauern? Was brauchst du? Nur die Namen der Eigentümer oder Vorsitzenden oder was immer das sind. Wahrscheinlich nicht lang. Du würdest es also tun? Du schuldest mir was, Honigkuchen. Ich backte dir eine große Tüte Plätzchen. Wie heißt die Körperschaft? Fast Moving. Weißt du, wo sie registriert ist? Nein. Das macht es schwerer. Fang mit Alberta an. Olli kam eben aus der Zentrale der G-Division, als ich vorfuhr. Der Parkplatz war klein und ich hätte ihn beinahe überfahren. Mit hoch erhobenen Händen kam er zur Fahrerseite des Camry. Ich ließ das Fenster herunter. Was ist los? Anker wird bald über Scarborough auspacken. Egal. War alles gelaufen, als sein Kumpel ihn an die Wand genagelt hat. Also hat Scar Kasteen umgebracht und Anker Scar. Billige Methode, um das Viertel sauber zu kriegen, was? Was ist mit Ruben? Das will keiner getan haben. Ist Ryan noch drin? Er und Rainwater werden noch eine Weile dran sein. Er hat gesagt, dass du vielleicht weg musst. Der Flieger geht in zwei Stunden. Oli grinste, aber der angespannte Unterkiefer verriet seine Unzufriedenheit. Danke, dass du hier rausgekommen bist. Tut mir leid, dass wir die Sache mit Ruben noch nicht klären konnten, aber es wird alles rauskommen. Ich glaube, der Mord an ihr hat mit Carstain und Land wichtig ist für sein Caribou Reservat. Dass die Eröffnung der Gatshu Kwe Mine die Herden bedroht. Und jetzt kommt's. Snooks Mineralclaims liegen weit drüben am Ikati. Die sind nicht einmal in der Nähe von Gatshu Kwe. Was hast du vor? Ich warte auf Informationen über den Besitzer der Claims, die an Snooks angrenzen und derweilen werde ich Tein ein bisschen ausleuchten. Viel Glück. Einen Augenblick lang schauten wir uns in die Augen. Vielleicht rufe ich dich wieder öfter an. Vergiss nicht, dass die Stalking Gesetze verschärft wurden. Olli lachte und trat einen Schritt zurück. In meinem Zimmer im Explorer fuhr ich mein Laptop hoch und gab den Namen Horace Tine ein. Horace Tine Karibu Alberta So kam ich auf einen Link zu den Freunden der Tundra. Ryan hatte Recht. Die Seite war primitiv. Ich entschied mich für eine andere Herangehensweise, die fünfte Gewalt. Ich fing mit dem Yellow Knifer an, fand aber keinen Link zu dessen Archiv. Die Dejo Drum, Inuvik Drum, Nunavut News, Kiewelik News, alle boten interessante Schlagzeilen und bunte Fotos an, aber keine ihr Archiv. Frustriert kehrte ich zum Yellowknifer zurück und klickte mich willkürlich durchs Angebot. Das brachte mich zur Präsentation der Sammler-Ausgabe zum 75. Jubiläum der Zeitung. Das Titelblatt zeigte das Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes in Overall und Schutzhelm. Ich klickte darauf und lud die angebotene PDF-Datei herunter. Ich betrachtete eben ein Foto der Con-Mine von etwa 1937, als mein Handy klingelte. Ich glaube, das ist viel mehr wert als Plätzchen. Was hast du rausgefunden, Piet? Sahnetorte vielleicht? Ja, ja. Während ich zuhörte, klickte ich mich zu einem Artikel mit dem Titel die goldene Zeit der 50er und 60er. Fast Moving ist eine LLP, eine Limited Liability Partnership, also in etwa einer Personengesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist in Quebec registriert. Da wir es mit einer Personengesellschaft und nicht mit einer Körperschaft zu tun haben, kann das ein bisschen länger dauern. Okay. Mein Blick fiel auf ein Foto. Ungläubig starte ich darauf. Die Welt um mich herum schrumpfte zusammen. Nichts existierte mehr außer dem Foto auf dem Monitor. Der Artikel trug den Titel Ice Road Trucker. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigte vier Männer, alle in Parkas, pelzbesetzten Kappen und Sicherheitswesten. Drei der Männer grinsten mit zusammengekniffenen Augen, als würden sie in die Sonne schauen. Ich erkannte zwei davon. Der vierte Mann hatte das Gesicht von der Kamera abgewandt, aber seine Gestalt kam mir bekannt vor. Bist du noch dran? Ja, Piet, den Hörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Bist du okay? Ich muss jetzt weg, also könntest du mir die Namen der Partner mailen, wenn du sie gefunden hast? Mache ich. Ich muss los, Piet. Ich schaltete ab, überflog den Artikel und starte dann das Foto wieder an. Die Bildunterschrift identifizierte die drei, die in die Kamera schauten. Farley McLeod, Horace Tine und Sepp Chalker. In meinem Kopf explodierten Fakten wie Popcorn. Charles Fibke hatte in den 90ern in Kanada Diamanten entdeckt und damit einen Claim-Rausch ausgelöst. McLeod und Tine hatten beide für Fibke gearbeitet. McLeod hatte während des Rausches Claims abgesteckt. Er hatte seine Nachkommen Nellie Snook, Daryl Beck und Annelies Ruben als Mitbesitzer eintragen lassen. Snook und Ruben besaßen beide Proben mit einem sehr hohen Gehalt an Diamant Indikatoren. DIMs deuten auf Kimberleet hin. Eine Kimberleet Pipe ist gleich Diamanten. Inzwischen besaß Snook alle aktiven Claims von Farley McLeod. Horace Tine hatte Snook mit viel Gequassel so verwirrt, dass sie glaubte, sie besitze Land. Er hatte sie überredet, das Land für ein Karibu Reservat zu stiften. Ein Reservat, das wegen der bevorstehenden Eröffnung der Gatshu Kwe Miene nötig sei. Aber Snooks Claims lagen nicht einmal in der Nähe von Gatshu Kwe. Meine halbgare Idee konkretisierte sich allmählich. Mit hämmerndem Herzen starrte ich das Foto an. McLeod, Tine, Chalker, Sepp Chalker hatte mich hinter Snooks Haus mit einer Bola von den Füßen gerissen, hatte mich abblitzen lassen, als ich den Mord an Ruben meldete, hatte Gerüchte über meinen Alkoholkonsum verbreitet. Hatte Chalker mich in Verruf gebracht, um den Verdacht von sich und seinen Kumpan abzulenken? McLeod, Tine, Chalker. McLeod kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Tine, Chalker. Einer dieser Männer wollte McLeods Claims haben, vielleicht beide? Ruben und Beck waren tot. Snook, die einzig Überlebende war leicht zu beeinflussen. War das die Strategie gewesen? Beck umbringen? Ruben nach Montreal scheuchen und sie nach sieben Jahren für tot erklären lassen? Dann Snook dazu bringen, die Claims zu überschreiben? Hatte Rubens plötzliches Wiederauftauchen eine Änderung der Pläne erfordert? Wen hatte ich im Wald gesehen, als Ruben erschossen wurde? Wer hatte sich mit ihrer Leiche aus dem Unterzeichnen? Nein, oh Gott, nein! Ich war schuld an Rubens Tod. Hatte ich Snook jetzt auch in Gefahr gebracht? Ich schaute auf die Uhr, zehn nach sieben. Oli war bereits am Flughafen. Ich packte mein Handy. Voicemail. Scheiß auf Anker, ich musste mit Ryan reden. Ich steckte mein iPhone in die Hosentasche, knallte den Deckel meines Mac zu und lief hinaus. Ein Arm legte sich um meinen Hals und zog mich in die Höhe. Ich konnte mich weder bewegen noch sprechen. Keinen Ton. Männlich. Hatte ich die Stimme schon einmal gehört? Tein? Jocker? Der Druck um meinen Hals verstärkte sich und drehte meinen Körper nach rechts. Bewegung! Auf gummiweichen Bein machte ich ein paar sehr kleine Schritte. Der Pickup. Ich zögerte. Jeder Polizistin ich kenne sagt, wenn man gefangen genommen wird, nie in ein Auto steigen, ist man erst mal drin, sind die Fluchtchancen gleich null. Ich ging so langsam, wie ich mich traute. Nach einem guten halben Meter blieb ich stehen. Ich spürte, dass die Waffenhand des Kerls sich anspannte. Ich stellte mir den langen, dunklen Tunnel vor, die Kugel, die durch meine Knochen, mein Herz, meine Lunge raste. Stattdessen stieß mich mein Angreifer nach vorne an die Flanke des Pick-up. Als er dann die Waffe wieder an meinen Rücken drückte, riss er mir die Handtasche von der Schulter. Einsteigen! Ich rührte mich nicht. Ich sagte Einsteigen verdammt nochmal! Ich spürte, wie sein Körper sich bewegte, sah aus dem Augenwinkel heraus eine Bewegung. Ein Schatten wanderte über mein Gesicht. Ich hörte ein Geräusch wie das Reißen einer Klavierseite. Die Welt zerplatzte in millionen weißer Partikel, wurde schwarz. Ich war am Grund einer tiefen, dunklen Grube, versuchte herauszukommen, kam aber nirgendwo hin. Die Grube bewegte sich. Weit über mir sah ich ein Stecknadelkopf großes Licht. Ich versuchte es zu erreichen, trieb Bewusstsein. Der Raum, in dem ich war, klang hohl. Ich roch Feuchtigkeit, uraltes Gestein und Erde, einen beißenden Geruch, den ich nicht kannte. Ich lag zusammengerollt auf einer kalten, rauen Oberfläche. Ich horchte, hörte das Knirschen von Gummi auf Kies. Ein leises Brummen. Ich war in einem Fahrzeug, aber nicht in einem Auto, der Motor klang anders. Ein Bild blitzte auf, der Parkplatz, der SUV, die Waffe. Der Druck auf meinen Körper veränderte sich, das Fahrzeug bewegte sich hügelabwärts. Ich versuchte, mich auf den Rücken zu drehen, meine Arme bewegten sich nicht, meine Beine bewegten sich nicht, oh Gott, ich bin gelähmt. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Das Adrenalin half. Langsam bekam ich wieder ein Gefühl, ich spürte ein Kribbeln in zu öffnen, sie waren verkrustet, ich blinzelte sie auf. Tintige Schwärze. Das Fahrzeug hielt an, der Motor wurde abgestellt. Ich hielt den Atem an, Stimmen, männlich, nahe, aber überall, wie viele? Tröpfelndes Wasser, ein Wasserhahn, ein Bach, Stiefel auf Kies, ein paar links, das andere rechts, kamen sie näher, gingen sie weg? Jedes Geräusch hatte einen Hall, nichts war klar. Die Stimmen wurden lauter, schnellten wild hin und her, zwei, drei, klopfen, widerstimmen, Schritte. Das Hämmern in meiner Brust war überschallschnell, ich musste etwas tun. Ohne auf die feurigen Pfeile zu achten, die mir durchs Hirn schossen, drehte ich den Hals und schaute mich um. Ich war im Gepäckfach eines Golfkarrens. Mit behutsamen Bewegungen umklammerte ich den Sicherheitsbügel auf der einen Seite und spähte hinaus. Gut drei Meter rechts von mir durchschnitt ein Strahl die Dunkelheit. Dahinter konnte ich eine Gestalt erkennen, die eine Art Helm trug. Dampf wirbelte um den klar umrissenen Lichtzylinder, der von seiner Vorderseite ausging. Einen knappen Meter beiderseits des Strahls war die Szenerie in einem milchig-weißen Nebel zu erkennen, die Konturen eines Tunnels, sie schlängelnde Rohre, gelbe und orangefarbene Ziffern und Buchstaben, die mit der Hand auf Fels gemalt waren, jenseits davon schwarze Leere. Mein Blick folgte dem Strahl zu einer Reihe gelber Fässer. Auf jedes war ein Rot ein einziges Wort gepinselt. Arsen. Mein Verstand registrierte, analysierte, unterirdischer Schacht, Bergmannshelm, Arsen, Horace Tine. Mein Blut erstarrte zu Eis. Ich wusste, wo ich war. Die Giant Goldmine. Grundgütiger, wie weit unter der Erde. Tine hatte mich hierher gebracht, um mich umzubringen, meine Leiche zu verstecken. Wie er es mit Annelies Ruben getan hatte. Ich musste raus oder Hilfe rufen. Bitte! Mit verstohlenen Bewegungen tastete ich nach meiner Hosentasche. Ja, ich zog mein Handy heraus, ich hielt die Hand über das Display. Kein Signal, zu tief unter der Erde. Denk nach! Eine E-Mail würde automatisch abgehen, sobald das Gerät wieder Verbindung mit einem Funkmast hatte. Ich ging auf E-Mail, schickte meinen Aufenthaltsort an Ryan, entdeckte eine SMS von Pete. Peets Nachricht war kurz. Fast Moving aktiver Partner Philip Fast. Ich schickte eine Antwort. Giant Gold Mina, ruf Ryan an. War ich verrückt? Hier E-Mails und SMS zu lesen? Mit hämmerndem Puls steckte ich das Handy wieder in die Tasche, zog ein Knie an und stemmte den Fuß gegen den Boden. Wartete. Mit angehaltenem Atem zog ich das andere Knie an, stemmte den anderen Fuß auf. Wartete. Ein tiefer Atemzug, dann spannte ich die Muskeln für den Sprung. Ein Turnschuh rutschte weg. Kies knirschte zwischen Gummi und Metall. Das Geräusch klang wie ein Kreischen in der Stille. Der Strahl der Helmlampe schnellte in meine Richtung. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf das Gesicht darunter. Scheinbar unvereinbare Tatsachen fügten sich zu einem Bild zusammen. Eine SMS-Nachricht, ein Foto, Teile, Mitspieler, Züge, Strategien. Plötzlich sah ich das ganze Spielbrett vor mir. Es machte Klick. Das Detail, das nicht zum Rest des Fotos passte, die Parkers, die Westen, drei Trucker, die in die Sonne blinzelten. Ein vierter Trucker, das Gesicht abgewandt, eine weiße Strähne in den Haaren unter einer pelzgefütterten Kappe. Phil sieht aus wie ein Stinktier. Eine Broschüre, die Ralph Trees, Schwager, am Steuer eines Lasters zeigte. Haben sie es hier? Wollen sie es dort? Wir bewegen es schnell. Schnell bewegen. Fast Moving. Farley McLeod hatte einige seiner Mineralclaims auslaufen lassen. Ein Konstrukt namens Fast Moving hatte diese Claims übernommen. Philip Fast war der aktive Partner dieses Konstrukts. Es war nicht Tyne gewesen, der mich mit der Waffe bedroht hatte, sondern Philip Fast. Wer war sein Partner? Tyne? Chalker? Wohin war er verschwunden? Für wie lange? Ich warf die Beine über den Sicherheitsbügel und ließ mich zu Boden gleiten. Meine Knie gaben nach, doch ich blieb auf den Beinen. Sofort stehen bleiben! Der gebellte Befehl heilte vom Fels wieder und wanderte den Schacht hinunter. Um mich herum nur Schwärze. Ich nahm an, dass wir eine Rampe heruntergefahren waren, hatte aber keine Ahnung, wo sie lag. Fast kam näher, das Licht auf seinen Helm direkt auf den Karren gerichtet. Ich war leichte Beute. Als Fast Strahl die Fässer traf, entdeckte ich einen Spaten, der dahinter lehnte. Ich tauchte in die Dunkelheit, kroch hinter die Reihe, kauerte mich hin und spähte durch eine Lücke. Fast Licht schwenkte nach links, als würde er etwas suchen, dann kam es wieder in meine Richtung. Raus! Du schiebst nur das Unvermeidliche auf! Halt ihn hin! Fünf Absilben! Beeindruckend! Mein Blut rauschte. Ich klang viel ruhiger, als ich mich fühlte. Rocky hat schon gesagt, dass sie gut sind mit Worten. Fast bewegte die Füße, blieb aber, wo er war. Fast moving! Der Doppelsinn gefällt mir viel. Du bist tot, du Schlampe! Oh je, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich tastete nach dem Spaten und redete dabei, um jedes Geräusch haben Sie Beck umgebracht? Ich legte die Finger um den Spatenstiel oder haben Sie das Ihren Kumpel tun lassen? Höhnisch, um ihn näher an mich heranzulocken oder verwechsle ich da was? Ist er das Hirn und sie die Muskeln? Fast kamen ein paar zögernde Schritte auf mich zu. Seine Waffe zielte in meine Richtung. Halt dein Maul! Ich kann ja verstehen, warum Sie Fast schaute wieder nach links, kam dann näher an die Fässer heran. Ich spürte, dass er ebenfalls Zeit gewinnen wollte. Warum? Wohin war der andere Mann verschwunden? Also kommen Sie Phil, offensichtlich hat es eine Panne gegeben. Wo wir uns schon mal unterhalten, während Sie darauf warten, dass Ihr Kumpel zurückkommt, damit ihr beide mich umbringen könnt. Warum erzählen Sie mir nicht einfach, wie alles abgelaufen ist? Mit zitternden Armen senkte ich den Spaten. Okay, ich erzähle Ihnen meine Version. Wie wär's, wenn du die Schnauze hältst? Fast war jetzt so nah, dass ich sein Gesicht sehen konnte. Sie erfahren, dass Farley McLeod eine reiche Kimberlid Pipe entdeckt hat. Vielleicht von Fibgi, vielleicht selbstständig. Sie und Trucker. Sie wissen alles über McLeods Mineral Claim. Fast hob die Waffenhand. Sie verschaffen sich die Claims, die McLeod hat auslaufen lassen. Aber die drei, von denen er sich großen Ertrag verspricht, hält er aktiv. Und die hat er im Namen seiner Kinder registrieren lassen. Wie mache ich mich bis jetzt? Mit ganz langsamen Bewegungen legte ich mir den Spaten über die Knie. McLeod stürzt mit seiner Cessna ab. Jetzt sind also nur noch seine drei Bambini da. Fast bewegte die Waffe vor der Fass Reihe hin und her. Er konnte nicht so genau feststellen, wo ich findet heraus, dass das Karibu Reservat nur ein Vorwand ist und stellt Tein zur Rede. Ich nehme an, dass er Beck auch einen Tipp gibt. Wie auch immer, Beck will nicht mitspielen, also bringen sie ihn um. Skipper muss auch weg. Wenn er den Betrug aufdeckt, stiftet Nelly ihr Land nicht mehr. Ich stachelte ihn weiter auf. Sehr clever. Ihr Plan für Ruben. Sie wissen, dass sie nicht in der Lage ist, irgendetwas zu überschreiben, also verstecken sie sie unter einem Decknamen in der Prostituierten Szene in Montreal, um sie später für tot erklären zu lassen. Der Claim geht dann an die süße formbare Nelly Snook, die das Karibu liebt. Ist das alles soweit richtig? Fast war jetzt einen guten halben Meter von den Fässern entfernt. Ich hörte seinen Atem durch die Nasenlöcher rasseln, sah, dass die Beretta in seiner Hand zitterte. Als Tain ihnen erzählt, dass Ruben wieder ein Yellowknife ist, flitzen sie aus Keyback hierher. Zeit, den Einsatz auf die kleine Annelies zu erhöhen. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht, nicht Phil? Mit eisigen Fingern tastete ich den Boden um mich herum ab, fand, was sich anfühlte wie ein alter Gummihandschuh. Haben sie die Babys auch umgebracht? Tickt so ein großer, böser Eisstraßentracker? Ein Schuss krachte und donnerte durch den Tunnel. Der Fels neben mir sprühte Funken. Ich spürte ein Prasseln auf meiner Wange. Jetzt! Tief geduckt warf ich den Handschuh ans andere Ende der Fass Reihe. Fast bewegte sich nach links. wieder krachte ein Schuss aus der Beretta. Ich sprang hinter meinem Ende der Reihe hervor und schwang den Spatenstil fest umklammert mit aller Kraft seitlich aus, das gleiche Stück Fleisch zwischen Fass Kragen und dem Helm zu treffen. Das Blatt traf den Hals mit einem grässlichen Geräusch. Fast torkelte mit starksten Beinen nach vorne. Da er keinen Hals fand, fiel er auf die Knie. Die Beretta flog ihm aus der Hand. Sein Schwung jagte ihn gegen das letzte der Fässer. Der Helm segelte vom Kopf. Das Fass torkelte, prallte von der Wand ab, kippte um, rollte ein Stück und stieß wieder gegen einen Felsen. Der Deckel löste sich vom Fass. Von Fass, jetzt leicht nach oben gerichteten Strahl, wie von einem Spotlight beleuchtet, ergoss sich eine giftige Mischung aus Schlamm, Schalem Wasser und Arsen verseuchter Schlutze über dem Boden. Aus dieser Mixtur schälte sich eine Gestalt. Annelies Ruben lag auf der Seite, die langdunklen Haare ans Gesicht geklebt, die Gesichtszüge blau und gummiartig im grellen Licht. Beine und Arme waren eng an den Körper gepresst. Annelies ähnelte dem Kind, das sie unter dem Waschbecken im Bad versteckt hatte. Das Geräusch hektischer Bewegung riss mich in die Gegenwart zurück. Mit einem gutturalen Knurren sprang fast auf die Füße, den Kopf in einem unnatürlichen Winkel auf dem Hals. Ich fasste den Spaten fester. Der Puls pochte mir in den Ohren. Noch einmal zuschlagen? Die Waffe schnappen? Diese Sekunde des Zögerns gab meinem Gegner den Vorteil, den er brauchte. Mit einer überraschend schnellen Bewegung trat Fast mir den Spaten aus den Händen und einen guten Meter von mir weg. Dann ließ er sich auf alle Viere fallen und tastete nach der Beretta. Ich hörte den Spaten in der Dunkelheit klappern und machte einen Satz, um ihn mir Hinterkopf. Gegen meinen Willen schrie ich auf. Einen Augenblick war alles still, bis auf das leise Wassertröpfeln. Dann ein Rascheln. Wo? Links? Rechts? Oder hatte ich es mir nur eingebildet? Fast drückte mir die Mündung tiefer in die Schwarte. Tränen strömten mir aus den Augenwinkeln. Ich machte mich auf die Kugel gefasst. Dann ein Kratzen, wie von einem Fuß, der vorsichtig Richtung des Geräuschs. Wieder feuerte die Bretter mit einem donnernden Krachen. Eine Lokomotive raste rechts an mir vorbei. Mein Körper segelte durch die Luft, landete hart auf dem Boden. Im selben Augenblick hörte ich noch einen Schuss. Blut und Knochen schossen aus Fast's Schulter und spritzten auf die Felswand hinter ihm. Er jaulte einmal kläglich auf, sagte dann zusammen mit einem Geräusch wie Fleisch, das auf Holz klatscht. Im rauchigen Dunst von Fast's Helmlampe sah ich drei Gestalten. Alle drei hatten Waffen auf mein Möchtegern Henker gerichtet. Zwei Uhr nachmittags, Dienstag. Die Sonne, die durch mein Fenster schien, hing wie eine harte, weiße Scheibe in einem vollkommenen blauen Himmel. Nach dem Tauchgang im Keuteich, der Fahrt in dem schmutzigen Golfkarren und den Gesteinssplittern, die ich Fast's Kugel verdankte, erinnerte mein Gesicht an Dresden kurz nach Kriegsende. Und mir taten Stellen weh, von denen ich gar nicht gewusst hatte, dass ich sie hatte. Trotzdem war ich bester Laune. Ich packte meine Sachen, um nach Hause zu fliegen. Meine Entführung am Sonntagabend hatte zu Abschürfungen und einer möglichen Gehirnerschütterung geführt. Letztere hatte einen 24-stündigen Krankenhausaufenthalt nötig gemacht. Während ich, an Schläuchen hängend und sehr gereizt, unter Beobachtung stand, hatte ich die Geschichte in kleinen Häppchen gehört. Hauptsächlich von Ryan. Eine Heldin der Geschichte war Nora, die verschwörerische Rezeptionistin. Durch den Haupteingang des Hotels hatte sie beobachtet, wie ein Mann mich an einen Pickup drückte und mir die Handtasche von der Schulter Da sie dachte, sie sei Zeugin eines Raubüberfalls, hatte sie sich das Kennzeichen notiert und die Polizei angerufen. Als sich herausstellte, dass das Kennzeichen Horace Tine gehörte, meldete es irgendjemand Rainwater und Rainwater sagte es Ryan. Die Jungs haben schnell reagiert, das muss ich zugeben. Rainwater setzte sich mit Corporal Schulz in Batchico in Verbindung. Er überprüfte Tines Haus, meldete, dass kein Pickup in der Einfahrt stand. Rainfiel Tines Teilzeitjob als Wachmann in der Giant Gold Mine wieder ein. Rainwater erinnerte sich an die Fässer mit Arsen, die dort unterirdisch gelagert wurden. Beide waren übereinstimmend der Meinung, dass das nichts Gutes bedeutete, sagten es Olli. Olli nahm sich einen Leihwagen und raste vom Flughafen los. Ryan ließ sich Chalker als Fahrer aus und die beiden rasten von der im selben Augenblick als Tine mit einem Brecheisen und einem Remington 700 Repetiergewehr in den Schacht zurückkehrte. Die Lokomotive, die mich überfuhr, war Chalker. Er hatte mich zur Seite geschubst, damit Olli freie Schussbahn auf Fast hatte. Wie sich dabei zeigte, war der Kerl anständig. Er machte einfach nur seinen Job als Polizist gut und war Mitglied von Snoaks immer größer werdender Familie. Zwei Krankenwagen kamen gleichzeitig am Stanton Territorial Hospital an. Fast blieb dort. Tine saß in einer Zelle in der G-Division. Ich sammelte im Bad eben meine Toilettensachen zusammen, als ich ein Klopfen hörte. In der Tür stand Olli, eine Pralinschachtel von Whitemans in der Hand. Dachte mir, Blumen vielleicht nicht so gut kommen. Er hielt mir sein Mitbringsel Leider nicht von Godiva, aber die Auswahl hier ist einfach scheiße. Pralinen sind immer gut. Ich nahm ihm die Schachtel ab. Willst du reinkommen? Ich trat einen Schritt zurück. Olli kam herein und setzte sich in einen Sessel. Hast du herausgefunden, wie Scar so schnell nach Yellowknife gekommen ist? Nicht wichtig, aber dieses Detail hatte mir keine Ruhe gelassen. Hatte einen Freund, der Buschpilot ist. Der Kerl hat ihn hergeflogen. Was passiert mit Anker? Mit dem sind wir durch, der ist fertig. Fast? Hat ein Stück Schulter verloren, aber er wird's überleben. Ist er schon bei Bewusstsein? Oh ja. Er und Thain liefern sich ein Wettrennen, wer schneller gestehen kann. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu? Die Jungs wollen beide was aushandeln. Eins muss man dir lassen, Tempi. Du hattest den Nagel auf den Kopf getroffen. Ruben hatte mit den Drogengeschichten nichts zu tun. Was sagen Fast und Thain? Anscheinend waren ursprünglich gar keine Morde geplant. Sie wollten einfach McLeuds Kindern mit ihrer Masche rettet das Karibu die Mineralrechte abluchsen. Snoke würde bereitwillig stiften und Beck konnte während einer seiner Drogen- oder Alkoholexzesse dazu überredet werden. Das größere Problem war Ruben. Da sie geistig nicht in der Lage war, irgendetwas zu überschreiben, musste sie so lange verschwinden, bis man sie für tot erklären lassen konnte, damit ihr Besitz an die beiden anderen überging. Der Plan lief aus dem Ruder, als dieser Skipper auftauchte, um vor dem Gremium zu lamentieren. Er hatte herausgefunden, dass zu Thains diversen Aktivitäten auch das Sammeln von Streit. Offensichtlich erfuhr Skipper auch, dass Beck zu den Leuten gehörte, die angesprochen worden waren und ging zu ihm. Irgendjemand folgte ihm, erschoss ihn und Beck und zündete das Haus an. Aufgrund schlechter Spurensuche am Tatort wurde weder die Schießerei noch das Vorhandensein von zwei Opfern ermittelt. Aber die beiden hatten das Ruder wieder in der Hand. Olli nickte. Fast und Thain mussten jetzt nur noch die restliche Zeit konnte und sich dann die Mineralrechte von Snoop besorgen. Als Ruben in Yellowknife auftauchte, mussten sie sie dazu bringen, wieder zu verschwinden und sie machten sich Sorgen darüber, was sie dir erzählen würde. Wieder dieses schlechte Gewissen, das entsteht, wenn meine Nachforschungen zum Tod eines Menschen führen. Ich schob es beiseite. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie den Tatort so gründlich säubern konnten. Der Regen und wilde Tiere haben das für sie übernommen. Tyne gibt an, nachdem sie Ruben zu einem Transporter getragen hatten, hätten sie alles eingesammelt, was sie an Indizien finden konnten, ein paar Armvoll Nadeln darüber gestreut und sich dann aus dem Staub gemacht, um Ruben in Arsensuppe zu verwandeln. Die Trottel dachten, Arsen würde die Verwesung beschleunigen. Tut es das nicht? Vom Bürgerkrieg bis etwa 1910 war Arsen der Hauptbestandteil von Einbalsamierungsflüssigkeiten, die in Nordamerika verwendet wurden. Tatsächlich konserviert das Zeug Gewebe, indem es die Mikroorganismen abtötet, die die Verwesung verursachen. Es fiel nur in Ungnade, weil es so giftig ist. Und dauerhaft, elementares Arsen zerfällt nie in harmlose Nebenprodukte. Deshalb diese irrsinnige Entsorgungsaktion in der Giant. Genau, die Mine enthält über 200.000 Tonnen Arsen Trioxid, ein Staub, der beim Goldgewinnungsprozess entsteht. Schlechte Nachrichten. Sehr. Der Staub ist wasserlöslich und enthält etwa 60% Arsen. Längerfristige Lagerung erfordert ein dauerhaftes Einfrieren in Lagerkammern. Ich hatte das während meiner medizinischen Gefangenschaft gelesen. Was kostet es uns arme Steuerzahler? Über 400 Millionen. Tain und Faas dachten, sie würden was für ihr Geld bekommen, indem sie Ruben und mich in Fässer stopften und in einer der Kühlkammern versteckten. Wie kaltherzig. Sehr witzig, ich verdrehte die Augen. Es fühlte sich nicht gut an. Weißt du eigentlich, was für eine Panne da unten in der Mine passiert ist? Das wird dir gefallen. Die im Ernst? Olli nickte. Ich habe da noch was, was mir nicht aus dem Kopf geht, sagte ich. Snooks Haus stand doch unter Beobachtung. Wie konnte Ruben sich in dieser Nacht rausschleichen, ohne gesehen zu werden? Rainwater ließ den Streifenwagen zwischen der Racked S, Anker und Castain hin und her fahren. Ich überlegte einen Augenblick. Hat Fast gesagt, warum er gerade jetzt hierher gekommen ist? Kannst du dich noch an den Zeitungsartikel über Rubens tote Babys erinnern? White, der Journalist, der den MI in Edmonton angerufen hatte. Ich nickte. Fast hat den Artikel gelesen und ganz aufgeregt Tain angerufen. Als Tain erzählt hat, Ruben sei wieder ein Yellow Knife, hat Fast erkannt, dass der Plan wieder aus dem Ruder läuft. Wer hatte eigentlich als erster die Idee? Fast behauptet, die Betrugsmaschine sei Tains Idee gewesen. Mr. Tain gibt eine andere Version zum Besten. In verschiedenen Punkten. Fast sagt, Tain hätte Skipper und Beck umgebracht und dann das Haus angezündet. Tain schiebt die Schießerei und das Feuer natürlich Fast in die Schuhe. Ganoven Ehre. Ich habe noch eine Frage. Olli stellte die Ellbogen auf die Knie. Wie kam McLeod überhaupt zu diesen Claims? Ich überlegte kurz. Schon mal was von Charles Fibke gehört? Der Kerl, der Diamanten in Kanada entdeckt hat? Anfangs brauchte Fibke verzweifelt Geld und bezahlte seine Angestellten manchmal auf merkwürdige Art. Außer als Lastwagenfahrer arbeitete McLeod für Fibke auch als Pilot. Vielleicht war das ihre Abmachung, vielleicht erkannte McLeod den Wert der Städten aber auch selber. Die Antwort dürften wir nie erfahren. Glaubst du, dass McLeod wirklich eine Kimberley Pipe gefunden hat? Snoke lässt jetzt Experten daran arbeiten. Das heißt, sie hat gute Berater? Rainwater und sein Onkel haben ihr entsprechende Kontakte vermittelt. Ich zweifelte nicht an der Existenz der Pipe. Okay, du Genie, erklär mir, wie du Fast mit Tyne in Verbindung gebracht hast. Erinnerst du dich an Ralph Rocky Trees? Der Kerl, der Ruben in Sonja Sound gebumst hat? Ich erzählte ihm von der Werbebroschüre für Fast Moving, von dem Foto im Yellow Knifer. Annelies Ruben hatte eine Verbindung zu Trees. Trees ist Fast Schwager. Das Foto verbindet Fast mit McLeod Arbeit. Mir fiel noch eine Frage ein. Hast du Fast gefragt, ob er der Stecher war, mit dem Ruben sich an dem Abend traf, als sie Edmonton verließ? Der flüchtige Mr. Smith. Olli schnaubte verächtlich. Fast gibt zu, Ruben nach Montreal gefahren und ihr in Saint-Hyacente eine Unterkunft verschafft zu haben. Sagt, sie wollte weg. Wer weiß, was der Wichser ihr versprochen hat? Wer hat ihre Rechnungen bezahlt? Fast hat sie ermutigt, in, sagen wir mal, häuslicher Unterhaltung zu machen und ihr Kunden geschickt. Wenn ihr Einkommen nicht gereicht hat, sind er und Tyne für den Rest gerade gestanden, haben es als Geschäftsausgabe betrachtet. Sobald aber Rubens Claim an Snoke übergegangen wäre und sie alles Tynes Stiftung überschrieben hätte, wäre Ruben auf sich allein gestellt gewesen oder noch schlimmer. Diese herzlosen Mistkerle. Was Neues über die Vaterschaften bezüglich der Babys? fragte Olli. Ja, ich hatte den Anruf während meiner Entlassung aus dem Krankenhaus heute Morgen erhalten. Das Baby unter dem Waschbecken im Bad hatte Rocky gezeugt. Weil die anderen mumifiziert oder skeletiert sind, ist ihre DNS degradiert, das heißt, die Untersuchung wird länger dauern und vielleicht nie zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Weißt du, was Fast ihr gesagt hat? Ich schüttelte knapp den Kopf. Allem Anschein nach war das erste Kind eine Todgeburt. Fast behauptet übrigens, Tyne könnte der Vater dieses Babys sein. Da er sich nicht mit den Unannehmlichkeiten wie Ärzten oder Geburtenkontrolle herumschlagen wollte, hatte er Ruben erzählt, sie hätte einen genetischen Defekt und alle ihre Babys würden sterben. Falls sie je noch eins bekommen würde, sollte sie es einfach ignorieren und dann die Leiche verstecken, damit sie nicht gefunden würde. Ein emotionales Chaos lähmte meine Zunge. Wut, Kummer, Schuldbewusstsein. Andere Gefühle konnte ich nicht einmal benennen. Einen Augenblick schienen Ollis Augen in meinem Schädel schauen zu wollen. Dann klatschte er sich auf die Knie und stand auf. Ich brachte ihn zur Tür. Danke, dass du da geblieben bist, Olli. Wirklich, es bedeutet mir sehr viel. Konnte doch nicht zulassen, dass Detective Du mich auch die Verhaftung vermasselt. Du und Detective Du mich auch, ihr würdet ein verdammt gutes Team abgeben. Ich höre das ziemlich oft. Ich stellte mich auf Zehenspitzen und küsste Olli auf die Wange. Er versuchte mich in den Arm zu nehmen, aber ich wich ihm aus. Du weißt, ich würde mein linkes Ei für eine Einladung nach Charlotte hergeben. Sergeant Hastie, ich kann Ihnen versichern, Ihr Ei ist nicht in Gefahr. Als Olli gegangen war, packte ich ab. Ryan saß an unserem gewohnten Tisch am Fenster. Ich bestellte ein Club Sandwich, Ryan einen Cheeseburger. Wir aßen schweigend, im guten Schweigen, ungezwungen. Hin und wieder nahm ich mir eine von Reins Fritten. Er schnappte sich etwas von meinen Pickles. Ich fragte ihn nicht nach Lilly. Ryan sollte hier das Tempo bestimmen, reden, wann er wollte. Ich würde zuhören. Krankenhaus hatten Ryan und ich jeden Aspekt der Ereignisse der letzten Woche seziert. Jetzt hatten wir beide nicht das Bedürfnis, das alles noch einmal aufzuwärmen. Ich schaute zum Fenster hinaus. So viel war passiert. War es wirklich gestern vor einer Woche gewesen, dass wir uns in Sanja Sand getroffen hatten? Ich tauchte eben eine geklaute Fritte ins Ketchup, als eine Bewegung im Garten meine Aufmerksamkeit erregte. Eine Mülltonne fiel um, Unrat quoll heraus. Dürre Beine entfernten sich rücklinks von der umgestürzten Tonne im Maul eine Beute, die ich nicht sehen konnte. Ich spürte ein Summen, das mir das Blut ins Gesicht jagte. Wir treffen uns am Camry. Bevor Ryan etwas sagen konnte, schnappte ich mir den gebratenen Speck von meinem Sandwich und rannte hinaus. Die einzige Überlebende einer merkwürdigen Familie stand allein in der Sonne und dass sie vorhatte, ihre Verwandtschaft zu beerdigen. Daryl Beck, Alice Ruben, Ronald Scarborough. Ich fragte mich, welche Inschrift das Gemeinschaftsgrab der namenlosen Kinder tragen würde. Als Ryan und ich den Friedhof durchquerten, löste der Geruch von Gras und frisch aufgeworfener Erde Erinnerungen an meinen früheren Lakeview-Besuch aus. Snoke drehte sich um, als sie uns kommen hörte, erwartete uns schweigen. Wie geht es Ihnen? Okay. Detective Ryan und ich wollen Ihnen sagen, wie sehr uns ihr Verlust leid tut. Snoke betrachtete uns mit resignierter Miene. Das ist eine sehr großzügige Geste. Ich bewegte die Hand über die Gräber. Blut ist dicker als Wasser. Wann werden sie die Beerdigungen abhalten können? Miss King gibt mir Bescheid. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich in irgendeiner Weise helfen kann. Sie haben meine Nummer. Danke. Ich meine das ernst. Sie nickte. Wir wussten beide, dass sie diese Nummer nie wählen würde. Nelly, sagte ich sanft, ich habe was für sie. Ich zog den Reißverschluss meiner Windjacke auf. Ein Kopf lugte heraus, das fällt strähnig und Schmutz verklebt. Snoke riss die Augen auf. Tank? Die Schnauze des Hundes schnellte in Snooks Richtung. Mit einem Jaulen drückte er sich von meiner Brust ab, landete auf dem Boden und wackelte mit der gesamten hinteren Körperhälfte. Komm her, Junge! Snoke breitete die Arme aus. Tank sprang hoch. Snoke fing den Hund und drückte ihre Nase in sein Fell. Eine weiche, rosige Zunge leckte Nelly über die Wange. Ein Augenblick verging. Die Wangen feucht vor Speichel und Tränen schaute Snoke mich an. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Snoke lächelte. Es war das erste Mal, dass ich das sah. Mir wurde das Herz schwer, als wir zum Auto zurückgingen. Ich spürte Reins Arm um meine Schultern. Ich schaute zu ihm hoch. Miss Snoke wird eine sehr wohlhabende Frau sein, sagte er sanft. Kann noch so viel Geld ihre Sicht auf die Welt ändern? Es kann ihr Leben ändern. Ich schaute ihn fragend an. Sie kann damit ihr geliebtes Karibu retten. Ich legte Ryan den Arm um die Taille. Aufs Karibu, sagte ich. Gemeinsam gingen wir Arm in Arm unter einem makellos blauen Himmel an diesem sonnigen Frühlingstag. Er sch r r r r r r r r Vielen Dank.